Kathy Reichs Todgeglaubte leben länger Nach einem Osteressen aus Schinken, Erbsen und Kartoffelbrei klaute Charles Le Cowboy Belmar seiner Schwester ein Zwanziger, fuhr zu einem Crackhaus in Verdun und verschwand. In diesem Sommer wurde das Haus für teures Geld verkauft. Im Winter ärgerten sich die neuen Besitzer über den schlechten Abzug ihres Kamins. Am Montag, den 7. Februar, öffnete der Herr des Hauses den Rauchfang und stocherte mit einem Rechenstiel nach oben. Ein vertrocknetes Bein fiel in den Aschekasten. Papa rief die Polizei. Die Polizei rief die Feuerwehr und den Corona. Der Corona, der Leichenbeschauer also, rief das forensische Institut an. Pelletier bekam den Fall. Pelletier und zwei seiner Techniker standen binnen einer Stunde nach Entdeckung des Beins auf dem Rasen. Zu sagen, dass große Verwirrung herrschte, wäre ungefähr so, als würde man den D-Day als hektisch bezeichnen. Entrüsteter Vater, hysterische Mutter, überdrehte Kinder, neugierige Nachbarn, verärgerte Polizisten, ratlose Feuerwehrmänner. Dr. Jean Pelletier ist der älteste und ranghöchste der fünf Pathologen an Quebecks zentralem forensischen und gerichtsmedizinischem Institut. Er hat schlechte Gelenke und schlechte Zähne und null Toleranz, was die Vergeudung seiner knappen Zeit angeht. Er warf nur einen Blick auf die Szene und bestellte eine Abrissbirne. Die Außenwand des Kamins wurde pulverisiert. Eine gut durchgeräucherte Leiche wurde herausgezogen, auf eine Bahre geschnallt und in unser Institut gebracht. Auftritt meiner Wenigkeit. Dr. Temperance Brennan, forensische Anthropologin für North Carolina und Quebec. La Belle-Provence und Dixie? Eine lange Geschichte, die anfängt mit einem Fakultätsaustausch zwischen meiner Heimatuniversität UNC Charlotte und der McGill in Montreal. Als das Austauschjahr zu Ende war, ging ich wieder in den Süden, arbeitete aber weiter als externe Beraterin für das Institut in Montreal. Ein Jahrzehnt später pendle ich noch immer zwischen beiden Orten hin und her und durfte inzwischen, was Bonusmeilen für Vielflieger angeht, auf der Rangliste ziemlich weit oben stehen. Pelletiers Anforderung des anthropologischen Gutachtens lag auf meinem Schreibtisch, als ich für meinen Februarturnus in Montreal eintraf. Inzwischen war es Mittwoch, der 16. Februar, und die Knochen aus dem Kamin bildeten auf meinem Arbeitstisch ein komplettes Skelett. Alters, Geschlechts-, Abstammungs- und Größenschätzungen sagten mir, neben zwei Stahlstiften im rechten Schien- und Wadenbein, dass ich den lange vermissten Cowboy vor mir hatte. Abgesehen von einem Haarriss an der Schädelbasis, der wahrscheinlich von dem ungeplanten Sturz in den Kamin herrührte, fand ich keine Hinweise auf äußere Verletzungen. Ich überlegte mir gerade, wie und warum ein Mann auf ein Dach klettert und dann in ein Kamin fällt, als das Telefon klingelte. Wie es aussieht, brauche ich Ihre Unterstützung, Temperance. Nur Pierre Lamange nannte mich bei meinem vollen Namen, den er auf der letzten Silbe betonte, sodass er sich auf La France reimte. Lamange hatte sich selbst einen Kadaver zugewiesen, der, wie ich vermutete, Verwesungserscheinungen aufwies. Was? Fortgeschrittene Fäulnis? Ja. Mein Chef hielt kurz inne. Und andere komplizierende Faktoren. Komplizierende Faktoren? Katzen. Oh Mann. Ich bin gleich unten. Nachdem ich den Belmar-Bericht auf einer Diskette abgespeichert hatte, verließ ich mein Labor, ging durch die Glastüren, die die rechtsmedizinische Abteilung vom Rest der Etage abtrennen, und drückte auf den Knopf neben einem einzelnen Fahrstuhl. Zugänglich nur von den beiden gesicherten Etagen des Instituts und vom Büro des Leichenbeschauers hat dieser Lift nur ein einziges Ziel, die Leichenhalle. Während ich in den Keller hinunter fuhr, wiederholte ich im Geiste noch einmal, was ich bei der Personalbesprechung an diesem Morgen erfahren hatte. Avram Ferres, ein 56-jähriger orthodoxer Jude, war eine Woche zuvor verschwunden. Gestern am späten Nachmittag war Ferres Leiche in einer Abstellkammer im Obergeschoss seines Geschäftsgebäudes entdeckt worden. Keine Hinweise auf einen Einbruch. Keine Hinweise auf einen Kampf. Die Angestellte sagte, er habe sich in letzter Zeit merkwürdig verhalten. Tod durch einen selbst beigefügten Pistolenschuss, lautete die Einschätzung vor Ort. Die Familie des Opfers beharrte jedoch stur darauf, dass ein Selbstmord ausgeschlossen sei. Der Corona hatte eine Autopsie angeordnet. Ferres Verwandte und der Rabbi hatten dagegen Einspruch erhoben. Die Verhandlungen waren ziemlich hitzig verlaufen. Ich sollte nun gleich den Kompromiss sehen, den man erreicht hatte, und das, was die Katzen angerichtet hatten. Vom Aufzug aus ging ich nach links und dann nach rechts auf die Leichenhalle zu. Als ich mich der äußeren Tür des Autopsieflügels näherte, hörte ich Geräusche aus dem Familienzimmer, einer tristen kleinen Kammer, die für diejenigen reserviert war, die man für eine Identifikation der Toten einbestellt hatte. Leises Schluchzen. Eine Frauenstimme. Im Familienzimmer warten diejenigen, die eben vom Undenkbaren und Unvorhergesehenen überfallen wurden. Deren Kummer rührt mich immer. Ich zog eine hellblaue Tür auf und lief einen schmalen Korridor entlang, vorbei an weiteren blauen Türen zu meiner linken, alle mit der Aufschrift Sektionssaal. An der vierten Tür atmete ich einmal tief durch und trat dann ein. Neben den Skelettierten bekomme ich die Verbrannten, die Mumifizierten, die Verstümmelten und die Verfaulten. Meine Aufgabe ist es, die Identität zu rekonstruieren, die der Tod ausgelöscht hat. Einige Autopsien finden vor leerem Haus statt. Andere ziehen Publikum förmlich an. Trotz des Gestanks gab es bei Avram Ferres Autopsie nur Stehplätze. La Manche, Lisa, seine Autopsietechnikerin, zwei uniformierte Beamte, ein Kriminalkommissar, den ich nicht kannte. Ein großer Kerl, sommersprossig und blasser als Tofu. Ein weiterer Detektiv, den ich kannte. Oh Mann, Andrew Ryan, 1,86, sandblonde Haare, Wikinger, blaue Augen. Wir nickten einander zu. Ryan, der Bulle. Tempe, die Anthropologin. Als wären die offiziellen Teilnehmer nicht schon zahlreich genug, bildeten auch noch vier Laien hinter der Leiche eine Mauer der Missbilligung. Ich musterte sie schnell, lauter Männer. Zwei Mitfünfziger, die beiden anderen vermutlich Ende sechzig, dunkle Haare, Brillen, Bärte, Jarmulken. La Manche zog seine Atemmaske herunter und stellte mich dem Beobachterquartett vor. In Anbetracht des Zustandes von Mr. Ferres Leiche ist ein Anthropologe erforderlich. Vier verständnislose Blicke. Dr. Brennans Fachgebiet ist skeletale Anatomie. La Manche sprach Englisch. Sie ist, was ihre speziellen Anforderungen angeht, vollständig im Bilde. Abgesehen von der sorgfältigen Aufbewahrung auch der geringsten Mengen von Blut und Gewebe hatte ich keine Ahnung von den speziellen Anforderungen dieser Männer. Acht Augen verfolgten mich, als ich zu dem Verstorbenen ging. Avram Ferres sah nicht aus, als wäre er erst letzte Woche gestorben. Seine Augen waren schwarz, die Zunge purpurn, die Hautoliv- und Auberginenfarben gesprenkelt. Ich schaute Ryan fragend an. Die Temperatur in der Abstellkammer lag bei 92 Fahrenheit, sagte er. Warum so heiß? Wir gehen davon aus, dass die Katzen ans Thermostat gekommen sind, sagte Ryan. Ich rechnete schnell nach. 92 Fahrenheit, knapp 35 Grad Celsius. Kein Wunder, dass Ferres einen Rekord in Verwesung aufstellte. Aber die Hitze war nur eins der Probleme dieses Herrn gewesen. Avram Ferres hatte den Fehler gemacht, sich eine Kugel einzufangen, während er mit zwei Kurzhaarhauskatzen und einer Siamesin in einem Raum eingesperrt war. Und mit einem zu geringen Vorrat an Brekkis. Ich ging langsam um den Tisch herum. Das Schläfen und das Scheitelbein auf Ferres linker Schädelseite waren merkwürdig nach außen gebogen. Obwohl ich das Hinterhauptsbein nicht sehen konnte, war es offensichtlich, dass er die Kugel in den Hinterkopf bekommen hatte. Ich zog Gummihandschuhe über, schob zwei Finger unter den Schädel und tastete. Der Knochen gab nach wie Pudding. Nur die Schädelschwarte hielt den Hinterkopf noch zusammen. Ich senkte den Kopf wieder ab und untersuchte das Gesicht. Es war schwierig, sich vorzustellen, wie Ferres zu Lebzeiten ausgesehen hatte. Seine linke Wange war angenagt. Zahnspuren kerbten den darunter liegenden Knochen. Splitter schillerten in der grillroten Pampe. Ferres rechte Gesichtshälfte war zwar aufgequollen und fleckig, ansonsten aber größtenteils intakt. Ich richtete mich auf und dachte über das Verstümmelungsmuster nach. Trotz der Hitze und des vollen Gestanks hatten die Katzen sich nicht an die rechte Gesichtshälfte oder weiter unten an den Rest des Körpers gewagt. Ich begriff jetzt, warum La Manche mich brauchte. Gab es auf der linken Gesichtshälfte eine offene Wunde, fragte ich ihn? Ja, und eine zweite am Hinterkopf. Verwesung und Fraßspuren machen es unmöglich, den Weg der Kugel zu bestimmen. Ich brauche einen vollen Satz kranialer Röntgenaufnahmen, sagte ich zu Lisa. Ausrichtung? Alle Winkel. Und ich brauche den Schädel. Unmöglich. Beobachter Nummer vier erwachte plötzlich zum Leben. Sie haben uns ihr Wort gegeben, dass keinerlei Proben einbehalten werden. Obwohl der Mann eine Gesichtsfarbe wie Haferschleim hatte, zeigten sich auf seinen Wangen jetzt rosige Knospen. Außer, wenn es absolut unvermeidbar ist. La Manche war die Sachlichkeit in Person. Beobachter Nummer vier wandte sich dem Mann auf seiner linken zu. Beobachter Nummer drei hob das Kinn und schaute durch gesenkte Lider nach unten. Lassen Sie ihn sprechen. Gelassen. Der Rabbi empfahl Geduld. La Manche wandte sich mir zu. Dr. Brennan fahren Sie mit Ihrer Untersuchung fort, wobei Sie jedoch den Schädel und alle nicht betroffenen Knochenpartien an Ort und Stelle belassen. Dr. La Manche, wenn sich das als undurchführbar erweist, kehren Sie zur normalen Verfahrensweise zurück. Ich schaute meinen Chef an. Der alte Mann nickte unmerklich. Ziehen Sie das mit mir durch, signalisierte er mir. Ich hob den Blick zu den Gesichtern über Avram Ferris. In jedem erkannte ich den uralten Kampf zwischen Dogma und Pragmatismus. Der Körper als Tempel. Der Körper als Gänge und Ganglien und Pisse und Galle. In jedem sah ich Verlustschmerz. Denselben Schmerz, den ich erst Minuten zuvor mitgehört hatte. Natürlich, sagte ich leise. Rufen Sie mich, bevor Sie die Schädelschwarte abziehen. Ich schaute Ryan an. Er zwinkerte. Ryan der Bulle. Hinter dem Ryan, der Geliebte, hervorlugte. Die Frau weinte noch immer, als ich den Autopsie-Flügel verließ. Ich zögerte, weil ich mich nicht in persönliche Trauer eindrängen wollte. War es das? Oder war es nur eine Ausrede, weil ich nichts damit zu tun haben wollte? Ich werde oft Zeuge von Kummer. Ich sehe den Schmerz, aber ich kann keine Hilfe anbieten. Ich hasse meine Machtlosigkeit. Ich kam mir vor wie ein Feigling. Dennoch betrat ich das Familienzimmer. Zwei Frauen saßen nebeneinander, dicht zusammen, doch ohne sich zu berühren. Die Jüngere hätte dreißig, aber auch fünfzig sein können. Die ältere Frau war so runzlig, dass sie mich an die Puppen aus getrockneten Äpfeln erinnerte, die in den Bergen von Carolina gebastelt werden. Ich räusperte mich. Apfeloma hob den Kopf und ich sah Tränen auf dem Gesicht der zehntausend Falten glänzen. Mrs. Ferris? Die knotigen Finger knüllten ein Taschentuch. Ich bin Temperance Brennan. Ich assistiere bei Mr. Ferris' Autopsie. Der Kopf der alten Frau kippte nach rechts und ihre Perücke verrutschte. Mein aufrichtiges Beileid, ich weiß, wie schwierig das für sie ist. Die Jüngere hob zwei atemberaubend fliederfarbene Augen. Wirklich? Gute Frage. Wie können Sie sich anmaßen, den Kummer zu verstehen, den wir empfinden? Unnötig aggressiv, dachte ich. Auch linkische Beileidsbezeugungen sind Beileidsbezeugungen. Natürlich kann ich das nicht, sagte ich und schaute zwischen ihr und ihrer Begleiterin hin und her. Das war wohl wirklich etwas anmaßend. Keine der beiden Frauen sagte etwas. Ich bedauere ihren Verlust sehr. Die junge Frau wartete so lange, dass ich schon glaubte, sie würde gar nicht mehr antworten. Ich bin Mirjam Ferris. Avram ist, war mein Ehemann. Mirjam hob die Hand und zögerte dann, als wüsste sie nicht mehr so recht, was sie damit machen wollte. Dora ist Avrams Mutter. Dora ließ die Schultern hängen und senkte den Kopf. Ich ging zu ihr, kauerte mich hin und legte meine Hand auf ihre. Warum Avram? Mirjam, Tränen erstickt. Warum mein einziger Sohn? Es sollte nicht sein, dass eine Mutter ihren Sohn begräbt. Mirjam sagte etwas auf Hebräisch oder Jiddisch. Wer ist dieser Gott? Warum tut er uns das an? Ich schluckte. Kann ich Ihnen einen Tee bringen, Mrs. Ferris? Wir kommen schon zurecht, sagte Mirjam. Vielen Dank. Da ich mir nutzlos vorkam, stand ich auf und gab Mirjam meine Karte. Wenn ich irgendetwas für sie tun kann, zögern sie nicht, mich anzurufen. Beim Verlassen des Familienzimmers fiel mir einer der bärtigen Beobachter auf, der auf der anderen Seite des Ganges stand und zu mir herüberschaute. Als ich an ihm vorbeigehen wollte, stellte sich mir der Mann in den Weg. Das war sehr freundlich. Seine Stimme hatte etwas Krächzendes. Er klang ein wenig wie Kenny Rogers, wenn er Lucille sang. Ich habe sie da drinnen gesehen. Offensichtlich sind sie ein Mensch des Mitgefühls, ein Mensch der Ehre. Worauf wollte er hinaus? Der Mann zögerte, als wäre er unschlüssig in Bezug auf seinen nächsten Schritt. Dann griff er in die Tasche, zog einen Umschlag heraus und gab ihn mir. Das ist der Grund, warum Avram Ferris tot ist. Der Umschlag enthielt ein einzelnes Schwarz-Weiß-Foto. Abgebildet war ein auf dem Rücken liegendes Skelett, den Schädel zur Seite gedreht, den Unterkiefer heruntergeklappt wie in einem stummen Schrei. Ich drehte das Foto um. Auf der Rückseite stand ein Datum. Oktober 1963 und eine verschmierte Abkürzung. H, D, 1, H. Vielleicht. Ich schaute den bärtigen Herrn, der mir den Weg versperrte, fragend an. Er machte keine Anstalten zu einer Erklärung. Mr. Kessler. Warum zeigen Sie mir das? Er sagte, er wäre in Gefahr. Kessler deutete mit vier Fingern auf das Foto. Meinte, wenn ihm irgendetwas zustoßen sollte, dann deswegen. Hat Mr. Ferris Ihnen das gegeben? Ja. Kessler schaute sich um. Warum? Kessler antwortete mit einem Achselzucken. Woher kommt das Foto? Kessler schaute sich schon wieder um. Aus Israel. Mr. Ferris hatte Angst um sein Leben? Eine Heidenangst. Er meinte, wenn das Foto ans Licht käme, würde es ein Chaos geben. Was für eine Art von Chaos? Das weiß ich nicht. Kessler hob die Handflächen. Schauen Sie, ich habe keine Ahnung, was für ein Foto das ist. Ich habe mich nur einverstanden erklärt, es an mich zu nehmen. Was für eine Verbindung hatten Sie zu Mr. Ferris? Wir waren Geschäftspartner. Ich streckte ihm das Foto wieder hin. Kessler ließ die Hände sinken. In diesem Augenblick läutete mein Handy. Ich zog es vom Gürtel. Pelletier. Habe noch einen Anruf wegen Belmar bekommen. Kessler ging um mich herum und auf das Familienzimmer zu. Ich widelte mit dem Foto. Kessler schüttelte den Kopf und eilte den Gang hinunter. Sind Sie so weit, dass Sie den Cowboy freigeben können? Ich bin auf dem Weg nach oben. Bon. Die Schwester macht sich schon in die Hose wegen der Beerdigung. Als ich abgeschaltet und mich umgedreht hatte, war der Gang leer. Na gut. Ich würde Ryan das Foto geben. Wir hatten ja eine Liste mit den Namen der Beobachter. Wenn er die Sache weiterverfolgen wollte, konnte er sich dort die nötigen Informationen über Kessler beschaffen. Ich drückte auf den Aufzugsknopf. Bis Mittag hatte ich meinen Bericht über Charles Belmar fertig. Ich kam zu dem Schluss, dass der letzte Ritt des Cowboys, wie merkwürdig die Umstände auch sein mochten, Resultat seiner eigenen Verrücktheit war. Was hatte er da oben nur gewollt? Beim Mittagessen informierte mich Lamange, dass es schwierig werden dürfte, Ferres Kopfverletzungen in situ, also ohne Abtrennen des Kopfes, zu untersuchen. Die Röntgenaufnahmen zeigten nur ein Kugelfragment und deuteten darauf hin, dass der hintere Teil des Schädels und die linke Gesichtshälfte zertrümmert waren. Außerdem sagte er mir, dass meine Analyse von grundlegender Bedeutung sein würde, da die Verstümmelung durch die Katzen das auf den Röntgenaufnahmen erkennbare Muster der metallischen Spuren verändert habe. Darüber hinaus war Ferres so gefallen, dass seine Hände unter ihm zu liegen kamen. Die Verwesung hatte einen Nachweis von Schmauchspuren unmöglich gemacht. Um 13.30 Uhr fuhr ich wieder in die Leichenhalle hinunter. Ferres Torso war inzwischen von der Kehle bis zum Schambein geöffnet und seine Organe schwammen in geschlossenen Behältern. Der Gestank im Raum war in den roten Bereich geklettert. Anwesend waren Ryan und der Fotograf sowie zwei der vier Beobachter vom Vormittag. La Manche wartete fünf Minuten und nickte dann seiner Autopsietechnikerin zu. Lisa setzte Schnitte hinter Ferres Ohren und quer über das Schädeldach. Dann löste sie mit Skalpell und Fingern die Schädelschwarte von oben her in Richtung Hinterkopf ab, wobei sie immer wieder innehielt, um das Kärtchen mit der Fallnummer für die Fotos neu zu platzieren. Während so langsam die Fragmente freigelegt wurden, traten La Manche und ich näher heran, betrachteten, skizzierten und legten sie in Behälter. Langsam extrahierten wir schließlich die Trümmer, die Ferres Oberkieferknochen, Wangen, Nasen und Schläfenbeine gewesen waren. Um vier waren die Überreste von Ferres Gesicht wieder an Ort und Stelle und eine y-förmige Naht hielt Brust und Bauch wieder zusammen. Der Fotograf hatte fünf Filmrollen. La Manche hatte einen ganzen Stapel von Skizzen und Notizen. Ich hatte vier Behälter mit blutigen Knochentrümmern. Ich säuberte eben Knochenfragmente, als Ryan im Gang vor meinem Labor auftauchte. Ich sah ihn durch das Fenster über dem Waschbecken. Zerfrüchtes Gesicht. Augen zu blau, als dass es ihm gut täte. Oder mir. Als Ryan mich sah, drückte er Handflächen und Nase ans Glas. Ich spritzte ihm Wasser entgegen. Er wich zurück und deutete zu meiner Tür. Ich formte mit den Lippen offen und winkte ihn herein. Ein dümmliches Grinsen breitete sich auf meinem Gesicht aus. Okay. Vielleicht war Ryan doch nicht so schlecht für mich. Aber zu diesem Schluss war ich erst vor kurzem gekommen. Fast ein Jahrzehnt lang hatten Ryan und ich uns in einer mal vorhandenen, mal nicht vorhandenen Beziehung aneinander gerieben. Aufwärts, abwärts. Ja, nein, heiß, kalt. Heiß. Heiß. Von Anfang an hatte ich mich von Ryan angezogen gefühlt. Doch einem dementsprechenden Verhalten standen mehr Hindernisse im Weg, als die Unabhängigkeitserklärung unter Zeichner hatte. Ryan arbeitet im Morddezernat. Ich arbeite in der Leichenhalle. Hier gilt die berufliche Fernhaltungsklausel. Hindernis 1. Dann war da noch Ryan selbst. Jeder kannte seine Biografie. Geboren in Nova Scotia, als Sohn irischer Eltern landete der junge Andrew schließlich am falschen Ende der zerbrochenen Budweiserflasche eines Bikers. Darauf verließ der Bursche die dunkle Seite und ging zu den guten Jungs, wo er bis in den Rang eines Lieutenant Detective der Provinzpolizei aufstieg. Der erwachsene Andrew ist freundlich, intelligent und, was seine Arbeit betrifft, ein grundsolider Kerl. Aber allgemein auch als der schwere Nöter des Bereitschaftssaals bekannt. Hier gilt die Sex-Protz-Fernhaltungsklausel. Hindernis 2. Aber Ryan machte mir mit beharrlichen Schmeicheleien die Schlupflöcher schmackhaft, und schließlich schlüpfte ich hindurch. Und plötzlich stand natürlich an Weihnachten Hindernis 3 vor mir. Lilly. Eine 19-jährige Tochter samt iPod, Nabel-Piercing und bohamischer Mutter. Ein Souvenir aus Fleisch und Blut aus seiner wilden Zeit. Nach den Weihnachtsfeiertagen beschloss Ryan, die Pflichten einer Vaterschaft auf Distanz zu übernehmen. In derselben Woche fragte er mich, ob ich bei ihm einziehen wolle. Mach mal halblang, Freundchen. Ich legte ein Veto ein. Obwohl ich noch immer mit meinem Kater Birdie zusammenlebe, tanzen Ryan und ich um die vorläufige Fassung eines für uns beide praktikablen Arrangements herum. Bis jetzt war der Tanz gut, aber nur in den eigenen vier Wänden. Wir behalten die Sache für uns. Wie geht's meiner Süßen? fragte Ryan, als er zur Tür hereinkam. Gut. Ich zog die Gummihandschuhe aus und drückte mir Seife auf die Hände. Wer ist der Blonde da unten? Burke. Er wird mit mir den Ferris-Fall bearbeiten. Neuer Partner? Ryan schüttelte den Kopf. Von einer anderen Abteilung ausgeliehen. Glaubst du, dass Ferris sich selbst umgebracht hat? Ich drehte mich um und warf Ryan einen vernichtenden Blick zu. Ryan schaute mich an wie ein unschuldiger Chorknabe. Ich will dich nicht drängen. Ich riss ein Papiertaschentuch aus dem Spender und sagte, erzähl mir was über ihn. Ryan hockte sich mit einem Schenkel auf den Arbeitstisch. Die Familie ist orthodox. Echt? Gespielte Überraschung. Die fabelhaften Vier waren anwesend, um eine koschere Autopsie zu gewährleisten. Wer waren die eigentlich? Ein Rabbi, Mitglieder der Gemeinde, ein Bruder. Willst du die Namen? Ich schüttelte den Kopf. Ferris war ein bisschen weltlicher als seine Verwandtschaft, betrieb ein Importgeschäft in einem Lagerhaus in der Nähe des Mirabell-Flughafens. Sagte der Frau, er sei am Donnerstag und Freitag nicht in der Stadt. Laut Ryan zog sein Spiralblock heraus und warf einen kurzen Blick darauf. Miriam, ergänzte ich. Genau. Ryan schaute mich verwundert an. Laut Miriams Angaben versuchte Ferris, das Geschäft zu expandieren. Er rief am Mittwoch um vier an, sagte, er fahre jetzt weg und komme am späten Freitagabend wieder zurück. Als er bei Sonnenuntergang noch nicht da war, vermutete Miriam, er habe sich verspätet und wollte am Schabbat lieber nicht fahren. Ist das schon öfters passiert? Ryan nickte. Ferris war kein großer Freund von Telefonaten nach Hause. Als er am Samstagabend noch immer nicht da war, startete Miriam einen Rundruf. Keiner aus der Familie hatte ihn gesehen und seine Sekretärin auch nicht. Da Miriam nicht wusste, wen er alles treffen wollte, beschloss sie, erst einmal nichts zu tun. Am Sonntagmorgen fuhr sie zu dem Lagerhaus. Am Nachmittag meldete sie ihn bei der Polizei als vermisst. La Manche glaubt, dass er bereits kurz nach seinem Anruf bei Miriam starb. Miriams Geschichte ist also stimmig? Bis jetzt schon. Die Leiche wurde in einer Kammer gefunden? Ryan nickte. Kleine Abstellkammer hinter einem Büro im ersten Stock. Wie kamen die Katzen da zu ihm rein? Die Tür hat so eine kleine, beidseitig schwenkbare Klappe. Ferris bewahrte dort drinnen Futter und Katzenstreu auf. Miriam schaute nicht in dieser Abstellkammer nach, als sie am Sonntag dorthin fuhr? Madame ist keine Katzenliebhaberin. Deshalb hatte Ferris ja in der Arbeit. Sie fand das Gebäude auch nicht übermäßig warm? Nein. Aber wenn eine der Katzen erst nach ihrem Besuch an den Thermostat gekommen wäre, dann hätte Ferris immer noch von Sonntag bis Dienstag geschmort. Hatte Ferris andere Angestellte außer seiner Sekretärin? Nein. Ryan schaute kurz in seine Notizen auf dem Spiralblock. Setzt die Ehefrau sie herab oder sie sich selbst herauf? Eher ersteres. Wie es aussieht, spielte Pervians in dem Geschäft eine ziemlich wichtige Rolle. Wo war Pervians am Mittwoch? Ging früh nach Hause. Verstopfte Nebenhöhlen. Warum hat Pervians Ferris am Montag nicht gefunden? Montag war irgendein jüdischer Feiertag. Fehlte irgendwas? Pervians meint, dass es in dem Laden nichts gibt, was das Stehlen lohnt. Wie lange hat sie für Ferris gearbeitet? Seit 98. Irgendwas Verdächtiges in Ferris' Geschichte? Ryan schüttelte den Kopf. Deutet irgendwas auf eine Selbstmordneigung hin? Ich bin noch am Wühlen, aber bis jetzt ist da nichts. Stabile Ehe ist mit seiner Frau im Januar nach Boca Raton gefahren. Das Geschäft war nicht gerade ein Knüller, lieferte aber ein solides Einkommen. Vor allem seit Pervians eingestiegen ist. Eine Tatsache, mit der sie nicht hinterm Berg hält. Nach Angaben der Familie gab es keine Anzeichen für Depressionen, aber Pervians meinte, er sei in den letzten Wochen ungewöhnlich launisch gewesen. Ich erinnerte mich an Kessler und zog das Foto aus der Tasche meines Labormantels. Ein Geschenk von einem der fabelhaften Vier. Ich hielt es ihm hin. Er glaubt, das ist der Grund für Ferris' Tod. Ryan betrachtete das Foto. Welcher von den fabelhaften Vier? Kessler? Ryan hob eine Augenbraue, legte das Foto weg und blätterte in seinem Spiralblock. Bist du sicher? Den Namen hat er mir zumindest genannt. Als Ryan den Kopf hob, war die Braue wieder an ihrer gewohnten Stelle. Bei der Autopsie war keiner mit dem Namen Kessler zugelassen. Ich bin mir sicher, dass Kessler der Name war, den er mir genannt hat. Hat Kessler gesagt, warum er hier war? Nein. Aus irgendeinem Grund ärgerte mich Ryans Frage. Hast du Kessler davor im Autopsiesaal gesehen? Ich schilderte Ryan die Begegnung auf dem Gang unten im Keller. Kessler war also im Gang, als du aus dem Familienzimmer gekommen bist. Ja. Hast du gesehen, woher er kam? Nein. Wohin er ging? Ich dachte, er würde zu Dora und Miriam gehen. Hast du gesehen, dass er das Familienzimmer betreten hat? Ich hatte eben Pelletier im Apparat. Es klang scharfer, als ich beabsichtigt hatte. Ryan nahm Kesslers Foto zur Hand. Was sehe ich da? Ein Skelett. Ryan verdrehte die Augen. Kessler. Ich hielt inne. Der mysteriöse, bärtige Fremde hat mir gesagt, es komme aus Israel. Kommt das Foto aus Israel, oder wurde es dort aufgenommen? Noch ein Versäumnis meinerseits. Das Foto ist über 40 Jahre alt. Es ist wahrscheinlich bedeutungslos. Wenn jemand sagt, dass es einen Tod verursacht hat, dann ist es nicht bedeutungslos. Ich wurde rot. Ryan drehte das Foto um, wie ich es getan hatte. Was heißt MD1H? Du hältst das für ein M? Ryan ignorierte meine Frage. Was war im Oktober 63 los? Fragte er mir sich selbst als mich. Ich stellte mich neben Ryan, drehte das Foto wieder um und deutete auf das Objekt links der Beinknochen. Siehst du das? Das ist ein Pinsel. Es ist ein provisorischer Richtungspfeil. Soll heißen? Ein alter Archäologentrick. Wenn man keinen offiziellen Marker hat, um Größenverhältnisse und Ausrichtung zu kennzeichnen, legt man irgendwas hin und richtet es nach Norden aus. Du glaubst also, das Foto wurde von einem Archäologen aufgenommen? Ja. Auf was für eine Ausgrabungsstätte? Einer mit Gräbern. Langsam machen wir Fortschritte. Schau, dieser Kessler ist wahrscheinlich ein Spinner. Ich zog den Labormantel aus. Ryan betrachtete das Foto eine ganze Minute lang, dann hob er den Kopf und sagte, »Hast du die Tap-Pants gekauft?« Meine Wangen brannten. »Nein.« »Roter Satin.« »Verdammt sexy.« Ich kniff die Augen zusammen, um ihm anzudeuten, »nicht hier.« Ich mache Schluss für heute. Ryan starrte immer noch Kesslers Foto an. »Glaubst du, dass einer deiner Paläokumpels das Ding identifizieren kann?« »Ich kann ja mal ein paar anrufen.« »Könnte nicht schaden.« An der Tür drehte Ryan sich um und hob die Augenbrauen. »Bis später?« »Mittwoch ist mein Tai-Chi-Abend.« »Morgen?« »Okay.« Ryan deutete mit dem Finger auf mich und zwinkerte, »Tap-Pants.« Meine Eigentumswohnung in Montréal befindet sich im Erdgeschoss eines u-förmigen Flachbaus. Das wichtigste Verkaufsargument des Gebäudes ist seine zentrale Lage, mitten im Centreville. Alles, was ich brauche, befindet sich im Umkreis von zwei Blocks von meinem Bett aus. Birdie ließ sich nicht blicken, als ich mit dem Schlüssel klimperte. »Hey, Bert!« Keine Katze. Ich brachte den Laptop ins Arbeitszimmer, stellte meine mitgebrachte Lasagne in der Küche ab und ging weiter ins Wohnzimmer. Charlie legte den Kopf schief und beäugte mich durch die Gitterstangen. Der Papagei war Ryans letztjähriges Weihnachtsgeschenk. Obwohl ich in Anbetracht meiner pendelnden Lebensweise nicht gerade begeistert war, war Birdie vom ersten Augenblick an hingerissen. Beim Tai-Chi an diesem Abend war ich eine ziemliche Niete, aber danach schlief ich wie ein Stein. Okay, Lasagne ist nicht gerade die beste Vorbereitung für »Packe den Spatzenflügel« oder »Weißer Kranich breitet die Flügel aus«, aber für »innere Stille« ist sie nicht schlecht. Am nächsten Morgen stand ich um sieben auf und war um acht im Labor. Die erste Stunde brachte ich damit zu, die Knochenfragmente aus Avram Ferres Schädel zu identifizieren, zu markieren und zu inventarisieren. Langsam entstand ein Bild. Ein verwirrendes Bild. Dann rief ich Jacob Drum an, einen Kollegen am UNC Charlotte. »Hi, Tempi.« »Hi, Jake.« »Hier in Charlotte haben wir heute über zehn Grad. Ich gehe jetzt dorthin, wo das Wetter zu meinen Klamotten passt.« »Zu einer Ausgrabung?« Jake war biblischer Archäologe, der im Mittleren Osten seit fast dreißig Jahren Ausgrabungen unternahm. »Ja, Ma'am, eine Synagoge aus dem ersten Jahrhundert. Ich plane das schon seit Monaten. Hast du eine Ahnung, wie selten diese Dinger sind?« »Klingt nach einer klasse Chance.« »Hör mal, ich bin froh, dass ich dich erwischt habe. Muss dich um einen Gefallen bitten.« »Schieß los.« Ich beschrieb ihm Kesslers Foto, ohne darauf einzugehen, wie ich es bekommen hatte. Auf der Rückseite steht Oktober 63 und eine Abkürzung. Vielleicht eine Adresse. Ich schaue mir das gern mal an. Sehr optimistisch bin ich allerdings nicht. Gleich nach dem Anruf eilte ich in die Bildabteilung, scannte das Foto ein und schickte das Bild an Jakes Mailbox. Und wieder zurück zu Ferris' zertrümmertem Schädel. Je genauer ich hinschaute, desto mulmiger wurde mir. Ich legte eben ein Fragment des Hinterhauptbeins unter das Mikroskop, als das Telefon klingelte. Es war Jake Drum. »Wo hast du gesagt, hast du das Foto her?« »Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich...« »Wer hat es dir gegeben?« »Ein Mann namens Kessler, aber...« »Hast du es noch?« »Ja.« »Wenn ich morgen einen Abstecher nach Toronto mache, kannst du mir dann das Original zeigen?« »Ja. Jake. Ich muss die Fluggesellschaft anrufen.« Seine Stimme war so angespannt, als wäre die Queen Mary daran verteut. »Bis dahin. Versteck das Foto.« Die Leitung war tot. Ich starte das Telefon an. Was konnte so wichtig sein, dass Jake Pläne änderte, an denen er bereits seit Monaten arbeitete? Ich legte Kesslers Foto in die Mitte meiner Schreibunterlage. Wenn ich mit dem Pinsel recht hatte, lag das Skelett in Nord-Süd-Richtung. Bis auf eine leichte Verschiebung der Becken- und Fußknochen sah alles anatomisch korrekt aus. Zu korrekt. Und noch etwas anderes stimmte nicht. Das rechte Wadenbein lag innerhalb des rechten Schienenbeines. Es hätte auf der anderen Seite liegen müssen. Schlussfolgerung? Die Szenerie war manipuliert worden. Ich drug das Foto zum Mikroskop und brachte die Glasfaserlampe in Stellung. Die Erde in der Umgebung der Knochen war übersät von Fußabdrücken. Unter Vergrößerung konnte ich mindestens zwei unterschiedliche Sohlenmuster ausmachen. Es waren mehr als eine Person dort gewesen. Ich versuchte eine Geschlechtsbestimmung. Die Orbitalwülste des Schädels waren groß, das Kinn kantig. Nur die rechte Seite des Beckens war zu sehen, aber die Einbuchtung zwischen der hinteren Sitz- und Darmbeinkante sah schmal und tief aus. Schlussfolgerung? Das Individuum war mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit männlich. Ich wandte mich dem Alter zu. Die obere Zahnreihe sah relativ vollständig aus. Die untere zeigte Lücken und Fehlstellungen. Die rechte Schambeinfuge, eine Verbindung, an der sich die Beckenhälften vorne treffen, war nach vorne, zur Kamera gekippt. Obwohl das Foto grobkörnig war, wirkte die Fugenoberfläche glatt und flach. Schlussfolgerung? Das Individuum war ein junger bis mittelaltriger Erwachsener. Möglicherweise. Klasse, Brennan. Ein erwachsener Toter mit schlechten Zähnen und neu arrangierten Knochen. Möglicherweise. Langsam machen wir Fortschritte. Ich ahmte Ryan nach. Die Uhr zeigte 13.40 Uhr. Ich war am Verhungern. Ich zog meinen Labormantel aus und wusch mich. An der Tür zögerte ich. Ich ging noch einmal zum Mikroskop, holte das Foto heraus und steckte es unter einen Aktendeckel in meiner Schreibtischschublade. Um drei war ich mit den Ferris-Fragmenten noch nicht weiter als mittags. Ich war höchstens noch frustrierter. Der Arm eines Menschen hat eine begrenzte Reichweite. Deshalb kann der Weg der Kugel häufig zur Unterscheidung zwischen Selbstmord und Mord benutzt werden. Kugel rein, Kugel raus. Geschossbahn. Das Problem war, dass der betroffene Teil von Ferris' Schädel aussah wie Puzzlestücke, die man einfach aus der Schachtel gekippt hatte. Um Aussagen über Abschrägungen treffen zu können, musste ich zuerst bestimmen, welches Teil wohin gehörte. Nach Stunden des Puzzle hatte ich einen ovalen Defekt hinter Ferris' rechtem Ohr identifizieren können, in der Nähe der Kreuzung der Scheitel, Hinterhaupts- und Schläfenbeinnähte. In Ferris' Reichweite? Schwierig. Schwierig. Aber möglich. Ein weiteres Problem. Das Loch wies sowohl an der Schädelinnen- wie an der Schädelaußenseite Abschrägungen auf. Vergiss die Abschrägungen. Ich würde mich auf die Bruchsequenzierung verlassen müssen. Also holte ich meine Edelstahlschüssel heraus, meinen Sand und meinen Elmaskleister. Paar um Paar fügte ich Fragmente zusammen. Dann stellte ich die Mini-Rekonstruktionen aufrecht in den Sand und fixierte sie so, dass sie ohne Verrutschen oder Verwinden austrocknen konnten. Der Ghetto-Blaster der Labortechnikerin verstummte. Die Fenster wurden dunkel. Ich arbeitete weiter, wählte aus, fügte zusammen, klebte, balancierte. Als ich den Kopf hob, zeigte die Uhr 18.20. Was stimmte daran nicht? Ryan wollte um sieben bei meiner Wohnung sein. Ich brauchte zehn Minuten, um mich durch den Gletscher auf meiner Windschutzscheibe zu hacken und dann 30 für eine Strecke, die ich normalerweise in 15 schaffte. Als ich ankam, lehnte Ryan an der Wand neben der Haustür. Neben seinen Füßen stand eine Tüte mit Lebensmitteln. Es gibt einige unveränderliche Naturgesetze. Immer, wenn ich Andrew Ryan treffe, sehe ich so übel aus, dass es schlimmer nicht mehr geht. Andrew Ryan sieht aus wie frisch von einem Plakat für einen Abenteuerfilm. Immer. Meine Wangen waren rissig vom Eisregen. Die Feuchtigkeit hatte aus meiner Wimperntusche eine impressionistische Studie in schwarz-grau gemacht. In 20 Minuten hatte ich geduscht, die Haare gewaschen und geföhnt und ein subtiles, aber kunstvolles Make-up aufgetragen. Ich trug eine pinkfarbene Korthose, ein figurbetonendes Top und hinter den Ohren Issemi-Jacke. Keine Tap-Pants, aber einen männermordenden Tanga, in Rosé. Kein Höschen, das meine Mutter getragen hätte. Ryan war in der Küche. Die Wohnung kroch nach Tomaten, Anchovies, Knoblauch und Oregano. Ryan schlang die Arme um mich und küßte mich auf den Mund. Dann steckte er einen Finger in meinen Hosenbund, zog daran und spähte meinen Rücken hinab. Keine Tap-Pants. Aber nicht schlecht. Beim Abendessen erzählte ich ihm von meiner Frustration über den Ferris-Fall. Bei Kaffee und Dessert brachte Ryan mich in Bezug auf seine Ermittlungen auf den neuesten Stand. Ferris importierte rituelle Kleidungsstücke, Jahrmulken, Talitz. Er handelte auch mit rituellen Artikeln für den häuslichen Gebrauch. Sein Laden war nicht gerade Walmart, aber es hat ihm zum Leben gereicht. Hast du noch mal mit der Sekretärin gesprochen? Wie es aussieht, ist Pervians wirklich mehr als eine Sekretärin. Sie führt die Bücher, überwacht die Lagerhaltung, reist nach Israel und in die Staaten, um Produkte zu prüfen und den Lieferanten um den Bad zu gehen. Sie spricht Englisch, Französisch, Hebräisch und Arabisch. Beeindruckend. Der Vater war Franzose, die Mutter Tunesierin. Wie auch immer. Pervians erzählt immer dieselbe Geschichte. Die Geschäfte laufen gut, kein Feind auf der Welt. Hast du Kessler gefunden? Ryan zog ein Blatt Papier aus seiner Tasche. Das sind die Leute, die zur Autopsie zugelassen waren. Ich las die Namen. Kein Kessler. Ich stellte das Offensichtliche fest. Hast du irgendjemanden gefunden, der diesen Kerl kennt? Mit der Familie zu reden ist so, als würde man mit Beton reden. Ferris' Frau meinte, ich solle wiederkommen, wenn die Familie Shiva hinter sich hat. Das dauert eine Woche. Ich habe angedeutet, dass ich vielleicht früher vorbeikomme. Das muss ein Albtraum für sie sein. Da gibt's noch einen interessanten Nebenaspekt. Ferris war für zwei Millionen Dollar versichert, mit einer Verdopplungsklausel bei Unfalltod. »Milliam?« Ryan nickte. Sie hatten keine Kinder. Nachdem wir den Tisch abgeräumt hatten, streckten Ryan und ich uns auf dem Sofa aus. Mein Kopf ruhte an Ryans Schlüsselbein. Ich fühlte mich zufrieden. Ruhig. Eine Million Meilen von Skeletten und zersplitterten Schädeln entfernt. Ryan besteht aus sehnigen, drahtigen Strängen, langen. Nach einer Weile spürte ich einen Strang noch länger werden. Wir überließen es Birdie, auf das Feuer aufzupassen. Am nächsten Morgen musste Ryan früh los. Ein Bagel und Kaffee gegen acht, und dann fuhr ich ins Labor. Ich musste für fünf Tage weg und ich wusste, dass die Ferris-Familie auf Informationen wartete. Und auf die Leiche. Die linke Seite von Ferris' Gesicht war nicht zu rekonstruieren. Dennoch schälte sich ein Muster heraus. Aber warum waren die Lochränder auf der Außenseite des Schädels abgeschrägt? Ein Eintrittsloch hätte auf der Innenseite abgeschrägt sein müssen. Mir fiel nur eine Erklärung ein. Aber aus dem Bereich links oberhalb des Defekts fehlten Fragmente. Um sicher zu gehen, brauchte ich diese Fragmente. Um zwei schrieb ich La Manche einen Zettel, auf dem ich ihm erklärte, was mir fehlte. Ich erinnerte ihn daran, dass ich vorhatte, zum Jahrestreffen der American Academy of Forensic Sciences nach New Orleans zu fliegen, und dass ich erst am Mittwochabend wieder in Montreal sein würde. In den nächsten zwei Stunden erledigte ich Kleinkram. Bank, Reinigung, Katzenfutter, Vogelfutter. Jake rief an, als ich eben in meine Tiefgarage fuhr. Er stehe in der Vorhalle. Ich eilte nach oben. Unterwegs erinnerte ich mich an meine erste Begegnung mit Jake Drumm. Ich war damals neu am UNCC und hatte erst wenige Fakultätsangehörige außerhalb meiner Disziplin kennengelernt. Keinen von der Abteilung für religiöse Studien. Spät eines Abends tauchte Jake in meinem Labor auf, zu einer Zeit, als Angriffe auf Studentinnen zu Sicherheitswarnungen auf dem gesamten Campus geführt hatten. Ich war nervös wie eine Maus im Terrarium, die eine ausgehungerte Python anstarrt. Meine Ängste waren unbegründet. Jake hatte nur eine Frage in Bezug auf Knochenkonservierung. Tee? fragte ich ihn jetzt. Aber sicher, im Flugzeug habe ich nur Brezeln und Sprite bekommen. Das Geschirr steht hinter dir. Ich sah zu, wie Jake Tassen aussuchte und dachte mir dabei, was für schlechte Karten er als Verdächtiger hätte. Seine Nase ist dünn und vorstehend. Die Brauen verlaufen buschig und kerzengerade über Rasputin-schwarzen Augen. Er ist 1,95 groß, wiegt knappe 85 Kilo und rasiert sich den Schädel. Zeugen würden Jake genau so beschreiben, wie er ist. Ich holte eine Lupe und Kesslers Foto und legte beides auf das Glas. Jake starrte das Foto an, als hätte er es noch nie zuvor gesehen. Nach einer vollen Minute nahm er die Lupe zur Hand. Mit langsamen, zielgerichteten Bewegungen ließ er sie über die Aufnahme wandern. Die plötzliche Veränderung in seinem Verhalten jagte mir einen Schauer über den Rücken. Was ist los? fragte ich. Hast du mit dem Mann gesprochen, der dir das Foto gegeben hat? Nur kurz, wir versuchen gerade ihn zu finden. Was hat er genau gesagt? Ich berichtete von dem Tod durch einen Schuss, der Autopsie und dem Mann, der sich Kessler genannt hatte. Angeblich soll es aus Israel kommen. Tut es auch. Jake lehnte sich zurück. Was weißt du über Masada? Das ist ein Berggipfel in Israel, auf dem viele Menschen starben. Jakes Lippen taten etwas, das fast wie ein Lächeln aussah. Bitte erklären Sie das genauer, Mrs. Brennan. Ich kramte in meine Erinnerungen ziemlich weit hinten. Im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung kam das gesamte Gebiet zwischen Syrien und Ägypten, also das alte Land Israel, das die Römer Palästina nannten, unter römische Herrschaft. Die Israelis waren selbstverständlich ziemlich sauer. Im Lauf des folgenden Jahrhunderts kam es zu einer Reihe von Rebellionen mit dem Ziel, die Römer wieder hinauszuwerfen. Aber jeder war eine Pleite. Originelle Formulierung. Aber bitte fahren Sie fort. Ungefähr 66 unserer Zeitrechnung walzte wieder eine jüdische Revolte über die Region. Diesmal machten sich die Römer vor Schiss fast in ihre Röckchen und der Kaiser schickte Truppen, um den Aufstand niederzuschlagen. Ich grub tief nach Daten. Ungefähr fünf Jahre nach Beginn der Revolte eroberte der römische General Vespasian Jerusalem, schleifte den Tempel und verjagte die Überlebenden. Und Masada? Masada ist ein riesiger Felsen in der jüdischen Wüste. Am Anfang des Kriegs stieg eine Gruppe jüdischer Zeloten dort hinauf und verschanzte sich. Der römische General, der Name fällt mir jetzt nicht ein, Flavius Silva. Genau der. Silva fand das nicht sehr spaßig. Masada war ein Widerstandsnest, das er nicht einfach so hinnehmen wollte. Als seine Truppen schließlich ein Rambock dort hinaufrollten und in die Festung einbrachen, fanden sie alle tot. Ich sagte nichts über meine Quelle, aber diese ganze Geschichte war mir aus einer TV-Miniserie über Masada aus den frühen 80ern in Erinnerung. Peter O'Toole als Silva? Wer hatte eigentlich oben das Sagen? Eleazar Ben-Yair. Die Juden waren seit sieben Jahren dort und sie waren ebenso entschlossen zu bleiben, wie Silva entschlossen war, sie zu vertreiben. Weitere Erinnerungsbruchstücke der Miniserie Jahrzehnte zuvor hatte Herodes Masada mächtig ausbauen lassen. Er hatte eine Kasemattenmauer um die Spitze herum in Auftrag gegeben, Verteidigungstürme, Lagerhäuser, Baracken und Arsenale und ein Zisternensystem für das Auffangen und Speichern von Regenwasser. Siebzig Jahre nach dem Tod des alten Königs waren die Lagerhäuser noch immer gefüllt und die Zeloten hatten alles, was sie brauchten. Die Hauptquelle in Bezug auf Masada ist Flavius Josephus, fuhr Jake fort. Laut seinem Bericht rief Eleazar Ben-Yair in der Nacht, als die Festung gestürmt wurde, seine Gefolgsleute zusammen. Er argumentierte, dass ein ehrenvoller Tod einem Leben in Sklaverei vorzuziehen sei. Durch Losentscheid wurden zehn Männer bestimmt, die die Aufgabe hatten, alle anderen zu töten. Und die zehn losten unter sich aus, wer von ihnen seine Kollegen und anschließend sich selbst umbringen sollte. Es gab keine Dissidenten? Falls es welche gab, wurden sie einfach überstimmt. Zwei Frauen und ein paar Kinder konnten sich verstecken und überlebten. Der Großteil von Josephus' Informationen kam von ihnen. Wie viele starben? 960 Männer, Frauen und Kinder, sagte Jake mit leiser Stimme. Die Juden betrachten Masada als eine der dramatischsten Episoden in ihrer Geschichte. Vor allem die israelischen Juden. Was hat Masada mit Kesslers Foto zu tun? Das Schicksal der Überreste der jüdischen Zeloten war schon immer ein Geheimnis. Aber Masada wurde doch sicher ausgegraben. Jahrelang war jeder Ausgräber auf dem Planeten ganz heiß auf eine Genehmigung. Ein israelischer Archäologe namens Jigael Yadin bekam schließlich den Zuschlag. Yadin arbeitete mit einem Team von Freiwilligen zwei Saisons lang vor Ort. Die erste dauerte von Oktober 63 bis Mai 64, die zweite von November 64 bis April 65. So langsam dämmerte mir, worauf Jake hinaus wollte. Yadins Team entdeckte menschliche Überreste. Drei Skelette. Auf der unteren Terrasse der Palastvilla des Herodes. Ich deutete auf das Foto. Ist das eins der drei? Jake schüttelte den Kopf. Laut Yadin war ein Skelett, das eines Mannes, Mitte zwanzig. Nicht weit entfernt lagen die Knochen einer jungen Frau. Das dritte Skelett war das eines Kindes. Was ist mit diesem Kerl? Wieder deutete ich auf Kesslers Foto. Dieser Kerl... Jake spannte die Kiefernmuskeln an und entspannte sie wieder. Dieser Kerl hätte eigentlich überhaupt nicht da oben sein dürfen. Hätte nicht da oben sein dürfen? Das ist meine Theorie. Wer ist er? Das ist die große Frage. Nach dem Sieg von Silvers Truppen sollte man annehmen, dass sie die Leichen der Zyloten über die Klippen geworfen oder irgendwo auf dem Gipfel verscharrt hätten. Yadin führte einige Probegrabungen durch, fand aber nirgendwo Hinweise auf ein Massengrab. Moment mal. Jake zog zwei Gegenstände aus einer abgenutzten ledernen Aktentasche und legte sie auf den Tisch. Einer davon war eine Karte. Wir beugten uns beide darüber. Massada hat die Form eines Stealthbombers, wobei der eine Flügel nach Norden zeigt, der andere nach Süden und das Cockpit nach Westen. Ich sah eher so etwas wie eine Amöbe vor mir, sagte aber nichts. Jake zeigte auf den oberen Rand des Plateaus in die Nähe der Spitze seines südlichen Stealthflügels. Hier liegt ein ganzes Netz von Höhlen. Ein paar Meter unter der Kasemattenmauer. Jake holte den zweiten Gegenstand unter der Karte hervor. Ein altes Schwarz-Weiß-Foto. Menschliche Knochen. Stiefelabdrücke im Sand. Déjà-vu, Kessler. Aber nicht ganz. Auf diesem Foto lagen die Knochen vieler Individuen verteilt und durcheinandergeworfen. Außerdem zeigte diese Aufnahme einen offiziellen Nordpfeil samt Maßstabsmarkierung und in der oberen rechten Ecke waren Arme und Knie eines Ausgräbers zu sehen, der etwas abbürstete, das im Sand lag. Jadins Team fand skelettierte Überreste in einer der südlichen Gipfelhöhlen, vermutete ich, ohne den Blick von dem Foto zu nehmen. Diese Aufnahme wurde während der Ausgrabung gemacht. Ja. Jake deutete auf einen Punkt auf der Masada-Karte. Dieser Locus erhielt die Bezeichnung Höhle 2001. Jadin erwähnt ihn in seinem vorläufigen Bericht über das Masada-Projekt und fügt auch eine kurze Beschreibung von Joram Zafria, dem Ausgrabungsleiter, bei diesem Locus hinzu. Minimale Anzahl von Individuen in dieser Höhle, fragte ich, während ich mindestens fünf Schädel zählte. Kommt darauf an, wie man Jadin interpretiert. Ich schaute ihn überrascht an. Das sollte doch nicht so schwer zu bestimmen sein. Hat ein biologischer Anthropologe die Knochen untersucht? Dr. Nico Haas von der Hebräischen Universität. Ausgehend von Haas Einschätzung in seiner Bericht über die erste Ausgrabung gab Jadin eine Gesamtzahl von 25 Individuen an. 14 Männer, sechs Frauen, vier Kinder und ein Fötus. Aber wenn man seine Formulierungen aufmerksam liest, behandelte er einen sehr alten Mann, als von den anderen Männern getrennt. Was seine tatsächliche Gesamtzahl auf 26 bringt. Genau. In seinem populärwissenschaftlichen Buch, du meinst, dass das 66 herauskam? Genau. Masada. Der letzte Kampf um die Festung des Herodes. In dieser Publikation machte Jadin im Wesentlichen dasselbe, indem er angibt, dass Haas 14 Männer im Alter zwischen 22 und 60, ein Mann über 70, sechs Frauen, vier Kinder und ein Fötus fand. Es ist also unklar, ob es insgesamt 25 oder 26 waren. Du kapierst schnell. Wahnsinnig schnell. Könnte ein simpler Rechenfehler sein. Könnte sein. An Jacks Stimme hörte ich, dass er es nicht glaubte. Plötzliche Erkenntnis. Du glaubst, dass unser Knabe hier der 70-Jährige sein könnte? Ich tippte mit dem Finger auf Kesslers Foto. Zu ihm komme ich gleich. Der Fund wurde nie den Medien bekannt gegeben. Vielleicht aus Respekt vor den Toten. Jadin berief eine Pressekonferenz ein, als die drei Palast-Skelette gefunden wurden. Jake wedelte mit den Händen, die Finger ausgestreckt wie E.T. Riesensensation. Wir haben Überreste der jüdischen Verteidiger von Masada gefunden. Das war Ende November 1963. Höhle 2001 wurde im Oktober 1963 entdeckt und ausgeräumt. Ein Monat vor dieser Pressekonferenz. Wenn die Daten nicht veröffentlicht wurden, woher weißt du dann, wann das Grab entdeckt und ausgeräumt wurde? Ich habe mit einem Freiwilligen gesprochen, der an dieser Stätte mitgearbeitet hatte. Der Kerl ist vertrauenswürdig und er hätte auch keinen Grund gehabt zu lügen. Wo sind die Knochen jetzt? Angeblich sind alle wieder zurück in der Erde bei Masada. In seinem populärwissenschaftlichen Werk ging Jadin kurz auf die in Höhle 2001 entdeckten Überreste ein. Schlomo Lorines, ein ultraorthodoxes Mitglied der Knesset, las das Buch und drehte völlig durch. Er hatte den einzigen Pressebericht von 65, in dem die Skelette erwähnt wurden, damals nicht gelesen. Er wollte wissen, wo die Überreste sich befänden und beharrte auf einem ordnungsgemäßen Begräbnis für die Verteidiger von Masada. Es kam zu einer großen öffentlichen Kontroverse. Der Minister für religiöse Angelegenheiten und die obersten Rabbis schlugen vor, die Masada-Knochen in einem jüdischen Friedhof am Ölberg zu begraben. Jadin widersprach und regte stattdessen die Beerdigung der drei Palast-Skelette in Masada, aber eine Wiederbestattung der Leute aus Höhle 2001 an der Stelle, wo man sie gefunden hatte, an. Jadin zog den Kürzeren, und im Juli 69 kamen alle Überreste an der Spitze der römischen Rampe wieder in die Erde. Ich fand das sehr verwirrend. Warum hätte Jadin sich der Beerdigung der Knochen aus der Höhle am Ölberg wieder setzen sollen? Ging es darum, die Leute aus der Höhle von heiliger Erde fernzuhalten? Sind in der Höhle neben den Knochen noch andere Dinge gefunden worden, fragte ich. Jede Menge häusliche Gerätschaften, Kochtöpfe, Lampen, Korbwaren. Was darauf hindeutet, dass die Höhlen bewohnt waren, Jake nickte. Von wem? Damals herrschte Krieg. Jerusalem war niedergebrannt. Auf dieser Anhöhe hätten sich alle möglichen Flüchtlinge retten können. Einige hätten auch getrennt von der Ziloten-Gemeinschaft leben können. Aha. Die Leute in der Höhle hätten also nicht Juden sein können. Ein ernstes Nicken. Und das hätte Israel nicht unbedingt publik machen wollen? Absolut nicht. Masada war ein geheiligtes Symbol. Die, die ihr letztes Gefecht schlugen und lieber Selbstmord begingen, als sich zu unterwerfen. Und wie passt dieser Kerl nun dazu? Das ist der Punkt, wo die Sache wirklich merkwürdig wird. Kein einziger Bericht erwähnte dieses vollständige, anatomisch korrekt angeordnete Skelett. Jetzt wirst du mir gleich sagen, dass dieses vollständige Skelett nicht wieder mit den anderen begraben wurde, vermutete ich. Genau. Nur damit ich dich richtig verstehe. Du willst mir sagen, ein freiwilliger Ausgräber, ein Augenzeuge, habe dir persönlich berichtet, dass er und Safria ein komplettes, anatomisch korrekt angeordnetes Skelett aus der Höhle 2001 geborgen hätten. Aber ein solches Skelett sei weder in den Presseberichten noch in Jadins offiziellem Bericht oder seinem populärwissenschaftlichen Werk je erwähnt worden. Jake nickte. Und du glaubst, dass dieses Skelett nicht mit dem Rest der Höhlen und Palastknochen wiederbestattet wurde? Jake nickte noch einmal. Ich tippte auf Kesslers Foto. Konnte sich dieser Freiwillige auch erinnern, ob Fotos geschossen wurden? Er hat sie selber geschossen. In wessen Besitz waren die Überreste in ihren fünf Jahren über der Erde? Haas hatte sie. Hat er veröffentlicht? Keine Zeile. Ist er noch am Leben? Haas stürzte 75 schwer. Er fiel ins Koma und starb 87, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben oder einen Bericht geschrieben zu haben. Haas kann also zur Frage nach der Gesamtzahl der Leichen oder zu dem Rätsel um das intakte Skelett nichts Klärendes mehr beitragen. Ohne Seance nicht. Jake schlug jetzt eine andere Richtung ein. Folgendes. Stell dir vor, du bist Jadin. Du hast diese komischen Knochen aus der Höhle. Was würdest du als erstes tun? Radiokarbonuntersuchung. Altersbestimmung. Man hat mir gesagt, dass zu der Zeit in Israel Radiokarbonuntersuchungen noch nicht vorgenommen wurden. Aber jetzt beziehe mal das folgende mit ein. In seinen Schmähreden vor der Knesset beharrte Lorines darauf, dass einige Massada-Skelette außer Landes gebracht worden seien. Aber laut Jadin haben keine Massada-Knochen das Land verlassen. Warum nicht? In einem Post-Interview, das ich gelesen habe, behauptete Jadin, es sei nicht seine Aufgabe, solche Untersuchungen zu initiieren. Im selben Artikel machte ein Anthropologe die Kosten dafür verantwortlich. Eine Radiokarbon-Datierung ist doch nicht so teuer. Schon Anfang der Achtziger kosteten solche Tests nur etwa noch 150 Dollar pro Stück. Schon überraschend, dass Jadin keiner angefordert hat, in Anbetracht der Bedeutung der Fundstätte. Nicht so überraschend wie Haars Versäumnis, die Höhlenknochen schriftlich zu dokumentieren, sagte Jake. Ich ließ mir all das eine Weile durch den Kopf gehen. Dann Du vermutest also, dass die Leute aus der Höhle gar nicht zu der Hauptzelotengruppe gehörten? Ja. Ich nahm Kesslers Foto zur Hand. Und dass das hier das nicht gemeldete, intakte Skelett ist? Ja. Du glaubst, dass dieses Skelett möglicherweise aus Israel herausgebracht und nicht wieder mit den anderen beerdigt wurde? Ja. Warum nicht? Das ist die eine Million Dollar Frage. Ich starte das Foto an. Wo ist dieser Kerl jetzt? Die Antwort darauf, Dr. Brennan, bringt Ihnen nochmal eine Million ein. Jedes Jahr hat eine glücklose Stadt die zweifelhafte Ehre, Austragungsort der Hauptversammlung der American Academy of Forensic Sciences zu sein. Dieses Jahr zog New Orleans das kürzere Streichholz. Als Doktorandin und dann als frischgebackene Beraterin besuchte ich diese Veranstaltung mit dem glühenden Eifer einer religiösen Fanatikerin. Inzwischen ist mir das informelle Netzwerk alter Freundschaften lieber. Am Sonntag arbeitete ich mit einem Kollegen an einem gemeinsamen Artikel für das Journal of Forensic Sciences. Die nächsten Tage vergingen in einem Nebel aus Robert Rules zu Verfahrensfragen, Remoulade und Runden von Getränken. Cocktails für meine kontrolliert trinkenden Kollegen. Perrier für mich. Als ich am Mittwoch im Taxi zum Flughafen von New Orleans saß, war ich fix und fertig. Mechanische Probleme. 40 Minuten Verspätung. In der Flughafenbuchhandlung versperrten mir eine Million Exemplare des diesjährigen Megasellers den Weg. Der Klappentext pries ein Geheimnis an, das eine uralte explosive Wahrheit zertrümmern würde. Wie Masada? Warum nicht? Der Rest des Universums las das Ding ja auch. Bis zur Landung hatte ich 40 Kapitel gelesen. Okay, sie waren kurz, aber die Geschichte war faszinierend. Ich fragte mich, ob Jake und seine Kollegen das Buch ebenfalls lasen, und falls sie es taten, was sie von der Prämisse hielten. Der Wecker am Donnerstagmorgen war so willkommen wie eine Bindehautentzündung und fast so schmerzhaft. Nach meiner Ankunft im zwölften Stock des Wilfriede Rom, dem Gebäude, das als Mutterschiff für die Provinzpolizei und die forensischen Institute fungiert, eilte ich direkt zur Morgenbesprechung. La Manche sagte mir, dass er, auf meine schriftliche Anfrage hin, Lisa gebeten habe, sich Avram Ferres Kopf noch einmal vorzunehmen. Tatsächlich lagen in meinem Labor sieben Splitter neben dem Waschbecken. Ich setzte mich vor meine Sandschüssel und fing an, die neuen Fragmente in meine rekonstruierten Segmente einzupassen. Zwei waren im Scheitelbein zu Hause. Eins passte genau ins rechte Hinterhauptsbein. Eins war ein heimatloses. Drei füllten den Rand des ovalen Defekts aus. Das reichte. Ich hatte meine Antwort. Ich wusch mir eben die Hände, als mein Handy bimmelte. Es war Jake Drum mit einer miserablen Verbindung. Kein Netz, knisterte und knackte es aus dem Gerät. Bist du in Israel? Paris. Pläne geändert. Im Musée de l'Homme. Eine Zeit lang lauschte ich transatlantischem Knacken und Rauschen. Rufst du mit einem Handy an? Eine Archivierungsnummer entdeckt, seit den Ipsigern verscholle. Mein Handy piepste und die Verbindung war weg. Jake war nach Paris geflogen. Warum? Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich ging mit Kesslers Foto zum Mikroskop, drehte es um und betrachtete die Beschriftung unter Vergrößerung. Oktober 1963. M, D, L, Apostroph, H. Was ich als eins gelesen hatte, war tatsächlich ein kleines L. Und Ryan hatte Recht gehabt. Das erste H war tatsächlich ein verschmiertes M. Musée de l'Homme. Offensichtlich hatte Jake die Abkürzung erkannt, war sofort nach Paris geflogen und hatte dort eine Archivierungsnummer für das Massada-Skelett entdeckt. Ich formulierte eben das nächste Warum, als mir der Geruch von Flying Dutchman in die Nase stieg. Ich wirbelte herum. La Manche war durchs Histologie-Labor hereingekommen und stand jetzt hinter mir. Fertig? Fertig. Ich nahm das Segment zur Hand, das früher einmal die rechte hintere Hälfte von Ferris Schädel gewesen war und deutete mit meinem Kugelschreiber. Die erste Kugel traf Ferris Schädel genau im rechten Winkel, wie aus dem Lehrbuch. Äußerer Rand glatt, innerer Rand abgeschrägt. Die zweite traf dieselbe Stelle, aber in einem schrägen Winkel, wodurch ein Schlüssellocheffekt entsteht. Ich nickte. Ferris Kopf bewegte sich oder die Hand des Schützen zuckte. Erschöpfung? Traurigkeit? Resignation? La Manche sackte zusammen, als ich meine hässliche Schlussfolgerung äußerte. Avram Ferris wurde zweimal in den Hinterkopf geschossen, wie bei einer Hinrichtung. An diesem Abend kochte Ryan bei mir. Ich sah ihm voller Ehrfurcht zu. Wenn es ums Kochen geht, habe ich die Fantasie eines Karpfens. Ryan wusste bereits Bescheid. Die Ermittlungsrichtung lautete nun offiziell auf Mord. Die Waffe ist eine Jericho 9 mm, sagte er. Wo war sie? Ganz hinten in einer Ecke der Abstellkammer, unter einem Rollkarren. Gehörte Ferris die Waffe? Falls ja, wusste niemand etwas davon. Man hat in der Kammer eine 9 mm Kugel gefunden. Nur eine? Das passte nicht zu meiner Zweischusstheorie. In der Deckenverkleidung. Und das ebenfalls nicht. Was ist mit Patronenhülsen? Ryan schüttelte den Kopf. Der Schütze hat sie offensichtlich eingesammelt. Auch das ergab keinen Sinn. Warum die Waffe am Tatort lassen, aber die Patronenhülsen einsammeln? Eine sehr scharfsinnige Frage, Dr. Brennan. Ich hatte aber keine scharfsinnige Antwort. Ryan wechselte das Thema. Habe heute noch mal bei der Witwe vorbeigeschaut. Und? Die Dame ist nicht gerade ein Ausbund an aufgeschlossener Freundlichkeit. Ich hatte außerdem noch einmal eine Unterhaltung mit Courtney Purvians. Interessante Dame. Was hat sie gesagt? Es ist weniger, was sie gesagt hat, Ryan überlegte einen Augenblick. Es ist mehr ihr Verhalten. Auf jeden Fall habe ich aus ihr herausgebracht, dass Ferris hin und wieder auch mit Artefakten handelte. Objekte aus dem Heiligen Land, vermutete ich. Natürlich legal erworben und transportiert. Es gibt einen riesigen Schwarzmarkt für illegale Antiquitäten. Einen kolossalen. Synapse. Glaubst du, dass Ferris etwas mit den Massadaknochen zu tun hatte? Ryan zuckte die Achseln. Und dass das ihn das Leben gekostet hat? Kessler glaubt das. Hast du Kessler schon gefunden? Werde ich. Könnte alles Zufall sein. Möglich? Ich glaubte es nicht. Ryan weckte mich kurz nach sechs für ein Täter-Tät vor Sonnenaufgang. Birdie flüchtete aus dem Schlafzimmer. Um acht fuhren Ryan und ich gemeinsam ins Wilfried der Rom. Nachdem ich Großaufnahmen meiner Rekonstruktion gemacht und den Abschlussbericht geschrieben hatte, sagte ich La Manche, dass die Überreste in meiner Verwahrung jetzt an die Ferris-Familie weitergegeben werden könnten. Die Beerdigung hatte zwar bereits stattgefunden, doch man hatte mit der Friedhofsverwaltung vereinbart, dass die Schädelfragmente neben dem Sarg bestattet werden konnten. Um halb elf rief ich Ryan an. Er sagte, er wolle mich in fünf Minuten in der Eingangshalle treffen. Um die Zeit totzuschlagen, ging ich in die Cafeteria und kaufte mir eine Diet Coke für unterwegs. An der Kasse legte ich dann kurz entschlossen noch eine Packung schottischer Butterkekse dazu. Man konnte ja nie wissen. Ryan wartete bereits, als ich in die Eingangshalle kam. 27 Jahre lang hatte Avram Ferres sein Importgeschäft in einem Gewerbegebiet auf halbem Weg zwischen der Montréaler Insel und dem alten Mirabel-Flughafen betrieben. Gewohnt hatte er in Cotonèges, einem Mittelklasse-Wohnviertel, hinter dem Jewish General Hospital, knapp nordwestlich des Centreville. Ryan parkte am Bordstein und deutete auf ein zweistöckiges Backsteinhaus. Ferres Wohnung ist oben links. Ein Bruder wohnt unten, Mama und ein zweiter Bruder in der anderen Doppelhaushälfte. Avram und Mirjam hatten keine Kinder? Ryan nickte. Sie haben erst spät geheiratet. Seine erste Frau hatte gesundheitliche Probleme, starb 89. 97 heiratete Ferres wieder. Bis jetzt kein Nachwuchs. Ryan und ich gingen zu der kleinen Vordertreppe. Ryan drückte auf die oberste Klingel. Wir warteten. Er klingelte noch einmal. Muss die Witwe denn nicht zu Hause bleiben? fragte Ryan und drückte zum dritten Mal auf die Klingel. Shiva dauert nur eine Woche. Und dann? Und dann betet man täglich kattisch, feiert keine Feste und darf sich eine Weile weder rasieren noch die Haare schneiden. Aber im Wesentlichen macht man einfach mit seinem Leben weiter. Woher weißt du das eigentlich alles? Mein erster Jugendfreund war ein Jude. Standen die Sterne gegen die Liebe? Er zog nach Atlanta. Ryan öffnete die Sturmtür und hämmerte gegen das Holz. Rechts bewegte sich ein Vorhang. Ich berührte Ryan am Arm und deutete mit dem Kopf. Dora ist zu Hause. Ryan grinste breit. Avram war ein netter jüdischer Junge, der zwischen erster und zweiter Ehe acht Jahre vergehen ließ. Vielleicht standen er und Mama sicher sehr nahe. Mir fiel etwas ein. Ich griff in meine Tasche und zog die Butterkekse heraus. Mama schließt uns vielleicht ins Herz und wird gesprächig. Oh Mann, Ryan drehte sich um. Wir sind vielleicht gut. Nur war es nicht Dora, die uns die Tür öffnete. Es war Miriam. Nachdem sie mir nur einen kurzen Blick zugeworfen hatte, wandte sie sich Ryan zu. Detective? Leise. Gehaucht. Guten Morgen, Mrs. Ferris, sagte Ryan. Ich hoffe, es geht Ihnen inzwischen besser. Vielen Dank. Miriams Haut war gespenstisch bleich. Sie wirkte noch dünner, als ich sie in Erinnerung hatte. Es gibt da noch ein paar Punkte, die ich gerne klären würde, sagte Ryan. Kann das denn nicht warten? Ryan ließ die Frage in dem Dreieck zwischen uns hängen. Wer ist da? Eine zittrige Stimme wehte aus der Tiefe der Wohnung. Miriam drehte sich um und sagte etwas auf Jüdisch oder Hebräisch und wandte sich dann wieder uns zu. Meiner Schwiegermutter geht es nicht gut. Ihr Ehemann ist tot, sagte Ryan nicht allzu sanft. Ich kann eine Mordermittlung nicht hinauszögern, nur um die Hinterbliebenen zu schonen. Ich lebe jeden Augenblick des Tages mit diesem Gedanken. Dann glauben Sie also, dass es Mord war? Ich glaube, Sie ebenfalls. Versuchen Sie mir auszuweichen, Mrs. Ferris. Nein. Lavendel und Blau trafen sich. Kein Augenpaar gab nach. Ich möchte Sie noch einmal nach einem Mann namens Kessler fragen. Und ich sage es Ihnen noch einmal, ich kenne ihn nicht. Ihre Schwiegermutter vielleicht? Nein. Woher wissen Sie das, Mrs. Ferris? Kessler behauptete, ihren Gatten zu kennen. Haben Sie mit Ihrer Schwiegermutter über Kessler gesprochen? Nein, aber sie hat diesen Namen nie erwähnt. Die Geschäfte meines Mannes brachten ihn in Kontakt mit vielen Leuten. Jemand aus diesem Kreis könnte ihm zwei Kugeln in den Kopf gejagt haben. Wollen Sie mich schockieren, Detective? Wussten Sie, dass Ihr Mann mit Antiquitäten handelte? Miriam zog fast unmerklich die Brauen zusammen. Dann ... Wer hat Ihnen das gesagt? Courtney Purvians. Verstehe. Entspricht diese Behauptung nicht der Wahrheit? Miss Purvians neigt dazu, ihre Rolle bei den Geschäften meines Mannes übertrieben darzustellen. Miriams Stimme war scharf wie eine Sichel. Wollen Sie damit andeuten, dass sie lügt? Ich will damit andeuten, dass diese Frau außer der Arbeit in ihrem Leben kaum etwas hat. Miss Purvians meinte, das Verhalten ihres Mannes habe sich kurz vor seinem Tod verändert. Das ist lächerlich. Wenn Avram Sorgen gehabt hätte, hätte ich das mit Sicherheit bemerkt. Ryan kehrte zu seiner Ausgangsfrage zurück. Stimmt es nun nicht, dass Ihr Gatte mit Antiquitäten handelte? Antiquitäten machten nur einen sehr kleinen Teil seines Geschäfts aus. Könnten zu diesen Antiquitäten auch menschliche Überreste gehört haben? Oh Gott, nein! Die meisten Menschen kommen mit Lücken in einem Gespräch nur schlecht zurecht. Wenn Schweigen entsteht, fühlen sie sich gezwungen, es zu füllen. Ryan nutzt diesen Impuls häufig aus. Das tat er auch jetzt. Er wartete. Und es funktionierte. Das wäre Chet, führte Miriam aus. Ryan wartete immer noch. Miriam öffnete den Mund, um weiterzureden, doch die Stimme aus der Wohnung meldete sich wieder. Sie drehte den Kopf und sprach über die Schulter. Ich muss meiner Mutter bei den Vorbereitungen für den Schabbat helfen. Ryan gab Miriam seine Karte. Wenn mir noch irgendetwas einfällt, rufe ich sie an. Wieder die aufgerissenen Augen. Ich will wirklich, dass Avrams Mörder zur Rechenschaft gezogen wird. Einen schönen Tag noch, sagte Ryan. Schabbat Shalom, sagte ich. Als wir uns zum Gehen wandten, legte Miriam die rechte Hand auf Ryans Arm. Egal, was Sie denken, Detective. Ich habe meinen Mann wirklich geliebt. Eine bedrückende Kälte lag in ihrer Stimme. Ryan und ich schwiegen, bis wir wieder im Auto saßen. Und, fragte Ryan. Ich weiß auch nicht, sagte ich. Wir dachten beide darüber nach. Red, fragte Ryan. So was wie Sünde. Ryan ließ den Motor an und fuhr los. Aus Miriam werde ich nicht schlau. Erst ist sie die trauernde Hinterbliebene. Und im nächsten Moment legt sie diese Leckmich-Haltung an den Tag. Hat sie was zu verbergen? Sie hat geschwitzt, sagte ich. An einem kalten Tag. Und jetzt? Fragte Ryan. Du bist der Detective, sagte ich. Die Waffe war eine Weise. Nirgendwo registriert. Ich habe mich in jeder Synagoge der Stadt nach Kessler umgehört. Klingt, als hättest du richtig ernsthaft ermittelt. Ich habe ermittelt wie der Teufel, aber es geht irgendwie nicht vorwärts, sagte Ryan. Was jetzt? Wir bearbeiten noch immer den Tatort. Pervians prüft immer noch nach, ob etwas gestohlen wurde. Bleibt nur Mittagessen. Ich hatte mich kaum mit einem Whopper an den Tisch gesetzt, als mein Handy bimmelte. Es war Jake Drum. Diesmal war die Verbindung gut. Bist du wirklich nach Paris geflogen? Ist das Skelett so wichtig? Es könnte eine Riesensensation sein. Was hast du herausgefunden? Im November 1963 traf wirklich ein Skelett aus Massada im Musée de Lomme ein. Ich habe eine Frau namens Marie-Nicole Varin aufgestöbert, die in den Siebzigern bei der Inventarisierung des Museumsbestands mitarbeitete. Varin erinnert sich dabei, auf ein Massada-Skelett gestoßen zu sein. Aber jetzt ist es nicht mehr im Museum. Wir haben überall gesucht. Wird denn nicht der Verbleib jedes Exponats registriert? Eigentlich schon, aber dieser Teil der Akte fehlte. Und wie lautet die Erklärung des Museums? Selavie. Nur wenige der heutigen Angestellten waren damals schon dort. Varin hat die Inventur mit einem Doktoranden namens Yossi Lerner gemacht. Sie glaubt, dass Lerner noch immer in Paris ist. Und jetzt kommt das Interessante. Varin glaubt, dass Lerner entweder Amerikaner oder Kanadier ist. Der Burger an meiner Hand stoppte auf halbem Weg zum Mund. Ich versuche ihn aufzuspüren. Bonne Chance, sagte ich. Da dürfte ich mehr als Glück brauchen. Ich erzählte Ryan, was Jake gesagt hatte. Er hörte kommentarlos zu. Schon mal Überwachung gemacht? Ich schüttelte den Kopf. Treib den Puls ganz schön in die Höhe, sagte Ryan. Das habe ich gehört, sagte ich. Könnte ja sein, dass Miriam ausgeht. Und Dora allein lässt. Ich habe mit Dora allein noch nicht gesprochen. Wir hüten kurz an einem Blumenladen und waren dann knapp vierzig Minuten nach dem Verlassen des Ferres-Doppelhauses wieder dort. Eine Stunde später kam Miriam aus Doras Tür. Dora öffnete uns nach dem zweiten Läuten. Ryan hielt ihr seine Marke hin. Es war offensichtlich, dass sie nicht wusste, wer wir waren. Ich hielt ihr die Blumen und die Plätzchen hin. Schabbatschalom, sagte ich. Schabbatschalom, erwiderte sie, eher ein Reflex als eine Begrüßung. Es tut uns sehr leid wegen ihrem Sohn, Mrs. Ferris. Ich war verreist, sonst hätte ich sie schon früher besucht. Dora nahm meine Geschenke an und bückte sich leicht, um an den Blumen zu riechen. Dann richtete sie sich wieder auf, inspizierte die Plätzchen und gab sie mir zurück. Es tut mir leid, Miss. Die sind nicht koscher. Ich kam mir vor wie ein Idiot, als ich die Plätzchen in meine Tasche zurücksteckte. Doras Blick wanderte zu Ryan, dann wieder zurück zu mir. Sie waren bei der Autopsie meines Sohnes. Ein leichter Akzent, vielleicht osteuropäisch. Ja, Ma'am, das war ich. Es ist niemand da. Ich würde gerne mit Ihnen reden, Mrs. Ferris. Mit mir? Überraschung und ein wenig Angst. Es dauert nur einen Augenblick. Sie zögerte kurz, drehte sich dann um und führte uns zu einer mit Plastik überzogenen Sitzgarnitur in einem kleinen, sonnigen Wohnzimmer. Miriam musste noch einmal zum Fleischer, weil sie etwas liegen gelassen hat. Mrs. Ferris, wir stören Sie nur sehr ungern noch einmal, aber kennen Sie einen Mann mit dem Namen Kessler? Ich kannte einmal einen Mosche-Kessler. War er bei der Autopsie Ihres Sohnes anwesend? Mosche fiel im Krieg. Wussten Sie, dass Ihr Sohn auch Antiquitäten verkaufte? Avram hat viele Sachen verkauft. Instinkt, Frustration, Inspiration. Ein Name in meinem Kopf wie eine unwillkommene Melodie. Kennen Sie einen Mann mit dem Namen Yossi Lerner? Die Furchen an Doras Augenwinkeln wurden tiefer, die rungsligen Lippen spitz. Mein Sohn hatte einen Freund mit dem Namen Yossi Lerner. Avram und Yossi haben sich als Studenten an der McGill kennengelernt. Wann war das? Ich schaute Ryan nicht an. Vor Jahren. Blieben Sie in Kontakt? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Dora atmete tief durch. Ist Yossi in diese Geschichte verwickelt? Natürlich nicht. Ich nenne nur einige Namen. Wissen Sie, wo Mr. Lerner jetzt lebt? Ich habe Yossi seit Jahren nicht mehr gesehen. Die Haustür ging auf und schloss sich wieder. Sekunden später stand Miriam im Wohnzimmer. Dora lächelte. Miriam starrte uns an, so ausdruckslos, als würde sie Moos betrachten. Als sie dann etwas sagte, war es an Ryan gerichtet. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es meiner Schwiegermutter nicht gut geht. Warum belästigen Sie sie? Ist schon gut. Wir führen eine recht nette Unterhaltung. Dora wedelte mit einer blau geederten Hand. Worüber unterhalten Sie sich? Miriams Blick blieb auf Ryan gerichtet, als hätte Dora überhaupt nichts gesagt. Euripides, sagte Ryan. Soll das witzig sein, Detective? Yossi Lerner. Wer ist Yossi Lerner? Ein Freund ihres Gatten. Ich kenne ihn nicht. Ein Freund aus Studienzeiten. Das war vor meiner Zeit. Ich schaute Dora an. Der Blick der alten Frau war verschwommen geworden, als würde sie in Erinnerungen weit außerhalb dieses Wohnzimmers schwelgen. Ryan erzählte Miriam von Kessler und seinem Foto. Miriams Gesicht blieb ausdruckslos, während sie zuhörte. Das Skelett war früher einmal in den Händen eines gewissen Yossi Lerner. Das Opfer war der Freund eines gewissen Yossi Lerner. Der andere war ein Priester. Wir alle wandten uns Dora zu. Sie sprach zu niemandem im Besonderen. Der andere Junge war ein Priester, wiederholte sie, aber der kam erst später. Oder nicht? Was für ein anderer Junge, fragte ich behutsam. Avram hatte zwei Freunde. Yossi und dann später diesen anderen Jungen. Dora klopfte sich mit der Faust ans Kinn. Er war ein Priester, ganz sicher. Sie standen sich sehr nahe. Wie hieß der Priester? Fragte ich. Dora schüttelte knapp den Kopf. Er war aus Tabius Gegend, das weiß ich noch. Er nannte uns Seide und Bubbe. Wo lernte ihr Sohn diesen Priester kennen? Yeshiva-Universität. In New York? Dora nickte. Avram und Yossi hatten gerade ihren Abschluss an der McGill gemacht. Ich schätze, sie fühlten sich zueinander hingezogen, weil sie die beiden einzigen Kanadier waren. Doras Blick ging wieder ins Leere. Ihre Hand zitterte. Oh Gott, oh je. Miriam trat einen Schritt auf Ryan zu. Detective, ich muss protestieren. Ryan schaute mich kurz an, wir standen beide auf. Miriam entließ Ryan mit einer Kopie ihrer vorherigen Abschiedsfloskel. An mich kein einziges Wort. Im Auto wollte Ryan wissen, warum ich nach Lerner gefragt hatte. Keine Ahnung, sagte ich. Guter Instinkt, sagte er. Guter Instinkt, wiederholte ich. Während Ryan fuhr, hörte ich meine Handynachrichten ab. Drei. Alle von Jake Drumm. Ich weiß jetzt, wo ich Yossi Lerner erreichen kann. Ruf mich an. Ich habe mit Yossi Lerner gesprochen. Ruf mich an. Erstaunliche Neuigkeiten. Ruf mich an. Jedes Ruf mich an klang noch aufgeregter als das vorherige. Zehn Minuten später setzte Ryan mich vor meiner Wohnung ab. Ich habe dieses Wochenende eine Beschattung und bin schon jetzt spät dran. Er nahm mein Gesicht in beide Hände und strich mir mit den Daumen über die Wangen. Bleib an dieser Lerner-Geschichte dran. Lass mich wissen, was Jake herausgefunden hat. Pulsbeschleunigende Überwachung. Ich weiß, was ich lieber überwachen würde. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Ryan küsste mich. Ich bin dir was schuldig, sagte er. Das fordere ich schon ein, sagte ich. Ryan fuhr ins Wilfried der Rom zurück. Ich ging in meine Wohnung und wählte Jakes Nummer. Er antwortete schon nach dem ersten Tuten. Ich habe mit Yossi Lerner gesprochen. Als das Masada-Skelett noch im Museum war, arbeitete Lerner dort als Teilzeitkraft und recherchierte gleichzeitig für seine Doktorarbeit. Sitzt du gut? Komm zur Sache, Jake. Das haut dich nämlich um. Und das tat es auch. Dieser Lerner ist irgendwie ein schräger Vogel. Schlägt sich als Archäologe so durch. Projekte in Israel, Ägypten, Jordanien. Besorgt sich eine Förderung, macht eine Ausgrabung. Schreibt einen Bericht und zieht weiter. Macht auch viele Bergungsarbeiten, sagte Jake. Retten, was man kann, bevor die Bulldozer für die neue Umgehungsstraße kommen. Genau. Als ich ihn anrief, meinte er, er arbeite nachts und lud mich ein. Wie alt ist dieser Kerl? Ende 50 vielleicht. Avram Ferres war 56. Wie lautet seine Geschichte? Lerner arbeitete von 71 bis 74 im Musée de L'Homme und recherchierte dort für seine Dissertation. 72 wurde er gebeten, bei der Inventarisierung einer Reihe von Museumsexponaten zu helfen. Dabei stieß er auf eine Akte, die eine Transportrechnung und das Foto eines Skeletts enthielt. Die Rechnung deutete darauf hin, dass die Knochen aus Massada kamen. Ja. War sie datiert? November 1963. Laut Jakes freiwilligen Informanten wurde Höhle 2001 im Oktober 1963 entdeckt und ausgegraben, also einen Monat vor dem Datum der Museumsrechnung. In mir stieg die Spannung. Lerner durchsuchte die Sammlungen des Museums, fand das Skelett, vermerkte in der Akte den Zustand des Exponats und seinen Aufbewahrungsort, wie es Vorschrift war, und wandte sich etwas anderem zu. Aber etwas machte ihm Kopfzerbrechen. Warum war dieses einzelne Skelett ans Museum geschickt worden? Warum hatte man die Knochen in der Kiste gelassen und nicht ausgestellt? Im Jahr darauf las Lerner das Buch eines australischen Journalisten, Donovan Joyce. Joys Ausgangshypothese war, dass Jesus das Kreuz überlebt hatte und sich anschließend in ein hübsches kleines Häuschen auf den Inseln zurückzog. Dass er 80 Jahre alt wurde und im Kampf gegen die Römer in Massada starb. Ganz was Neues. Das ist noch nicht alles. In seiner Zeit in Massada verfasste Jesus eine Schriftrolle mit seinem letzten Willen und Testament. Und woher wusste Joyce von diesen kleinen Schätzen? Im Dezember 1964 war Joyce in Israel und recherchierte für ein Buch. Dort wurde er von einem Mann angesprochen, der sich Professor Max Grosset nannte. Ein freiwilliger Ausgräber in Jäger-Eliadins Team. Grosset behauptete, er habe aus Massada eine antike Schriftrolle gestohlen und bat Joyce nun, ihm dabei zu helfen, seine Beute außer Landes zu schmuggeln. Grosset schwor, die Schriftrolle hätte eine fantastische Bedeutung und allein ihr Verfasser mache sie unbezahlbar. Joyce wollte sich in diese Geschichte nicht verwickeln lassen, aber er schwört, er habe Grossets Schriftrolle gesehen und in Händen gehalten. Und später hat er ein Buch darüber geschrieben. Joyce war ins Heilige Land gereist, um Massada zu besuchen, aber die Israelis lehnten seinen Antrag auf eine Besuchserlaubnis ab. Er orientierte sich neu und fing an, die Plausibilität von Grossets Schriftrollengeschichte zu recherchieren. Erstaunt von dem, was er fand, widmete Joyce diesem Projekt letztendlich acht Jahre. Grosset sah er zwar nie wieder, aber Joyce behauptet, überraschende, neue Informationen über Jesus' Vaterschaft, seinen Familienstand, seine Kreuzigung und Auferstehung entdeckt zu haben. Aha. In seinem Buch erwähnt Joyce die in Höhle 2001 gefundenen Skelette. Im Ernst? Laut Joyce stellen die 25 Individuen in der Höhle eine sehr spezielle Gruppe dar, die mit den jüdischen Zeloten nichts zu tun hatte. Er kommt zu dem Schluss, dass General Silva nach der Eroberung Massadas und aus Respekt vor diesen Individuen den Befehl erteilte, die Höhlengräber unversehrt zu lassen, weil sie die Überreste von Jesus und seinen Anhängern enthielten. Das ist die Implikation. Lerner glaubte diese hirnrissige Theorie? Das Buch ist inzwischen vergriffen, aber ich habe noch ein Exemplar auftreiben können. Ich muss zugeben, wenn man für sowas offen ist, klingen Joyce' Argumente ziemlich überzeugend. Jesus Christus. Genau. Zurück zu Lerner. Nachdem er Joyce' Buch gelesen hatte, kam unser frommer, junger Gelehrter zu dem Schluss, es sei durchaus möglich, dass die Knochen, die er im Museum entdeckt hatte, die von Jesus waren. Christus und seine Anhänger an der heiligsten Städte des Judentums. Genau darum geht's. Diese Möglichkeit erschütterte Lerners Welt. Hätte auch Israel erschüttert, von der Christenheit ganz zu schweigen. Was hat Lerner getan? Erst einmal bekam er eine Heidenangst. Was, wenn es wirklich Jesus war? Was, wenn die Presse Wind von der Geschichte bekam? Die Heiligkeit Massadas wäre gestört. Die Christenheit würde sich über etwas entrüsten, dem man mit Sicherheit das Etikett jüdischer Schwindel anhängen würde. Nach wochengeistiger Qual beschloss Lerner, dass das Skelett verschwinden musste. Tagelang legte er sich Pläne zurecht, wie er es an sich bringen und zerstören könnte. Dann meldete sich sein Gewissen. Diebstahl bleibt Diebstahl. Falls das Skelett Jesus war, dann war er noch immer ein Jude und ein heiliger Mann. Lerner schlief kaum mehr. Um die religiöse Kultur und Tradition zu wahren, fasste er den Entschluss, das Skelett verschwinden zu lassen. Lerner hat die Akte vernichtet und die Knochen gestohlen. Hat sie in einer Sporttasche aus dem Museum geschmuggelt. Und? Ich setzte mich auf. Jetzt kommt die Sache, die dich umhauen wird. Lerner gab Avram Ferres die Knochen und das Foto. Seinem Jugendfreund hauchte ich. Ferres hatte zwei Jahre in einem Kibbutz in Israel zugebracht und machte auf dem Rückweg nach Montréal in Paris Station. Oh Mann. Genau. Nachdem ich aufgelegt hatte, rief ich Ryan an. Keine Antwort. Anscheinend hatte die pulsbeschleunigende Überwachung bereits begonnen. Da ich zu aufgewühlt war, um etwas zu essen, ging ich ins Fitnessstudio. Fragen gingen mir durch den Kopf, während ich auf dem Stairmaster Etage um Etage hinter mich brachte. Was hatte Ferres wohl mit den Knochen getan? Der logische Aufbewahrungsort wäre sein Lagerhaus gewesen. Man hatte keine Knochen gefunden. Hatte er sie vielleicht so versteckt, dass eine Durchsuchung sie nie zutage fördern würde? Irgendwas stimmte mit der Lagerhaustheorie nicht. Die Tora verbietet es, eine Leiche über Nacht unbeerdigt zu lassen. Vielleicht war Ferres nur der Transporteur gewesen. Vielleicht hatte er die Knochen jemand anderem übergeben. An jemanden, der seine und Lerners Besorgnis teilte. Aber jeder Jude wäre dem Tora-Verbot unterworfen gewesen. An jemanden, der andere Gründe hatte, das Skelett verschwinden zu lassen. Christliche Gründe. Wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, wenn Jesus weitergelebt hätte und seine Knochen im Musee de Lomme gelandet wären, dann würde eine solche Entdeckung den Vatikan und auch die protestantische Christenheit erschüttern. Kein leeres Grab, keine Engel, keine Auferstehung, kein Ostern. Ich hielt mitten im Stämmen inne. Der dritte Freund. Der Priester aus der Buse. Dora hatte gesagt, die beiden Männer hätten sich sehr nahe gestanden. Priester haben keine Skrupel in Bezug auf menschliche Knochen. Sie stellen sie in Kirchen in ganz Europa zur Schau. Plötzlich war es mir sehr wichtig, diesen Priester aufzuspüren. Mein Handy hatte so gut wie kein Netz. Ich zog Trainingsanzug und Jacke an und ging nach draußen. Nach dem vierten Tuten antwortete Jake mit schlaftrunkener Stimme. Während ich die St. Catherine entlang ging, erzählte ich ihm von Ferris, Lerner und dem Priester. Ich brauche einen Namen, Jake. Es ist hier nach Mitternacht. Ich dachte, Lerner arbeitet nachts. Okay. Ich hörte ein Gähn. Und schau, was du sonst noch über diesen Priester herausfinden kannst. War er in den Diebstahl des Gelitz verwickelt? Wo lebt er 73? Und wo lebt er jetzt? Wenn ich so spät noch anrufe, wird Lerner vielleicht eher misstrauisch. Ich habe volles Vertrauen in deine Überredungskünste. Und meinen jungenhaften Charme. Und in den. Ich kam eben aus der Dusche, als das Telefon klingelte. Ich stürzte ins Schlafzimmer und griff nach dem Apparat. Sylvain Morissoneau. Du bist ein Rockstar, sagte ich, und notierte mir den Namen auf der Rückseite eines Kontoauszugs. Jetzt verwechselst du mich mit Sting. War Morissoneau in den Knochenklau verwickelt? Nein. Wo ist er jetzt? Lerner kannte Morissoneau nicht so besonders gut. Er sagt, er sei nach Paris gegangen, kurz nachdem sich die beiden anderen an der Yeshiva kennengelernt hatten. Seit 71 hat er von Morissoneau nichts mehr gehört oder gesehen. Oh. Aber eins habe ich noch erfahren. Ich wartete. Morissoneau ist ein Zisterzienser. Ein Trappistenmönch? Wenn du das sagst. Nachdem ich mir ein Tiefkühlabendessen aus Taihuhn und Reis aufgewärmt hatte, fuhr ich meinen Computer hoch und startete eine Websuche. In Quebec fand ich drei Zisterzienserklöster. Jedes hatte eine Website. Zwei Stunden brauchte ich, bis ich mich durch eine endlose Schleife von Sites gearbeitet hatte. Doch so sehr ich auch suchte Mitgliederlisten der Klöster fand ich nicht. Ich wollte schon aufgeben, als ich auf eine kurze Ankündigung stieß. Am 17. Juli 2004 wählten die Mönche von Labbé Saint-Marie de Neige unter dem Vorsitz von Frère Charles Tourgeon ihren achten Abt, Frère Sylvain Morissoneau, 59. Morissoneau wurde in Beuse County, Québec geboren. Vor seiner Wahl fungierte er acht Jahre lang als Geschäftsführer der Abtei. Morissoneau ist also beim kontemplativen Leben geblieben, dachte ich mir, während ich von der Website des Klosters zum MapQuest Canada klickte. Sorry, Pater. Mit deiner Abgeschiedenheit ist es jetzt erst einmal vorbei. Labbé Saint-Marie de Neige lag am Ufer eines Flusses nördlich der Stadt Saint-Huyacinthe. Um 9.20 Uhr am nächsten Vormittag bog ich auf eine kleine Teerstraße ein, die sich für etwa eine halbe Meile durch Obstgärten schlängelte und in der Toreinfahrt einer hohen Steinmauer verschwand. Eine unauffällige Tafel sagte mir, dass ich die Mönche gefunden hatte. Ich stieg aus und drückte die Tür leise zu. Etwas an dieser Anlage verlangte Stille. Eine orangefarbene Tür sah aus, als würde ich dort am ehesten Einlass finden. Ich ging eben darauf zu, als ein Mönch um die hintere Ecke eines Spitzturmflügels herumkam. Der Mönch schaute mich an, sagte aber nichts. Sein Gesicht war so hager wie eine muskuloskeletale Skizze. Mein Name ist Dr. Temperance Brennan, sagte ich. Ich bin hier, weil ich mit Sylvain Morissoneau sprechen möchte. Ich zeigte ihm meinen Ausweis. Der Mönch warf einen kurzen Blick auf die Karte, zeigte aber sonst keine Reaktion. Einen kühlen Empfang hatte ich erwartet. Ich griff in meine Schultertasche, zog einen verschlossenen Umschlag, in dem sich Kesslers Foto befand heraus, trat einen Schritt vor und hielt ihn dem Mönchen. Bitte geben Sie das, Vater Morissoneau, ich bin mir sicher, dass er mich dann empfangen wird. Eine knochendürre Hand kam aus der Kutte, nahm den Umschlag und bedeutete mir dann mit einem knappen Winken, dass ich folgen sollte. Der Mönch führte mich durch die orangefarbene Tür, durch eine kleine Vorhalle und dann einen aufwendig getäfelten Gang entlang. Wir betraten eine Bibliothek und eine leicht nach unten gedrückte, ausgestreckte Hand bedeutete, dass ich hier bleiben sollte. Als der Mönch verschwunden war, betrachtete ich meine Umgebung. Die Bibliothek sah aus wie aus einem Harry-Potter-Film. Hier war genug Holz verwendet worden, um ganz British Columbia zu entwalden. Nirgendwo war ein Computer zu sehen. Ich hörte den zweiten Mönch nicht eintreten. Dr. Brennan? Ich stand auf. Dieser Mönch trug einen weißen Chorrock und darüber einen braunen Überwurf. Ich bin Vater Sylvain Morissoneau, der Abt dieser Gemeinschaft. Es tut mir leid, dass ich so unangekündigt hereinplatze. Ich streckte die Hand aus. Morissoneau lächelte, behielt aber seine Hände unter dem Überwurf. Er wirkte älter, aber besser genährt als der erste Mönch. Sie sind von der Polizei? Vom Gerichtsmedizinischen Institut in Montreal. Bitte folgen Sie mir. Nachdem wir an ungefähr einem Dutzend geschlossenen Türen vorbeigegangen waren, betraten wir einen Raum, der aussah wie ein Büro. Verglichen mit der Bibliothek war dieser Raum spartanisch. Der einzige Schmuck war ein Kruzifix hinter dem Schreibtisch und ein Gemälde über einem der Aktenschränke. Jesus im Gespräch mit Engeln. Wobei dieser deutlich fitter aussah als die geschnitzte Holzversion hinter dem Schreibtisch. Morissoneau legte meine Fotokopie auf die Schreibunterlage, verschränkte die Finger und schaute mich an. Ich wartete. Er wartete. Ich wartete noch etwas länger. Ich behielt die Oberhand. Hat Avram sie zu mir geschickt? Morissoneau wusste also noch nicht Bescheid. Nein? Was will Avram denn? Ich atmete tief durch. Ich hasste, was ich jetzt tun musste. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen eine schlechte Nachricht überbringen muss, Vater. Avram Ferres wurde vor zwei Wochen ermordet. Morissoneau bewegte die Lippen in einem stummen Gebet und senkte den Blick auf die Hände. Als er den Kopf wiederhob, war sein Gesicht von einem Ausdruck verdüstert, den ich schon zu oft gesehen hatte. Wer war es? Die Polizei ermittelt noch. Morissoneau beugte sich ein wenig vor. Gibt es Spuren? Ich deutete auf die Fotokopie. Dieses Foto wurde mir von einem Mann namens Kessler übergeben, sagte ich. Keine Reaktion. Kennen Sie Mr. Kessler? Können Sie mir diesen Herrn beschreiben? Ich tat es. Tut mir leid. Morissoneaus Augen hinter seiner goldgerahmten Brille hatten einen neutralen Ausdruck angenommen. Diese Beschreibung passt auf viele. Auf viele, die Zugang zu diesem Foto haben könnten? Morissoneau ging nicht darauf ein. Warum kommen Sie zu mir? Ich habe Ihren Namen von Yossi Lerner. Dicht genug an der Wahrheit. Wie geht es, Yossi? Gut. Ich berichtete Morissoneau, was Kessler mir über das Foto gesagt hatte. Verstehe. Avram Ferres wurde in den Hinterkopf geschossen wie bei einer Hinrichtung. Genug. Morissoneau stand auf. Bitte warten Sie. Wieder dieses leichte, niederdrückende flachen Hand. Allmählich kam ich mir vor wie Lessie. Morissoneau eilte aus dem Zimmer. Fünf Minuten vergingen. Irgendwo schlug eine Uhr. Zehn Minuten vergingen. Gelangweilt stand ich auf, um mir das Gemälde genauer anzusehen. Wie schon in der Bibliothek hörte ich auch diesmal Morissoneau nicht eintreten. Ich bemerkte ihn erst, als er mit einer sechzig mal neunzig Zentimeter großen Kiste in den Händen um mich herumging. Mit meinem Gelübde habe ich der Politik und den Sorgen dieser Welt den Rücken gekehrt. Morissoneau legte eine altersfleckige Hand auf die Kiste. Aber gewisse irdische Ereignisse konnte ich nicht ignorieren. Ich konnte meinen Freunden nicht den Rücken kehren. Morissoneau starrte seine Hand an. Offensichtlich kämpfte er innerlich noch immer mit sich. Wahrheit oder Ausflucht? Wahrheit. Diese Knochen stammen aus dem Mysee de Lomme. In meiner Brust loderte ein Streichholz auf. Das Skelett, das von Yossi Lerner gestohlen wurde. Ja. Wie lange haben Sie es schon? Zu lange. Sie haben versprochen, es für Avram Feres aufzubewahren? Knappes Nicken. Warum? Avram nahm Yossi das Skelett aus Loyalität ab und weil Yossi ihn davon überzeugte, dass seine Wiederentdeckung katastrophale Ereignisse auslösen würde. Nachdem Avram die Knochen nach Kanada gebracht hatte, versteckte er sie einige Jahre in seinem Lagerhaus. Mit der Zeit wurde ihm die Sache jedoch mulmig. Mehr als das. Er entwickelte deswegen eine richtige Besessenheit. Warum? Avram ist Jude. Das sind die Überreste eines menschlichen Wesens. Morissone strich über die Kiste. Und er glaubte, was Yossi glaubte. Dass es das Skelett von Jesus Christus ist. Morissone nickte. Haben Sie das auch geglaubt? Es geglaubt? Nein. Geglaubt habe ich es nicht, aber ich wusste es auch nicht sicher. Weiß es noch immer nicht. Was, wenn Yossi und Avram recht hatten und Jesus nicht am Kreuz gestorben war. Das wäre das Totengeläut für das Christentum. Morissone schloss die Augen und stellte sich, wie ich vermutete, genau diese unvorstellbaren Konsequenzen vor. Als er sie wieder öffnete, klang seine Stimme kräftiger. Avram und Yossi hatten sich wahrscheinlich geirrt. Ich glaube nicht, dass dies die Knochen Jesu Christi sind. Aber was, wenn die Presse Wind von der Geschichte bekommen hätte? Eine Milliarde Menschen würden ihre Orientierung und ihren Lebensmittelpunkt verlieren. Ein Zusammenbruch der christlichen Kirche würde zu globalen Umwälzungen führen, zu Instabilität und weltweitem Chaos. Morissone stieß mit dem Zeigefinger in die Luft. Die westliche Zivilisation würde entwurzelt werden. Damals glaubte ich das. Und ich glaube es jetzt, da islamische Extremisten ihre neue Variante des religiösen Fanatismus in die politische Arena werfen, noch leidenschaftlicher. Er beugte sich vor. Ich bin ein toleranter Mensch. Ich habe die höchste Wertschätzung für meine islamischen Brüder. Moslems sind im Allgemeinen hart arbeitende Familienorientierte, friedliebende Menschen, die nach denselben Werten leben, die auch sie und ich hochhalten. Aber unter diesen Guten gibt es eine böswillige Minderheit, die angetrieben wird von Hass und nichts als Zerstörung im Sinn hat. Die Dschihadisten. Kennen Sie sich mit dem Wahhabismus aus, Dr. Brennan? Das tat ich nicht. Osama Bin Laden ist ein Wahhabit, wie auch die Mitglieder seines Teams vom 11. September. Diese Fanatiker betreiben, was sie den dritten großen Dschihad, den Heiligen Krieg nennen, und alles, wirklich alles ist erlaubt, was ihrer Sache nützt. Morissone ließ die Hand auf die Kiste sinken. Ich merkte, worauf er hinaus wollte. Auch die Knochen Jesu Christi, sagte ich. Sogar die angeblichen Knochen Jesu Christi. Diese Verrückten würden ihre Macht benutzen, um die Presse zu manipulieren und die Angelegenheit so weit verdrehen und verzerren, bis sie ihren Zwecken nützt. Ein Medienzirkus über die Authentifizierung der Knochen Jesu würde den Glauben von Millionen beschädigen und diesen Dschihadisten Mittel und Wege in die Hand geben, um die Grundfesten der Kirche zu untergraben, die mein Leben ist. Der Hauptgrund, warum ich diese Knochen an mich nahm, war mein Bestreben, meine geliebte Kirche zu schützen. Die Angst vor dem islamischen Extremismus war damals noch zweitrangig, aber im Laufe der Jahre wuchs diese Angst. Morissone zog Luft durch die Nase ein und lehnte sich zurück. Sie wurde der Grund, warum ich sie behielt. Wo? Das Kloster hat eine Krypta. Das Christentum verbietet eine Bestattung unter den Lebenden nicht. Morissone stand auf. Aber jetzt ist es genug. Ein Mann ist tot. Ein anständiger Mann. Ein Freund. Vielleicht aus keinem anderen Grund, als wegen einer Kiste mit alten Knochen und einer irrsinnigen Theorie in einem verrückten Buch. Oh, ich stand auf. Ich hoffe, Sie werden alles in Ihrer Macht Stehende tun, um diese Angelegenheit vertraulich zu behandeln, sagte Morissone. Ich bin nicht gerade bekannt für mein freundschaftliches Verhältnis zur Presse. Das habe ich gehört. Anscheinend machte ich ein überraschtes Gesicht. Ich habe einen Anruf getätigt. Morissones Leben war also doch nicht so weltabgewandt. Ich werde mich mit den israelischen Behörden in Verbindung setzen, sagte ich. Es ist wahrscheinlich, dass Sie die Knochen zurückerhalten werden, und ich bezweifle stark, dass Sie eine Pressekonferenz abhalten werden. Was jetzt passiert, liegt in Gottes Händen. Ich nahm die Kiste vom Tisch. Der Inhalt klapperte leise. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, sagte Morissone. Das werde ich. Morissone setzte zum Sprechen an. Doch dann schloss sich sein Mund wieder, und er ließ weitere Erklärungen und Rechtfertigungen sein. Als ich am Wilfriede Rom ankam, parkte ich auf dem für Polizisten reservierten Platz. Es war Samstag, und es konnte ja immerhin sein, dass ich Gott in meinem Mazda hatte. Bis auf die Wachmänner war die Eingangshalle verlassen. Der zwölfte Stock ebenfalls. Ich stellte die Kiste auf meinen Arbeitstisch und rief Ryan an. Keine Antwort. Jake anrufen? Zuerst die Knochen. Mein Herz klopfte, als ich ein Labormantel überzog. Ich holte mir aus der Abstellkammer einen Hammer. Das Holz war trocken, die Nägel waren alt. Splitter flogen, als ich sie herauszog. Schließlich lagen sechzehn Nägel neben der Kiste. Ich legte den Hammer weg und hob den Deckel an. Die langen Knochen lagen unten auf dem Boden, parallel zueinander, die Kniescheiben und Hände und Füße zwischen ihnen verstreut. Der Rest bildete eine mittlere Schicht. Obendrauf lag mit abgetrenntem Unterkiefer der Schädel und leere Augenhöhlen starrten himmelwärts. Vierzig Minuten später lag das Skelett anatomisch korrekt angeordnet auf meinem Tisch. Nichts fehlte außer einem winzigen Knochen, dem sogenannten Zungenbein, und ein paar Finger- und Zehengliedern. Ich steckte ein Fallformular auf ein Klemmbrett. Am liebsten hätte ich mich unverzüglich auf die Schlüsselfrage gestürzt, aber ich zwang mich, die vorgeschriebene Verfahrensweise einzuhalten. Gummihandschuhe, Licht, Fallformular, tief durchatmen. In den nächsten Stunden untersuchte ich jeden Knubbel und jeden Grat, jedes Loch und jede Furche, jedes Gelenk und jede Gelenkfläche, jeden Millimeter Knochenrinde. Schließlich ging ich zu meinem Schreibtisch, ließ mich in den Sessel fallen und schaute auf die Uhr. 17.55 Uhr. Mitternacht in Paris. Zu spät für einen Anruf. 18.55 Uhr. Jake antwortete mit schlaftrunkener Stimme und bat mich, kurz zu warten. Was ist denn los? Jake war zurückgekehrt. Ich hörte eine Getränkedose gluckern. Es ist nicht Jesus. Was? Das Skelett aus dem Musée de L'Homme. Was ist damit? Ich habe es gerade vor mir. Was? Es ist ein weißer Mann mittleren Alters, mit durchschnittlicher Statur. Du hast Lerners Knochen? Das Skelett, das er befreit hat, ist hier in meinem Labor. Jesus Christus. Nein, der ist es nicht. Bist du sicher? Der Typ hat seinen 40. Geburtstag deutlich überlebt. Meiner Schätzung nach war er bei seinem Tod mindestens 50. Dann ist es also nicht der ältere Mann aus Massada, den Yadin und Zafria erwähnten. Erzähl mir, wie du zu dem Skelett gekommen bist. Ich berichtete ihm von Morissoneau und meinem Besuch im Kloster. Heiliger Bim Bam. Als Jake weitersprach, war seine Stimme fast nur noch ein Flüstern. Was hast du jetzt vor? Zuallererst werde ich es meinem Chef sagen. Hier geht es schließlich um menschliche Überreste. Sie wurden in Quebec gefunden, das heißt, der Corona ist für sie zuständig. Außerdem kann es sein, dass die Knochen Beweismittel in einem Mordfall sind. Ferris? Ja. Und dann? Mit ziemlicher Sicherheit wird mein Chef mir den Auftrag geben, mich mit den zuständigen Behörden in Israel in Verbindung zu setzen. Bist du sicher, dass das Skelett das auf dem Kessler-Foto ist? Gute Frage, über die ich noch gar nicht nachgedacht hatte. Ich habe nichts entdeckt, was dagegen spricht. Hast du irgendwas gefunden, das dafür spricht? Nein. Lahm. Wäre es den Aufwand wert, dieser Frage noch einmal genauer nachzugehen? Ich mache es jetzt sofort. Würdest du mich anrufen, bevor du dich mit Israel in Verbindung setzt? Warum? Versprichst du mir, dass du mich zuerst anrufst? Warum nicht? Schließlich hatte Jake die ganze Sache überhaupt erst ins Rollen gebracht. Sicher, Jake. Nachdem ich aufgelegt hatte, saß ich, die Hand auf dem Hörer, einen Augenblick nur da. Jake schien es nicht recht zu sein, dass ich zuerst die israelischen Behörden informierte. Warum? Ich holte Kesslers Foto wieder heraus und legte es unter das Mikroskop. Die Stirn zeigte keine eindeutigen Identifikationsmerkmale. Augen? Nichts. Nase? Nichts. Wangenknochen? Nichts. Als die Mundöffnung ins Blickfeld kam, starrte ich verdutzt durch das Okular. Dann hob ich den Kopf und schaute zu dem Schädel auf meinem Arbeitstisch hinüber. Irgendetwas stimmte nicht. Ich stand auf, holte meine Lupe und nahm den Schädel zur Hand. Ich drehte den Gaumen nach oben und untersuchte die Zahnreihe. Ich schloss die Augen. Was konnte das nur bedeuten? Dem Skelett auf Kesslers Foto fehlte der erste obere Backenzahn auf der rechten Seite. Dem Schädel auf meinem Arbeitstisch fehlte er nicht. War das also nicht das auf dem Foto abgebildete Skelett? Ich ging mit dem Schädel zum Mikroskop. Ich fügte den Unterkiefer an und betrachtete die Bissstellung. Normalerweise müsste der erste Backenzahn mehr Abnutzung als die anderen aufweisen, nicht weniger. Ich lehnte mich zurück und überlegte. Ich brauchte einen Odontologen. Es war jetzt nach sieben an einem Samstagabend. Ich wusste, was Marc Bergeron, der Zahnexperte unseres Instituts, sagen würde. Machen Sie Röntgenaufnahmen der Wurzelspitzen. Das konnte ich erst am Montag tun. Frustriert brachte ich die nächste Stunde damit zu, das Kessler Foto unter Vergrößerung zu untersuchen. Ich entdeckte keine anatomischen Eigenarten oder Details, die das Skelett auf dem Foto eindeutig mit den Knochen auf meinem Tisch in Verbindung brachten. Den Rest des Abends saß ich erregt und blockiert herum. Birdie und ich schauten uns ein Basketballspiel an. Ich war für Duke. Birdie feuerte die Clemson Tigers an. Wahrscheinlich Katzensolidarität. Am Sonntagmorgen brauchte ich weniger als 30 Minuten, um Donovan Joyces Buch im Internet zu finden und zu bestellen. The Jesus Scroll. Nur schade, dass es nicht mehr lieferbar war. Alle paar Stunden rief ich Jake an. Irgendwann gab ich es auf, ihm Nachrichten zu hinterlassen und rief sein Hotel an. Er war abgereist. Ryans Überwachung endete mit drei Verhaftungen und der Konfiszierung einer Lastwagenladung Zigaretten. Wir gingen zu Katsura an der Rue de la Montagne. Bei Sushi berichtete ich Ryan von Morissounos Skelett und erzählte ihm von dem Backenzahn. Du hast also den Verdacht, dass es nicht dasselbe Skelett ist. Oder, dass es dasselbe Skelett ist, der Backenzahn aber erst eingesetzt wurde, nachdem das Foto geschossen wurde. Vielleicht ist es einfach eine Verwechslung. Ja, Dean arbeitete mit Freiwilligen. Vielleicht hat einer von denen den Backenzahn eingesetzt, weil er dachte, er gehört dorthin. Du hast vor, Bergeron zu fragen? Am Montag. Ryan berichtete mir von einer Spur im Ferrisfall. Als ich den Namen Kessler durch unsere Datenbank laufen ließ, kam nicht sonderlich viel dabei heraus. Ich habe ein bisschen herumgespielt und dabei ist dann tatsächlich noch ein Name aufgetaucht. Herschel Kaplan. Kaplan ist ein Gelegenheitsgauner. Hat ein paar Mal wegen Wirtschaftssachen gesessen. Kreditkartenbetrug. Scheckfälschung. Benutzt auch die Namen Herschel Cantor oder Harry Kester. Lass mich raten. Kessler war ebenfalls einer von Kaplans Decknamen. Hirsch Kessler. Ryan zog eine Fotokopie aus seiner hinteren Hosentasche. Ist das dein Knabe? Ich starrte das Verbrecherfoto an. Mein Unterbewusstsein meldete sich. Was? Der lange Hals. Die hängenden Augenlider. Ein Wort, das mir in den Sinn kam, als Kessler mich vor dem Familienzimmer überfiel. Schildkröte. Ich hatte es ganz vergessen. Kessler hatte einen Bart. Aber ich glaube, es ist derselbe Mann. Ich gab ihm die Fotokopie zurück. Tut mir leid, aber besser geht's nicht. Immerhin ein Anfang. Wo ist Kessler jetzt? Kaplan? Da bin ich gerade dabei. Am Montagmorgen bat ich La Manche, mit mir in mein Labor zu kommen. Ich zeigte ihm Morisonos Skelett, berichtete ihm von seiner Geschichte und seiner möglichen Herkunft und erklärte ihm, wie es in meinen Besitz gelangt war. Wie erwartet gab La Manche den Überresten eine Nummer und wies mich an, es als Corona-Fall zu behandeln. Die endgültige Aufklärung sei meine Aufgabe. Sollte ich die Knochen als alt erklären, stehe es mir frei, sie den zuständigen Archäologen zu übergeben. Als La Manche wieder gegangen war, bat ich Dennis, mein Labortechniker, die Zähne des Skeletts zu röntgen. Schon der erste Blick bestätigte meinen Verdacht, dass der erste Backenzahn im Oberkiefer in den Schädel eingesetzt worden war. Und zwar nicht besonders kunstgerecht. Und noch etwas. Ich bin kein Zahnspezialist, aber der erste Backenzahn im Oberkiefer wirkte strahlen und durchlässiger als die anderen. Jake rief an, als ich den Schädel einpackte. Hast du meine Nachricht erhalten? fragte ich. Ich habe am Samstag ausgecheckt und die Mitternachtsmaschine nach Tel Aviv genommen. Du bist in Israel? Jerusalem. Was gibt's denn? Ich beschrieb ihm den offenbar nicht zum Rest passenden Backenzahn. Und was heißt das? Ich treffe mich heute Nachmittag mit unserem Odontologen. Eine lange Pause und dann Ich will, dass du den Backenzahn und noch zwei andere Zähne ziehst. Warum? Für eine DNS-Untersuchung. Außerdem will ich, dass du Segmente aus dem Oberschenkelknochen schneidest. Ist das ein Problem? Wenn Ferris und Lana recht haben, sind diese Knochen fast 2000 Jahre alt. Es ist doch möglich, mitokondriale DNS aus alten Knochen zu entnehmen, oder? Möglich ist es, aber was dann? Die forensische Analyse basiert auf Vergleichen entweder mit der eigenen DNS des Opfers oder mit der eines Familienangehörigen. Eine lange Jake-Pause. Dann Es werden jeden Tag neue Funde ausgegraben. Man weiß nie, was da noch auftaucht. Und ich habe Fördergelder speziell für diese Art der Untersuchung. Entweder die Analyse von Mito wie von Kern-DNS könnte uns zeigen, ob der Backenzahn zu einem anderen Individuum gehörte. Ist aber ein ziemlicher Schuss ins Blaue. Aber es könnte möglich sein. Schon, gab ich zu. Besuch deinen Zahnarzt und hör dir an, was er über diesen komischen Zahn zu sagen hat. Dann nimm die Proben und schneide auch genug Knochen-Segmente für eine Radiokarbon-Analyse heraus. Der Corona wird diese Rechnung aber nicht bezahlen, sagte ich. Ich zapfe meine Fördergelder an. Ich zog eben den Reißverschluss meines Parkers zu, als Ryan durch die Tür kam. Was er mir sagte, warf meine Gedanken völlig aus der Bahn. Miriam Ferris war verheiratet mit dem Bruder von Herschel Kaplans Frau? Ex-Frau. Aber Miriam hat doch geleugnet, Kaplan zu kennen, sagte ich. Wir haben sie nach Kessler gefragt. Einer von Kaplans bekannten Decknamen. Verwirrend, nicht? Wie lange ist Kaplan schon geschieden? Madame machte die Fliege, als er zum zweiten Mal im Gefängnis saß. Autsch! Ich habe mir Kaplans Gefängnisakte angesehen. Er wurde nach der Hälfte der Strafe entlassen. Dann hat er also einen Bewährungshelfer. Michael Hinson. Wann wurde er entlassen? 2001. Laut Hinson ist Kaplan seitdem ein legitimer Geschäftsmann. Was für ein Geschäft? Kuppies und Meerschweinchen. Er hat eine Tierhandlung? Ryan nickte. Ihm gehört sogar das Haus. Kuppies unten, Kaplan oben. Meldet er sich noch bei seinem Bewährungshelfer? Hat bis vor zwei Wochen keinen einzigen Termin verpasst. Aber am 14. Februar hat er sich weder gezeigt noch angerufen. Der Montag nach dem Wochenende, an dem Ferris erschossen wurde. Willst du mal einen Spitz streicheln? Bergeron erwartet mich um eins. Ryan schaute auf die Uhr. Treffen wir uns um halb drei unten? Ich bringe Froelig mit. Bergerons Praxis befindet sich in einem Hochhaus an der Place Ville-Marie. Nach der Fahrt in Saint-Reville parkte ich in der Tiefgarage und fuhr mit dem Aufzug in den siebzehnten Stock. Während ich meinen Karton auspackte, erzählte ich Bergeron das Wichtigste über den Fall. Als ich geendet hatte, nahm er den Schädel und betrachtete die oberen Zähne. Er untersuchte den Unterkiefer, dann fügte er den Unterkiefer an den Schädel und untersuchte den Biss. Bergeron streckte die Hand aus. Ich legte ihm einen kleinen braunen Umschlag hinein. Er schaltete seinen Lichtkasten an, legte die Zahnröntgenaufnahmen darauf und beugte sich darüber. Sekunden vergingen. Eine ganze Minute. Mon Dieu, keine Frage, dieser Mann war mindestens fünfzig, wahrscheinlich älter, aber dieser Backenzahn stammt zweifellos von einer jüngeren Person. Wie viel jünger? Bergeron richtete sich auf und zog geräuschvoll Luft durch die Lippen. Fünfunddreißig, vierzig vielleicht, auf keinen Fall älter. Können Sie mir sagen, wann dieser Backenzahn eingesetzt wurde? Nur eine grobe Schätzung. Der Kleber ist vergilbt und bröckelig. Moment, ich hob die Hand. Heißt das, dass der Zahn eingeklebt ist? Ja. Dann wurde er also nicht vor zweitausend Jahren eingesetzt? Auf keinen Fall, vielleicht vor ein paar Jahrzehnten. In den Sechzigern? Sehr wahrscheinlich. Könnten Sie diese drei oberen Backenzähne für mich ziehen? Selbstverständlich. Bergeron legte den Schädel wieder in den Karton und verließ damit das Büro. Ich steckte die Röntgenaufnahmen in den Umschlag und fragte mich, ob ich da vielleicht nur viel Lärm um nichts machte. Es gibt unzählige Momente, in denen Fehler bei der Individuation passieren können, bei der Bergung, beim Transport, bei der Sortierung, beim Reinigen. Bergeron kam zurück und gab mir den Karton und einen Ziplockbeutel. Können Sie mir sonst noch etwas sagen? Fragte ich. Wer diesen Zahn eingesetzt hat, war ein totaler Stümper. Das Centre d'Animaux-Kaplan war ein einstöckiger Laden an der Rue Jean-Talon. An einer Wand blubberten Aquarien, eine andere säumten Vogelkäfige, deren Bewohner vom Langweiler bis zum Exoten reichten. Ein Junge von ungefähr siebzehn Jahren hängte gegenüber den Vögeln Hundehalsbänder an Haken. Bonjour, sagte Ryan. Jo, sagte der Junge. Können Sie uns vielleicht weiterhelfen? Der Junge stellte seinen Karton ab und schlich auf uns zu. Ryan zeigte ihm seine Marke. Bullen? Ryan nickte. Cool. Und wie? Darf man fragen, wer Sie sind? Bernie. Ich bin Detective Ryan. Das ist Dr. Brennan. Wir suchen nach Herschel Kaplan. Er ist nicht da. Ist Mr. Kaplan oft weg? Bernie hob eine Schulter und legte den Kopf schief. Wissen Sie, wo der Herr sich heute aufhält? Bernie zuckte jetzt beide Achseln. Sind Ihnen die Fragen zu schwierig, Bernie? Bernie wischte sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Soll ich noch einmal von vorne anfangen? Weinstimme hätte Margaritas vereisen können. Was nehmen Sie mich denn so ran, Mann? Ich arbeite doch nur für den Kerl. Ein Hündchen fing an zu kläffen. Ich wollte raus aus diesem Laden. Jetzt hören Sie mal genau zu. War Mr. Kaplan heute schon hier? Ich habe aufgemacht. Hat er angerufen? Nein. Ist Mr. Kaplan oben? Er ist in Urlaub, okay? Es wäre hilfreich gewesen, wenn Sie das gleich gesagt hätten. Bernie starrte auf den Boden. Wissen Sie, wo sich Mr. Kaplan jetzt aufhält? Hören Sie, ich habe keine Ahnung. Bernie hob den Kopf. Kaplan hat mir gesagt, ich soll den Laden am Laufen halten und niemandem sagen, dass er sich verdrückt hat. Wann war das? Vor einer Woche ungefähr. Haben Sie einen Schlüssel für Mr. Kaplans Wohnung? Darauf reagierte Bernie nicht. Sie wohnen noch immer zu Hause, Bernie? Ja, argwöhnisch. Wir könnten bei Ihrer Mutter vorbeischauen und Sie bitten, uns bei der Klärung dieses Sachverhalts zu helfen. Oh Mann, weinerlich. Bernie. Sein Schlüssel könnte am Anhänger sein. Ryan wandte sich zu mir. Riechen Sie Gas? Vielleicht. Ich schnupperte. Ja, Sie könnten recht haben. Was ist mit Ihnen, Bernie? Riechen Sie Gas? Das ist das Frettchen. Für mich riecht es wie Gas. Bei all diesen Tierchen, für die Sie verantwortlich sind, würde ich lieber kein Risiko eingehen, sagte Ryan. Ein Ausbund an Vernünftigkeit. Bernie ging zum Tresen, zog einen Schlüsselring unter der Kasse hervor. Ryan nahm die Schlüssel und wandte sich mir zu. Ein Bürger hat uns gebeten, ein mögliches Gasleck zu überprüfen. Ich zuckte auf eine Art mit den Achseln, die Bernie stolz gemacht hätte. Eine schmale, steile Treppe führte in den ersten Stock. Wir stiegen hinauf. Ryan klopfte. Keine Antwort. Ryan klopfte noch einmal, fester. Polizei, Mr. Kaplan. Keine Antwort. Wir kommen jetzt rein. Ryan probierte die Schlüssel. Der vierte passte. Kaplans Wohnung hatte eine kleine Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad. Ein Anrufbeantworter war mit dem Telefon im Schlafzimmer verbunden. Auf einem Klapptisch lagen Telefonbücher, Aktenordner und Papierstapel. Ich ging zu dem Tisch und blätterte in den Unterlagen. Hinter mir öffnete und schloss Ryan Kommodenschubladen. Ein paar Minuten vergingen. Was gefunden? fragte ich. Jede Menge grässliche Hemden. Ryan wandte sich dem Nachtkästchen zu. Er machte seine Entdeckung, als ich die meine machte. Ich nahm den Brief zur Hand, als Ryan den Anrufbeantworter einschaltete. Ich las und hörte, da war eine zuckersüße Stimme. Diese Nachricht ist für Herschel Kaplan. Hiermit bestätigen wir Ihre Reservierung für den Flug Air Canada 9580, Abflug vom Toronto Pearson International Airport am Samstag, den 26. Februar um 23.50 Uhr. Bitte beachten Sie, dass El Al aufgrund verstärkter Sicherheitsmaßnahmen auf einem Check-in mindestens drei Stunden vor dem Flug besteht. Kaplan ist nach Israel geflogen, sagte Ryan. Kaplan scheint Miriam Ferris besser gekannt zu haben, als wir dachten, sagte ich. Schau dir das an. Hersch. Du betrachtest Glück als unmöglichen Traum. Ich habe es in deinen Augen gesehen. Bist du wütend? Schämst du dich? Hast du Angst? Für das alles besteht kein Grund. Wir bewegen uns vorwärts, langsam, wie ein Schwimmer in einem aufgewühlten Meer. Die Brandung wird sich legen. Wir werden triumphieren. In Liebe. M. Ich deutete auf die der Karte aufgeprägten Initialen. M. F. Mein Bauch sagt mir, dass Miriam das geschrieben hat. Aber wann? Da steht kein Datum. Und warum? Um Kaplan im Gefängnis aufzumuntern? Ich deutete auf die letzte Zeile des Briefs. Wir werden triumphieren. Um Kaplan zu ermutigen, dem Gatten zwei Kugeln in den Kopf zu jagen? Plötzlich wurde das Zimmer kalt und dunkel. Es wird Zeit, in Israel anzurufen, sagte Ryan. Als wir wieder im Wilfriede-Rom waren, ging Ryan in den Bereitschaftssaal der Abteilung Kapitalverbrechen und ich kehrte in mein Labor zurück. Ich holte mir den rechten Oberschenkelknochen von Morisonoskelett, fuhr hinunter in den Autopsiesaal vier und legte den Knochen auf den Tisch. Nachdem ich die Strikersäge eingesteckt hatte, setzte ich mir einen Mundschutz auf und Schnitt zwei etwa zweieinhalb Zentimeter dicke Scheiben aus der Mitte des Knochens. Dann kehrte ich in mein Labor zurück und rief Jake an. Wieder einmal weckte ich ihn zu mitternächtlicher Stunde. Ich berichtete, was Bergeron über den einzelnen Backenzahn gesagt hatte. Wahrscheinlich war es einfach nur ein Versehen. Hast du die Proben für den DNS-Test entnommen? Ich will, dass die Tests gemacht werden. Okay, sind ja deine Fördergelder. Und C-14? Jake, wenn die C-14-Untersuchung darauf hindeutet, dass das Skelett wirklich so alt ist, wie du sagst, dann weißt du, dass ich die israelischen Behörden benachrichtigen muss. Ruf zuerst mich an. Mache ich, aber ich würde schon gern wissen... Danke, Tempy. Ein schnelles Atemholen. Ich spürte, dass Jake kurz davor war, mir etwas zu sagen. Dann, das könnte explosiv sein. Nachdem ich aufgelegt hatte, lockte ich mich ins Internet ein und lud mir zwei Fallübermittlungsformulare für die DNS-Untersuchung und eins für den radiometrischen Test herunter. Nachdem ich den Papierkram erledigt hatte, bat ich Dennis, die Knochen- und Zahnproben per FedEx an die jeweiligen Institute zu schicken. Und das war's dann auch schon. Mehr konnte ich nicht mehr tun. Tage vergingen. Am Dienstagvormittag kaufte ich mir Jadins populärwissenschaftliches Buch über Massada. Für die Skelette aus der Höhle hatte Jadin kaum eine Seite übrig, und es gab auch nur ein einziges Foto. Ryan rief mich am Mittwochnachmittag an und fragte mich, ob ich ihn zu einem weiteren Besuch bei Courtney Purviens begleiten und danach mit ihm zum Essen gehen wolle. Warum noch einmal zu der tüchtigen Sekretärin? Keine große Sache, nur noch ein Detail in Bezug auf einen von Ferris' Geschäftspartnern. Ein Kerl namens Klingman behauptet, er hätte Ferris am Freitag besuchen wollen, er hätte jedoch niemanden angetroffen. Warum nicht? Ich hatte ja nichts Besseres zu tun. Ryan holte mich gegen vier ab. Purviens wohnte in einem typischen Montrealer Haus ohne Fahrstuhl in Saint-Léonard. Während Ryan sich identifizierte, überflog ich die Namen der anderen Bewohner. »Schau dir diese Namen an«, ich deutete auf 1a. »Das ist Französisch. Was heißt das auf Englisch? Die Kiefer. Ich tippte auf 1b, das ist Olivenbaum auf Italienisch. 2a, das ist Eiche auf Lettisch. Eine internationale Baumkundlerversammlung hier in Saint-Léonard. Verblüffend, nicht?« Der Türöffner summte. Wir stiegen hinauf in den ersten Stock. Als Ryan klopfte, verlangte Purviens seinen Ausweis. Er zeigte ihn ihr. Unzählige Schlösser und Riegel klirrten. Ryan stellte mich als Kollegin vor. Purviens nickte und führte uns in ein winziges Wohnzimmer. Purviens setzte sich Ryan gegenüber. Sie war kurz und blond und hatte ca. 10 Kilo Übergewicht. Ich schätzte sie auf knapp über 40. Sie wirkte abgespannt und erschöpft, aber hin und wieder fiel ein Sonnenstrahl auf ihr Gesicht. Wenn das passierte, war Kourtney Purviens erstaunlich schön. Ryan fragte sie eben nach Harold Klingman. Purviens antwortete, dass Klingman in Halifax ein Geschäft besitze. »Mr. Klingman schaute oft in unserem Lagerhaus vorbei, wenn er in Montreal war.« Sie hatten sich an diesem Freitag krank gemeldet. »Ich habe Probleme mit den Nebenhöhlen.« Ich glaubte es ihr. Beim Reden schniefte sie immer wieder und räusperte sich. Ich musste mich beherrschen, um ihr nicht ein Taschentuch zu geben. »Sie haben unlängst gesagt, Ferris sei kurz vor seinem Tod launisch gewesen. Können Sie das näher erklären?« Purviens zuckte eine Achsel. »Ich weiß auch nicht.« »Er wirkte irgendwie stiller.« »Haben Sie irgendwelche Theorien, warum das so war?« »Hat vielleicht zu viel mit Miriam geredet.« »Glauben Sie, dass es zu Hause Probleme gab?« Purviens hob Hände und Augenbrauen in einer Geste, die keine Ahnung bedeuten sollte. »Hat Ferris je Eheprobleme erwähnt?« »Nicht direkt.« Ryan stellte noch ein paar Fragen über Purviens Beziehung zu Miriam und warnte sich dann anderen Themen zu. Nach 15 Minuten war er fertig. Danach bestellten wir uns auf der Saint-Laurent ein frühes Abendessen. Ryan fragte mich nach meinem Eindruck von Purviens. Ich sagte ihm, dass die Dame für Miriam ganz offensichtlich nicht viel übrig habe und dass sie ein gutes Nasenspray brauche. Am Donnerstag kam das Buch von Donovan Joyce an. »The Jesus Scroll«. Joyce's Theorie war noch bizarrer als die Prämissen in dem Roman, den ich am Flughafen gekauft hatte. Sie lautete ungefähr so. Jesus war Marias unehelicher Sohn. Er überlebte das Kreuz. Er heiratete Maria Magdalena, er lebte bis ins hohe Alter, schrieb sein Testament und wurde während der letzten Belagerung Massadas getötet. Was Jake über die Kontakte zwischen Joyce und Max Grosset erzählt hatte, war korrekt gewesen. Nach Joyce war Grosset ein amerikanischer Professor mit einem britischen Akzent, der als freiwilliger Archäologe in Massada gearbeitet hatte. Grosset erzählte Joyce bei einem zufälligen Zusammentreffen auf dem Ben-Gurion-Flughafen im Dezember 64, dass er in der eben abgeschlossenen Grabungssaison die Jesus-Schriftrolle entdeckt und sie versteckt habe und dann nach Massada zurückgekehrt sei, um sie zu holen. Joyce durfte in der Herrentoilette des Flughafens einen Blick auf die Schriftrolle werfen. Für Joyce sah die Schrift hebräisch aus. Grosset sagte, es sei aramäisch und übersetzte die erste Zeile. Jesus von Genezareth, Sohn des Jakob. Der Verfasser hatte die erstaunliche Information hinzugefügt, dass er der Letzte in der Linie der makkabäischen Könige Israels sei. Joyce war so überzeugt von der Authentizität der Schriftrolle, dass er die nächsten acht Jahre damit zubrachte, das Leben Jesu zu erforschen. Ich las noch immer, als Ryan mit genug Essen ankam, um Guadalajara zu ernähren. Ich öffnete mir eine Dose Diet Coke. Ryan nahm sich eine Flasche Mosehead. Während wir Enchiladas aßen, erzählte ich ihm das Wichtigste. Jesus betrachtete sich als Abkömmling der hasmonäischen Linie. Ryan schaute mich an. Der makkabäischen Könige. Seine Bewegung war nicht nur eine religiöse. Es war ein Griff nach der politischen Macht. Na toll, noch eine Verschwörungstheorie. Ryan tauchte einen Finger in die Guacamole. Ich gab ihm mal eine Tortilla. Laut Joyce wollte Jesus König von Israel werden. Das verärgerte Rom, und die Strafe war der Tod. Aber Jesus wurde nicht verraten. Er gab sich den Behörden nach Verhandlungen durch einen Vermittler. Lass mich raten. Judas? Ja, die Abmachung lautete, dass Pilatus Barabbas freilassen und Jesus sich anschließend stellen würde. Und warum sollte er das tun? Barabbas war sein Sohn. Verstehe. Ryan glaubte von all dem kein Wort. Zu dem Gefangenenaustausch gehörte auch ein Fluchtmechanismus, und der ganze Plan hing ab von einem sehr präzisen Timing. Das ganze Leben ist Timing. Willst du die Geschichte zu Ende hören? Besteht vielleicht die Möglichkeit, jetzt gleich ins Bett zu gehen? Ich kniff die Augen zusammen. Dann will ich sie hören. Der Plan erforderte eine Droge, die den Tod simulierte. Papava somniferum oder Claviceps purpurea. Ich liebe es, wenn du schweinische Wörter sagst. Schlafmohn und Mutterkorn, ein Lysergsäure produzierender Pilz, modern ausgedrückt, Heroin und LSD. Beides war in Judäa bekannt. Die Droge wurde wahrscheinlich über den Schwamm auf dem Rohr verabreicht. Nach den Evangelien lehnte Jesus den Schwamm zunächst ab, akzeptierte ihn aber später trank und starb sofort darauf. Aber du sagst jetzt, er hätte überlebt. Ich sage das nicht. Joyce tut es. Nur damit ich dich richtig verstehe. Jesus ist bewusstlos. Er wird eilig in das Grab geschafft, später lässt man ihn dann verschwinden und pflegt ihn, bis er wieder gesund ist, und irgendwie landet er schließlich in Massada. Das sagt Joyce. Vielleicht ist diese ganze Grosset-Geschichte ja nur Joys Fantasie entsprungen. Oder vielleicht hat er sie aus Rache erfunden. Vielleicht. Ich nahm mir den letzten Rest der Soße, vielleicht ist sie aber auch wahr. Am nächsten Tag passierte kaum etwas. Ich las Joys Buch zu Ende. Ich las auch Jardins Buch zu Ende. Am Montag kontrollierte ich meine E-Mails und fand einen Bericht vom Radiometrie-Institut. Das Institut hatte genügend organisches Material gefunden, um jede Knochen- und Zahnprobe dreifach zu testen. Ich schaute mir die Daten für den Zahn an. Dann schaute ich mir die Daten der Oberschenkelprobe an. Zwei überschnitten sich mit den Zahndaten. Zwei Jahrtausende. Das Skelett stammte aus der Zeit Christi. Ich durchlebte einen Augenblick völliger Leere. In meinem Hirn fuhren die Argumente und Fragen Autoscooter. Was hatte das zu bedeuten? Wen sollte ich anrufen? Ich wählte Ryans Nummer, bekam nur seine Mailbox dran und hinterließ ihm die Nachricht, dass die Knochen 2000 Jahre alt waren. Ich wählte Jakes Nummer, Mailbox, dieselbe Nachricht. Und jetzt? Silvain Morisono. Der Tatendrang vertrieb meine anfängliche Unsicherheit. Ich schnappte mir Jacke und Handtasche und machte mich auf den Weg. In knapp einer Stunde stand ich vor La Baie-Saint-Marie-de-Neige. Von irgendwo rechts von mir kam gedämpftes Singen. Ich ging darauf zu. Schon nach zehn Metern stoppte mich eine Stimme. Mehr ein Zischen als ein Rufen. Halt! Ich drehte mich um. Wer sind Sie? Dr. Temperance Brennan. Warum stören Sie uns in unserer Trauer? Die toten schwarzen Augen bohrten sich direkt in meine. Das tut mir leid, aber ich muss mit Vater Morisono sprechen. Etwas flackerte im Blick des Mönchs wie ein Streichholz, das hinter einer dunkel getönten Scheibe auflodert. Der Mönch bekreuzigte sich. Was er nun sagte, jagte mir Eis durchs Rückgrat. Tod? Keine Regungen in dem maskenhaften Gesicht. Ich versuchte erst gar nicht, meinen Schock zu verbergen. Wann ist er denn gestorben? Vor fast einer Woche. Trocken. Nichts, was über die nüchternen Worte hinausging. Wie? Gehören Sie zur Familie? Nein. Ich holte eine Visitenkarte aus meiner Handtasche und gab sie ihm. Der Mönch senkte kurz den Blick darauf und hob dann wieder den Kopf. Am Mittwoch, den 2. März, kehrte der Abt nicht mehr von seinem Morgenspaziergang zurück. Seine Leiche wurde auf einem der Klosterwege gefunden. Ich atmete tief ein. Sein Herz hatte versagt. Ich dachte an unsere Begegnung. Morisono hatte vollkommen gesund ausgesehen. Man könnte sogar sagen, robust. Wurde der Leichenbeschauer benachrichtigt? Der Herr herrscht über das Leben und den Tod. Wir akzeptieren seine Weisheit. Der Leichenbeschauer nicht, blaffte ich. So langsam bekam ich es mit der Angst, und Wut stieg in mir hoch. Wo ist Vater Morisono jetzt? Beim Herrn. Ich warf dem Mönch einen Leckmichblick zu. Wo ist seine Leiche? Der Mönch runzelte die Stirn. Ich runzelte die Stirn. Ein Arm tauchte aus der Kutte auf und deutete in Richtung Tür. Ich wurde hinausgeworfen. Auf der Rückfahrt nach Montréal wurde meine Angst immer stärker. Avram Ferres hatte das Skelett in seinem Besitz gehabt und war erschossen worden. Morisono hatte das Skelett in seinem Besitz gehabt und war jetzt tot. Jetzt war das Skelett in meinem Besitz. War ich in Gefahr? Alle paar Minuten huschte mein Blick zum Rückspiegel. Ich hatte Morisono am Samstag, den 26. besucht. Vier Tage später war er tot. Zufall? Vielleicht. Ein Zufall von der Größe des Titikakasees. Zeit, die israelischen Behörden anzurufen. Für einen Montag war es im Institut relativ ruhig. Ich passte La Manche im Gang ab und berichtete ihm von meinen Befürchtungen bezüglich Morisonos Tod. La Manche sagte, er werde der Sache nachgehen. Dann erläuterte ich ihm die C14-Befunde des Skeletts. Wenn wir von einem geschätzten Alter von ungefähr 2000 Jahren ausgehen, dann haben sie die Befugnis, die Knochen den zuständigen Behörden zu übergeben. Wir haben sowieso schon viel zu wenig Platz. La Manche hielt kurz inne. Anscheinend schien er sich an die Ferris-Autopsie und ihre Beobachter zu erinnern. Und es wäre wohl das Beste, wenn sie es vermeiden könnten, irgendwelche religiösen Gemeinden vor den Kopf zu stoßen. Noch eine Pause. Bitte erledigen Sie das so schnell wie möglich. Ich dachte an mein Versprechen und rief Jake an. Er war nicht zu erreichen. Ich hinterließ ihm die Nachricht, dass ich eben dabei sei, die israelischen Behörden wegen der Übergabe von Morisonos Skelett zu kontaktieren. Dann saß ich einen Augenblick da und überlegte mir, an welche Behörde ich mich eigentlich wenden sollte. Ich lockte mich ins Internet ein und gab bei Google den Begriff Israel und Altertum ein. Fast jeder Eintrag hatte einen Verweis zur Israel Antiques Authority, der israelischen Altertümer- und Archäologiebehörde. Fünf Minuten später hatte ich eine Telefonnummer. Ich schaute auf die Uhr. Elf Uhr zwanzig. Achtzehn Uhr zwanzig in Israel. Ich hatte meine Zweifel, ob dort so spät noch irgendjemand arbeitete. Ich tippte die Nummer ein. Eine Frau meldete sich nach dem zweiten Leuten. Shalom. Shalom, hier spricht Dr. Temperance Brennan. Es tut mir sehr leid, aber ich spreche kein Hebräisch. Ich bin die forensische Anthropologin des Gerichtsmedizinischen Instituts in Montréal. Ja, Langeweile vermischt mit Ungeduld. Hier sind unter etwas ungewöhnlichen Umständen Überreste aufgetaucht. Überreste? Ein menschliches Skelett. Ja, etwas weniger gelangweilt. Einige Indizien deuten darauf hin, dass dieses Skelett möglicherweise in Massada bei Jäger-Iliadins Ausgrabung in den Sechzigern entdeckt wurde. Noch einmal Ihren Namen bitte. Temperance Brennan. Einen Augenblick bitte. Ich wartete. Ganze fünf Minuten lang. Dann meldete sich die Frau wieder. Jetzt klang sie überhaupt nicht mehr gelangweilt. Darf ich Sie fragen, wie das Skelett in Ihren Besitz gelangt ist? Nein. Wie bitte? Ich werde die Situation der zuständigen Stelle erklären. Die IAA ist die zuständige Stelle. Wer ist der Direktor bitte? Tovia Blotnik. Dann sollte ich vielleicht mit Mr. Blotnik sprechen. Er ist schon im Feierabend. Ist es möglich, ihn zu... Dr. Blotnik lässt sich zu Hause nicht gern stören. Ich bin biologische Anthropologin bei der IAA. Sollten die Knochen zu uns kommen, wird Dr. Blotnik mich mit der Abwicklung der Transaktion beauftragen. Und Sie sind? Ruth Ann Bloom. Es tut mir leid, Dr. Bloom, aber ich brauche eine Bestätigung des Direktors. Können Sie mir bitte sagen, wie ich sie erreichen kann? Eisig. Ich gab Bloom meine Handy- und Institutsnummer. Ich gebe die Nachricht weiter. Ich dankte ihr und legte auf. Dann lockte ich mich wieder ins Internet ein und ließ Google nach Tovia Blotnik suchen. Der Name tauchte in mehreren Artikeln auf, in denen es um eine Kontroverse bezüglich eines uralten Steinsargs mit der Bezeichnung Jakobus Ossua ging. In jedem wurde Blotnik als Direktor der IAA erwähnt. Okay. Blotnik war also koscher. Warum riet mir dann mein Gefühl, bei Bloom vorsichtig zu sein? Die Tatsache, dass Jake mich gebeten hatte, genau das nicht zu tun, was ich jetzt tat? Ich war mir nicht sicher. Aber das Gefühl blieb. Ich schoss eben letzte Aufnahmen von Morisono Skelett, als Ryan wieder auftauchte und dabei aussah, wie die Katze, die den ganz großen Vogel verschluckt hatte. Ich winkte ihnen mein Labor. Sie haben ihn, sagte er, Herschel Kaplan. Wie haben Sie ihn geschnappt? Das Genie hat es versäumt, für Kleinzeug zu bezahlen. Er hat was gestohlen? Hat sich eine Halskette in die Tasche gesteckt? Alles ein furchtbares Versehen. Er hatte vorgehabt zu zahlen. Natürlich. Und jetzt? Ich würde ihn gern nach Kanada zurückholen. Habt ihr genug, um ihn anzuklagen? Nein. Ryan deutete mit dem Kinn zum Skelett. Wie steht's jetzt mit dem Massadamax? C14 legt seinen Geburtstag in die Zeit des Sterns von Bethlehem. Im Ernst? Ich versuche gerade, ihn nach Israel zurückzuschicken. Ich erzählte Ryan von meiner Unterhaltung mit der IAA. Da ist noch was. Ich berichtete ihm von Morisono. Ryan runzelte die Stirn. Er wollte eben etwas sagen, als mein Handy und zugleich sein Piepser sich meldeten. Ryan nahm das Gerät vom Gürtel, warf einen kurzen Blick auf die Anrufernummer und zeigte auf den Apparat auf meinem Schreibtisch. Ich nickte und ging ins angrenzende Labor. Temperance Brennan? Tovia Blotnik aus Jerusalem. Eine Stimme wie der Weihnachtsmann. Wohltönend und furchtbar fröhlich. Es freut mich sehr, von Ihnen zu hören, Sir. Ich habe Ihren Anruf nicht vor morgen Vormittag erwartet. Ruth N. Blum hat mich zu Hause angerufen. So viel zum Verbot häuslicher Störungen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sagte ich. Aber ich bitte Sie. Es ist immer eine Freude, einem ausländischen Kollegen behilflich sein zu können. Ich beschrieb das Foto, mit dem alles angefangen hatte. Dann erzählte ich Blotnik, ohne Namen zu nennen, dass das Skelett von Yossi Lerna aus dem Musée de Lomme gestohlen und dann von Avram Ferris und Sylvain Morisono versteckt worden war. Ich skizzierte auch kurz die Radio-Carbon-Resultate. Wie sind Sie zu diesem Foto gekommen? fragte Blotnik. Ein Mitglied der örtlichen jüdischen Gemeinde hat es mir gegeben. Das stimmte ja auch einigermaßen. Ist wahrscheinlich alles Unsinn. Das joviale Kichern klang jetzt gezwungen. Aber ignorieren können wir die Sache auch nicht, oder? Ich glaube nicht. Und ich bin mir sicher, Sie wollen diese ganze Geschichte möglichst schnell vom Hals haben. Ich bin ermächtigt, die Knochen freizugeben. Wenn Sie mir eine Lieferadresse nennen, kann ich FedEx... Nein, nein, ich kann Ihnen das nicht aufbürden. Ich werde jemanden schicken. Von Israel nach Quebec? Das ist kein Problem. Kein Problem? Ich muss darauf bestehen. In letzter Zeit hat es unerfreuliche Vorkommnisse gegeben. Sie haben vielleicht schon vom Jakobus-Ossuar gehört. Ich erinnerte mich vage an eine Nachrichtenmeldung vor ein paar Jahren über die Beschädigung eines Ossuars, das an das Royal Ontario Museum ausgeliehen worden war. Das Jakobus-Ossuar war das Stück, das beim Transport nach Toronto kaputt ging? Zertrümmert wurde, sollte es wohl besser heißen. Auf dem Weg von Israel nach Kanada. Ich werde mich in Kürze wieder mit dem Namen des Abholers bei Ihnen melden. Ich wollte etwas erwidern, doch Blotnik fiel mir ins Wort. Das Skelett befindet sich doch an einem sicheren Ort. Natürlich. Sicherheit ist äußerst wichtig. Bitte sorgen Sie dafür, dass niemand Zugang zu diesen Knochen hat. Als ich in mein Labor zurückkehrte, legte Ryan eben den Hörer auf. Kaplan redet nicht. Und? Der Typ von der Abteilung Kapitalverbrechen dort drüben meint, er will ihm mal ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Ryan bemerkte, dass ich abgelenkt war. Was ist denn los, Sonnenschein? Ich erzählte ihm von meinem Gespräch mit Blotnik. Eine 5000-Meilen-Reise scheint mir schon ein bisschen übertrieben, meinte Ryan. Ein bisschen? Es gibt Firmen, die sind genau auf so etwas spezialisiert. Wie wär's damit? Ryan legte mir die Hände auf die Schultern. Wir genehmigen uns ein hübsches Abendessen, gehen dann zu dir und schlüpfen vielleicht in etwas, das der Kunst des Tanzes entlehnt wurde. Ich habe die Tap-Pens noch nicht bestellt. Mein Blick wanderte zum Fenster. Ich war beunruhigt und nervös. Und ich wusste nicht, warum. In dieser Nacht träumte ich von dem Mann namens Tovia Blotnik. Er trug eine dunkle Sonnenbrille und einen schwarzen Hut, wie Bill Luschi und Ackroyd in ihren Blues Brothers Filmen. Das Zimmer war dunkel bis auf die Leuchtziffern meines Radioweckers. Ryan neben mir schnarchte leise. Ich schaute auf die Uhr. Fünf Uhr zweiundvierzig. Ich versuchte wieder einzuschlafen. Um sechs Uhr fünfzehn stand ich auf. Draußen im Garten stocherten zwei Spatzen vergeblich im Schnee. Ich wusste, wie sie sich fühlten. Mehr Fragen als Antworten zu dem Skelett. Keine Erkenntnisse in Bezug auf Sylvain Morrisonos Todesursache. Keine Fortschritte in Bezug auf Avram Ferres. Keine Ahnung, warum Jake nicht zurückgerufen hatte. Oder hatte er? Ich holte meine Handtasche und zog mein Handy heraus. Jake hatte angerufen. Zweimal. Verdammt, warum hatte ich es nicht gehört? Ich war mit Ryan beschäftigt gewesen. Jake hatte mir eine schlichte Nachricht hinterlassen. Zweimal, ruf mich an. Ich tippte seine Nummer ein. Er meldete sich sofort. Die Radiocarbonresultate sind da. Das Skelett ist zweitausend Jahre alt, sagte ich. Hast du schon irgendjemand angerufen? Die israelische Altertumsbehörde. Ich musste es tun, Jake. Mit wem hast du gesprochen? Dünnlippig. Tovia Blotnik. Er will jemanden nach Montreal schicken, der die Knochen abholt. Weiß Blotnik, dass du Proben für einen DNS-Test entnommen hast? Nein. Du weißt, dass diese Tests länger dauern werden? Jake ignorierte meine Frage. Weiß er was von dem fremden Zahn? Nein, ich dachte, du willst vielleicht zuerst darüber reden. Jake, da ist noch etwas. Ich erzählte ihm von Morisono. Oh, scheiße. Glaubst du wirklich, dass die Pumpe des Typen einfach versagt hat? Ich weiß es nicht. Schweigen. Und dann hat Blotnik irgendwas von einem Grab oder einem Ossua gesagt? Er erwähnte ein Jakobus Ossua. Wiederschweigen. Tempi, hör mir zu. Hör mir gut zu. Das ist wirklich wichtig. Sag nichts von den DNS-Proben, okay? Kannst du das noch eine Weile für dich behalten? Warum? Und ich will nicht, dass du Blotnik das Gelett gibst. Jake, ich... Bitte, kannst du das für mich tun? Nicht, wenn du mir nicht sagst, was los ist. Warum sollte ich nicht mit der Behörde kooperieren? Ich kann das nicht am Telefon besprechen. Wenn Masada wirklich der Herkunftsort ist, bin ich verpflichtet, Israel das Gelett zurückzugeben. Ich habe keine andere Wahl. Bring es selber. Ich zahle deine Auslagen. Ich kann doch jetzt nicht einfach nach Israel verduften. Warum nicht? Ich kümmere mich um Blotnik. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich die Knochen Jesu habe. Lange Pause. Als Jake sich dann wieder meldete, klang seine Stimme verändert, leise und vorsichtiger. Im Augenblick kann ich nur sagen, dass ich an etwas Großem dran bin. Bitte, Tempi, buch dir einen Flug. Ich hole dich am Ben-Gurion ab. Sag niemandem, dass du kommst. Ich will dir ja deine George-Smiley-Nummer nicht vermasseln, aber... Sag einfach, dass du kommst. Ich denke darüber nach. Ich tat genau das, als Ryan erschien. Er hatte sich eine Jeans angezogen. Nur eine Jeans. Eine Jeans, die weit unter der Hüfte saß. Meine Libido regte sich. Ryan bemerkte es. Ich könnte die Levi's runterlassen, damit du die pikanteren Teile begutachten kannst. Ich verdrehte die Augen. Jake will, dass ich Morisonoskelett nach Israel bringe. Er hat mich ziemlich nachdrücklich darum gebeten. Land der Sonne und des Spaßes. Und der Selbstmordattentäter. Das auch. Willst du nach Israel? Ich will und ich will nicht. Ich liebe Frauen, die wissen, was sie wollen. Dein Institut wird schon nicht gleich implodieren, wenn du für eine Woche verschwindest. Was ist, wenn Katie mich braucht? Ich kam mir sofort blöd vor. Meine Tochter war 24 Jahre alt und tausend Meilen entfernt. Und mit dem Auto in Minuten bei ihrem Vater. Macht Gewalt dich nervös? Ich war schon in gefährlicheren Ländern. Warum fliegst du dann nicht? Darauf hatte ich keine Antwort. Im Institut wurde ich allerdings doch gebraucht. Zwei Jungs hatten in einem Koffer auf dem Dachboden ihres Onkels Knochen gefunden. Die beiden dachten gleich an Cold Case und riefen die Polizei. Die Knochen waren menschlich. Wichtiges Detail. Jeder Knochen zeigte an den Enden winzige Bohrlöcher. In einigen Löchern steckten noch Drahtreste. So ließen sich die Knie mit den Schienen und Wartenbeinen verbinden und die wiederum mit den Fußknochen. Sie verstehen, was ich meine. Der Onkel war ein pensionierter Arzt. Was die Jungs gefunden hatten, war ein Leerskelett. Mein Bericht war um fünf nach neun fertig. Nach dem Mittagessen kehrten meine Gedanken zu Jake und seinen vorsichtigen Andeutungen in Bezug auf eine sensationelle Entdeckung zurück. Was für eine Entdeckung, und warum diese Besorgnis wegen Masada Max wie Ryan das Skelett getauft hatte. Jesus konnte Max auf keinen Fall sein. Max war zum Zeitpunkt seines Todes zu alt gewesen. Oder zu jung, zumindest wenn man Joyce's Theorie folgte. Sowohl Jake wie Blotnick hatten das Jakobus Osuar erwähnt. Da ich neugierig war, surfte ich ein wenig im Netz. Die Suche ergab folgendes. Ein Osuar ist ein kleiner Steinsarg, auch Gebeinkasten genannt. Osuare hatten bei jüdischen Begräbnissen im ersten Jahrhundert eine wichtige Funktion. Die Verstorbenen wurden bestattet, und man ließ sie verrotten. Ein Jahr später wurden die Knochen geborgen und dann endgültig in einem Osuar bestattet. Im gesamten israelischen und palästinensischen Raum wurden tausende von Osuaren entdeckt. Auf dem Antiquitätenmarkt sind diese Gebeinkästen für ein paar hundert Dollar zu haben. Das Jakobus Osuar ist eine Kalksteinkiste aus dem ersten Jahrhundert, mit einer Länge von ungefähr 50 Zentimetern. Sie trägt die aramäische Inschrift, Jakobus, Sohn des Josef, Bruder des Jesus. Als 2002 zum ersten Mal über das Jakobus Osuar berichtet wurde, schlug das ein wie eine Bombe. Der Kasten wurde als erster materieller Hinweis auf den historischen Jesus angepriesen. Okay, das ist eine große Sache. 2003 wurde von der israelischen Altertumsbehörde ein Authentifizierungsausschuss gebildet. Der Ausschuss erklärte den Kasten für echt, die Inschrift jedoch für eine Fälschung. Viele Experten widersprachen und nannten die Arbeit des Ausschusses schlampig, seine Schlussfolgerung voreilig. Was bleibt? Niemand bezweifelt das Alter des Kastens. Einige stellen die Inschrift in Frage zur Gänze oder in Teilen, andere halten das ganze Ding für authentisch. Um zwei kam Ryan vorbei. Er hockte sich mit einem Schenkel auf meinen Schreibtisch und hob die Augenbrauen. Ich meine ebenfalls. Nur so zum Spaß habe ich mal das Kloster überprüft. Bei der Adresse hat sich was Interessantes ergeben. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück. Ein Frère André Gervais hatte heute vor einer Woche im Sicherheitsbüro in Saint-Huyacinthe angerufen. Gervais ist ein Mönch in Saint-Marie-de-Neige? Ryan nickte. Anscheinend waren die Jungs nervös wegen eines Autos mit zwei männlichen Insassen, das innerhalb ihrer Mauern parkte. Saint-Huyacinthe hatte einen Streifenwagen hingeschickt, um der Sache nachzugehen. Ryan hielt kurz inne, um die Spannung zu erhöhen. Sowohl der Fahrer wie der Beifahrer waren palästinensische Staatsangehörige. Jesus Christus. Nein, das andere Team. Ryan warf einen kurzen Blick auf seinen Spiralblock. Jamal Hassan Abu-Jajur. Mohammed Hazman Shalaideh. Das Auto war ein Mietwagen. Was wollten die beiden dort draußen? Behaupteten, sie wären nur auf einer Besichtigungstour und hätten sich verfahren. Beide Männer hatten gültige Pässe, die Namen waren sauber. Die Beamten forderten sie auf, weiterzufahren. Wann war das? Am 1. März. Meine Kopfhaut fing an zu jucken. Drei Tage nach meinem Besuch. Einen Tag vor Morrisonos Tod. Könnte Zufall sein. Davon haben wir zur Zeit aber mehr als genug. Jetzt zu den guten Nachrichten. Lass hören. Herschel Kaplan war in den zwei Jahren vor seinem letzten Knastaufenthalt in Bordeaux 14 Mal in Israel. Außerdem hat sich herausgestellt, dass er ein Cousin von einem von Israels weniger pingeligen Antiquitätenhändlern ist. Nein. Ira Friedman ist der Beamte der Schwerverbrechensabteilung der israelischen Polizei, mit dem ich in Kontakt stehe. Friedman hat Kaplan dazu gebracht, dass er sich ernsthaft Gedanken um seine Zukunft macht. Außerdem hat er meinen Namen erwähnt und angedeutet, dass Kanada sich einige seiner Schecks genauer ansehen will. Raffiniert. Der Plan hat funktioniert. Kaplan hat ein enormes Interesse daran entwickelt, mit seinen Landsleuten zu sprechen. Soll heißen? Mit mir. Und zwar nur mit mir. Der Mann hat gute Instinkte. Ryan grinste breit. Friedman will, dass ich nach Jerusalem komme. Ich bin der Ermittlungsleiter im Ferris Mord und habe deshalb das große Reise losgezogen. Anscheinend sind wir in Israel sehr gefragt. Sollen wir ihn den Gefallen tun? Ja? Warum eigentlich nicht? Einen Vorteil hat es, wenn man in ein Kriegsgebiet fliegt. An Sitzplätzen herrscht kein Mangel. Während ich bei Air Canada buchte, wickelte Dennis Massadamax ein und verstaute ihn in einer Sporttasche. Dann raste ich nach Hause, um die Vogel- und Katerpflege zu organisieren. Wir flogen mit der 19-Uhr-Maschine nach Toronto und Ryan grummelte die ganze Zeit über zu frühe Abflüge und zu lange Wartezeiten. Ryan hätte sich keine Sorgen zu machen brauchen. Unser AC-Flug nach Tel Aviv wurde von El Al durchgeführt und die Sicherheitsvorkehrungen waren strenger als in Los Alamos in den 40ern. Bis wir den Inhalt meiner Sporttasche samt der Begleitpapiere erklärt und nochmal erklärt, die Gepäckkontrolle bis zum letzten Höschen bewältigt und bei einem persönlichen Gespräch unsere Lebensgeschichten und künftigen Ziele ausgebreitet hatten, war es nach zehn. Ryan nutzte die wenigen Minuten, um mit der Dame am Check-in-Schalter zu flirten. Zwischen zwei Kicheranfällen stufte sie uns in die Business-Class hoch. Wir gingen rechtzeitig an Bord. Wir starteten rechtzeitig. Ein Wunder der Luftfahrt. Als wir die Reiseflughöhe erreicht hatten, ließ sich Ryan sein zweites Glas Champagner geben und zwei Zahnreihen blitzten sich an. Bei Langstreckenflügen habe ich eine Routine. Phase 1. Ich trinke den Orangensaft und lese bis zum Essen. Phase 2. Ich esse wenig. Ich habe die unglaublichste Reise in einem verrückten Flugzeug gesehen. Der schlechte Fisch ist mir noch gut in Erinnerung. Phase 3. Ich ziehe mir so viele Filme rein, wie ich brauche, um einzuschlafen. Beim Vorspann seines ersten Films schnarchte Ryan bereits. Ich schaffte es durch Piraten der Karibik, Shrek und bis zur Fensterszene von Arsen und Spitzenhäubchen. Irgendwann in den frühen Morgenstunden dämmerte ich ein. Die Sicherheit in Ben-Gurion war nicht so streng wie in Pearson. Als wir aus dem Zoll kamen, bemerkte ich links von uns einen Mann, der an der Wand lehnte. Er hatte zottige Haare und trug einen Wollpullover, Jeans und Turnschuhe. Bis auf die buschigen Brauen und ein paar zusätzliche Jahre war der Mann ein Doppelgänger Gilligans. Gilligan verfolgte uns mit den Augen. Ich stieß Ryan an. Ich habe ihn gesehen, sagte Ryan, ohne innezuhalten. Der Kerl sieht aus wie Gilligan. Ryan schaute mich fragend an. Aus Gilligans Insel. Ich habe diese Serie schon immer gehasst. Gilligan versuchte erst gar nicht, sein Interesse an uns zu verhehlen. Als wir wenige Meter vor ihm waren, trat er in Aktion. »Shalom.« »Shalom«, sagte Ryan. »Detective Ryan?« »Wer fragt das?« »Ihra Friedman.« Friedman streckte die Hand aus. Ryan schüttelte sie. »Willkommen in Israel.« Ryan stellte mich vor. Friedman führte uns nach draußen und zu einem weißen Ford Escort, der illegal in einer Taxizone parkte. Ryan lud das Gepäck ein, öffnete die Beifahrertür und bot mir den Vordersitz an. Ryan ist 1,85 groß, ich 1,63. Ich entschied mich für den Fonds. Unterwegs brachte Friedman Ryan auf den neuesten Stand. Jemand ziemlich weit oben in ihrer Nahrungskette hat jemanden aus dem Außenamt angerufen, der dann wieder einen unserer ranghohen Polizeirepräsentanten für die USA und Kanada angerufen hat. Normalerweise verläuft so eine Anfrage im Sande. Wir haben ja meistens nichts, was wir den Verdächtigen fragen könnten. Kein Detailwissen über das Verbrechen. »Aber Kaplan war so freundlich, eine Halskette zu klauen,« sagte Ryan. »Einen herodischen Schäkel an einer Goldkette.« Friedman schnaubte. »So ein Trottel. Das Ding war nicht mal echt.« »Wie lange können Sie ihn festhalten?« »24 Stunden, und die sind rum.« »Mit ein paar fantasievollen Argumenten kann ich es auf 48 Stunden ausdehnen, und dann heißt es Anklage erheben oder ihn laufen lassen.« Nach unzähligen Kurven funkelte plötzlich Jerusalem vor uns. Ein Vanillewaffelmond streifte die Spitze des Tempelbergs und tauchte die Altstadt in einen bernsteinfarbenen Schein. Eine Viertelstunde nach dem ersten Blick auf Jerusalem waren wir mitten in der Stadt. Ryan hatte uns Zimmer im American Colony gebucht, ein ehemaliges herrschaftliches Haus im türkischen Stil, das man zu einem Hotel umgebaut hatte. Es lag in Ost-Jerusalem. Er hatte sich gedacht, arabischer Sektor, keine Bomben. Friedman stieg aus und holte unser Gepäck. »Hunger?« Wir nickten beide. »Ich bin in der Bar.« Friedman knallte den Kofferraum zu. »Im Untergeschoss.« Ryan hatte gut gewählt. Das American Colony bedeutete Antiquitäten, Lüster, Wandteppiche und gehämmerte Bronze. Nichts fehlte bis auf den Pasha persönlich. Wir wurden erwartet. Der Check-in ging schnell. Mein Zimmer hielt alles, was die Lobby versprach. Verspiegelter Kleiderschrank, Perser-Teppich. Am liebsten hätte ich geduscht und mich in das Himmelbett gelegt. Stattdessen bürstete ich mir Zähne und Haare und eilte nach unten. Ryan und Friedman saßen bereits an einem niedrigen Tisch in einer Nische. Jeder hatte eine Flasche Thai-Bier vor sich stehen. Ryan berichtete Friedman von der Ferris-Ermittlung. Friedman wandte sich mir zu. Ich bin mir sicher, das war mein Fehler, aber ihre Verbindung zu dem Fall habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ich berichtete, wie ich von Kaplan das Foto und von Morisono das Skelett erhalten hatte und erwähnte auch meinen Anruf bei der Israelischen Altertumsbehörde. Und dieser Drum meinte, sie sollten sich bedeckt halten, wenn sie hierher kommen? Jake riet mir, ich sollte mit niemandem in Israel Kontakt aufnehmen, bevor ich mich nicht mit ihm getroffen hätte. Friedman trank sein Bier aus. Als er dann wieder sprach, klang seine Stimme flach, als wollte er nicht sagen, was er wirklich dachte. Der Rat ihres Freundes ist vernünftig. Vernünftig? Aber wie sich zeigen sollte, auch vergeblich. 5.20 Uhr morgens. Gott ist groß, rief der Muezzin auf Arabisch. Gebet ist besser als Schlaf. Ich war mir da nicht so sicher. Um sechs stand ich auf, duschte und ging hinunter ins Restaurant, weil ich hoffte, dass Ryan ebenfalls schon so früh auf war. Außerdem hoffte ich, er habe sich inzwischen mit der Tatsache abgefunden, dass ich in 304 untergebracht war und er am anderen Ende des Ganges in 307. Ich hatte auf getrennten Zimmern bestanden mit der Begründung, dass wir in offizieller Mission nach Israel reisten. Ryan war anderer Meinung gewesen. Ich hatte mich durchgesetzt. Ryan saß an einem Tisch und starrte missmutig auf seinen Teller. Wie kann jemand auf die Idee kommen, zum Frühstück Oliven zu servieren? Ryans Ton deutete darauf hin, dass er noch mehr unter Jetlag litt als ich. Magst du keine Oliven? Erst nach fünf am Nachmittag. Ryan machte sich über einen Berg Eier her, der so groß war wie der Mount Rushmore. In Gin. Da ich annahm, dass es für eine intelligente Unterhaltung noch zu früh war, konzentrierte ich mich auf Hummus und Käse. Fährst du gleich mit Friedman los, um Kaplan zu verhören, fragte ich, als der Mount Rushmore nur noch ein Buckel war. Ryan nickte und schaute auf die Uhr. Und Masada Max geht an Blotnik? fragte er. Ja, aber ich habe Jake versprochen, mich zuerst mit ihm zu treffen. Er wird jeden Augenblick hier sein, und dann fahren wir gemeinsam zur Behörde. Ryan stürzte den Rest seines Kaffees herunter. Seien Sie da draußen vorsichtig, Soldat. Ich legte zackig zwei Finger an die Stirn. Verstanden, Sir. Ryan erwiderte den Gruß und verließ das Restaurant. Um sieben kam Jake. Hast du Stiefel dabei? fragte er und ließ sich auf den Stuhl fallen, den Ryan eben geräumt hatte. Für den Besuch bei Blotnik? Ich will dir etwas zeigen. Ich bin hier, um ein Skelett abzuliefern, Jake. Ich will, dass du dir das zuerst ansiehst. Und ich will, dass du mir zuerst sagst, was eigentlich los ist, Jake nickte. Heute noch. Es kam lauter heraus, als ich beabsichtigt hatte. Oder war es doch beabsichtigt? Kannst du die Knochen in deinem Zimmer safe einschließen? Jake's Stimme war kaum lauter als ein Flüstern. Ich schüttelte den Kopf. Zu klein. Dann nimm sie mit. Wehe, das ist nicht wirklich wichtig. Jake deutete auf meine Füße. Stiefel. Auf der Fahrt durch die Stadt erzählte Jake mir die merkwürdige Geschichte des Jakobus aus Soars. Keiner bestreitet die Echtheit des Kastens. Das Problematische ist die Inschrift. Die israelische Altertumsbehörde hat es zur Fälschung erklärt. Andere sagen, der Bruder von Jesus Teil sei echt. Der Jakobus Sohn des Josef Teil sei später hinzugefügt worden. Andere glauben genau das Gegenteil, dass der Jesus Teil später hinzugefügt wurde. Und wieder andere glauben, der Jesus Teil sei gefälscht worden. Warum? Um den Wert des Osuars auf dem Antiquitätenmarkt in die Höhe zu treiben. Wer ist der Besitzer? Ein israelischer Antiquitätensammler namens Odet Golan. Golan behauptet, man habe ihm beim Kauf gesagt, dass Osuar stamme aus einem Grab in Silvan. Jake deutete mit dem Daumen zu meinem Fenster. Wir sind jetzt in den Außenbezirken von Silvan. Jake musterte die Autos vor und hinter uns. Seine Nervosität machte auch mich unruhig. Da gibt's nur ein Problem. Das Osuar ist nicht dokumentiert als archäologisch geborgenes Artefakt aus Silvan oder von sonst wo in Israel. »Du glaubst, es stammt aus einer Raubgrabung?« »Nicht doch, was du schon wieder denkst.« Jake's Stimme triefte vor Sarkasmus. Dann deutete er durch die Windschutzscheibe auf einen Hügel, der steil vom Straßenrand in die Höhe ragte. »Der Ölberg.« »Wir sind um die Ostseite herumgekommen und fahren jetzt an der Südflanke entlang.« Eine Krähe landete, als wir parkten. »Ich habe ein komisches Gefühl, was Morrisonos Tod angeht,« sagte ich. »Du solltest dein Augenmerk nicht auf die Moslems richten.« »Auf wen würdest du es denn richten?« »Ernsthaft?« Jake drehte sich mir zu. Ich nickte. »Auf den Vatikan.« »Ich konnte nicht anders, ich musste lachen.« »Du klingst wie eine Figur aus Sakrileg.« Jake sagte nichts. »Ich höre,« sagte ich und lehnte mich zurück. »Du hast eine katholische Erziehung genossen?« »Habe ich, ja.« »Haben die guten Schwestern dich gelehrt, dass Jesus Geschwister hatte?« »Nein.« »Natürlich nicht.« »Das ist der Grund, warum dem Papst das Jakobus Ossoir so in die Hose fährt.« Die Metapher war etwas schief. »Die römisch-katholische Kirche kriegt einen Steifen, wenn es um die jungfräuliche Geburt geht.« »Über die dachte ich lieber gar nicht nach.« »Und das ist blöd.« »Das Neue Testament ist voller Hinweise auf Geschwister Jesu.« In der Zeit Jesu wäre Jungfräulichkeit nach der Ehe undenkbar gewesen, eine Verletzung des jüdischen Gesetzes. So etwas gab es einfach nicht. Jakobus und die anderen hätten also durchaus spätere Kinder Marias sein können. Im Matthäus-Evangelium heißt es ganz eindeutig, dass Josef nach Jesu Geburt Maria erkannte. Er benutzte das Wort im biblischen Sinne, wobei Josef nicht der einzige Kandidat für die Vaterschaft von Jesu Geschwistern ist. Sobald Jesus erwachsen ist, verschwindet Josef völlig. Man hört nie wieder was von dem Kerl. Es kann also sein, dass Maria noch einmal heiratete? Falls Josef gestorben wäre oder sie verlassen hätte, hätte man das von ihr erwartet. Jetzt verstand ich das Dilemma für die katholische Kirche. Ob nun von Josef oder von einem anderen Mann, vieles deutet darauf hin, dass Maria noch andere Kinder gebar. Und eins davon war Jakobus. Wenn also das Jakobus-Ossua echt ist, dann stellt das, das gesamte Konstrukt der ewigen Jungfräulichkeit, infrage und in Verbindung damit vielleicht sogar das Konzept der jungfräulichen Geburt. Wieder einmal schnaubte Jake. Der heilige Hieronymus und seine Kumpel haben sich das im vierten Jahrhundert ausgedacht. Jesu Gefährtin Maria Magdalena wurde zu einer Prostituierten. Jesu Mutter wurde zu einer Jungfrau. Gute Frauen haben keinen Sex. Schlechte Frauen schon. Der Gedanke gefiel dem Frauen hassenden männlichen Ego. Die Idee wurde zum Dogma und der Vatikan propagiert sie bis zum heutigen Tag. Wenn also das Jakobus-Ossua echt ist und in dem Kasten tatsächlich der Bruder Jesu lag, dann ist der Vatikan in Erklärungsnöten. Darauf kannst du Gift nehmen. Was hat das Jakobus-Ossua mit Morissounos-Skelett zu tun? Jake zögerte. Ich bin mir nicht ganz sicher, noch nicht, aber es gibt einen interessanten Nebenaspekt. Odette Golan arbeitete als Freiwilliger in Masada. Für Jäger Iliadin, fragte ich. Jake nickte. Gehen wir. Wohin? Zum Familiengrab Jesu. Bevor ich reagieren konnte, stieg Jake aus dem Transporter. Die Krähen schrien verärgert und flatterten auf. Jake griff hinter seinen Sitz und steckte diverse Dinge aus seinem Rucksack ins Außenfach meiner Sporttasche. Dann hob er sich die Tasche auf die Schulter, schaute sich noch einmal um, sperrte die Fahrertür zu und ging los. Ich folgte ihm und eine Kaskade von Fragen rauschte mir durchs Hirn. Das Familiengrab Jesu? Im Fall einer Authentifizierung wäre ein solcher Fund eine Riesensensation. CNN, BBC, ein Weltereignis. Was für einen Beweis hatte Jake? Warum hatte er es mir erst jetzt erzählt? Ich spürte Angst. Ich spürte Ehrfurcht. Ich spürte heftige Aufregung. Nach zehn Metern den Hügel hinunter blieb Jake auf einer Felskante stehen. Wir stehen jetzt am Rand des Kidron-Tals, Jake deutete auf die Schlucht zu unseren Füßen. Das Kidron trennt den Tempelberg vom Ölberg auf der Ostseite der Stadt. Jake deutete in die entsprechende Richtung. Diese Hügel sind wie Waben von uralten Grabstätten durchlöchert. Ich bringe dich jetzt zu einem, das vor ein paar Jahren bei palästinensischen Straßenbauarbeiten entdeckt wurde. Wie weit unten im Tal? Ziemlich weit unten. Jake packte einen Busch und schwang sich von der Felskante. Ich hockte mich hin, packte denselben Busch, streckte die Beine aus und schwang mich dann bäuchlings über den Rand. Als ich erdreich unter meinen Füßen spürte, ließ ich den Busch los, drehte mich um und trippelte behutsam den Abhang hinunter. Die Sonne stieg in einen strahlend blauen Himmel. Ich fing in meiner Windjacke an zu schwitzen. Die beiden Männer im Auto vor Labbe St. Marie de Neige gingen mir nicht aus dem Kopf. Falls es jemand auf uns abgesehen hätte, wären wir hier eine leichte Beute. Bei einem Blick nach oben entdeckte ich einen Mann, der auf einem Pfad am Klippenrand ging. Mein Herz fing an zu rasen. Ein Attentäter? Ein Mann, der auf einem Pfad am Klippenrand ging? Ich schaute nach unten. Jakes Vorsprung wurde immer größer. Ich legte ein wenig Tempo zu. Jake hatte recht gehabt. Das Grab lag ziemlich weit unten am Abhang. Als ich ankam, kauerte er vor einem Felsauswuchs und spähte in eine rechteckige Öffnung, etwa von der Größe einer Mikrowelle. Ich sah, wie er ein Blatt Papier zusammenrollte, ein Ende anzündete und die Behelfsfackel in die Öffnung steckte. Oh Gott. Ich schloss die Augen und versuchte, mich zu beruhigen. Ich nahm einen tiefen Atemzug, einen zweiten, einen dritten. Als ich den Kopf wieder hob, schaute Jake mich merkwürdig an. Ich bin ein bisschen klaustrophobisch. Die Untertreibung des Jahrzehnts. Wir müssen da nicht reingehen, sagte Jake. Wenn wir schon mal da sind. Jake machte ein skeptisches Gesicht. Ich bin ganz in Ordnung. Die Übertreibung des Jahrzehnts. Die Luft ist okay, sagte Jake. Was kann man dann mehr verlangen, sagte ich. Ich gehe zuerst rein, sagte Jake. Er rutschte den Abhang hinunter und verschwand mit den Füßen zuerst. Gib mir die Knochen. Seine Stimme drang gedämpft und hol aus dem Loch. Mein Herzschlag beschleunigte sich erneut, als ich mit der Tasche hantierte. Ich atmete regelmäßig, bis er sich wieder beruhigte. Kommen Sie runter zu uns. Fehlte noch die Quizshowmusik. Ich drehte mich auf den Bauch und schob die Füße in die Dunkelheit. Jake fasste mich an den Knöcheln. Ich schob mich nach unten, bis ich seine Hände an meiner Taille spürte. Alles okay mit dir? fragte Jake. Bestens. Jake schaltete seine Taschenlampe an. Die Höhle maßt ungefähr drei Meter im Quadrat und die Decke war so niedrig, dass wir uns ducken mussten. Die Luft roch wie eine Mischung aus Schlamm und Ammoniak. Jake Strahl zuckte hierhin und dorthin, er wirkte gelblich und unstet und nicht sehr ermutigend. Als meine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, konnte ich Details ausmachen. Der Grabeingang lag im Osten, der Altstadt gegenüber. In den nördlichen, westlichen und südlichen Wänden waren einige längliche Nischen zu erkennen, jede etwa 60 Zentimeter breit. Einige der Nischen waren mit Steinplatten verschlossen, die meisten jedoch standen weit offen. Diese kleinen Kammern nennt man Loculi, sagte Jake. Dieses Grab hat noch ein Untergeschoss. Jake richtete seine Lampe auf eine Öffnung, die ich ursprünglich für ein Loculus gehalten hatte. Der Strahl verschwand in völliger Dunkelheit. Traust du dich in den Keller, wenn ich dich unten fange? Mach schon, sagte ich schnell, weil ich meiner Amygdala keine Zeit zum Reagieren geben wollte. Jake drehte sich auf den Bauch, schob die Beine in den Tunnel und wandte sich hindurch. Ich schloss die Augen und machte dasselbe. Ich spürte Hände. Ich spürte festen Boden, ich schaffte eine saubere Landung. Ein gelber Kegel durchschnitt die Schwärze. Sind das eigentlich neue Batterien, fragte ich. Relativ. Hier unten war der Ammoniakgeruch stärker. Ich erkannte, was es war. Urin. Du sagst, dass es Tausende solcher Gräber gibt? Meine Stimme klang in diesem unterirdischen Hohlraum tot. Die meisten wurden schon vor langer Zeit ausgeraubt. Über das da bin ich gestolpert, als ich im Herbst 2002 eine Exkursion mit Studenten machte. Ein Junge entdeckte die Öffnung und sah, dass davor Artefakte verstreut lagen. Es war offensichtlich, dass erst kurz zuvor Plünderer zugeschlagen hatten. Also informierten wir die israelische Altertumsbehörde. Du hast eine vollständige Ausgrabung durchgeführt? Kaum. Der Archäologe der Behörde hätte nicht weniger beeindruckt sein können. Er meinte, da gäbe es nichts mehr, was schützenswert sei, und hat uns dann uns selber überlassen. Wir retteten, was wir konnten. Du glaubst, dass das Ossua von hier gestohlen wurde? Das ergibt zumindest einen Sinn. Angeblich kam das Ossua von irgendwo in der Nähe von Silvan. Binnen zwei Jahren nach der Plünderung dieses Grabs war das Ossua öffentlich präsentiert. Falls das Jakobus-Ossua aus diesem Grab kam, würde das darauf hindeuten, dass dies der Ort ist, an dem der Bruder Jesu begraben wurde. Ja. Wodurch das zum Familiengrab Jesu wird. Beeindruckend war es. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also sagte ich nichts. Wir haben zwölf Gebeinkästen gefunden, alle zertrümmert, die Überreste verstreut. Überreste? Knochen. Jake stützte sich auf ein Knie und hob das andere. Seine Bewegung ließ Schatten über die Wände tanzen. Aber das Beste kommt erst noch. Golan's Jakobus-Ossua zeigt sehr kunstvolle Detailarbeiten, und die Motive gleichen denen der Kästen, die wir hier gefunden haben, aufs Haar. Und dazu kommt noch... Jake riss den Kopf in die Höhe. Was ist? Seine Finger umklammerten meinen Arm. Was ist denn, zischte ich? Jake schaltete die Lampe aus und hielt mir seinen Zeigefinger an die Lippen. Eis strömte durch meine Adern. Hatte man uns verfolgt? Wie einfach wäre es doch, den Eingang zu blockieren. Mit pochendem Herzen horchte ich nach dem leisesten Geräusch. Nichts. Falscher Alarm, flüsterte Jake nach einer Ewigkeit. Aber wir haben die Knochen in der oberen Kammer gelassen. Ich werde sie holen. Können wir jetzt nicht einfach zur Behörde fahren? Wenn ich dir erzähle, was wir hier sonst noch gefunden haben, wirst du alles sehen wollen. Und du wirst dir anschauen wollen, was ich in meinem Labor habe. Es ist erstaunlich. Jake gab mir die Taschenlampe. Bin gleich zurück. Ich schaute zu, wie Jake sich in dem Tunnel hochstemmte und hoffte, ich hatte genug Muskelkraft, um es ihm nachzutun. Als seine Stiefel verschwunden waren, kroch ich an der Wand, vor der ich kauerte, entlang und richtete den Strahl in den ersten Loculus. Leer. Aber der staubbedeckte Boden war furchig und zerkratzt. Jake's Studenten? Die Plünderer? Ich bewegte mich an der Wand entlang, bog ab und nahm mir die nächste vor. Dasselbe in jedem Loculus. Die Luft war feucht und kalt. Das schweißnasse T-Shirt unter meiner Windjacke klebte mir am Rücken. Ich fing an zu zittern. Wo zum Teufel war Jake? Jake! rief ich nach oben. Keine Antwort. Kontrolliert wahrscheinlich die Umgebung, murmelte ich gegen die Stille an. Ich bewegte mich an der Südwand entlang, als der Strahl erst schwächer, dann stärker und dann noch einmal schwächer wurde und ganz ausging. Tintige Schwärze. Ich schüttelte die Taschenlampe. Nicht einmal ein Flackern. Ich schüttelte sie noch einmal. Nichts. Dann hörte ich etwas hinter mir. Hatte ich es mir nur eingebildet? Ich hielt den Atem an. Ein, zwei, drei. Dann hörte ich es wieder. Ein Geräusch, als würde etwas Weiches über Stein reiben. Oh Gott! Ich war nicht allein. Ich erstarrte. Knurren? Schnurren? Ächzen? Bevor ich es einordnen konnte, verschwand das Geräusch wieder. Ich schob den Schalter der Taschenlampe nach oben. Nichts. Schob ihn nach unten. Wieder nichts. Mit weit aufgerissenen Augen suchte ich meine Umgebung ab. Schwärze. Ich war wie erstarrt. Hatte Angst, mich zu bewegen. Angst, zu bleiben, wo ich war. Dann hörte ich es wieder. Halb knurren. Halb grollen. Meine Finger umklammerten die Taschenlampe. Immerhin ein Knüppel. Irgendetwas scharrte auf Stein. Klauen? Kalte Angst schoss mir durch die Nervenbahnen. Ich schüttelte die Taschenlampe. Die Batterien klapperten, aber die Lampe blieb dunkel. Ich schüttelte fester. Ein schwacher, gelber Kegel fraß sich in die Dunkelheit. Ich drehte mich langsam um und beleuchtete die Ecke hinter mir. Augen glühten tief in der Nische, die Pupillen rund und rot wie Neonpreiselbeeren, darunter der Umriss einer narbigen Schnauze. Wilder Hund, Fuchs, Hyäne, Schakal. Der Schakal stand mit gesenktem Kopf da. Das Tier war ausgezehrt, aber der Bauch hing durch. Oh Gott, ich war im Untergrund gefangen mit einem hungrigen Schakal. Wahrscheinlich einem schwangeren Weibchen. Wo war Jake? Was sollte ich tun? Ich konnte nicht auf Jake warten. Ich musste etwas tun. Jetzt! Ich steckte mir die Taschenlampe in den Hosenbund, drehte mich um und kroch auf den Tunnel. Ich packte zwei Steine, die an entgegengesetzten Enden des Tunnels vorstanden. Mich mit den Füßen abstoßend und mit den Händen ziehend, stemmte ich mich mit aller Kraft nach oben. Meine rechte Fußstütze hielt, die linke brach ab. Ich rutschte den Tunnel wieder hinunter und knallte auf den Boden. Schmerz schoss mir in Schulter und Rücken. Das Grab wurde schwarz, mein Herz raste. Genau in diesem Augenblick gaben die Batterien ihren Geist auf. Über meinem Kopf hörte ich eine Bewegung. Mit Tränenkämpfen schüttelte ich die Taschenlampe. Sie sprang wieder an. Ich schwenkte den Strahl nach oben. In der westlichen Wand befanden sich die Loculi einer über dem anderen. Der Schakal kauerte in einer der oberen Nischen. Als mein Strahl das Weibchen traf, blickte es die Zähne und knurrte. Unsere Blicke trafen sich. Die Augen des Schakalweibchens waren rund und glänzend. Eine plötzliche Erkenntnis. Auch der Schakal fühlte sich gefangen. Auch er wollte hinaus. Ich versperrte den Ausgang. Wir starrten einander an. Ich starrte einen Sekundenbruchteil länger. Fauchend sprang der Schakal mich an. Ich reagierte ohne nachzudenken, ließ mich auf den Boden fallen, legte die Arme um den Kopf und rollte mich zusammen. Pfoten tappten über meine Brust und bewegten sich auf die Kehle zu. Weil ich einen Biss erwartete, drückte ich das Kinn an die Brust und verschränkte die Arme. Dann plötzlich ein schweres Gewicht auf meinem Torso, Fell, das meinen Kopf streifte und auf einmal nichts mehr. Der Schakal war über mich hinweg und nach oben gesprungen. Ich ließ ihm Zeit, sich aus dem Staub zu machen, und kroch dann auf den Tunnel zu. Ein paar Steine waren herausgebrochen und versperrten jetzt den Eingang, aber keiner davon war so groß, dass ich ihn nicht hätte bewegen können. Nach zwei Minuten Steine schleppen und rollen stellte ich meine Füße wieder so hin wie zuvor und zog mich nach oben. Und spürte plötzlich, dass meine Hüfte etwas abbekommen hatte. Klasse. Noch ein Sturz und ich würde sehr lange hier unten liegen. Ich ließ mich zurücksinken und testete meine Beine. Als ich von einem Fuß auf den anderen trat, schwenkte meine Taschenlampe nach oben und erfasste einen Hohlraum, aus dem Steine herausgebrochen waren. Ich ließ den Strahl langsam über den Riß wandern. Er sah tief aus. Zu tief. Ich stand auf und zwängte mich in den Tunnel, um mir den Riß genauer anzusehen. Der Riß war nicht nur ein Riß. Er war eine richtige Höhlung. Ich richtete den Strahl hinein und starrte in den Hohlraum. Es dauerte einen Augenblick, bis meine Augen es registrierten, und einen zweiten, bis ich begriff. Oh mein Gott. Das musste ich Jake zeigen. Plötzlich waren alle Verletzungen vergessen und ich zog mich in die obere Kammer. Jake war nirgends zu sehen. Ohne auf die Proteste von Schulter und Hüfte zu achten, kauerte ich mich auf den Boden und ließ den Lampenstrahl durch die Kammer wandern. In der Dunkelheit eines nördlichen Loculus blitzte blau auf. Was zum Teufel? Dann fiel es mir wieder ein. Ich hielt das Licht darauf. Ich hatte recht. Die Sporttasche. Aber warum? Wo war Jake? Jake? Jetzt in voller Lautstärke. In diesem Augenblick hörte ich das erste Geräusch seit dem Verlassen des Tunnels. Ich erstarrte und hielt den Kopf schief. Eine gedämpfte Stimme. Noch eine. Rufen. Jakes Stimme. Wörter, die ich nicht verstand. Hebräisch? Noch mehr Wörter, die mir nicht sagten. Wütende Wörter. Ein dumpfer Schlag noch einer. Schnell näher kommende Schritte. Die Schwärze wurde noch schwärzer. Ich schaute zum Eingang. Beine verdunkelten das kleine, eben noch sonnenhelle Quadrat. Einen Herzschlag später schnellten Stiefel in das Grab. Ein Körper folgte. Ein großer Körper. Ich umklammerte die Taschenlampe und hob sie zum Schlag. Mein Strahl beleuchtete Kokospalmen auf Waikiki-Blau. Zum ersten Mal, seit ich die Beine gesehen hatte, atmete ich wieder. Draußen waren Schüsse zu hören. Was zum Teufel ist denn da los? Die gottverdammte Knochenpolizei. Jake keuchte vor Anstrengung. Ich wartete auf eine Erklärung. Die Ultraorthodoxen in Truppenstärke. Warum? Sie glauben, wir haben hier drin menschliche Knochen. Wir haben ja wirklich menschliche Knochen hier drin. Sie wollen sie. Das ist doch Wahnsinn, sagte ich, nachdem ich ein paar Augenblicke dem Geschrei draußen zugehört hatte. Diese Trottel tauchen die ganze Zeit bei Ausgrabungen auf. Warum? Um Ärger zu machen. Scheiße, oft brauchen wir die Polizei nur, damit wir unsere Arbeit machen können. Draußen verstummten die Stimmen allmählich. Irgendwie fand ich die Stille noch beunruhigender als das Geschrei. Ich erzählte Jake von dem Schakal. Tut mir leid, sagte Jake. Ich hätte nachsehen sollen, bevor ich runterkam. Ich stimmte ihm mit ganzem Herzen zu. Die Stille vor dem Grab dauerte an. Ich richtete die Taschenlampe auf meine Uhr. Neun Uhr siebzehn. Wie ist in Israel die Gesetzeslage in Bezug auf menschliche Überreste, fragte ich mit Flüsterstimme. Knochen können ausgegraben werden, wenn sie ansonsten durch Erschließungsarbeiten oder Plünderungen zerstört wurden. Nachdem sie untersucht wurden, müssen sie dem Ministerium für religiöse Angelegenheiten für eine Wiederbestattung übergeben werden. Klingt vernünftig. Indianische Überreste in Nordamerika werden durch ähnliche Vorschriften geschützt. Diese Fanatiker sind der Vernunft nicht zugänglich. Sie glauben, dass das jüdische Gesetz bei einem Juden jede Störung der Totenruhe verbietet. Punkt. Und die sind immer noch da draußen? Wahrscheinlich. Ich wollte eben vorschlagen, mal nachzusehen, ob die Luft rein sei, als draußen ein Mann rief. Assur! Ein anderer nahm den Ruf auf. Assur! Mir wurde flau im Magen. Die Männer waren jetzt sehr nahe auf der Hügelflanke vor dem Grab. Ich schaute Jake an. Verboten, übersetzte er. Irgendetwas prallte von dem Felsauswuchs über dem Grabeingang ab. Sie bewerfen uns mit Steinen? Wieder hörte ich etwas den Fels treffen. Sie sagen, wir sind Kinder des Teufels, erklärte Jake. Wie viele sind da draußen? Mehrere Autos voll. Ein faustgroßer Stein traf den Rand des Eingangs. Assur! Assur! Es war inzwischen ein Sprechgesang geworden. Ich schaue mal nach, sagte Jake. Sei vorsichtig, erwiderte ich, weil mir nichts Besseres einfiel. Was nun geschah, geschah sehr schnell. Der Sprechgesang zersplitterte in einzelne Schreie. Shalom Aleichem! Jake wünschte den Männern Frieden. Wütende Stimmen schrien zurück. Mit einem grässlichen Krachen traf Stein auf Knochen. Jake's Rücken krümmte sich, ein Bein schnellte nach hinten, und dann sackte er zu Boden. Jake! Ich kroch auf allen Vieren zu ihm. Jake's Kopf lag draußen, Schulter und der Rest des Körpers waren im Grab. Jake! Keine Reaktion. Ich spürte einen Puls, schwach zwar, aber regelmäßig. Blut sprengelte sein Ohr und funkelte auf dem sonnenhellen Gras. Kalte Angst schoss durch meine Adern. Draußen fing der Sprechgesang wieder an. Kein uraltes Geheimnis war den Verlust eines Lebens wert. Jake brauchte medizinische Hilfe. Zentimeter um Zentimeter zerrte ich Jake in den Schutz des Grabs. Dann fiel es mir ein. Jake's Handy. Ich tastete Jake's Hemdtasche ab, dann die vorderen und hinteren Taschen seiner Jeans und jede zugängliche Öffnung in seiner Tarnweste. Kein Handy. Verdammt. Die Sporttasche. Ich riss das Handy heraus und klappte es auf. Das kleine Display ließ eine neonblaue Begrüßung aufblinken. Was sollte ich wählen? 9-1-1. Ich hatte keine Ahnung, wie die Notrufnummer in Israel lautete. Schließlich klickte ich mir Jake's Nummernverzeichnis heran, wählte einen lokalen Eintrag und drückte auf Senden. Der Monitor zeigte die Nummer und das Wort Verbinden. Ich hörte einige Piepstöne, dann einen langen Piepser und wieder blinkte das Begrüßungssignal auf. Ich versuchte es noch einmal. Mit demselben Ergebnis. Verdammt. Zu tief im Fels für ein Netz. Ich wollte es eben ein drittes Mal probieren, als Jake aufstöhnte. Ich steckte das Handy in die Tasche und kroch zu ihm. Eine dünne Blutspur lief ihm von einem Riss in der Stirn über die rechte Gesichtshälfte. Was ist passiert? Benommen. Sie haben dich mit einem Stein am Kopf getroffen. Wir müssen hier raus. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Ist die Tasche noch im Loculus? Ja. Während ich die Lampe hielt, kroch Jake nicht zum Eingang, sondern zur nördlichen Wand, rollte einen großen Stein zu dem Loculus mit Masada Max und klemmte ihn in die Öffnung. Dann mal los, sagte er und kam wieder zu mir. Meinst du, Sie kommen hier rein? Vielleicht. Aber mit dem Ding würden wir nie an Ihnen vorbei zum Auto kommen. Werden Sie die Sporttasche entdecken? Ich könnte sie ins Untergeschoss bringen. Zum ersten Mal, seit ich in die obere Höhle zurückgeklettert war, dachte ich wieder an das, was ich unten entdeckt hatte. Lassen wir die Tasche lieber im Loculus und hoffen, dass Sie ihn nicht entdecken. Falls Sie hier reinkommen, will ich nicht, dass Sie auch noch da unten herumschnüffeln. Ich erkläre es dir, wenn wir im Auto sind. Aber wie schaffen wir das? Wir klettern einfach raus. Einfach so? Wenn Sie sehen, dass ich verletzt bin, lassen Sie uns wahrscheinlich in Ruhe. Sie werden außerdem sehen, dass wir mit leeren Händen kommen. Das außerdem. Meinst du, Sie haben die Sporttasche gesehen? Keine Ahnung. Bist du soweit? Ich nickte und schaltete die Taschenlampe aus. Jake streckte den Kopf durch die Öffnung und rief. Das plötzliche Sonnenlicht war blind und grill. Meine Pupillen wurden zu Stecknadelköpfen. Ich kniff die Augen zusammen. Als ich sie wieder öffnete, hatte ich eine der merkwürdigsten Szenen vor mir, die ich je gesehen hatte. Unsere Angreifer trugen breitkrempige Hüte und schwarze Anzüge mit langen Rücken. Fast alle hatten sie Bärte und Schläfenlocken, und einer wirkte erregter und wütender als der andere. Nach einigen Minuten erhitzten Dialogs konzentrierte Jake sich auf einen Grauhaarigen, der der Anführer zu sein schien, wahrscheinlich ein Rabbi. Während die beiden sprachen, blieben die anderen stumm. Der Rabbi keifte, das Gesicht puterrot, den Zeigefinger drohend ausgestreckt. Nach ergebnislosen zehn Minuten hob Jake die Hände zur Energie, die »Ich gebe auf« bedeutete. Dann drehte er sich zu mir um und sagte, »Das ist sinnlos. Wir verschwinden von hier.« Wir setzten uns in Bewegung und gingen in einem Bogen nach links. Der Rabbi brüllte einen Befehl, und das Bataillon spaltete sich auf. Die rechte Flanke blieb am Grab, die linke folgte Jake und mir. Mit langen Schritten stieg Jake aus dem Kidron-Tal hinaus, ich folgte ihm allerdings mit zwei Schritten, wenn er einen machte. Meter um Meter kletterte ich, keuchend, schwitzend, mich immer wieder an Felsen, Ranken, Büschen festhaltend. Meine Hüfte kreischte. Zum Glück verbrachten unsere Verfolger ihre Tage in Tempeln, nicht in Fitnessstudios. Als Jake und ich den Klippenrand erreichten, hatten wir einen guten Vorsprung. Jakes Transporter stand noch dort, wo wir ihn verlassen hatten, allerdings existierte das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr. Beide Türen waren offen, und Papiere, Bücher und Kleidungsstücke lagen auf dem Boden verstreut. Innerhalb weniger Sekunden hatten wir alles zusammengerafft. Die ersten schwarzen Hüte tauchten auf, als Jake den Schlüssel umdrehte, den Gang einlegte und aufs Gas trat. Als wir die Asphaltstraße erreicht hatten, fuhr Jake langsamer und legte mir beruhigend die Hand auf den Arm. »Glaubst du, dass sie uns verfolgen?«, fragte ich. Jakes Finger schlossen sich um meinen Arm wie ein Schraubstock. Ich drehte mich ihm zu. Und wieder durchzuckte mich Angst. Jakes Linke umklammerte das Lenkrad fest, viel zu fest. Sein Gesicht war fahl, und sein Atem kam in kurzen, flachen Stößen. »Alles okay?« Jake drehte sich mir zu. Eine Pupille war ein winziger Punkt, die andere ein leeres, schwarzes Loch. Ich packte das Lenkrad in dem Augenblick, als Jake kopfüber darauf sackte und gleichzeitig sein Stiefel das Gas durchdrückte. Der Transporter machte Einsatz, die Tachonadel stieg. Zwanzig Meilen, zweiundzwanzig, fünfundzwanzig. Meine erste Reaktion war Panik. Natürlich machte das den Pick-up nicht langsamer. Ich versuchte, Jakes Bein mit meinem wegzuschieben, trat sogar mit dem Absatz dagegen. Immer und immer schneller rasten die Bäume vorbei. Wir waren bei fünfunddreißig. Ich musste etwas tun. Auf der linken Straßenseite erhob sich der Ölberg als steile Felsflanke. Zwanzig Meter weiter vorne entdeckte ich den Einschnitt einer kleinen, mit Gestrüpp überwachsenen Lichtung. Ich musste mich anstrengen, um das Lenkrad nicht sofort herumzureißen. Noch nicht, warte. Bitte Gott, halte den Verkehr an. Jetzt. Ich riss das Lenkrad nach links, der Transporter schoss auf zwei Reifen schlitternd über die Mittellinie. Ich zwängte beide Hände unter Jakes Oberschenkel und zog. Sein Stiefel hob sich ein paar Millimeter. Der Motor stockte, die Drehzahl fiel. Der Transporter durchbrach eine hölzerne Leitplanke, neigte sich zur Seite und schlitterte, spritzte Erde und Kies auf. Ich hörte ein lautes, metallisches Knirschen, spürte einen Stoß, und Jake und ich krachten ins Lenkrad. Der Motor starb ab. Einige Herzschläge lang blieb ich bewegungslos und spürte nur, wie das Adrenalin in meinem Kreislauf die Runde machte. Schließlich ließ ein Vogel ein zögerliches Krächzen hören. Ich setzte mich auf und schaute nach Jake. Auf der Stirn hatte er eine Beule von der Größe einer Bluepoint-Auster. Seine Lider waren lila, die Haut fühlte sich feucht und kalt an. Er brauchte einen Arzt, und zwar schnell. Konnte ich ihn bewegen? Ich schob eben einen Arm unter Jakes Rücken, als ein Fahrzeug bremste und hinter mir den Asphalt verließ. Kies knirschte, als es ausrollte. Ein Samariter? Ein Celot? Ich zog den Arm zurück und drehte mich um. Weißer Korolla. Auf den Vordersitzen zwei Männer. Ich senkte den Blick zum Nummernschild. Weiße Ziffern, roter Untergrund. Erleichterung durchströmte mich. Die beiden Männer stiegen aus. Der eine trug eine Sportjacke und eine Kakihose. Der andere trug ein hellblaues Hemd mit schwarzen Epauletten. Shalom. Der Polizist hatte eine hohe Stirn unter einem schütteren, blonden Bürstenschnitt. Shalom, erwiderte ich. Madame, ist alles in Ordnung? Mein Freund braucht medizinische Hilfe. Bürstenschnitt kam auf mich zu. Und wer sind Sie? Temperance Brennan. Ich bin forensische Anthropologin, Amerikanerin. Aha. Der Fahrer ist Dr. Jacob Drumm. Er ist ein amerikanischer Archäologe, der hier in Israel arbeitet. Jake machte in seiner Kieler ein komisches, gurgelndes Geräusch. Bürstenschnitt schaute zu ihm und dann zu den Überristen des Fensters auf der Fahrerseite. Genau in diesem Augenblick beschloss Jake, wieder aufzuwachen. Vielleicht war er aber schon länger wach gewesen und hatte dem Wortwechsel zugehört. Der Polizist ging zu ihm. Auch die beiden wünschten sich Frieden. Sind Sie verletzt, Sir? Nur eine Beule. Jakes Lachen war überzeugend. Der blaue Höcker auf seiner Stirn war es nicht. Sollen wir einen Krankenwagen rufen? Das ist nicht nötig. Anscheinend bin ich über ein Schlagloch gefahren oder habe das Lenkrad verrissen oder sonst was. Jake lachte selbst ironisch auf. Irgendetwas Blödes eben. Bürstenschnitt schaute kurz zur Straße, dann wieder zu Jake. Ich leite eine Ausgrabung in der Nähe von Talpjot, arbeite mit einem Team vom Rockefeller Museum. Jake hatte mich also gehört. Zeige der kleinen Dame nur ein wenig die Gegend. Kleine Dame? Bürstenschnitt öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen, überlegte es sich dann aber anders und verlangte nur die üblichen Papiere. Während Bürstenschnitt unsere Namen überprüfte, drehte Jake den Zündschlüssel immer und immer wieder, aber ohne Erfolg. Bürstenschnitt kam zurück und händigte uns unsere Dokumente wieder aus. Ich schaute kurz an ihm vorbei. Der Zivilbeamte lümmelte jetzt hinter dem Lenkrad. Kann ich Sie irgendwo hin mitnehmen, Dr. Drum? Ja. Jakes gespielte Tapferkeit hatte sich verflüchtigt. Danke. Wir folgten Bürstenschnitt und stiegen in den Fond des Korolla. Der Zivilbeamte drehte sich kurz zu uns um und nickte. Bürstenschnitt stellte ihn als Sergeant Schenk vor. Wohin? fragte Schenk. Bringen Sie uns in eine Notaufnahme. Mein Ton erstickte jeden Widerspruch im Keim. Sie wohnen im American Colony, Dr. Brennan? Schenk. Die Jungs waren gründlich gewesen. Ja? Schenk wendete auf der Asphaltstraße. Während der Fahrt blieb Jake zwar wach, wurde aber immer teilnahmsloser. Auf meine Bitte hin rief Schenk in der nächsten Notaufnahme an. Als Schenk dort in der Auffahrt hielt, zogen zwei Sanitäter Jake aus dem Wagen. Nachdem der Schreibkram erledigt war, setzte ich mich in den Warteraum und richtete mich auf einen längeren Aufenthalt ein. Doch ich war erst zehn Minuten dort, als ein großer Mann mit Fliegersonnenbrille durch die Doppeltür kam. Ich fühlte. Was? Erleichterung? Dankbarkeit? Verlegenheit? Im Näherkommen schob Ryan sich die Sonnenbrille auf den Kopf. Alles in Ordnung, Soldat? Bestens. Und das Gesicht? Wo bist du denn da hineingeraten? Bin in einem Grab ausgerutscht. Ich hasse es, wenn mir so etwas passiert. Reins Mund zuckte ein wenig, so wie er es immer tut, wenn ich grässlich aussehe. Sag keinen Ton, warnte ich ihn. Ryan setzte sich auf den Stuhl neben mir. Was ist da draußen passiert? Ich erzählte ihm von dem Grab und dem Schakal und von dem Angriff der Orthodoxen. Die Geschichte mit dem durchgehenden Transporter ließ sich aus. Ich habe etwas entdeckt, Ryan, als ich in der unteren Kammer war. Etwas? Ich beschrieb ihm, was ich in dem Loch gesehen hatte, das der herausfallende Stein geöffnet hatte. Bist du sicher? Ich nickte. Woher hast du eigentlich gewusst, dass wir hier sind, fragte ich. Schenk gehört zur Abteilung Schwerverbrechen. Er wusste, dass Friedman Kaplan bearbeitet und dass ich mit einer amerikanischen Anthropologin nach Israel gekommen bin. Schenk hat einfach nur eins und eins zusammengezählt und Friedman angerufen. Irgendwas Neues von dieser Front? Kaplan bestreitet, die Halskette gestullen zu haben. Das ist alles? Nicht ganz. Wie es aussieht, kennen sich Kaplan und der Geschädigte, sprich Litwag, schon eine ziemlich lange Zeit. Litwag versorgt Kaplan hin und wieder mit, wie nannte Litwag es, Kuriositäten. Litwag handelt mit Antiquitäten? Ryan nickte. Illegal? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Litwag und Kaplan hatten vor dem Verschwinden der Halskette einen Streit. Kaplan hat etwas versprochen, ist aber dann nicht geliefert. Man redete sich in Rage, Kaplan stürmte hinaus und steckte unterwegs die Halskette ein. Ryan nickte. Litwag war so sauer, dass er die Polizei rief. Im Ernst? Litwag ist nicht gerade der Allerhellste und ein kleiner Hitzkopf. Was hätte Kaplan Litwag denn liefern sollen? Eine echte Massada-Reliquie. Ich wollte etwas Intelligentes wie »im Ernst« sagen, als die Aufnahmeschwester den Warteraum betrat und auf uns zukam. Mr. Drum hat eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. Dr. Epstein hat beschlossen, ihn über Nacht hier zu behalten. Abgesehen von Kopfschmerzen und einer leichten Gereiztheit sollte Mr. Drum in ein oder zwei Tagen wieder ganz in Ordnung sein. Zwei Stunden später saßen wir in Jakes Zimmer. Der Patient trug einen dieser am Hals zu bindenden Kittel, der schon viel zu viel Bleiche gesehen hatte. »Es ging nicht um das Grab«, laffte Jake, dessen Gesicht noch bleicher war als der Kittel. »Warum dann diese Demonstration?« »Die Orthodoxen hatten es auf dich abgesehen.« »Auf mich?« »Sie wissen, dass du in Israel bist.« »Woher denn?« »Du hast dich von Montreal aus mit Towiak Blotnik in Verbindung gesetzt.« Jake bildte wie einer, denen man es zutrauen würde, den eigenen Nachwuchs zu fressen. »Ja, aber...« »Die Telefone der Behörde sind verwandst.« »Von wem?« »Ich glaubte das alles einfach nicht.« »Den Ultra-Orthodoxen ging es nicht um das Grab.« »Der Rabbi verlangte immer wieder die Knochen des Helden von Masada.« »Masada, Max?« »Den wir in einem Loculus kaum zwanzig Meter von ihnen entfernt versteckt hatten.« »Werden sie das Grab durchsuchen?« »Was glaubst denn du?« »Ein missmutiger Zähnichreger.« »Ich hatte keine Lust, mich von Jakes schlechter Laune anstecken zu lassen.« »Ich glaube, es hängt davon ab, ob Sie uns mit der Sporttasche gesehen haben.« Eine Eins mit Stern für die Dame. Die kleine Dame. Jake senkte den Arm und starrte seine geballte Faust an. Eine Sekunde lang herrschte Schweigen. Ich brach es. »Da ist noch mehr, Jake. Beim Aufstieg aus der unteren Kammer habe ich einen Stein aus der Tunnelwand gelöst. Dahinter habe ich einen Hohlraum entdeckt, der bis dahin völlig abgeschlossen war.« »Genau.« »Spöttisch. Ein versteckter Loculus. Als ich mit der Taschenlampe hineinleuchtete, habe ich etwas gesehen, das aussah wie altes Tuch.« »Im Ernst?« Jake versuchte sich aufzurichten. »Ich glaube, der Stoff könnte ein Leichentuch sein.« »Unmöglich.« »Ich habe auch Knochen gesehen.« »Menschliche?« Ich nickte. In diesem Augenblick kam eine Schwester durch die Tür. »Sie müssen jetzt gehen. Der Patient braucht Ruhe.« Jake stützte sich auf die Ellbogen. »Wir müssen da noch einmal raus,« sagte er zu mir. »Legen Sie sich hin, Mr. Drum.« Die Schwester legte Jake die Hände auf die Schultern und drückte ihn nach unten. Ich klopfte Jake auf den Arm. »Ich fahre gleich morgen früh noch mal raus.« Jake hob den Kopf und blaffte ein einziges Wort. »Sofort.« In der Eingangshalle des Krankenhauses rief Ryan die Polizeizentrale an. Ich war zu sehr in Gedanken versunken, um zuzuhören. »Friedman kommt,« sagte Ryan und klappte sein gemietetes Handy zu. »Ist er fertig mit Kaplan?« »Er gibt dem Herrn ein wenig Zeit zum Nachdenken.« »Wegen Ferris hast du ihn noch nicht verhört?« Ryan schüttelte den Kopf. »Morgen.« »Zeigst du Kaplan das Foto, das er mir bei der Autopsie gegeben hat?« Sollte ihm einen ziemlichen Ruck geben. Plötzlich gab es mir selber auch einen Ruck. »Oh mein Gott, Ryan. Glaubst du, Max könnte Kaplans echte Massada-Reliquie sein? Glaubst du, dass Kaplan bei Ferris von diesem Skelett Wind bekommen hat?« Ryan grinste breit. »Willst du mitkommen und ihn fragen?« »Könnte Friedman beim Auseinandernehmen helfen?« Da wäre er sicher einverstanden. »Ich bin eine hervorragende Auseinandernehmerin.« »Ich habe dich erlebt. Es ist furchterregend.« »Es ist eine Gabe.« Während wir warteten, fragte Ryan, wie ich mir die Rückkehr ins Kidron-Tal vorstellte. Ich gab zu, dass ich die Logistik noch nicht ganz ausgearbeitet hatte. Wir standen gerade einmal zehn Minuten in der Lobby, als Friedman ankam. Auf der Fahrt zum American Colony berichtete Ryan ihm von meinen morgendlichen Aktivitäten. »Sie glauben, dass diese Textilie wirklich aus dem ersten Jahrhundert stammt?« fragte Friedman in der Rückspiegel. »Alt ist sie auf jeden Fall,« sagte ich, »und der Loculus sieht unberührt aus, und in Kürze fallen Plünderer über dieses Grab her wie Fliegen über eine Leiche.« Friedman überlegte einen Augenblick dann. »Hu, hu.« »Hebräisch?« »Wir spielen die Grabräuber.« Friedman hatte wohl zu viele Filme gesehen. »Wohin?« fragte er. »Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen?« fragte ich. »Hundertprozentig«, sagte Friedman, »ich nehme das kulturelle Erbe dieses Landes sehr ernst.« »Brauchen wir denn keine Genehmigung oder wenigstens eine Ermächtigung?« »Ist alles abgedeckt.« »Okay.« »Ins Hotel bitte, ich möchte meine Kamera holen.« »Sonst noch was?« »Einen Spaten und etwas, mit dem man Steine aus der Wand lösen kann.« Ich dachte an den Lichtausfall in der unteren Kammer. »Und starke Taschenlampen mit brandneuen Batterien.« Friedman setzte mich am American Colony ab und fuhr dann mit Ryan davon, um die Ausrüstung zu beschaffen. Ich rannte in den dritten Stock hoch. Ich war so aufgeregt, dass ich immer zwei Stufen auf einmal nahm. Ryan und Friedman halfen mir. Das Leben war gut, ein Abenteuer. Dann öffnete ich meine Zimmertür und starrte ungläubig. Mein Zimmer war verwüstet. Wand und Kleiderschrank standen offen, Kleiderbügelschuhe und Pullover lagen überall verstreut. Meine Euphorie verflüchtigte sich. Ich suchte an der Tür nach Spuren gewaltsamen Eindringens. Das Schloss war intakt, das Holz war nicht beschädigt. Mit pochenem Herzen lief ich ins Zimmer. Mein Laptop lag unberührt auf dem Schreibtisch. Ich überlegte mir, was das bedeuten konnte. Diebe? Natürlich nicht. Die hätten nie den Computer zurückgelassen. Mit zitternden Händen packte ich Unterwäsche, T-Shirts und Jeans wieder ein. Wie Jake, der die vor seinem Auto verstreuten Habseligkeiten zusammensuchte. Die Gedanken schlugen eine Kerbe. Wut quoll daraus hervor. Ihr hinterhältigen kleinen Mistkerle. Ich hatte mir eben ein frisches T-Shirt angezogen, als das Telefon klingelte. Ryan war in der Lobby. Mein Zimmer wurde verwüstet, sagte ich ohne Umschweife. Scheiße. Wahrscheinlich die Orthodoxen auf der Suche nach Max. Ist aber nicht gerade ein 1a-Vormittag für dich. Nein. Ich knöpfe mir den Geschäftsführer vor. Ich komme runter. Als ich in die Lobby kam, war Friedman bei Ryan, und sie hatten bereits zwei Dinge herausgefunden. Kein Besucher hatte nach mir gefragt. Keiner an der Rezeption hatte meinen Zimmerschlüssel herausgegeben. Beziehungsweise keiner hatte es zugegeben. Die Geschäftsführerin Mrs. Hanani fragte mich, ob ich bei der Polizei offiziell Anzeige erstatten wolle. Ihre Stimme verriet, dass sie davon alles andere als begeistert wäre. Ich lehnte ab. Deutlich erleichtert versprach Mrs. Hanani eine umfassende interne Untersuchung. Friedman versicherte ihr, dass das ein hervorragender Plan sei. Ich hatte eine Bitte an sie. Mrs. Hanani eilte in die Küche, um sie mir zu erfüllen. Als sie zurückkehrte, steckte ich die Sachen in meinen Rucksack, dankte und versicherte ihr, dass mir nichts Wertvolles abhandengekommen sei. Als ich in Friedmans Auto stieg, schoss mir der Gedanke durch den Kopf, ob ich mein Beharren auf getrennten Zimmern nicht noch bedauern würde. Vergiss den Professionalismus. Wenn ich allein im Dunkeln im Bett liegen würde, würde ich sicher Ryan neben mir haben wollen. Es dauerte fast eine Stunde, bis wir wieder im Kidron waren. Die Polizei von Jerusalem hatte den Tipp erhalten, ein Selbstmordattentäter sei unterwegs von Bethlehem hierher. Man hatte zusätzliche Kontrollpunkte errichtet und der Verkehr stockte. In Silvan dirigierte ich Friedman dorthin, wo Jake und ich geparkt hatten. Kein schwarzer Hut zu sehen. Ich führte unsere kleine Expedition an. Ryan und Friedman folgten. Vor dem Grab blieb ich einen Augenblick stehen und betrachtete den Eingang. Das kleine schwarze Portal starrte unergründlich zurück. Ich übernehme die erste Wache, sagte Friedman mit schmalem Mund. Ich fragte mich, ob er die gleiche Abneigung gegen enge Räume hatte wie ich. Ich ging zum Eingang, schob zuerst meinen Rucksack und dann meine Füße in die Dunkelheit und ließ mich schnell fallen. Ich war im Grab, bevor mein Hirn etwas davon merkte. Neben mir leuchtete Ryan mit einer Maglite die Höhle aus. Leuchte mal darüber. Ich deutete zu dem nördlichen Loculus. Ryan richtete den Strahl aus. Der Felsbrocken war bewegt worden. Nichts Blaues blitzte in der Dunkelheit auf. Ich kroch zu dem Loculus. Ryan folgte. Die kleine Nische war leer. Verdammt! Haben Sie ihn? fragte Ryan. Ich nickte. Das Skelett war verschwunden. Lass uns nach unten gehen, flüsterte ich. Ich kroch zum Tunnel und benutzte dieselbe Technik, die mich schon ins obere Grab gebracht hatte. Rein und runter. Sekunden später war Ryan wieder neben mir. Lieber Gott, lass es noch hier sein. Ryan richtete die Maglite auf die Öffnung, die bei meinem Ausrutscher entstanden war. Helles Weiß stach in tintige Schwärze. Und fiel auf grobes, handgewebtes Tuch. An einem Ende ragte kaum sichtbar ein kleiner, brauner Zylinder mit einem knubbligen Ende heraus. Ein menschliches Zehenglied. Ich packte Ryan am Arm. Es ist noch da. Keine Zeit für korrekte archäologische Vorgehensweise. Wir mussten unseren Fund hier rausbringen, bevor die orthodoxen Wind davon bekamen. Während ich die Taschenlampe hielt, rammte Ryan das Brecheisen in eine Ritze über einem Stein direkt oberhalb der Öffnung. Der Stein rutschte heraus und fiel polternd nach unten. Kopf und Schultern voran zog ich mich in den Loculus und robbte mit behutsamen Bewegungen und dicht an einer Wand zum hinteren Ende. Ryan leuchtete mir. Was ich entdeckt hatte, war tatsächlich Tuch. Zwei Fragmente waren noch vorhanden. Ich beugte mich über die Stoffteile und konnte ein grob gewebtes Karo-Muster erkennen. Einige Knochen lagen unter dem Leichentuch. Andere drumherum. Ich holte die Digitalkamera aus meinem Rucksack. Während Ryan den Loculus ausleuchtete wie eine winzige Filmszene, legte ich mein Schweizer Armeemesser als Maßstab neben den Fund und fotografierte aus unterschiedlichen Winkeln. Danach holte ich die Tupperware und den Spatel, die Mrs. Hanani mir gegeben hatte, aus dem Rucksack. Mit Spatel und Fingerspitzen löste ich behutsam das Tuch vom Knochen und Fels. Als ich beide Stücke komplett anheben konnte, rollte ich sie behutsam zusammen und legte jedes in einen separaten Behälter. Nicht optimal, aber unter den Umständen das Beste, was ich tun konnte. Da die Tuchfragmente nun entfernt waren, lagen die menschlichen Knochen unverhüllt vor mir. Das Zehenglied und ein Fersenbein waren die einzigen intakten Knochen. Der Rest des Skeletts war zersplittert und in einem sehr schlechten Zustand. Schattenpuppen an den Wänden um mich herum ahmten meine Bewegungen nach, während ich die nächste Stunde damit zubrachte, Knochen, Zähne und darunter liegendes Sediment einzusammeln. Der späte Nachmittag ging schon in die Abenddämmerung über, als wir schließlich wieder an die Oberfläche kamen. Die Reste des Tuchs lagen zusammengerollt in zwei flachen Behältern. Die Knochen füllten zwei kleine Dosen, gerade einmal. Eine dritte enthielt Sediment vom Boden des Loculus. »Haben Sie Lust, mit uns zu Abend zu essen?«, fragte Ryan, als Friedman aus Silvan hinausfuhr. Friedman schüttelte den Kopf. »Muss nach Hause.« »Zu wem oder was?« fragte ich mich. »Zu einer Frau? Einem Wellensittich? Einem gefrorenen Kotelett, das im Spülbecken auftaute?« Ich ließ Ryan und Friedman vor dem Hotel zurück und ging direkt zur Rezeption. Der Empfangschef schaffte es, meine Erscheinung zu mustern, ohne mir dabei in die Augen zu sehen. Ich war beeindruckt, aber nicht genug, um ihm zu erklären, warum ich aussah wie ein Wrack. Mit den Schlüsseln in der Hand ging ich zurück zur Auffahrt. Ich hielt Ryan seinen Schlüssel hin. »Meinst du, Friedman könnte die Knochen über Nacht in der Polizeizentrale deponieren?« »Mit Sicherheit.« Ich hielt ihm meinen Rucksack hin. Ryan nahm ihn. Seife und Shampoo, Rouge und Mascara. Eine halbe Stunde später sah ich bei weichem Licht und aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet einigermaßen gut aus. Meine Befürchtungen wegen einer unruhigen Nacht allein im Dunkeln erwiesen sich als unbegründet. Ich verschlief den Gebetsruf des Muezzins. Ich verschlief auch, dass Ryan in sein Zimmer ging. Ich wachte auf, als meine Jeans A Hard Day's Night spielten. Da stimmte irgendwas nicht. »Jakes Handy.« Ich sprang aus dem Bett, zog das Handy aus der Tasche und ließ die Jeans zu Boden fallen. »Jake?« »Du hast mein Handy.« »Wie geht's dir?« »Klasse.« »Ich liebe es, wenn man mir Blut abzapft und mir Finger in den Hintern schiebt.« »Schön gesagt. Ich musste raus, bevor die nochmal über mich herfallen.« »Man hat dich entlassen?« »Ja«, blaffte Jake. »Jake, du solltest...« »Ja, ja. Hast du es wiedergefunden?« Die Tasche war verschwunden. »Gottverdammte Scheiße.« Ich wartete, bis der Ausbruch vorüber war. »Was ist mit dem anderen?« »Ich habe das Leichen...« »Sag's nicht übers Handy. Kannst du zu mir kommen?« »Wann?« »Ich muss mich zuerst um den Transporter kümmern und mir irgendwie ein Ersatzfahrzeug beschaffen.« »Pause.« »Um elf?« »Wie komme ich zu dir?« Ich lief zum Schreibtisch. Jake gab mir eine Wegbeschreibung. Die Orientierungspunkte und Straßennamen sagten mir rein gar nichts. Ich muss die Altertumsbehörde anrufen, Jake, um ihnen zu sagen, dass ich das Skelett verloren hatte. Mir graute schon davor. Aber zuerst will ich dir zeigen, was ich sonst noch in diesem Grab gefunden habe. Ich bin seit zwei Tagen in Israel. Ich muss Blotnik anrufen. Wenn du gesehen hast, was ich habe. »Heute noch,« sagte ich. »Ja, ja,« blaffte er. »Und bring mein verdammtes Handy mit.« Ich lauschte einer toten Leitung. Ich stand nackt da, das Handy in einer Hand, den Stift in der anderen, als jemand gegen die Tür trat. Scheiße. Was jetzt? Ich schaute durch den Türspion. Ryan war mit Bagels und Kaffee wiedergekommen. Während meiner Morgentoilette berichtete ich ihm von Jakes Anruf. Mit Kaplan sind wir auf jeden Fall vor elf Uhr fertig. Wo wohnt Jake? Be Itana. Ich bring dich hin. Jake hat mir gesagt, wie man hinkommt. Wie geht es ihm? Ausfallend gut. Kaplan wurde in einer Polizeistation im russischen Quartier festgehalten. Die Luft roch wie in Polizeistationen auf der ganzen Welt. Ein Deckenventilator gab sich die größte Mühe, aber das reichte nicht. Friedman verschwand und tauchte wieder auf. Minuten später führte ein Uniformierter den Gefangenen in das Büro. Kaplan trug eine schwarze Hose und ein weißes Hemd. Kein Gürtel, keine Schnürsenkel. Der Uniformierte stellte sich als Wache vor die Tür. Ryan lehnte an einer Wand und ich an einer anderen. Kaplan schenkte Friedman ein geschäftsmäßiges Lächeln. Ich hoffe, Mr. Littwag ist inzwischen zur Besinnung gekommen. Lucille. Die heisere Stimme gab den Ausschlag. Kessler und Kaplan waren ein und derselbe. Friedman deutete auf einen Stuhl. Kaplan setzte sich. Das ist so ein albernes Missverständnis. Kaplan lachte ein albernes, missverstehendes Lachen. Friedman inspizierte seine Fingernägel. Kaplan drehte sich um und sah mich nun zum ersten Mal richtig an. Etwas flackerte in seinen Augen. Wiedererkennen? Die erste Ahnung, warum er tatsächlich hier war? Ryan löste sich von der Wand. Wortlos hielt er Kaplan das Foto von Max entgegen. Kaplans Lächeln wurde dünner, verschwand aber nicht völlig. Erinnern Sie sich an Dr. Brennan? Ryan nickte in meine Richtung. Kaplan antwortete nicht. Avram Ferris, fuhr Ryan fort. Diese unerfreuliche Autopsie-Geschichte. Kaplan schluckte. Erzählen Sie mir davon, sagte Ryan. Was gibt es da zu erzählen? Ich bin nicht nach Israel geflogen, um mit Ihnen über Schecks zu reden, Mr. Kaplan. Ryans Stimme hätte Polareis durchschneiden können. Oder soll ich sie Kessler nennen? Kaplan verschränkte die Arme. Ja, Detective, ich kannte Avram Ferris. Sind Sie hier, um mich das zu fragen? Woher haben Sie das? Ryan klopfte auf das Foto. Von Ferris. Verstehe. Das stimmt. Ryan reagierte mit Schweigen. Kaplan brach es. Wirklich. Kaplan warf nun Friedman einen schnellen Blick zu. Friedman bewunderte noch immer seine Fingernägel. Ferris und ich hatten gelegentlich geschäftlich miteinander zu tun. Geschäftlich? Ich habe für ihn Sachen eingekauft und verkauft. Was für Sachen? Kaplan zuckte die Achseln. Sachen eben. Skelettierte Sachen? Ryan wedelte Kaplan mit dem Foto vor der Nase herum. Kaplans Gesicht wurde starr. Ich will einen Anwalt. Brauchen Sie einen Anwalt? Sie schüchtern mich nicht ein. Verschweigen Sie uns etwas, Mr. Kaplan? Ryan wandte sich an Friedman. Was meinen Sie, Ira? Glauben Sie, dass Mr. Kaplan in ein paar Schwarzmarktgeschäfte verwickelt war? Ich halte das durchaus für möglich, Andy. Kaplans Gesicht blieb ausdruckslos. Oder vielleicht dachte er, dass illegale Antiquitäten Kinderkram sind und beschloss deshalb, einen etwas ambitionierteren Karrierepfad einzuschlagen. Kaplan hatte sehr dünne Finger. Er drückte sie jetzt so fest zusammen, dass die Knöchel weiß wurden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich meine Mord, Hirsch. Man nennt sie doch Hirsch, oder? Mein Gott, röte kroch von Kaplans Kraken nach Norden. Sind Sie wahnsinnig? Was meinen Sie, Ira? Meinen Sie, dass Hirsch Avram Ferris um die Ecke gebracht hat? Nein. Kaplan schoss mit dem Oberkörper nach vorne und drehte den Kopf von Ryan zu Friedman. Nein, ich habe niemanden getötet. Das könnte ich gar nicht. Ryan und Friedman warteten. Okay, Kaplan hob beide Hände. Hören Sie, Kaplan wählte jetzt seine Worte vorsichtig. Gelegentlich beschaffe ich Objekte von zweifelhafter Herkunft. Sie haben das auch für Ferris getan? Kaplan nickte. Ferris rief an und fragte mich, ob ich einen Käufer für etwas Spezielles finden könne. Etwas Spezielles? Etwas Außergewöhnliches, etwas, das man nur einmal im Leben angeboten bekommt. Wieder warteten die beiden. Etwas, das die christliche Welt in Aufruhr bringen würde. Genau das waren seine Worte. Ryan hob das Foto. Kaplan nickte. Ferris gab mir das Foto und schärfte mir ein, keinem Menschen zu sagen, woher ich es habe. Wann war das? Anfang Januar. Ryan und ich wechselten einen Blick. Ferris wurde Mitte Februar erschossen. Was ist passiert? Ich brachte ein paar Andeutungen in Umlauf, merkte, dass Interesse bestand, sagte Ferris, dass ich mit ihm ins Geschäft kommen wolle, dass ich aber mehr Echtheitsbeweise brauchte als nur dieses Foto und sein Wort. Aber bevor wir uns treffen konnten, war Ferris tot. Was hat Ferris Ihnen über das Skelett erzählt, fragte ich. Kaplan wandte sich mir zu. Seine Augen zeigten kurz etwas und wurden dann wieder neutral. Dass es aus Masada stammte. Woher hatte es Ferris? Das hat er nicht gesagt. Sonst noch was? Er meinte, es sei eine Person von historischer Bedeutung und behauptete, auch einen Beweis dafür zu haben. Sonst nichts? Sonst nichts. Wir alle dachten darüber nach. Was für einen Beweis mochte Ferris gehabt haben? Bestätigungen von Lerner? Aus dem Musée de L'Homme? Die Museumsakte, die Lerner gestohlen hatte? Vielleicht die Originaldokumente aus Israel? Was ist mit Miriam Ferris? Ryan wechselte das Thema. Was soll mit ihr sein? Kennen Sie Mrs. Ferris persönlich? Kaplan zuckte die Schultern. Ist das ein Jahr? Ich kenne sie. Im biblischen Sinne? Das ist widerlich. Lassen Sie es mich anders formulieren, Hirsch. Ich habe Sie doch gefragt, ob man Sie Hirsch nennt, nicht? Hatten Sie eine Affäre mit Miriam Ferris? Was? Zuerst habe ich Sie um eine Bestätigung Ihres Vornamens gebeten. Dann habe ich Sie gefragt, ob Sie Miriam Ferris bumsen. Sind zweiteilige Fragen zu kompliziert für Sie? Miriam war mit dem Bruder meiner Exfrau verheiratet. Nach dem Tod Ihres Schwagers blieben Sie da in Verbindung? Kaplan antwortete nicht. Ryan wartete. Kaplan gab nach. Ja. Sind Sie so mit Ferris in Kontakt gekommen? Wieder schweigen. Wieder warten. Und wieder knickte Kaplan ein. Miriam ist ein guter Mensch. Beantworten Sie meine Frage, Hirsch. Ja, bitter. Warum haben Sie das Foto bei Ferris' Autopsie aus dem Hut gezaubert? Kaplan zuckte nur eine Achsel. Wollte einfach nur helfen. Ryan ging es immer und immer wieder durch. Kaplan wurde zwar nervös, blieb aber bei seiner Geschichte. Bevor Ferris die Hintergrundinformationen über die Knochen habe beibringen können, sei er getötet worden. Er habe es aber nicht getan. Sein Gewissen habe ihn dazu gebracht, das Foto zu übergeben. Kaplans Version änderte sich nie. Dieses Mal nicht. Um halb elf holten Ryan und ich das Leichentuch und die Knochen wieder ab und stiegen dann in Freedmans Privatauto. Freedman blieb bei Kaplan. Beitanina ist ein arabisches Dorf, das das Glück hatte, rechtzeitig von Jerusalem eingemeindet worden zu sein. Seit ich Jake kenne, hat er dort eine Wohnung. Jake hatte den obersten Stock eines kleinen Stuckhauses gemietet. Ryan kündigte unsere Ankunft über eine gesprungene Gegensprechanlage in der Grundstücksmauer an. Sekunden später öffnete Jake das Tor, führte uns vorbei an einem Maschendrahtverschlag mit Ziegen und Hasen eine Außentreppe hoch. Als wir das Obergeschoss erreichten, hatten wir eine Eskorte von drei Katzen. Jakes Schlafzimmer war etwa so groß wie ein Backofen. Alles andere war Büro. Eine Diele war zu einem Computer- und Kartenzimmer umfunktioniert worden. Ein verglaster Wintergarten wurde für die Säuberung von Artefakten benutzt. Ein Schlafzimmer im hinteren Teil wurde für die Katalogisierung, Dokumentierung und Analyse benutzt. Ich stellte Mrs. Hanani's Tupperware auf den Tisch. Jake öffnete und inspizierte den ersten Behälter. Oh mein Gott! Er zog den Deckel vom zweiten Behälter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! formte Ryan tonlos hinter Jakes gebeugtem Rücken. Ich kniff die Augen zusammen, was Was das bedeuten sollte? Wortlos starrte Jake das größere Stoffstück an. Oh mein Gott! Jake eilte ins hintere Schlafzimmer, kehrte mit einer Lupe zurück und untersuchte das Fragment. Ich bringe das noch heute Nachmittag zu Esther Gatz, sagte er. Gatz ist Textilexpertin im Rockefeller Museum. Hast du die Knochen untersucht? Ich schüttelte den Kopf. Da ist nicht viel zu untersuchen. Jake deutete mit weit ausholender Geste durchs Zimmer. Ich ging zur Anrichte und schüttete behutsam den Inhalt jedes Behälters auf die Ablage. Hast du Handschuhe? Jake ging wieder ins hintere Schlafzimmer. Und eine Pinzette rief ich ihm nach. Und eine Sonde oder einen Zahnstocher. Er brachte alle drei. Ryan und er schauten zu, wie ich die Fragmente sichtete und benannte. Zehenglied, Fersenbein. Das waren die einfachen. Kein anderes Knochenstück war größer als mein Ohrläppchen. Elle, Femur, Becken, Schädel. Und? Was denkst du? fragte Jake, als ich fertig war. Ich denke, dass es nicht viel zu untersuchen gibt. Männlich oder weiblich? Ja, sagte ich. Verdammt, Tempi, das ist ernst. Ich würde mit Einschränkungen auf männlich tippen. Aber präzisere Aussagen lässt das Material einfach nicht zu. Nichts ist vollständig genug für eine Vermessung. Ich nahm das Fersenbein zur Hand und drehte es. Ein kleiner, kreisrunder Defekt stach mir ins Auge. Jake bemerkte mein Interesse. Was ist? Ich deutete auf den winzigen Tunnel am äußeren Ende des Knochens. Das ist nicht natürlich. Was meinst du damit nicht natürlich? fragte Jake. Das sollte eigentlich nicht da sein. Was meinst du, was das ist? fragte Ryan. Bevor ich etwas erwidern konnte, rannte Jake ins Kartenzimmer. Schubladen wurden geöffnet und wieder zugeknallt. Dann kehrte er in einem Stapel zusammengehefteter Papiereblättern zurück. Jake zeigte auf einen Artikel mit dem Titel »Anthropologische Beobachtungen bei den skeletalen Überresten von Givata Mifta«. Sein Finger lag auf einer Seite mit Fotos. Vier Aufnahmen zeigten Fragmente eines Fersenbeins und anderer Knochen. Obwohl das Fersenbein mit einer dicken, kalkartigen Schicht überzogen war, erkannte ich einen Eisennagel, der quer in dem Knochen steckte. Ein Holzstück hing an der Innenseite des Knochens auf dem Nagel. Ein fünftes Foto zeigte zum Vergleich ein modernes Fersenbein. Darauf war ein kreisrunder Defekt, genau an der Stelle wie bei unserem Fersenbein aus dem Leichentuch zu erkennen. Ich schaute Jake fragend an. »Achundsechzig wurden in drei Grabhöhlen fünfzehn Kalkstein-Ossuare gefunden.« Jake tippte auf die Fotos. Dieser arme Kerl wurde gekreuzigt. Das Opfer wurde so aufgehängt, dass die Beine seitlich am Längsbalken anlagen. Das Fersenbein ist der größte Knochen im Fuß, deshalb wurde der Nagel durchs Fersenbein getrieben von außen nach innen. Das Familiengrab Jesu. Ein Gekreuzigter in einem Leichentuch. Als mir bewusst wurde, worauf Jake hinaus wollte, deutete ich auf das Fersenbein, das auf seiner Anrichte lag. Es ist nicht mehr festzustellen, ob das hier durch eine Verletzung verursacht wurde. Der Defekt könnte auch die Folge eines krankhaften Prozesses sein. Es könnte eine postmortale Beschädigung sein, ein Wurm oder ein Schneckenloch. Aber es könnte auch von einem Nagel verursacht worden sein. Jakes Augen loderten vor Aufregung. Möglich ist es. Meine Stimme klang nicht sehr überzeugend. Du hast gesagt, du hast im Kidron-Grab noch andere Knochen gefunden, fragte ich. Ja. Plünderern sind skeletale Überreste scheißegal. Sie haben die Knochen einfach auf den Boden gekippt, bevor sie die intakten Ossoare wegschleppten. Die haben wir geborgen. Es waren nur Fragmente und der Erhaltungszustand war nicht besonders. Aber die ausgekippten Knochen lagen noch auf getrennten Haufen, vermischt mit Ossoar-Fragmenten. Das half uns, die Knochen auf dem Boden bestimmten Individuen zuzuordnen. Hat irgendjemand das Material untersucht? Ein biologischer Anthropologe der Gruppe für Wissenschaft und Altertum der Hebräischen Universität. Er konnte drei weibliche Erwachsene und vier männliche Erwachsene identifizieren. Wurden irgendwelche von diesen anderen Knochen in Lokuli gefunden, wie dieser Kerl hier, fragte ich? Jake schüttelte den Kopf. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du einen versteckten Lokulus gefunden hast. Und ein Leichentuch. Oh mein Gott, zweitausend Jahre. Weißt du, wie viele Leute schon in dem Grab waren? Und du hast eine unberührte Begräbnisstätte gefunden. Oh mein Gott! Hinter Jake äffte Ryan das Oh mein Gott lautlos nach. Wo sind diese Knochen jetzt, fragte ich. Wieder in Jake machte den IT-Wackler mit seinen langen Fingern. Heiliger Erde. Und die orthodoxen Juden verraten nicht wo, aber ich habe den Anthropologiebericht. Ryan äffte das Fingerwackeln nach. Ein Grinsen kroch über Jakes Gesicht. Zumindest die meisten. Oh, ich hob eine Augenbraue. Kann sein, dass ein paar kleine Splitter verlegt wurden. Verlegt? Erinnerst du dich noch an unser Telefongespräch über die DNS-Untersuchung des Massada-Skeletts? Du hast die Proben selber eingeschickt? Jake zuckte die Achseln. Blotnik weigerte sich. Was hätte ich tun sollen? Was bringt eine genetische Analyse, wenn man keine Vergleichsdaten hat? Man sollte es trotzdem machen. Und jetzt folgt mir. Jake führte uns ins hintere Zimmer, wo er auf einem Tisch Fotos ausgebreitet hatte. Ein paar zeigten intakte Ossuare, die meisten zeigten Bruchstücke. Die Räuber haben viele Kästen mitgenommen und andere zertrümmert, sagte Jake. Aber sie haben genug Material für Rekonstruktionen zurückgelassen. Jake zog eine Aufnahme aus dem Stapel und gab sie mir. Sie zeigte acht Ossuare. Alle hatten Risse. Viele hatten Lücken. Ossuare unterscheiden sich in Stil, Größe, Form, Dicke des Steins und Passgenauigkeit des Deckels. Die meisten sind ziemlich schlicht, aber einige haben recht kunstvolle Verzierungen. Mir gefällt das mit dem Blütenblättermuster, sagte Ryan. Rosetten. Jake zog nun weitere Fotos hervor. Jetzt schauen Sie sich die an. Er gab Ryan die Fotos. Ich beugte mich ebenfalls darüber. Das abgebildete Ossuare war fast rechteckig und hatte einen eingepassten Deckel und eine narbige Oberfläche. In einer Aufnahme waren die Umrisse eingravierter Rosetten zu erkennen. Der kleine Knochenkasten sah genauso aus wie der, den Jake wieder zusammengeklebt hatte. Das Jakobus Ossuare, fragte ich. Schaut euch die Inschrift an, sagte Jake. Das Erstaunliche am Jakobus Ossuare ist die ungewöhnlich präzise gearbeitete Inschrift. Jakes Finger fing bei einer Symbolgruppe am rechten Ende an. Das sind die Zeichen für den jüdischen Namen Jakobus, den man im Englischen James nennt. Jakes Finger wanderte auf den berühmten kleinen Symbolen nach links. Jakobus, Sohn des Josef, Bruder des Jesus. Er tippte auf eine Symbolgruppe am linken Ende. Jeschua oder Joshua, was bei uns Jesus bedeutet. Jake nahm die Fotos wieder an sich und legte sie weg. Und jetzt kommt mit. Er führte uns in den hinteren Teil des Wintergartens, schloss einen großen Schrank auf und öffnete die Flügeltüren. Kalksteinscherben füllten die obersten Fächer. Die rekonstruierten Ossuare standen in den unteren sechs. Jake gab mir ein dreieckiges Fragment aus dem obersten Fach. Die Zeichen waren flach eingeritzt und kaum zu erkennen. Ich hielt meine Lupe darüber. Ryan brachte sein Gesicht dicht an meins. Maria, übersetzte Jake. Maria, also. Jake deutete auf eine Inschrift auf einem der rekonstruierten Kästen. Die Symbole sahen ähnlich aus. Matja. Matthäus. Jake strich mit dem Finger über die Zeichen auf einem größeren Kasten im Fach darunter. Jehuda, Sohn des Jeshua. Judas, Sohn des Jesus. Jake wandte sich dem dritten Fach zu. Josef. Er ging zu dem Kasten daneben. Jeshua. Sohn des Josef. Jesus, Sohn des Josef. Fach 4. Maria Meme, die Mara genannt wurde. Die Schriften sehen unterschiedlich aus, sagte Ryan. Gutes Auge. Das ist Griechisch. Hebräisch, Lateinisch, Aramäisch. Griechisch. Der mittlere Osten war damals ein sprachlicher Flickenteppich. Jake wandte sich nun wieder dem ersten Fach zu, suchte ein Fragment aus und tauschte es mit dem in meiner Hand aus. Die Zeichen waren so schwach, dass sie so gut wie nicht zu erkennen waren. Der Name ist wahrscheinlich Salome, sagte Jake. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich ließ mir all die Namen durch den Kopf gehen. Maria, Maria, Salome, Josef, Matthäus, Judas, Jesus. Die Familie Jesu. Das Familiengrab Jesu? Alle passten, bis auf Matthäus. Ich dachte, sagte aber nicht, oh mein Gott. Mein Hirn katalogisierte. Zwei Marias, Salome, Judas, Josef und jemand mit dem Namen Matthäus. Irgendwas kribbelte in meinem Bauch. Diese Namen waren doch ziemlich häufig, oder? Wie Joe und Tom heute. Sehr entgegnete Jake. Ossuare mit diesen Namen zu entdecken, ist also keine große Sensation. Eine Sensation ist allerdings die Kombination, die Entdeckung all dieser Namen in einem einzelnen Grab. Das ist wirklich ein Knaller. Aber Jake. Ich habe mir publizierte Kataloge von jüdischen Ossuaren angesehen. Von den Tausenden von Kästen, die in Sammlungen in Israel verwahrt sind, tragen nur sechs den Namen Jesus. Und von diesen sechs trägt nur einer die Inschrift Jesus, Sohn des Josef. Und jetzt der unsere. Mein Blick wanderte zu dem Fersenbein mit dem merkwürdigen Defekt. Ich dachte an Donovan Joyce und seine bizarre Theorie, dass Jesus das Kreuz überlebt hatte, um in Massada zu kämpfen und zu sterben. Ich dachte an Yossi Lerner und seine bizarre Theorie, dass die Knochen Jesu im Musée de Lomme in Paris gelandet waren. Jetzt stellte Jake eine andere bizarre Theorie in den Raum und brachte einen anderen Kandidaten ins Spiel. Jesus war am Kreuz gestorben, aber sein Leib war nicht auferstanden, sondern in seinem Grab geblieben. Das Grab war zur letzten Ruhestätte für die gesamte Jesusfamilie geworden. Dieses Grab lag im Kidron-Tal. Plünderer hatten dieses Grab entdeckt und daraus das Jakobus-Ossuar gestohlen. Jake hatte dieses Grab wiederentdeckt und die Überreste von Ossuaren und Individuen geborgen, die die Plünderer zurückgelassen hatten. Ich war in diesem Grab über einen versteckten Loculus gestolpert und hatte dort menschliche Überreste gefunden, die sonst noch niemand entdeckt hatte. Die in ein Leichentuch gewickelten Knochen Jesu. Das Kribbeln in meinem Bauch wurde zu einem Knoten. Ich dachte, das Grab Jesu liegt unter der Grabeskirche vor den Toren der Altstadt, sagte Ryan. Da sind Sie nicht der Einzige, der das glaubt. Sie nicht? Ich nicht. Jesus stammte aus Nazareth, sagte ich. Warum sollte das Familiengrab dann hier sein? Im Neuen Testament klingt an, dass Maria und ihre Kinder sich nach der Kreuzigung in Jerusalem niederließen. Und nach mündlicher Überlieferung starb Maria hier und wurde auch hier begraben, nicht oben im Norden in Galiläa. Ein längeres Schweigen entstand. Ich schaute zu Ryan hinüber. Auf seinem Gesicht war nicht einmal die Andeutung eines Lächelns zu erkennen. Hast du, Blotnik, deine Theorie über dieses Grab mitgeteilt? Habe ich. Von dem gekreuzigten Fersenbein habe ich natürlich nichts gesagt. Das hast du ja eben erst gefunden. Ich kann es noch immer nicht glauben. Und? Er hat mir eine Abfuhr erteilt. Der Kerl ist ein Kretin. Jake? Du wirst schon sehen, wenn du ihn persönlich kennenlernst. Ich beließ es dabei und wechselte das Thema. Du hast Proben aus den Knochenstibitz, die an den zertrümmerten Ossoaren hafteten, und aus den Knochen, die auf dem Grabboden lagen, und sie für eine DNS-Untersuchung eingeschickt. Wann? Ich behielt ein paar Proben zurück, als ich die Sammlung für Untersuchung und Wiederbestattung übergab. Eingeschickt habe ich die Fragmente dann gleich nach unserem Telefongespräch. Deine Bemerkungen bestätigten mir, was ich gehofft hatte. Die DNS könnte eine Verwandtschaft mütterlicherseits zwischen Individuen aus dem Grab beweisen, und die DNS könnte uns zumindest etwas über das Geschlecht sagen. Wieder wanderte mein Blick zu den Knochen auf der Anrichte. In meinem Kopf entstand eine Frage, doch ich war noch nicht bereit, sie zu stellen. Ich stand auf und holte den Artikel mit den Fotos der Fußknochen. Als ich zum Tisch zurückkehrte, fiel mir die Kopfzeile jeder Seite ins Auge. Endpunkt Haas, anatomische Fakultät, hebräische Universität. Mein Verstand stürzte sich sofort darauf. Denk an Max, an Massada, an alles, nur nicht an das Fersenbein und seinen merkwürdigen Defekt. Ist das derselbe Haas, der in Massada arbeitete? Jawohl, Ma'am. Ich überflog den Artikel. Alter, Geschlechtsschädelmaße, Verletzungen und Pathologie. Das ist ziemlich detailliert. Unvollständig, aber detailliert stimmte Jake mir zu. Und doch hat Haas nie eine Zeile über die Skelette aus der Höhle 2001 geschrieben. Kein einziges Wort. Das Massada-Skelett war nie offiziell erwähnt worden, doch dann wurde es aus Israel herausgeschafft, aus einem Museum gestohlen und nach Kanada geschmuggelt. Lana dachte, das Skelett sei das von Jesus. Er irrte sich. Das Alter zum Todeszeitpunkt passte nicht. Jake stellte nun die Hypothese auf, das echte Skelett liege auf der Anrichte hinter mir. Warum dann Jahrzehnte der Intrigen wegen des Massada-Skeletts? Wer war der Mann, den wir Max nannten? Ich dachte daran, dass der uns gestohlene Max nun wahrscheinlich auf ewig verschwunden blieb. Wut stieg in mir hoch. Gut. Nutze sie. Konzentrier dich auf Max. Das Massada-Skelett ist endgültig verschwunden, oder? fragte ich. Nicht, wenn ich was dagegen tun kann. Irgendetwas huschte über Jakes Gesicht. Ich konnte nicht sagen, was. Ich rede noch heute mit Blotnik. Blotnik hat einen Draht zu den Orthodoxen? fragte Ryan. Jake antwortete nicht. Draußen blökte eine Ziege. Was denkst du? fragte ich. Jake ließ die Hände sinken, seine Unterarme klatschten auf die Tischplatte. Da steckt mehr dahinter als der übliche Wiederbestattungsblödsinn. Die Orthodoxen haben von irgendwoher eine Warnung bekommen. Sie sind uns wegen der Massada-Knochen in Skidron gefolgt. Ich glaube, dass Yadin etwas wusste, dass ihm eine Heidenangst eingejagt hat. Was könnte das gewesen sein? Bin mir nicht sicher. Aber ein Emissär von Israel bis nach Kanada schicken? Ein Hotelzimmer verwüsten? Vielleicht sogar jemanden töten? Das ist größer als die Orthodoxen. Ich dachte an Yossi Lerner, Avram Ferres, Sylvain Morisono. Ich kannte die Spieler nicht. Ich kannte das Spielfeld nicht. Aber mein Bauch sagte mir, dass Jake recht hatte. Das Spiel war tödlich. Die Trophäe war Max und die Gegenseite war fest entschlossen zu gewinnen. Immer dieselbe Frage. Wer war Max? Jake, hör zu. Du kriegst deine DNS-Ergebnisse. Du kriegst deine Textilanalyse. So viel zum Grab. Das ist wichtig. Aber im Augenblick sollten wir uns auf Massada konzentrieren. In diesem Augenblick bimmelte Ryan's Handy. Er schaute kurz auf das Display und verließ das Zimmer. Ich wandte mich wieder Jake zu. Haas hat nie öffentlich über die Höhlenskelette gesprochen, richtig? Richtig. Was ist mit Aufzeichnungen vor Ort? Yadin setzte sich jeden Abend mit seinen Gruppenleitern zusammen, um die Entwicklung des Tages zu besprechen. Diese Sitzungen wurden aufgenommen und später transkribiert. Wo sind diese Transkripte? Im Archäologischen Institut der Hebräischen Universität. Kann man sie einsehen? Ich kann ein paar Anrufe machen. Wie wär's, wenn wir zur Uni fahren und in alten Akten blättern? Wie wär's, wenn wir erst die Leichentuchfragmente zu Esther Getz bringen und dann zur Uni fahren? Wo hat Getz ihr Labor? Im Rockefeller Museum? Ist dort nicht auch die israelische Altertumsbehörde? Ja, ein dramatisches Seufzen. Perfekt, sagte ich. Es wird Zeit, dass ich Tovia Blotnik meine Aufwartung mache. Du wirst ihn nicht mögen. Während ich den Tisch abräumte, erledigte Jake seine Anrufe. Ich schraubte eben den Deckel auf das Glas mit dem eingemachten Gemüse, als Ryan wieder auftauchte. Ich sah seinem Gesicht an, dass er nicht die beste aller Nachrichten erhalten hatte. Kaplan hat seine Geschichte geändert, sagte er. Ich wartete. Jetzt behauptet er, jemand hätte ihn angeheuert, um Ferris auszuknipsen. Ich riss die Augen auf. Kaplan hat Geld bekommen, damit er Ferris umbringt? Ein knappes Nicken. Von wem? Dieses kleine Detail muss er uns erst noch mitteilen. Er hat doch die ganze Zeit das Unschuldslamm gespielt. Warum redet er jetzt plötzlich? Wer weiß? Glaubt Friedman ihm? Er hört zu. Ryan schaute auf die Uhr. Ich muss da jetzt wieder hin. Ryan war fünf Minuten weg, als Jake wieder auftauchte. Gute Nachrichten. Wir bekamen Zugang zu den Massada-Transkripten. Und Gatz hatte Zeit für uns. Wir schlossen die Knochen im Ossua-Schrank ein, verriegelten die Wohnungstür und das äußere Tor und fuhren los. Das Museum war menschenleer. Jake führte mich durch einige Ausstellungsräume zum Büro von Esther Gatz und stellte uns vor. Ich lächelte und streckte die Hand aus. Gatz nahm sie, als hätte ich eine ansteckende Krankheit. Sie haben das Leichentuch dabei? Jake nickte. Gatz räumte auf einem Tisch Platz frei. Jake stellte die beiden Tupperware-Behälter darauf. Gatz zog den Deckel vom ersten Behälter, schaute sich den Inhalt kurz an und wandte sich dann dem zweiten zu. Dann streifte sie Handschuhe über und holte die Überreste behutsam heraus. Fünfzehn Minuten später hatte sie es geschafft, das kleinere Stück aufzurollen. Wir entdeckten es alle gleichzeitig. Wie Kinder in der Chemiestunde beugten wir uns über den Tisch. Haare! Gatz redete nicht mit uns, sondern dachte einfach laut. Nach weiteren fünfzehn Minuten hatte sie den Großteil der Haare in ein Glasräuerchen gesteckt und etwa ein halbes Dutzend andere unter das Mikroskop gelegt. Frisch geschnitten, relativ glänzend, keine Spuren von Läusen oder Läuseeiern. Gatz tauschte nun die Haare gegen das größere Stoffstück aus. Einfache 1 zu 1 Glattwebung. Typisch erstes Jahrhundert, Jake ballte triumphierend die Faust. Gatz rückte das Stück auf dem Mikroskop zurecht und beugte sich wieder übers Okular. Die Fasern sind zersetzt, aber ich kann nichts von der Flachheit und Unregelmäßigkeit erkennen, die man bei Flachs erwarten würde. Wolle? fragte Jake. Ausgehend von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich sagen, ja. Gatz bewegte das Fragment hin und her. Keine Webfehler. Keine Löcher. Keine Ausbesserung. Pause. Merkwürdig. Was? Jakes Faust löste sich. Dieses Garn ist genau entgegengesetzt gesponnen wie eins, das für Israel im ersten Jahrhundert typisch wäre. Das heißt? Dass es importiert wurde. Woher? Ich würde vermuten Italien oder Griechenland. Nach einer weiteren halben Stunde legte Gatz das kleinere Fragment unter das Mikroskop. Leinen. Gatz richtete sich auf. Ihnen ist natürlich bewusst, dass die Altertumsbehörde das Material in Verwahrung nehmen muss. Sie können die Proben gleich bei mir lassen. Nicht sehr feinfühlig. Natürlich. Unser Fund ist vollständig dokumentiert. Betonung auf unser. Auch Jake bemühte sich nicht um Feinfühligkeit. Ich habe vor, eine C14-Untersuchung zu beantragen. Jake strahlte Gatz nun mit seinem gewinnendsten Lächeln an. Unterdessen werde ich wie auf Kohlen sitzen und ihren Bericht erwarten. Auch wenn das höchst unwahrscheinlich war, schaffte Gatz es doch, Jakes Charme zu widerstehen. Tun Sie das nicht alle? Erwiderte sie und deutete zur Tür. Wir waren entlassen. Nächster Halt Tovja Blotnik. Der Direktor war ein kleiner, drahtiger Mann, mit einem grauen Kinnbart und Haaren, die in schütteren Büscheln unter einer blauen Seidenjahrmulke hervorlugten. Ich hatte mir den Weihnachtsmann vorgestellt. Er sah eher aus wie ein jüdischer Kobold. Jake stellte mich vor. Blotnik schaute überrascht, fasste sich dann wieder und beugte sich vor, um uns die Hand zu geben. »Schabbat Shalom«, fahriges Lächeln, Weihnachtsmannstimme. »Bitte setzen Sie sich, das ist außerordentlich freundlich von Ihnen, dass Sie mir das Skelett persönlich bringen, wirklich ganz außerordentlich.« Ein ausgewachsenes Koboldgrinsen. »Haben Sie es dabei?« »Eigentlich nicht«, sagte Jake. Blotnik schaute ihn an. Jake berichtete von dem Vorfall mit den Orthodoxen, ohne auf die genaue Lage des Grabs einzugehen. Blotnik machte ein langes Gesicht. »Das ist absurd.« »Allerdings.« »Eisig.« »Aber Sie kennen die Orthodoxen ja.« »Nicht wirklich.« Jake kniff kurz die Augen zusammen, sagte aber nichts. »Wo ist dieses Grab?« Blotnik hob die Hände, legte die Fingerspitzen aneinander. Auf der Schreibunterlage blieben zwei perfekte Handflächenabdrücke zurück. »Im Kidron-Tal.« »Und von dort stammen die Textilien, die Esther erwähnte?« »Ja.« Blotnik stellte noch mehrere Fragen nach dem Grab. Jake antwortete ausweichend und mit eisiger Stimme. Blotnik stand auf. »Es tut mir leid, aber ich war schon auf dem Sprung.« »Schabbat.« »Da macht man früher Feierabend.« »Schabbat, schalom«, sagte ich. »Schabbat, schalom«, sagte Blotnik. »Und vielen Dank für Ihre Bemühungen, Dr. Brennan.« »Die Behörde steht tief in ihrer Schuld.« »So eine weite Reise.« »Das ist eine wirklich bemerkenswerte Geste.« Dann standen wir wieder im Gang. Auf der Fahrt zur hebräischen Universität unterhielten wir uns über die Begegnung mit Blotnik. »Du magst diesen Kerl wirklich nicht,« sagte ich. »Er ist ein egoistischer Hochstapler.« »Er benutzt die Arbeit von anderen, veröffentlicht, nennt aber keine Quellen.« »Getz hat Blotnik von dem Leichentuch erzählt.« »Das dachte ich mir schon, aber dieses Risiko gehe ich gern ein. Esther ist die Beste, was alte Textilien angeht, und ich brauche ihre Authentifikation dieses Dings.« »Aber die Knochen willst du keinem von beiden anvertrauen.« »Keiner bekommt diese Knochen zu sehen, bevor ich sie vollständig dokumentiert habe.« »Blotnik schien wegen des Massadaskeletts nicht allzu bestürzt zu sein,« sagte ich. »Und er wirkte auch nicht so überrascht, mich zu sehen, wie ich erwartet hatte.« Jake schaute mich an. »Als ich von Montreal aus anrief, habe ich ihm nicht gesagt, dass ich kommen würde.« »Nein?« Jake bog nach links ab. »Und weiß denn nicht jeder, der in Israel mit Archäologie zu tun hat, über die Orthodoxen Bescheid?« »Pah,« schnaubte Jack. »Das ist dir auch aufgefallen, nicht?« »Könnte es sein, dass Blotnik nicht bestürzt war, weil er das Skelett hat?« »Eher unwahrscheinlich. Der Kerl ist eine Niete.« Jake warf mir einen Blick zu. »Aber falls er es hat, trete ich ihm in den Arsch, dass er bis nach Tel Aviv fliegt.« Die Fahrt zur Universität ging schneller als die Parkplatzsuche dort. Schließlich zwängte Jake seinen gemieteten Honda in eine Winzlücke und wir machten uns auf zum östlichen Ende des Campus. Als Pförtner am Institut für Archäologie fungierte eine Frau mit dem Namen Irena Porath. Sie führte uns zwei Treppen hinunter in einen schmuddeligen, fensterlosen Raum. Porath und Jake verschwanden zwischen den Regalreihen. Als sie wieder auftauchten, trug Jake drei große braune Dokumentenkartons aus Wellpappe. Porath schleppte einen weiteren. Jeder Karton war mit schwarzem Magic-Marker auf Hebräisch beschriftet. Jake stellte sie der Reihe nach auf, zog den ersten zu sich und nahm die Notizbücher heraus, die er enthielt. Jake nahm sich eins vor, ich ein anderes. Unliniertes Papier im europäischen Format, einseitig hebräisch beschriftet. Ich blätterte ein wenig, aber ich konnte absolut gar nichts lesen. Crashkurs. Jake schrieb mir eine Liste mit Begriffen auf, die mir als Wegweiser dienen sollten. Außerdem brachte er mir bei, wie man hebräische Datumsangaben liest. Natürlich förderte ich jede Menge falscher Spuren zutage. Wir arbeiteten bereits eine Stunde, als ich meinen ersten richtigen Treffer landete. Was ist das? fragte ich und schob Jake das Notizbuch zu. Jake überflog den Text und beugte sich dann vor. Es geht um die Besprechung vom 21. Oktober 1963. Sie reden über Höhle 2001. Begann die Ausgrabung denn nicht Anfang Oktober? Jake nickte. Die Höhle muss also in den ersten beiden Wochen der Ausgrabung entdeckt worden sein. Ich habe aber bis zu diesem Eintrag keine Erwähnung gefunden. Jake runzelte die Stirn. Wo sind, falls es sie gibt, die früheren Diskussionsmitschriften über die Höhle und ihren Inhalt? Vielleicht haben wir sie übersehen, sagte ich. Vielleicht. Lass uns alles noch einmal lesen, was vor dem 20. Oktober ist, schluck ich vor. Das taten wir auch. Es gab keine einzige Erwähnung der Untersuchung oder Ausgrabung der Höhle. Aber etwas erfuhren wir doch. Die Seiten waren nummeriert, mit arabischen Ziffern. Arabische Ziffern konnte ich lesen. Ich ging die fragliche Zeitspanne noch einmal durch. Von den ersten Oktoberwochen fehlten Seiten. Mit einem immer stärker werdenden Unbehagen ging ich jedes Notizbuch in jedem Karton durch. Die Seiten waren nicht falsch eingeordnet worden. Sie waren verschwunden. Kann man Unterlagen ausleihen, fragte ich. Nein. Und Porath hat mir versichert, dass wir alles vollständig in der Sammlung haben. Wenn die Seiten entfernt wurden, dann musste das intern geschehen sein. Wir dachten beide schweigend nach. Ich bemerkte, dass Jake verstohlen auf seine Uhr schaute. Du gehst jetzt ins Bett, sagte ich, und steckte Notizbücher in Kartons. Mir geht's gut. Seine Körpersprache signalisierte etwas anderes. Ich kann ja richtig zusehen, wie du zusammenbrichst. Naja, verdammte Kopfschmerzen habe ich schon. Hättest du was dagegen, mich heimzufahren und dann mein Auto zu nehmen? Ich stand auf. Kein Problem. Jake gab mir einen Stadtplan, Richtungsanweisungen und die Schlüssel seines Hondas. Er war eingeschlafen, bevor ich seine Wohnung verlassen hatte. Die Fahrt von Bethanina zum American Colony hätte nur 20 Minuten dauern sollen. Eine Stunde später hatte ich mich hoffnungslos verfahren. Ich hielt am Straßenrand und breitete Jakes Karte auf dem Lenkrad aus, um herauszufinden, wo ich eigentlich war. Im Rückspiegel bemerkte ich, dass 10 Meter hinter mir ein Auto hielt. Mein mentaler Speicher registrierte die wichtigsten Daten. Dunkelblaue Limousine. Zwei Insassen. Ein Schild sagte mir, dass ich mich kurz vor der Ausfahrt zur Tel Aviv Road befand. Aber welcher Tel Aviv Road? Die Karte zeigte zwei. Ich schaute mich nach weiteren Orientierungspunkten um. Noch ein Eintrag in den mentalen Speicher. Aus der Limousine stieg niemand aus. Ich sah Hinweisschilder für den zentralen Busbahnhof und ein Holiday Inn. Bei beiden konnte ich nach dem Weg fragen. Ich hatte eine ziemliche Wut im Bauch. Und ich hatte einen Plan. Ich fuhr wieder los mit der festen Absicht, bei der ersten der beiden Einrichtungen anzuhalten, die meinen Weg kreuzte. Mentaler Speicher. Die Limousine hinter mir fuhr ebenfalls los. Mich beschlich ein ungutes Gefühl. Es war Freitag und es dämmerte bereits. Die Straßen waren leer. Schabbat stand bevor. Ich bog nach rechts ab. Die Limousine bog nach rechts ab. Ich war zweimal in meinem Leben verfolgt worden. In beiden Fällen hatten die Verfolger nicht die Absicht gehabt, meine Gesundheit zu fördern. Ich packte das Lenkrad mit beiden Händen und stieg aufs Gas. Die Limousine blieb bei mir. Ich bog noch einmal ab. Jetzt irrte ich durch ein Gewirr kleinerer Straßen. Die Limousine kam näher. Ein Gedanke wie ein Blitz. Mach, dass du wegkommst. Ich suchte die Straße vor mir nach irgendetwas ab, das mir Zuflucht bieten könnte. Mitten in einer Ladenzeile entdeckte ich ein Ärztehaus. Ich raste auf den Parkplatz, schob den Ganghebel auf Parken und stürzte auf die Tür zu. Die Limousine schoss vorbei. In einem Sekundenbruch teilnahm ich durch die geschlossenen Fenster ein Gesicht wahr. Wütender, mundstechender Blick. Der ungestützte Bart eines islamischen Fundamentalisten. Um sieben traf ich mich mit Ryan in der Hotellobby. Die Rezeptionsdame beschrieb uns den Weg zu einem arabischen Restaurant in der Nachbarschaft. Ein bewaffneter Türsteher klopfte uns ab. Drinnen war es dämmerig und gesteckt voll. Wir wurden in eine Sitznische geführt, wo es so dunkel war, dass Gedrucktes nicht zu entziffern war. Ich warf nur einen schnellen Blick auf die Speisekarte und schob sie dann Ryan zu. Ryan sagte etwas auf Arabisch. Ich verstand das Wort Coke. Der Kellner stellte eine Frage. Ryan zeigte ihm den hochgereckten Daumen. Der Kellner schrieb etwas auf einen Block und ging davon. »Was hast du bestellt?«, fragte ich. »Pizza.« »Vokabular à la Friedman?« »Ich kann auch nach dem Weg zur Toilette fragen.« »Was für eine?« »Idealstandard?« »Die Pizza.« »Ich bin mir nicht sicher.« Ich überlegte, ob ich Ryan von der Limousine erzählen sollte. Was, wenn die ganze Geschichte nur ein Produkt meiner Einbildung war? Was, wenn nicht? Lieber einmal daneben liegen, als einen Stein an den Kopf bekommen. Oder Schlimmeres. Ich erzählte es ihm. Ryan hörte zu. Lächelte er? Es war zu dunkel, um das zu erkennen. »Ist wahrscheinlich nicht,« sagte ich. Ryan griff über den Tisch und legte die Hand auf meine. »Alles okay mit dir?« »Mehr oder weniger,« sagte ich. Ryan strich mit dem Daumen über meinen Handrücken. »Du weißt, dass es mir lieber wäre, wenn du nicht alleine losziehen würdest.« »Ich weiß,« sagte ich. Der Kellner legte zwei Glasuntersetzer auf den Tisch und stellte zwei Dosen mit Zucker-Coke darauf. Offensichtlich umfasste Ryans hebräischer Wortschatz noch nicht den Begriff »Light«. »Wie war dein Verhör?«, fragte ich. Kaplan beharrte darauf, dass er angeheuert wurde, um Ferris kaltzustellen. »Von wem?« Ferris behauptet, ihren Namen nie erfahren zu haben. »Ihren?« »Ich glaubte, Ryan nicken zu sehen.« »Was hat diese geheimnisvolle Frau zu ihm gesagt?« »Dass sie einen Schützen braucht.« »Wann ist sie an ihn herangetreten?« »Er glaubt in der zweiten Januarwoche.« Ungefähr zu der Zeit, als Ferris Kaplan fragte, ob er das Skelett verkaufen könne. »Ja.« Ferris wurde Mitte Februar erschossen. »Ja.« »Der Kellner stellte eine Pizza zwischen uns. Sie war belegt mit Oliventomaten und kleinen grünen Dingern, die ich für Kapern hielt.« »Wie hat die Frau mit ihm Kontakt aufgenommen?« »Hat in der Tierhandlung angerufen.« Ryan verteilte Pizzastücke. »Nur damit ich das richtig verstehe.« Eine fremde Frau rief an, erkundigte sich zuerst nach Meerschweinchen und sagte dann, »Ach übrigens, ich will, dass Sie jemanden erschießen.« So lautet seine Geschichte. »Konnte Kaplan dir irgendetwas über Sie erzählen?« Er meinte, sie klang, als würde sie koksen. Die Pizza war hervorragend. Ich nahm mir Zeit, die diversen Aromen zu erkunden. Tomaten, Zwiebeln, grüne Paprika, Oliven, Feta und ein Gewürz, das ich nicht kannte. Was hat sie ihm geboten? Drei Riesen. Was hat Kaplan gesagt? Zehn Riesen. Er hat zehntausend Dollar bekommen? Das Gegenangebot der Frau lautete dreitausend im Voraus, dreitausend nach Erledigung. Und was hat Kaplan getan? Er behauptet, er hätte den Vorschuss genommen, den Auftrag aber nicht ausgeführt. Er hat sie übers Ohr gehauen? Was hätte sie denn tun können, zur Polizei gehen? Mit den zweiten dreitausend hätte sie ihm jemanden auf den Hals setzen können. Gutes Argument. Hat Kaplan diese Frau jemals persönlich getroffen? Nein. Das Geld wurde unter einem Abfallkorb im Jerrypark deponiert. Klingt sehr nach James Bond. Er beharrt darauf, dass es genau so war. Kaplan könnte sich die ganze Geschichte nur ausgedacht haben, um dich hinters Licht zu führen. Ich wurde schon von kleineren Leuchten hinters Licht geführt, sagte Ryan. Könnte die geheimnisvolle Frau Miriam Kessler sein? Diese Frage habe ich Kaplan ebenfalls gestellt. Der Herr verneinte dies und meinte, die gute Frau sei über jeden Tadel erhaben. Irgendwelche Ideen, fragte ich. Madonna, Martha Stewart, Mary Poppins. Viele Frauen machen sich an Kleinkriminelle ohne mörderische Reputation heran und bieten ihnen Geld, damit sie jemanden umbringen. Kuriöser und kuriöser, sagte ich. Vor meinem Fenster explodierte der Gebetsruf von der Tonkonserve. Ich öffnete ein Auge. Graues Morgenlicht umspielte die Sachen in meinem Zimmer. Eine davon war Ryan. Bist du wach? Rians Stimme klang schwer und belegt, lobet den Herrn. Aha, sagte ich, wessen? Zu tiefgründig für fünf Uhr morgens. Es war wirklich eine tiefgründige Frage. Eine, über die ich nachgedacht hatte, lange nachdem Ryan eingeschlafen war. Ich bin überzeugt, dass es Max ist. Der Muezzin? Ich schlug Ryan mit einem Kissen. Er drehte sich weg. Jemand wollte Max so unbedingt in die Finger bekommen, dass derjenige sogar bereit war, dafür zu töten. Ich dachte, die Orthodoxen sind hinter jedem her. Ich schüttelte den Kopf. Es geht nicht um tote Juden im Allgemeinen, Ryan. Es geht um Max. Also, wer ist er? Wer war er? Meine Stimme war angespannt vor Selbsttadel. Es ist nicht deine Schuld. Ich habe ihn verloren. Was hättest du denn tun können? Ihn direkt bei der Altertumsbehörde abliefern, ihn nicht mitschleppen ins Kidron oder zumindest dafür sorgen, dass er sicher versteckt ist. Hättest die Uzi nicht auf der Toilette liegen lassen dürfen? Ich schlug noch einmal mit dem Kissen nach Ryan. Er konfiszierte das Kissen, setzte sich kurz auf und schob es sich hinter den Kopf. Ich kuschelte mich an ihn. Die Tatsachen, Ma'am. Das war ein Spiel, das wir immer spielten, wenn wir nicht mehr weiter wussten. Ich fing mit der chronologischen Auflistung an. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung starben Menschen in Massada und wurden in einer dortigen Höhle beerdigt, wahrscheinlich während der siebenjährigen Besetzung des Gipfels durch jüdische Zeloten. 1963 unternahm Jäger Iliadin und sein Team Ausgrabungen in dieser Höhle, versäumten es aber, über die dort gefundenen Knochen zu berichten. Nico Haas, der biologische Anthropologe, der mit der Untersuchung dieser Knochen beauftragt war, berichtete Yadin und seinen Leuten mündlich, dass die Überreste 24 bis 26 vermischte Individuen darstellten. Haas sagte nichts von einem isolierten, kompletten und anatomisch korrekt angeordnetem Skelett, das später Jack Drumm von einem freiwilligen Ausgräber, der bei der Bearbeitung der Höhle mitgeholfen hatte, beschrieben wurde. Ryan nahm den Faden auf. Dieses isolierte, komplette und anatomisch richtig angeordnete Skelett, im folgenden Max genannt, landete schließlich im Musée de L'Homme in Paris, Absender unbekannt. 1973 stahl Yossi Lerner Max aus dem Museum und gab ihn an Avram Ferres weiter, sagte ich. Ferres schmuggelte das Skelett nach Kanada und vertraute es später Frère Sylvain Morissoneau von Labbé Saint-Marie-de-Neige an, sagte Ryan. Am 26. Februar gab Morissoneau Max an Brennan weiter. Ein paar Tage später war Morissoneau tot. Du springst, sagte Ryan. Stimmt. Ich dachte noch einmal über die Chronologie nach. Am 15. Februar wurde Avram Ferres in Montreal erschossen aufgefunden. Am 16. Februar gab ein Mann, der sich Kessler nannte, Brennan das Foto eines Skeletts, das sich als Max erwies, Ryan. Hirsch Kessler war in Wahrheit Herschel Kaplan, ein Kleinkrimineller, der unter anderem mit gestohlenen Antiquitäten handelte. Kaplan flüchtete aus Kanada und wurde in Israel festgenommen, sagte Ryan. Besagte Flucht fand nur wenige Tage vor Frère Morissoneaus Tod am 2. März statt. Am 9. März trafen Ryan und Brennan in Israel ein. Tags darauf brachte Drum Brennan zu einem Grab und Max wurde von den Orthodoxen gestohlen, vermutlich. Am selben Tag wurde auch Brennans Hotelzimmer verwüstet, fügte ich hinzu. Am nächsten Tag, dem 11. März, gab Kaplan dank geschickter Verhörmethoden, Ryan gestattete sich ein bescheidenes Grinsen, zu, dass Ferres ihn beauftragt hatte, Max zu verkaufen. Kaplan behauptete, er habe Anfang bis Mitte Februar Gerüchte über die Verfügbarkeit des Skeletts in Umlauf gebracht. Am selben Tag wurde Brennan von zwei Männern verfolgt, die Moslems zu sein schienen. Ach, und wir haben Abu Jarour und Chaladeh vergessen, Ryan. Die Männer, die vor La Baie-Saint-Marie-de-Nage geparkt hatten, sagte ich. Touristen. Ryan zeichnete die Anführungszeichen mit den Fingern in die Luft. Von der Zeitskala her passierte das ungefähr zwei Wochen nach dem Mord an Ferres. Zur Kenntnis genommen, sagte Ryan. Am selben Tag gab Kaplan dank noch geschickterer Verhörmethoden zu, dass eine Frau ihn angeheuert habe, Ferres zu töten, leugnete aber, die Frau zu kennen und leugnete des Weiteren, der Schütze gewesen zu sein. Diese Abmachung kam Anfang Januar zustande, Wochen bevor Ferres erschossen wurde. Ich überlegte kurz. Sonst noch was? Das sind die Fakten, Ma'am. Außer sie wollen auch noch auf die Knochen im Leichentuch eingehen. Aber die haben allem Anschein nach mit Max oder Ferres nichts zu tun. Stimmt. Hypothesen? Ich fing an. These 1. Eine Gruppe ultraorthodoxer Juden hat Max Identität entdeckt und fürchtet, dass seine Anwesenheit in Massada das Bild einer heiligen Städte des Judentums beflecken könnte. Aber wir wissen, dass Max nicht Jesus ist. Also wer ist er? Einer Zarena. Angenommen, diese ultraorthodoxe Gruppe hat herausgefunden, dass diejenigen, die in der Höhle lebten, nicht zur Hauptgruppe der jüdischen Zeloten gehörten. Sie waren ganz im Gegenteil jüdische Anhänger von Jesus, vielleicht sogar Mitglieder seiner erweiterten Familie. Wusste Yadin das? Die israelische Altertumsbehörde? Das würde erklären, warum Yadin nicht über die Überreste aus der Höhle reden wollte und es würde auch erklären, warum die Regierung keine Untersuchung zulässt. Erklär mir das noch einmal. Warum sind Anhänger Jesu in Massada sowas Schlimmes? Die Israelis haben Massada zu einem Symbol für die jüdische Freiheit und den jüdischen Widerstand gegen fremde Mächte gemacht. Und jetzt zeigt sich, dass da oben Christen lebten. Waren sie Juden oder nicht? Sie glauben, sie haben die Knochen der letzten Verteidiger Massadas wieder bestattet, aber plötzlich haben sie vielleicht frühe Christen unter ihrem Denkmal liegen. Das wäre sehr, sehr verstörend. Vor allem für die israelischen Juden. These 1 legt also den Schluss nahe, dass irgendeine Randgruppe von Schwarzhüten alles Notwendige tun würde, um das geheim zu halten. Ich stelle das nur mal in den Raum. Ich dachte an Donovan Joyces merkwürdige Theorie und Lerners Reaktion darauf. Kannst du dich noch an das Buch erinnern, das ich gelesen habe, mit dem Titel The Jesus Scroll, in dem es darum geht, dass Jesus ein alter Mann wird? Ja. Ich hielt zwei Finger in die Höhe. These 2. Eine Gruppe militanter, richter Christen hat von Max' Existenz erfahren und glaubt, dass es Jesus ist. Sie fürchten, dass das Skelett dazu benutzt wird, die Evangelien für hinfällig zu erklären. Yossi Lerner glaubte das, sagte Ryan. Ja, sagte ich. Und vielleicht Ferris. Und eine Zeit lang auch Morisono. Aber Max ist nicht Jesus. Wir wissen, dass Max nicht Jesus sein kann, aber Lerner war sicher, dass es Jesus ist und schau, wie er reagierte. Vielleicht glauben das auch andere und spielen jetzt mit harten Bandagen, um die Knochen verschwinden zu lassen. These 3. Ryan gab den Spekulationen nun eine andere Richtung. Eine Gruppe islamistischer Fundamentalisten hat von Max' Existenz erfahren und glaubt, dass er Jesus ist. Sie möchte die Knochen benutzen, um die christliche Theologie zu unterminieren. Und diese Muslime schrecken vor nichts zurück, um Max in die Finger zu bekommen. Ich dachte an Sylvain Morisono in seinem Büro in La Baie Saint-Marie-de-Neige, ich prägte mir ein La Manche anzurufen, um herauszufinden, ob eine Examinierung und Autopsie angeordnet worden war. Eine Weile dachten wir über unsere Thesen nach. Die drei Alternativen standen sich in ihrer Schrecklichkeit in nichts nach. Ryan beendete das Schweigen. Aber wer ist Kaplans geheimnisvolle Frau, fragte er. Und in welcher Verbindung steht sie zu Ferris? Und in welcher Beziehung steht sie zu Max? Ausgezeichnete Fragen, Detective. Ich erwarte heute Nachmittag Telefondaten. Ryan zog mich an sich. Am Schabbat können wir nicht viel tun. Ryans Lippen strichen sanft über mein Ohr. Ein Ruhetag, bestätigte ich. Im Augenblick können wir nicht viel ermitteln. Hm, machte ich. Glaube ich. Aber ich habe noch eine ausgezeichnete Frage, flüsterte Ryan. Ich hatte eine ausgezeichnete Antwort. Ja. Auf dem Flughafen von Toronto war mir ein Buch über das Tao von Sex, Gesundheit und Langlebigkeit aufgefallen. Ich hatte es mir zwar nicht gekauft, vermutete aber, dass ich bei der gegenwärtigen Frequenz ungefähr 180 werden würde. Allein das tiefe Atmen muss mir mindestens eineinhalb Jahrzehnte gebracht haben. Nach dem Frühstück machte Ryan sich auf den Weg in die Polizeizentrale und ich fuhr nach Beitanina. Jake war in einer besseren Verfassung als am Tag zuvor. Hab was, was dir gefallen wird, sagte er und wedelte mit einem Papier über dem Kopf. Eine Memo von Haas an Yadin mit Notizen über die Knochen aus Höhle 2001. Jake gab mir das Papier. Es waren handschriftliche Notizen in Hebräisch. Das kam versehentlich mit dem Material, das ich über diese Synagoge aus dem ersten Jahrhundert, die ich gerade ausgrabe, angefordert habe. Erst heute Morgen habe ich es richtig gelesen. Erwähnt Haas ein isoliertes, anatomisch korrekt angeordnetes Skelett? Nein. Aus dieser Memo geht ganz deutlich hervor, dass er dieses Skelett nie gesehen hat. Ein breites Grinsen. Aber er erwähnt Schweineknochen. Schweineknochen? Jake übersetzte vom Blatt. Das hat nichts zu tun mit dem Rätsel des Schweine Talit. Was soll das heißen? Keine Ahnung, aber ein Schweine-Talit-Rätsel oder Problem erwähnt er zweimal. Was haben Schweineknochen in Massada zu suchen? Und was hat das mit Höhle 2001 zu tun? Jake ignorierte meine Fragen. Noch was anderes. Jadin schätzte, dass es mehr als zwanzig Höhlenskelette waren, aber Haas katalogisierte nur zweihundertzwanzig einzelne Knochen. Er unterteilt sie in zwei Kategorien. Solche, deren Alter klar ist, und solche, die nicht so leicht einzuordnen sind. Wieder übersetzte er vom Blatt. In der klaren Kategorie listet er 104 alte, 33 Erwachsene, 24 Jugendliche und sieben kindliche Knochen auf. Jake hob den Kopf. Außerdem sagt er, dass sechs Knochen Frauen gehörten. Ein erwachsenes menschliches Skelett besteht aus 206 Knochen. Ich stellte ein paar schnelle Berechnungen an. Haas hat 220 Knochen katalogisiert. Das würde bedeuten, dass ungefähr 96 Prozent der Skelette fehlten. Hast du eine Kopie des Fotos in Jadins Buch? Jake ging zu seinen Unterlagen und kehrte mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme zurück. Fünf Schädel, sagte ich. Da ist noch eine Unstimmigkeit. Zafria schrieb in seinem Ausgrabungstagebuch, dass in der Höhle zehn bis fünfzehn Skelette gewesen wären, nicht über zwanzig und auch nicht fünf. Ich hörte nicht mehr richtig zu. Etwas an diesem Foto hatte meine Aufmerksamkeit geweckt. Etwas Bekanntes. Etwas, das nicht stimmte. Kann ich mir das mal genauer anschauen? Jake führte mich ins hintere Zimmer. Ich setzte mich vor das Mikroskop, schaltete das Licht an und richtete die Linse auf den mittleren Schädel. Das gibt's doch nicht. Was? Ich stellte die Vergrößerung höher, fing in der oberen linken Ecke des Fotos an und bewegte mich quer über den Abzug. Mit jedem körnigen Detail wurde meine Befürchtung stärker. Dieselbe Befürchtung, die ich gespürt hatte, als ich Max' schlecht sitzenden Zahn entdeckte. War das denn niemandem aufgefallen? Hatten alle Experten sich getäuscht? Täuschte ich mich? Wieder fing ich in der oberen linken Ecke an. Zwanzig Minuten später richtete ich mich auf. Ich hatte mich nicht getäuscht. Jake war in der Küche und schluckte eben ein Aspirin. Diese Leichen wurden nicht einfach nur in die Höhle geschmissen. Ich wedelte mit Jadins Foto. Die wurden dort richtig bestattet, in Gräbern angeordnet. Unmöglich. Ich legte das Foto auf die Anrichte. Schau dir Hände und Füße an. Die sehen nicht sehr hingeschmissen aus, gab Jake zu. Sie liegen in der anatomisch korrekten Anordnung. Was darauf hindeutet, dass es sich zumindest bei einigen um Primärbestattungen handelt. Auf diese Art hat das noch niemand interpretiert. Aber warum ist alles andere so durcheinander? Jetzt schau dir die langen Knochen an. Da. Mit einem Kuli deutete ich auf ein kleines Loch. Und da. Ich deutete auf ein zweites. Zahnspuren? Da kannst du Gift drauf nehmen. Ich tippte auf mehrere Knochen und einige lange, zersplitterte Fragmente. Die wurden aufgebrochen, um das Mark herauszusaugen. Und sieh dir das an. Ich bewegte meinen Kuli zu einem Loch in einer Schädelbasis. Irgendein Tier hat versucht, dieses Hirn zu fressen. Was willst du damit sagen? Das war nicht nur eine Leichenhalde. Das war ein kleiner Friedhof, über den sich Tiere hergemacht haben. Es war nicht so, dass die römischen Soldaten nach der Belagerung einfach die Leichen in die Höhle geworfen haben. Menschen haben sich die Zeit genommen, Gräber auszuheben und diese Leichen hineinzulegen. Tiere haben sie später wieder ausgebuddelt. Das würde die große Zahl fehlender Knochen erklären. Genau. Okay, die Höhle enthielt Gräber. Und? Wir wissen noch immer nicht, wessen. Nein, gab ich zu. In Haas Memo werden Schweineknochen erwähnt. Würden die nicht darauf schließen lassen, dass die Gräber keine jüdischen waren? Jay konzentrierte sich wieder auf das Foto. Deine Interpretation dieser Anordnung als verwüsteter Friedhof klingt ziemlich einleuchtend, Tempi. Erinnerst du dich noch an die Palast-Skelette? Ich tat es. Yaddins Buch vermittelt den Eindruck, er hätte drei voneinander getrennte Individuen, einen jungen Mann, eine Frau und einen kleinen Jungen gefunden. Er schloss daraus, und zwar in ziemlich dramatischen Worten könnte ich hinzufügen, dass es sich bei den Palast-Skeletten um die letzten Verteidiger von Massada handelte. Und das stimmt nicht so recht. Es ist ziemlich weit hergeholt. Vor nicht allzu langer Zeit erhielt ich Zugang zu Archivmaterial über die Loki im nördlichen Palast, darunter auch alle Tagebücher und Fotos. Ich hatte erwartet, drei voneinander getrennte Skelette zu sehen. Aber dem war nicht so. Die Knochen waren durcheinandergeworfen und sehr fragmentarisch. Moment mal. Jake legte das Foto weg und nahm das Haas-Memo zur Hand. Hab ich's mir doch gedacht. Haas spricht ebenfalls von den Palast-Skeletten. Er beschreibt beide männlichen als Erwachsene, der eine etwa 22, der andere etwa 40 Jahre alt. Also kein Junge wie Yadin ihn beschrieb. Nein, und soweit ich mich erinnere, war von einem männlichen Skelett nur Beine und Füße vorhanden. Ich wollte etwas sagen, Jake unterbrach mich. Und noch etwas. In seinem Ausgrabungstagebuch erwähnt Yadin Tierkot in dem Palast-Lokus. Es könnte also sein, dass Hyänen oder Schakale drei Teilkörper von woanders dorthin geschleift haben. Das ergibt ein deutlich anderes Bild als das der tapferen kleinen Familie bei ihrem letzten Gefecht. Plötzlich wurde mir klar, was mich schon die ganze Zeit an den Palast-Skeletten gestört hatte. Überleg dir mal Folgendes, Jake. Nach der Einnahme Massadas bewohnten die Römer es 38 Jahre lang. Hätten die in einem von Herodes Luxus-Palästen Leichen herumliegen lassen? Es kann natürlich sein, dass die Paläste während der Zyloten-Besetzung verfielen. Aber du hast recht. Das hätten sie auf keinen Fall getan. Vielleicht wusste Yadin von Anfang an über die Schweineknochen Bescheid, sagte Jake. Vielleicht befürchtete er, dass die Individuen aus der Höhle gar keine Juden waren. Vielleicht hielt er sie für römische Soldaten. Vielleicht war es genau andersherum. Vielleicht kam Yadin oder einer aus seinem Team darauf, wer tatsächlich in dieser Höhle begraben sein könnte. Jake erriet meine Gedanken. Das einzelne anatomisch korrekte Skelett. Haas erhielt alle anderen Knochen, aber offensichtlich nie dieses eine Skelett. Es wurde aus Israel herausgeschmuggelt und nach Paris geschickt. Boes im Archiv des Musée de Lomme verschwand und zehn Jahre später von Yossi Lerner wiederentdeckt wurde. Nachdem Lerner zufällig auf das Skelett stieß, fiel ihm Donovan Joyces Buch in die Hände und er war so überzeugt vom explosiven Potenzial des Skeletts, dass er es klaute. Und jetzt wurde das Skelett schon wieder geklaut. Erwähnt Haas irgendwo in seiner Memo ein komplettes Skelett? Jake schüttelte den Kopf. Was meinte Haas mit dem Rätsel des Schweinetalids? Ich weiß es nicht. Noch mehr Fragen ohne Antworten. Und noch immer die große Frage, wer zum Teufel war Max? Ryan holte mich um elf in Freedmans Auto ab. Hast du deine Telefondaten bekommen, fragte ich. Ja, Ma'am. Ryan klopfte sich auf die Brusttasche. Und? Ich habe bis jetzt nur einen flüchtigen Blick auf das Fax geworfen. Du willst, dass wir sie gemeinsam durchgehen. Was hältst du davon? Wie schlimm konnte es werden? 90 Minuten später wusste ich es. In einem Monat erhält und tätigt eine Person im Durchschnitt genug Anrufe, um zwei bis vier A4-Seiten zu füllen, mit sehr kleiner Schrift. Wir hatten es mit zwei Geschäfts- und zwei Privatanschlüssen zu tun, über einen Zeitraum von viereinhalb Monaten. Den Gesamtumfang können Sie sich selber ausrechnen. Wir fingen mit November an. Ich übernahm Ferris' Privatanschluss und sein Importladen. Ryan Kaplans Wohnung und die Tierhandlung. Keine Überraschung. Um drei richtete ich mich auf, weil ich spürte, dass sich Kopfschmerzen ankündigten. Ryan neben mir legte seinen Marker weg und rieb sich die Augen. Mittagspause? Ich nickte. Wir gingen nach unten ins Restaurant. Eine Stunde später waren wir wieder in meinem Zimmer. Eine halbe Stunde später entdeckte ich etwas. Das ist komisch. Ryan hob den Kopf. Am 4. Januar rief Ferris in La Baie-Saint-Marie-de-Nage an. Im Kloster? Ich schob Ryan das Blatt zu. Er warf einen Blick darauf. Sie haben vierzehn Minuten lang geredet. Er wandte sich mir zu. Hat Morisono einen Anruf von Ferris erwähnt? Ich schüttelte den Kopf. Mit keinem Wort. Gutes Auge, Soldat. Ryan unterlegte die Zeile mit gelbem Marker. Zehn Minuten. Fünfzehn Minuten. Eine halbe Stunde. Bingo. Ich deutete auf einen Anruf. Am 7. Januar rief Ferris Kaplan an. Ryan schaute von den Daten über Kaplans Tierhandlung zu denen über Ferris Privatanschluss. Zweiundzwanzig Minuten. Fragte Ferris da Kaplan, ob er Max auf dem Schwarzmarkt verkaufen könne? Der Anruf wurde drei Tage, nachdem Ferris mit Morisono gesprochen hatte, getätigt. Drei Tage, nachdem Ferris mit jemandem im Kloster gesprochen hatte. Stimmt. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Aber der Anruf am 4. Januar dauerte fast eine Viertelstunde. Ferris musste mit Morisono gesprochen haben. Ryan hob die Finger zu einem angedeuteten Anführungszeichen. Mutmaßung ist die Mutter aller Böcke. Das hast du dir gerade ausgedacht, sagte ich. Angelo Dongia. Und wer ist? Steht im Internet. Schau bei Google nach. Ich nahm mir vor, genau das zu tun. Die Ferris Autopsie war am 16. Februar, sagte Ryan. Als Kaplan dir das Foto gab, hat er da gesagt, wie lange er es schon hatte? Nein. Zurück zu den Datenblättern. Einige Zeilen weiter unten entdeckte ich eine Nummer mit israelischer Vorwahl, die mir irgendwoher bekannt vorkam. Ich stand auf und schaute in meinem Notizbuch nach. Am 8. Februar rief Ferris die israelische Altertumsbehörde an. Wen? Das weiß ich nicht. Es ist die Nummer der Zentrale. Ryan richtete sich auf. Als du Blotnik zum ersten Mal anriefst, hattest du da den Eindruck, dass er schon über die Knochen Bescheid wusste? Ich schüttelte den Kopf. Ryan machte sich eine Notiz. Wieder verging eine halbe Stunde. Ich saß als Erste. Ferris hat Kaplan noch einmal am 10. angerufen. Jemand in Ferris Büro hat Kaplan noch einmal am 10. angerufen. Vielleicht waren es die Kopfschmerzen. Vielleicht war es die ermüdende Arbeit. Plötzlich amüsierte mich Ryans Haarspalterei nicht mehr. Bin ich hier vielleicht nur ein Klotz am Bein? Es kam schärfer heraus, als ich beabsichtigt hatte. Ryan hob den Kopf und seine blauen Augen blitzten überrascht. Einen Moment lang schauten sie direkt in meine. Tut mir leid. Kann ich dir irgendwas bringen? Ryan schüttelte den Kopf. Ich ging zur Minibar und riss mir eine Diet Coke auf. Am 19. erhielt Kaplan noch einmal einen Anruf von Ferris, sagte Ryan zu meinem Rücken. Als ich wieder auf meinem Stuhl saß, fand ich den Anruf auch in Ferris Daten. 24 Minuten. Ich vermute, die haben da ihren großen Coup geplant. Die Gefäße in meinem Kopf pulsierten nun mit heftigen, hämmernden Stößen. Ryan sah, dass ich mir die Finger an die Schläfen drückte. Er legte mir die Hand auf die Schulter. Lass es sein, wenn du genug hast. Ach, ich bin okay. Ryans Blick wanderte über mein Gesicht. Er strich mir Haarsträhnen aus der Stirn. Nicht so pulsbeschleunigend wie eine Beschattung? Nicht so pulsbeschleunigend wie Zellteilung. Aber wichtige Detektivarbeit. Wirklich? Ich war jetzt ernstlich gereizt. Was haben wir in fünf Stunden herausgefunden? Kaplan hat Ferris angerufen. Ferris hat Kaplan angerufen. Große Sache. Das haben wir doch schon gewusst. Kaplan hat es uns gesagt. Wir haben nicht gewusst, dass Kaplan Morissono anrief. Ich lächelte. Wir haben nicht gewusst, dass Ferris im Kloster anrief. Ryan hob die Hand. Wir sind ein gutes Team. Ich klatschte ohne große Begeisterung ab. Wir aßen im Hotelrestaurant zu Abend. Und die Stimmung in unserer kleinen Nische war steif und unnatürlich. Meine Schuld. Ich war nervös und angespannt. Oben küßte Ryan mich vor meiner Tür. Ich bat ihn nicht mehr herein. Er versuchte erst gar nicht, mich zu verführen. An diesem Abend dauerte es lange, bis ich einschlief. Es waren nicht die Kopfschmerzen oder der Muezzin oder die Katzen, die unten auf der Straße lernten. Ich bin kein sehr geselliger Mensch. Nach Mitternacht döste ich ein und träumte wirres Zeug. Versuchte mein Unterbewusstsein, mir eine Botschaft zu schicken? Schließlich schlief ich ein. Doch noch mehr als einmal wachte ich auf und hatte dann die Fäuste in die Bettdecke gekrallt. Ich kann nicht behaupten, ich wäre mit dem Muezzin aufgestanden, aber sehr viel später war es nicht. Beim Frühstück rief Friedman an. Kaplan wollte über Ferris reden. Friedman bot an, Ryan abzuholen und mir sein Auto zu überlassen. Ich nahm das Angebot an. Als ich wieder in meinem Zimmer war, rief ich Jake an, erhielt aber keine Antwort. Ich vermutete, dass er noch schlief. Warten? Nein. Ich wartete bereits zwei Tage. Die Jerusalem Post hat ihr Hauptgebäude an der Yirmiyahu Street. Eine Hauptdurchgangsstraße, die an der Autobahn nach Tel Aviv beginnt. Nach vielen Sicherheitskontrollen und noch mehr Shaloms wurde ich in den Keller geschickt. Die Hüterin des Archivs war eine etwa 40-jährige Frau mit einem hellen Schnurrbart und eingetrocknete Make-up an den Mundwinkeln. Shalom. Shalom. Ich habe gehört, Sie bewahren alte Artikel nach Themen geordnet auf. Ja. Gibt es ein Massada-Dossier? Ja. Ich würde es gern sehen. Heute? Ihr Ton ließ darauf schließen, dass sie lieber Akten an Vierjährige mit Fingerfarben ausgegeben hätte. Ja, bitte. Ich zeigte ihr meinen Pass und die Fakultätskarte der Universität. Sie schaute beide Ausweise an. Recherchieren Sie für ein Buch? Hm. Die Ausschnitte waren auf leere Blätter geklebt. Bis Mittag hatte ich drei wichtige Dinge erfahren. Erstens. Jake hatte nicht übertrieben. Bis auf die kurze Erwähnung einer Pressekonferenz nach der zweiten Grabungssaison wurde in der Presse nie über die Höhlenfunde berichtet. Zweitens. Yadin wusste über die Schweineknochen Bescheid. In einem Interview von 81 sagte er einem Reporter der Post, er habe den Oberrabi-Jehuda-Untermann davon in Kenntnis gesetzt, dass er sich nicht dafür verbürgen könne, dass die Überreste in der Höhle 2001 tatsächlich jüdisch seien, da sie mit Schweineknochen vermischt gewesen waren. Drittens. Yadin behauptete, dass an den Überresten aus der Höhle nie C-14-Datierungen vorgenommen worden seien. Ich lehnte mich zurück und überlegte. Offensichtlich hatte Yadin bezweifelt, dass die Leute in der Höhle tatsächlich jüdische Zeloten waren. Und doch schickte er nie Proben für eine C-14-Datierung ein. Warum nicht? So teuer waren diese Tests nun auch wieder nicht. Was vermutete Yadin, oder was wusste er? Hatte Yadin oder einer aus seinem Team herausgefunden, um wen es sich bei den in der Höhle Bestatteten tatsächlich handeln könnte? Bei Max? Ich steckte die Seiten in den Ordner zurück. Oder hatte Yadin oder einer aus seinem Team doch Proben für einen C-14-Test eingeschickt? Konnte es sein, dass jemand eine Versendung von Material für einen C-14-Test oder andere Untersuchung als Deckmantel benutzt hatte, um lästige Beweise außer Landes zu schaffen? Lästige Beweise wie Max? Konnte es sein, dass jemand Max nach Paris geschickt hatte, um ihn zu verstecken, um ihn verschwinden zu lassen? Ich wusste, wohin ich als nächstes musste. Am Sonntagnachmittag war der Campus der Universität verlassen wie ein Friedhof. Ich ging direkt zur Bibliothek. Nachdem ich die Sicherheitskontrollen passiert hatte, fragte ich nach der Periodika-Abteilung, suchte die Zeitschrift Radio Carbon und zog jeden Band heraus, der in den frühen 60ern veröffentlicht worden war. Ich brauchte weniger als eine Stunde. Ich richtete mich auf, starrte meine Notizen an wie eine Musterschülerin, die eben etwas Wesentliches herausgefunden hatte, allerdings ohne so recht zu wissen, was es eigentlich bedeuten soll. Ich stellte die Zeitschriften ins Regal zurück und eilte davon. Es dauerte eine Ewigkeit, bis Jake sein Tor öffnete. Seine Augen waren auf Halbmast und Falten machten aus seiner linken Wange eine Straßenkarte. Als ich Jake in seine Wohnung folgte, platzte ich fast vor Aufregung über meine Entdeckung. Er ging direkt in die Küche. Als er das Wasser in den Kessel laufen ließ und ihn auf den Herd stellte, hielt ich es nicht mehr aus. »Tee? Ja, ja. Kennst du die Zeitschrift Radio Carbon?« Jake nickte. »Ich habe eben in der Universitätsbibliothek nachgesehen. Zwischen 61 und 63 schickte Yadin Material von der Ausgrabungsstätte Bar Kochbar hier in Israel an das Institut in Cambridge.« Aha. Jake hängte Teebeutel in Becher. »Hörst du mir überhaupt zu?« »Ich bin fasziniert.« »Ich habe außerdem das Massada-Dossier der Jerusalem Post durchgesehen.« »Fleißig, fleißig.« »In einem Interview von 81 sagte Yadin einem Postreporter, es sei nicht seine Aufgabe, eine Radiokarbon-Datierung anzufordern.« »Und?« »Yadin widerspricht sich selbst.« Jake hob die Hand vor den Mund, weil er husten musste. »Yadin beharrte doch immer darauf, dass kein Material aus Massada für eine Radiokarbon-Datierung eingeschickt wurde, oder?« »Soweit ich weiß.« »Aber Yadin hat Material von anderen Ausgrabungen eingeschickt.« »Milch und Zucker?« »Milch. Ich musste mich sehr zurückhalten, um Jake nicht zu schütteln, bis er aufwachte.« »Du hast doch gesagt, dass in den Sechzigern ein Mitglied der Knesset behauptet hatte, Skelette aus Massada seien ins Ausland geschickt worden.« »Schlomo Lorinitz.« »Verstehst du denn nicht? Es könnte sein, dass Lorinitz recht gehabt hatte. Ein paar Knochen aus Höhle 2001 könnten sehr wohl aus Israel herausgeschafft worden sein.« Jake goss beide Tassen voll und gab mir eine. »Das anatomisch korrekt angeordnete Skelett?« »Genau.« »Aber das ist doch nur eine Spekulation.« »In seiner Memo nannte Haas doch eine Gesamtmenge von 220 Knochen, nicht?« Jake nickte. »Das Skelett eines normalen Erwachsenen enthält 206 Knochen. In Haas' Zählung konnte Max also nicht eingeschlossen sein.« »Wer ist Max?« »Massada Max, das anatomisch korrekt angeordnete Skelett.« »Warum Max?« »Ryan mag Alliterationen.« Jake hob eine buschige Augenbraue, sagte aber nichts. »Offensichtlich hat Haas dieses Skelett nie gesehen,« sagte ich. »Warum nicht?« Jake hörte auf, seinen Teebeutel in den Becher zu tauchen. »Weil es ins Musée de L'homme in Paris geschickt worden war?« »Willkommen im Land der Lebenden, Jake.« Nette Alliteration. »Aber warum das Geheimhalten?« fragte ich. Ich wartete die Antwort nicht ab. »Und warum ins Musée de L'homme?« »Die machen keine C14-Tests.« »Und warum ein komplettes Skelett?« »Man braucht doch nur eine kleine Knochenprobe.« »Und warum gerade dieses eine Skelett?« »Jadin hat nie darüber gesprochen.« Haas hat es nie gesehen. »Ich habe doch schon von Anfang an gesagt, hinter diesem Skelett steckt mehr, als alle zugeben wollen.« »Du hast mir gesagt, du willst die Orthodoxen direkt fragen, ob sie Max gestohlen haben. Hast du sie angerufen?« »Zweimal.« »Und?« »Ich warte auf einen Rückruf.« »Sarkastisch.« »Was ist eigentlich mit der DNS?« »Ich habe meine E-Mail seit Tagen nicht abgerufen.« »Als ich meine Proben aus dem Kidron-Grab einschickte, bat ich beide Institute, dir die Ergebnisse per E-Mail zu schicken.« »Ich dachte mir, dass ich vielleicht jemand brauche, der sie mir erklärt.« »Wieder Jakes Paranoia?« Ich sagte nichts. »Warum probierst du es nicht jetzt? Nimm meinen Computer.« Jake deutete mit dem Kinn in sein Archivzimmer. »Ich spring mal schnell unter die Dusche.« »Warum nicht?« Ich setzte mich mit meinem Tee an seinen Laptop und lockte mich ein. Von beiden DNS-Instituten waren E-Mails eingetroffen. Ich öffnete zuerst die Berichte über Jakes Kidron-Knochen. Es gab einige Informationen, die mir aber wenig sagten. Ich nahm an, dass jede Probennummer einem Ossuar oder einem Knochenhaufen auf dem Boden entsprach. Als nächstes öffnete ich die DNS-Berichte über Max und seinen Zahn. Zuerst war ich überrascht. Und dann verwirrt. Ich las den Schlussabsatz immer und immer wieder. Ich konnte mir nicht vorstellen, was es zu bedeuten hatte. Ich hatte Recht gehabt in Bezug auf Max. Aber ich hatte völlig daneben gelegen, was die Bedeutung der DNS anging. Offensichtlich schaute ich drein wie ein Reh im Scheinwerferlicht. »Was starrst du denn da an?« »DNS-Ergebnisse.« »Tatsächlich?« Jake schaltete den Drucker an und druckte die Daten aus. Dann überflog er mit unbewegter Miene die Seiten. »Sehr hübsch«, sagte er, »zog einen Stuhl neben meinen und setzte sich.« »Okay.« »Was hat es zu bedeuten?« Ich nahm den Institutsbericht zur Hand. »Nicht alle deine Proben haben Ergebnisse geliefert. Aber die Kern-DNS sagt uns, dass du vier Frauen und drei Männer hast. Denk allerdings daran, das ist nicht in Stein gemeißelt.« »Was sonst noch?« Jake schaute über die Schulter zur Tür. Mein Blick folgte wie von seiner Bewegung gesteuert. »Mindestens sechs der Individuen aus dem Grab sind miteinander verwandt«, sagte ich. »Tatsächlich?« Jake rückte näher heran und warf einen Schatten auf den Ausdruck. »Aber genau das würde man in einem Familiengrab ja erwarten. Das Überraschende ist, da...« »Welche sechs?« Jakes Leichtfertigkeit war verschwunden. »Das weiß ich nicht. Deine Individuen sind in diesem Bericht nur mit Probennummern gekennzeichnet.« Eine Sekunde oder zwei hielt Jake sich die Hand vor den Mund. Dann schnappte er sich die Ausdrucke, sprang auf und eilte mit drei langen Schritten durchs Zimmer. »Jake, das ist noch nicht das Wichtigste.« »Aber ich hatte keinen Ansprechpartner mehr.« »Vergiss die Knochen aus dem Grab. Ich wollte über Max reden. Das war wirklich wichtig. Dann fiel mir der Bericht über den Zahn wieder ein. Nein,« sagte ich mir, »jetzt ist alles wichtig.« Ich fand Jake im hinteren Schlafzimmer, wo er Fotos auf einem Arbeitstisch ausbreitete. Als ich mich neben ihn stellte, sah ich, dass es die Osuar-Fotos waren, die Ryan und ich uns angeschaut hatten. Ich sah zu, wie Jake Namen an den unteren Rand jedes Fotos schrieb. Daneben schrieb er die Referenznummer des DNS-Instituts. »Wir gingen Knochengruppe um Knochengruppe die Überreste durch, die zu den beschrifteten Osuaren gehörten. Maria, Maria, Josef, Matthäus, Judas, Salome, Jesus.« In jedem Fall entsprach die Inschrift dem von der Kern-DNS vorausgesagten Geschlecht. Oder andersherum. Zwei Knochengruppen vom Höhlenboden hatten die Klassifizierung männlich und weiblich erhalten. Eine Vermehrung durch Kopieren von Kern-DNS schlug bei Matthäus und Jesus und auch bei den anderen Proben vom Höhlenboden fehl. Keine Ergebnisse. Keine Informationen über diese Individuen. Wir schauten einander an. Schweigend. Wie in Erwartung des spielentscheidenden Freiwurfs. Keiner von uns wollte es verschreien. Trotz der Lücken passte alles zusammen. Die Jesusfamilie. »Und wer ist jetzt mit wem verwandt?« fragte Jake. Ich wechselte vom Bericht über die Kern-DNS zu dem über die Mitochondriale. »Diese Ergebnisse zeigen Beziehungen oder das Fehlen von Beziehungen innerhalb der weiblichen Linie. Mutter, Tochter, Mutter, Sohn, Geschwister mit derselben Mutter. Mutter, Cousins, deren Mütter dieselbe Mutter hatten und so weiter. Okay, hier kommt's. »Maria, Memo und Salome sind verwandt.« Ich sprach laut, während ich die Probennummern mit Namen verbannt. »Und Maria, die ältere Maria ebenfalls.« Jake notierte sich das auf den drei Fotos. »Jose gehört in diese Abstammungslinie. Und auch Judas.« Jake schrieb. »Das männliche Individuum auf dem Boden ist verwandt. Das heißt, er weist dieselbe Sequenz der mitochondrialen DNS auf, wie Maria, Meme, Salome, Maria, Jose und Judas.« »Ja«, sagte ich. »Die Frau vom Höhlenboden ist nicht verwandt, aber das muss nichts heißen. Sie könnte ja von außen in die Familie eingeheiratet haben. Und als Verwandte nur durch Heirat, nicht über das Blut, hätten sie und ihre Kinder, falls sie welche hatte, die mitochondriale DNS ihrer Mutterlinie.« »Nichts von Daddy.« »Mitochondriale DNS vermischt sich nicht. Die ganze Schose kommt von Mom.« Ich machte mit dem Ausdruck weiter. »Matthäus ist ebenfalls unverwandt. Aber auch hier gilt, falls seine Mutter aus einer anderen Familie stammte, hätte er ihre mitochondriale DNS, nicht die ihres Gatten.« »Er könnte ein Cousin sein.« »Ja, das Kind eines Bruders und seiner Frau.« Ich hob den Kopf. Das Jesus-Material war zu degeneriert fürs Kopieren. Eine Sequenzierung war nicht möglich. Jake fing an, einen Stammbaum zu zeichnen, und seine Hand huschte dabei übers Papier wie ein Kolibri. Alles passt zusammen. Die ältere Maria ist die Mutter. Jake zeichnete einen Kreis, beschriftete ihn mit Maria und zog dann Linien, die von dem Kreis nach unten gingen. Salome, Maria, Josef, Jesus. Nach der Schrift sind das vier von Marias sieben Kindern. Die Inschrift. Jehuda, Sohn des Jeschua, Judas, Sohn des Jesus. Donovan Joices verrückte Theorie. Jesus überlebte die Kreuzigung, heiratete, zeugte ein Kind. Waren wir zu diesem Punkt zurückgekehrt? Mein Verstand wollte das nicht akzeptieren. »Zum Teufel mit dem Freiwurf, dann würde ich's eben verschreien.« »Wie passt Judas ins Bild?«, fragte ich. Jake hob beide braun und senkte das Kinn. »Muss ich dir das wirklich sagen?« »Jesus mit Geschwistern, der weiterlebt und Vater wird?« Das berührt die drei fundamentalen Lehrsätze der katholischen Kirche. Jungfräuliche Geburt, Wiederauferstehung, Keuschheit. Jake hob beide Schultern. Er war so aufgeregt, dass es eher ein krampfartiges Zucken als ein Heben war. »Nein, Jake, was du hier ableitest, kann nicht sein. Dieser Judas hat DNS, die ihn mit den anderen Frauen in deinem Grab verbindet, mit der älteren Maria, Salome und Maria-Meme. Wenn Jesus einen Sohn gezeugt hätte, dann hätte dieses Kind die mitochondriale DNS der Familie seiner Mutter, nicht die der Familie seines Vaters. Gut, Judas könnte ein Neffe von Jesus sein, ein Enkel Marias. Jake malte einen Kreis ans Ende einer Linie und zog eine weitere Linie vom Kreis nach unten. Eine der Schwestern könnte einen anderen Mann mit dem Namen Jesus geheiratet und einen Sohn namens Judas geboren haben. Donovan Joyce behauptete, er habe eine Schriftrolle gesehen, die von jemandem mit dem Namen Jesus, Sohn des Jakobus, verfasst war, warf ich, fast widerstrebend ein. Das kann nicht der Jakobus aus dem Ossua gewesen sein, Jesus' Bruder. Die Frau des Jakobus wäre dann nicht verwandt gewesen, und sein Sohn hätte die mitochondriale DNS seiner Mutter, nicht die seiner Großmutter, oder? Ja. In meinem Kopf schnellten die Gedanken hin und her. Jake, da ist noch... Wieder schnitt er mir das Wort ab. Die Frau vom Grabboden ist unverwandt. Sie könnte... Jake hielt inne, als ihm die Tragweite seines Gedankens bewusst wurde. Verdammt, Tempi. Donovan Joyce glaubte, Jesus hätte Maria Magdalena geheiratet. Andere haben dieselbe Hypothese aufgestellt. Die Frau könnte Maria Magdalena sein. Jake nahm sich kaum Zeit zum Atmen. Aber es ist eigentlich gar nicht wichtig, wer sie ist, und Matthäus ist nicht verwandt, richtig? Er könnte einer der Jünger sein, der, aus welchem Grund auch immer, in diesem Grab bestattet wurde. Oder ein Sohn von einem der Brüder, ein weiterer Neffe. Könnte, könnte, vielleicht, vielleicht... Ich widersetzte mich dem Sog von Jakes Enthusiasmus. Jake ignorierte es. Jakobus fehlt, weil sein Ossua gestohlen wurde, und Simon starb Jahrzehnte später. Verdammt, Tempi. Es ist praktisch die ganze Familie. Uns beiden kam gleichzeitig derselbe Gedanke. Jake sprach ihn aus. Wer ist der Gekreuzigte in dem Leichentuch? Vielleicht gekreuzigt, schränkte ich ein. Okay, der Jesus aus dem Ossua könnte ein weiterer Neffe sein, verflucht. Warum konnte das Institut ihn nicht sequenzieren? Jake stand abrupt auf und ging zum Ossua-Schrank. Er öffnete das Vorhängeschloss, zog es ab und schaute in den Schrank. Als er gesehen hatte, was er sehen wollte, drückte er die Tür wieder zu und hängte das Schloss davor. Jesus überlebte und zeugte Kinder. Jesus starb, blieb aber in ein Leichentuch gewickelt im Grab liegen. Ein Szenario war schlimmer als das andere. Das ist alles Spekulation, sagte ich. Als Jake sich umdrehte, bohrten sich seine Augen in meine. Nicht, wenn ich beweisen kann, dass das Jakobus Ossua aus diesem Grab stammte. Das noch etwas, Jake. Was? Ich öffnete eben den Mund, als Jakes Telefon klingelte. Wunder über Wunder. Könnten das die Orthodoxen sein, die mich tatsächlich wegen Max zurückrufen? fragte er und lief in sein Büro. In Jakes Abwesenheit las ich die Berichte über Max und seinen Zahn. Die Kern-DNS sagte mir, dass Max männlich war. Nichts Neues. Das wusste ich schon von den Knochen. Dasselbe galt für den fremden Backenzahn in Max' Kiefer. Männlich. Die mitochondriale DNS sagte mir, dass Max kein Mitglied der Mutterlinie des Kidron-Grabes war. Seine Sequenzierung war völlig verschieden. Wenn es sich wirklich um die Jesus-Familie handelte, dann war Max ein Außenstehender. Oder zumindest kein Abkömmling der Frauen dieser Familie. Die mitochondriale DNS sagte mir außerdem, dass der Backenzahn in Max' Kiefer von jemand anderem als Max stammte. Okay, das wusste ich schon von Bergeron. Er war sicher, dass er von einem jüngeren Individuum stammte. Die nächste Aussage war es, die keinen Sinn ergab. Ich las sie eben zum dritten Mal, als Jake zurückkehrte. Die Orthodoxen? Knappes Nicken. Was haben sie gesagt? Jetzt wollen diese selbstgerechten Wichser mir auch noch in Talpjot die Daumenschrauben anlegen. Du hast bei einer Synagoge aus dem ersten Jahrhundert Skelettreste ausgegraben? Natürlich nicht. Ich habe das dem Kerl auch gesagt, aber er hat mir nicht geglaubt. Er meinte nur, er und seine Sturmtruppe würden heute in voller Stärke dort einfallen. Hast du gefragt, ob sie Max gestohlen haben? Darüber wollte der gute Rabbi nicht sprechen. Jake zögerte kurz. Aber er hat auch was Komisches gesagt. Ich wartete. Er wollte, dass diese telefonischen Belästigungen endlich aufhören. Und? Ich habe nur zweimal dort angerufen. Wer telefoniert dann so eifrig? Anscheinend weiß der Rabbi das nicht. Ein merkwürdiges Schweigen folgte. Ich beendete es. Du hattest recht, Jake. Ich hielt die DNS-Berichte über Max und den Zahn in die Höhe. Diese ganze Sache könnte größer sein, als wir beide es uns vorgestellt haben. Erzähl. Jetzt war es Jake, der aussah wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Ich wiederholte es zweimal. Jake verstand es noch immer nicht. Die Sequenzierung verbindet Max' fremden Zahn mit den matrilinear verwandten Individuen in deinem Grab. Der Zahn, der nachträglich in Max' Kiefer eingesetzt wurde? Ja, Jake. Das bedeutet, dass der Besitzer des Zahns mit den Leuten in deinem Grab verwandt war. Er war Familienmitglied, ein Verwandter mütterlicherseits. Aber der Zahn gehörte nicht in diesen Kiefer. Wie kam er da hin? Meine Vermutung ist, dass es ein schlichtes Versehen war. Vielleicht bei der Bergung, vielleicht beim Transport. Also war mindestens eine Person in Höhle 2001 unbestreitbar verwandt mit den Leuten im Kidron-Grab. Was zum Teufel hatte ein Mitglied dieser Familie oben in Masada zu schaffen? Jake ging zum Fenster und schaute nach unten. Ich wartete, während er eigenen Gedanken nachhing. Yadin wollte nicht über die Höhlenbestattung reden. Haas hatte keinen Bericht darüber. Jake sprach mit gedämpfter Stimme. Natürlich, das waren keine Zeloten. Da oben in der Höhle lebte eine Gruppe Nazarener. Jesus' Anhänger in Masada. Einer davon mit biologischen Verbindungen zu dem Grab in Kidron. Einer davon ein Mitglied der heiligen Familie. Und um das zu beweisen, muss ich beweisen, dass das Jakobus-Ossuar aus diesem Grab stammte. Jake drehte sich um und in seinen Augen loderte etwas, bei dem es mir die Sprache verschlug. Ich dachte, wir hätten zwei voneinander unabhängige Funde, die beide für sich genommen schon sensationell sind. Aber das stimmt nicht. Es hängt alles zusammen. Das verschwundene Masada-Skelett und das Kidron-Grab sind beides Teile derselben Geschichte. Das ist größer, als sogar ich es mir vorgestellt habe, Tempi. Und gefährlicher. Gefährlich? Wir haben Max doch gar nicht mehr und kein Mensch weiß etwas von den Knochen im Leichentuch. Noch nicht. Es wird Zeit, dass wir Blotnik benachrichtigen. Jake wirbelte zu mir herum. Nein. Ich zuckte zusammen, als hätte mich ein Stromschlag getroffen. Jake hob entschuldigend die Hand. Tut mir leid. Mein Kopf macht mir wieder Schwierigkeiten. Es ist nur... Ich... Nicht Blotnik. Jake, lässt du dir von deinen Gefühlen dein Urteilsvermögen trüben? Blotnik könnte Caligula sein, aber er ist der Leiter der Altertumsbehörde. Der Mann muss doch etwas getan haben, um sich diesen Posten zu verdienen. Er hat in den Sechzigern mal ein paar brillante Artikel geschrieben. Die akademische Welt lag ihm zu Füßen und er erhielt eine Menge lukrativer Angebote. Dann lehnte er sich zurück und schrieb nie mehr irgendwas von Bedeutung. Jetzt reitet er auf dem Rücken anderer. Trotz deiner Meinung über Blotnik hat die Altertumsbehörde das Sagen, was die Altertümer in diesem Land angeht. Mit einem Seufzer nahm Jake einen Kugelschreiber zur Hand und klickte die Mine raus und rein. Ich besuche heute Nachmittag Ruth Ann Bloom. Bloom ist die biologische Anthropologin, die für die Altertumsbehörde arbeitet? Jake nickte. Erzählst du ihr von den Knochen im Leichentuch? Ja. Das sagst du jetzt nicht nur so. Das sage ich nicht nur so. Jake warf den Kuli auf den Tisch. Du hast recht. Es ist zu riskant, die Knochen hier zu behalten. Ich schaute auf meine Uhr. Ich soll mich um vier Uhr mit Ryan im Hotel treffen, aber ich könnte das verschieben. Unnötig. Ich rufe dich in ein paar Stunden an. Hast du Lust, mit uns zu Abend zu essen? Jake nickte abwesend. Er war in Gedanken versunken und hörte nicht mehr zu. Ryan kam kurz nach mir in mein Zimmer. Anscheinend machte ich einen unglücklichen Eindruck. Alles in Ordnung? Hast du in der Post irgendwas Nützliches erfahren? Ich riss mir eine Diet Coke auf und erzählte Ryan von den Artikeln, in denen Yadin sich selbst widersprach, was die Anwendung der Radiokarbon-Datierung anging. Der alte Knabe hat also doch Material außer Landes geschickt. Warum hat er das mit den Massada-Skeletten nicht gemacht? Warum nicht, für wahr. Aber hör dir das an. Ich habe die DNS-Ergebnisse. Eine Reihe von Individuen im Kidron-Grab hat identische Sequenzierungen. Und das bedeutet, dass sie verwandt sind. Ja, aber das ist keine große Sache. Es ist ein Familiengrab. Man würde erwarten, dass die Leute, die dort begraben liegen, miteinander verwandt sind. Die große Sache ist die, dass die mitochondriale DNS Max Fremdenzahn mit dieser Familie in Verbindung bringt. Und das bedeutet, dass jemand, der in Höhle 2001 begraben war, ein Mitglied der Familie war, die im Kidron-Grab begraben war. Ich liebte Ryan schnelle Auffassungsgabe. Genau. Und da Jake überzeugt ist, dass das Kidron-Grab die Mitglieder der heiligen Familie enthielt, würde das bedeuten, dass es in Massada zur Zeit der Belagerung frühe Christen gab. Oh Mann. Ja, den Israelis durfte eine solche Hypothese ganz und gar nicht gefallen. Jesus-Anhänger in Massada. Vielleicht sogar ein Mitglied der heiligen Familie. Genau. Aber ich habe noch immer keine Ahnung, wer Max ist. Ich trank einen Schluck. Seine DNS-Sequenzierung war einzigartig. Wenn er mit denen im Kidron-Grab verwandt war, dann auf jeden Fall nicht über eine der Damen, die Jake geborgen hat. Kaplan hat heute Morgen dieses Thema ebenfalls angeschnitten. Ich war sofort ganz ohr. Er behauptete, Ferris sei mit Max quasi per Du gewesen. Er hatte Beweise für seine Identität? Sagt zumindest Kaplan. Ein Kribbeln lief mir das Rückgrat hoch. Um Gottes Willen, Ryan, sag mir, was Kaplan gesagt hat. Kaplan behauptet, er hätte es nie herausgefunden. Aber auf der Straße ging das Gerücht, die Knochen seien eine große Sache. Auf der Straße der illegalen Antiquitäten. Ryan nickte. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Friedman musste Kaplan laufen lassen. Du machst Witze. Was ist mit dem Ladendiebstahl? Litwag hat seine Anzeige zurückgezogen. Und ich habe rein gar nichts, um Kaplan mit dem Ferris-Mord in Verbindung zu bringen. Kaplan hat doch zugegeben, er sei angeheuert worden, um den Kerl zu töten. Aber er sagt, er hätte es nicht getan. Verdammte Scheiße. Hier ist noch eine interessante Neuigkeit. Courtney Purviance ist unerfindbar. Ferris' Sekretärin ist verschwunden? Als Kaplan uns zum ersten Mal von dem Massada-Skelett erzählte, fragten wir ihn, warum Ferris beschlossen hatte, das Ding jetzt zu verkaufen, nachdem er es mehr als dreißig Jahre lang versteckt hatte. Das hatte ich mich selbst auch schon gefragt. Kaplan behauptete, Ferris' Geschäfte wären in letzter Zeit nicht mehr so gut gelaufen. Das ist aber nicht das, was Purviance dir gesagt hat. Ganz und gar nicht. Irgendjemand lügt also. Deshalb wollten wir Purviance ja noch ein paar Fragen stellen. Ich habe eine Anfrage nach Kanada geschickt. Ein Typ namens Burke bearbeitet die Sache mit mir. Der blonde Detective, den ich bei der Ferris-Autopsie gesehen habe. Ryan nickte. Burke versucht seit einigen Tagen mit Purviance in Kontakt zu treten. Sie ist nicht in Ferris' Lagerhaus. Sie ist nicht zu Hause. Die Dame scheint verschwunden zu sein. Das ist nicht gut, sagte ich. Nein, ist es nicht. Aber Burke ist dran. Ryan kam zu mir und legte mir die Hände auf die Schultern. Friedman und ich hängen uns an Kaplan dran wie die Kletten. Wir werden genau wissen, was dieser Penner macht, wohin er geht, wen er trifft. Ryan zog mich an sich. Du wirst eine Weile auf dich selbst gestellt sein. Ich komme schon zurecht. Du hast ja meine Handynummer. Ich löste mich und strahlte Ryan mit einem gespielt fröhlichem Lächeln an. Lass dich nicht aufhalten, mein Hübscher. Ich gehe heute Abend mit einem großen, charmanten Mann zum Essen. Ryan lächelte. Ich hasse es, wenn du mir immer so nachtrauerst. Verschwinde. Ich drehte Ryan zur Tür. Eine pulsbeschleunigende Überwachung erwartet dich. Als Ryan gegangen war, rief ich Jake an, um ein Restaurant auszumachen. Keine Antwort. Meine Uhr zeigte fünf. Ich war seit Sonnenaufgang wach und allmählich wurde ich etwas müde. Ein schnelles Nickerchen? Warum nicht? Jake würde in der nächsten Stunde anrufen. Sekunden später weckte mich ein Geräusch an der Tür. Ein Schlüssel? Ein Rüttel an der Klinke? Desorientiert schaute ich auf die Uhr. 19.32 Uhr. Ich stürzte durchs Zimmer. Jake? Keine Antwort. Ryan? Etwas knisterte auf den Fliesen vor meinen Füßen. Als ich den Kopf senkte, sah ich, dass ein zusammengefaltetes Blatt Papier durch den Schlitz geschoben wurde. Ich öffnete die Tür. Eine junge Frau lief den Korridor hinunter. Sie trug ein dunkles Kleid und Halbschuhe. Miss? Ohne sich umzudrehen, rief die Frau über die Schulter. Dieser Mann hat ihr Zimmer verwüstet. Ich bückte mich, hob das Blatt auf und faltete es auf. Darauf stand noch einmal der Satz, den die Frau mir zugerufen hatte. Und ein einzelner Name. Hossam Al-Ahmed. Ich griff zum Telefon und fragte nach Mrs. Hanani. Man sagte mir, die Geschäftsführerin habe bereits Feierabend gemacht. Ich hinterließ die Nachricht, dass sie mich zurückrufen solle. Um Viertel vor acht versuchte ich es noch einmal bei Jake, dann um acht und um Viertel nach acht. Um halb neun gab ich es auf und ging in die Killerbar. Das Essen war gut, aber ich war zu aufgeregt, um die Bemühungen des Kochs würdigen zu können. Mich ließ die Frage nicht mehr los, warum Jake meine Anrufe nicht erwidert hatte. Weil mir nichts Besseres einfiel, legte ich mich in die Badewanne. Mein bewährtes Mittel gegen Erregung. Aber es half nicht. Wo war Jake? Während ich mich abtrocknete, fiel mein Blick auf Ryans Telefondaten. Warum nicht? Das würde mich wenigstens davon ablenken, mir Sorgen um Jake zu machen. Ich kam schneller voran als beim letzten Mal. Jetzt fielen mir Muster auf, und ich erkannte mehr Nummern wieder. Aber das Bad war beruhigender gewesen, als ich gedacht hatte. Die Lieder wurden mir schwer. Ich wollte eben das Licht ausschalten, als mir eine Nummer ins Auge stach. War es nur meine Schläfrigkeit, oder stimmte hier etwas nicht? Immer und immer wieder ging ich die Chronologie der Anrufe durch. Ich spürte, wie mir das Blut ins Hirn rauschte. Ich griff zum Telefon und wählte Ryans Nummer. Hier, Ryan. Tempi. Wie war das Abendessen? Gedämpft. Jake ist nicht aufgetaucht. War vielleicht besser so. Ich habe in den Telefondaten etwas gefunden. Wann ist Ferris mit Miriam nach Boca Raton gefahren? Mitte Januar. Ryan hielt seine Antworten kurz. Ich stellte mir vor, dass er und Friedman zusammengesunken in einem dunklen Auto saßen. Es gibt vom 16. bis zum 23. eine deutliche Flaute in den Anrufen, die von Mirabell abging. Ferris war mit Miriam unten im Süden. Richtig. Zwei Anrufe gingen an das Hotel in Boca. Wahrscheinlich Pervians mit irgendwelchen Fragen an den Chef. Aber jetzt pass auf. Am 19. Januar wurde Kaplans Privatnummer noch einmal vom Lagerhaus aus angewählt. Ryan begriff es sofort. Ferris war in Florida. Er konnte es also nicht gewesen sein. Wer hat dann Kaplan angerufen? Pervians? Schluck ich vor. Sie führte die Geschäfte, wenn Ferris nicht da war. Aber warum sollte Pervians Kaplan anrufen? Er ist weder Kunde noch Lieferant. Wer zum Teufel war dann der Anrufer? Und warum hat er angerufen? Ein anderer mit Zugang, ein Familienmitglied. Noch einmal. Warum? Scharfsinnige Fragen, Detective. Kniffliges Problem. Kniffliges Problem. Was Neues von Burke? Pervians ist noch immer nicht auffindbar. Das ist schlecht, oder? Wenn die Dame was mitgehört oder was gesehen hat, hat der Täter sie vielleicht umgebracht, damit sie nicht redet. Oh Gott. Aber die Ballistiker haben neue Erkenntnisse über die Jericho 9 mm, mit der Ferris umgebracht wurde. Die Knarre wurde von einem 74-jährigen Klempner namens Ossolz als vermisst gemeldet. Autoaufbruch in St. Leonar. Wann? Am 22. Januar, weniger als drei Wochen vor Ferris' Ermordung. Burke vermutet Straßengängste. Eine Waffe beschaffen, ein Lagerhaus überfallen, dann geht was schief und Ferris wird abgeknallt. Irgendwas rührte sich in meinem Unterbewusstsein. Laut Pervians wurde nichts Wertvolles gestohlen, sagte ich, abgelenkt von der Meldung aus meinem Hinterkopf. Im Hintergrund hörte ich eine Stimme. Kaplan macht sich auf die Socken, sagte Ryan und schaltete ab. Da ich jetzt absolut nicht mehr müde war, kehrte ich zu den Telefondaten zurück. Diesmal fing ich mit Kaplans Privatanschluss an. Die Listen vom Januar und vom Februar waren kurz. Doch fast sofort erlebte ich meine nächste Überraschung. 1. Februar. 9.72. Die internationale Vorwahl für Israel. 0.2. Die Vorwahl für Jerusalem und Hebron. Die Anschlussnummer kannte ich. Das Rockefeller. Und diesmal nicht die Zentrale. Kaplan hatte das Büro von Tovia Blotnik angerufen. Der Anruf hatte 23 Minuten gedauert. Als Ferris starb, war Blotnik also schon mindestens zehn Tage im Bilde. Hatte ich Blotniks Nummer sonst irgendwo gesehen? War es das, was mein Unterbewusstsein mir sagen wollte? Ich schaute noch einmal in den Daten über Ferris Lagerhaus für den Februar nach. Bingo. Am 8. Januar hatte Ferris die Zentrale des Rockefeller angerufen. Ein Monat später hatte er direkt Blotniks Anschluss angerufen. Ich wählte Ryans Nummer, brach dann ab. Er und Friedman hatten vollauf damit zu tun, Kaplan zu verfolgen. Ein klingelndes Handy könnte sie auffliegen lassen. Oder der Apparat war ausgeschaltet. Ich versuchte es bei Jake. Noch immer keine Antwort. Frustriert knallte ich den Hörer auf die Gabel. Zehn nach elf. Wo zum Teufel war er nur? Konnte es sein, dass er bewusstlos auf dem Schlafzimmerboden lag? Hatte Jake recht mit seinem Urteil über Blotnik? Ein furchtbarer Gedanke. War Blotnik mehr als nur ehrgeizig? War er gefährlich? Ich versuchte es noch einmal bei Jake. Wieder sprang der Anrufbeantworter an. Verdammt noch mal! Ich zog mir Jeans und eine Windjacke über, schnappte mir Friedmans Schlüssel und rannte die Treppe hinunter. In Jakes Wohnung war kein einziges Fenster erhellt. Das Tor war unversperrt und stand einen Spalt offen. Glücklicher Zufall? Schlechtes Zeichen? Ich trat hindurch. Jakes Treppe war ein schmaler, schwarzer Tunnel. Der Aufstieg dauerte ewig. Immer wieder schaute ich hinter mich. An der Tür klopfte ich leise. Jake? Warum flüsterte ich? Jake! rief ich laut und hämmerte mit dem Handballen. Drei Versuche, keine Antwort. Ich drehte den Knauf. Die Tür schwang nach innen. Angst kitzelte meine Magengrube. Zuerst das Tor, jetzt die Tür. Hätte Jake wirklich beides unversperrt gelassen? Bilder stürzten auf mich ein. Jake, der auf dem Boden lag, Jake bewusstlos im Bett. Etwas berührte mein Bein. Ich machte einen Satz und riss die Hand zum Mund. Mit pochendem Herzen schaute ich nach unten. Einer der Kater starrte mich mit in der Dunkelheit glänzenden, runden Augen an. Bevor ich reagieren konnte, schwang die Tür weiter auf. Angeln quietschten leise und der Kater war verschwunden. Ich spähte durch den Spalt. Am anderen Ende des Zimmers sah ich neben dem Computer einige achtlos hingeworfene Gegenstände liegen. Trotz der Dunkelheit wusste ich, was es war. Jacks Sonnenbrille. Jacks Brieftasche. Jacks Pass. Und ich wusste, was das hieß. Ich schob mich durch die Tür. »Jake?« Ich tastete nach einem Lichtschalter, fand keinen. »Jake, bist du da?« Mich durch die Dunkelheit vorwärts tastend, schlich ich um die Ecke herum in das vordere Zimmer. Ich suchte eben die Wand ab, als links von mir etwas krachte. Während mir das Adrenalin in die Adern schoss, fand ich den Lichtschalter. Mit zitternden Fingern legte ich ihn um, und das Zimmer wurde hell. Der Kater stand auf der Küchenanrichter, alle Muskeln fluchtbereit angespannt. Eine Vase lag zerbrochen auf dem Fliesenboden, rostiges Wasser quoll heraus wie Blut aus einer Leiche. Ich lief in den Wintergarten und tastete nach einem Lichtschalter. Als ich ihn fand und umlegte, passierte nichts. Frustriert kehrte ich in die Küche zurück und wühlte in den Schubladen, bis ich eine Taschenlampe entdeckte. Ich schaltete sie ein und kehrte in den Wintergarten zurück. Der Schrank stand am hinteren Ende. Wo die Türen aneinanderstoßen sollten, klaffte eine pechschwarze Lücke. Mein Herz verkrampfte sich. Das Vorhängeschloss war verschwunden, und ein Türflügel hing schief in den Angeln. Mit zwei Schritten war ich bei dem Schrank und leuchtete hinein. Fach um Fach suchte ich ab, und im harten weißen Kegel meiner Lampe wirbelte und waberte Staub. Die rekonstruierten Ossoare waren noch da. Die Fragmente waren noch da. Die Knochen aus dem Leichentuch waren verschwunden. Hatte Jake die Knochen zu Blum mitgenommen? Auf gar keinen Fall. Er hätte nie den Schrank offen gelassen. Er wäre nie ohne Pass und Brieftasche ausgegangen, und er hätte die Tür abgeschlossen. Waren die Knochen gestohlen worden? Nur über Jakes Leiche. Oh Gott! War Jake entführt worden? Oder noch was Schlimmeres? Ich ging in die Küche zurück und legte die Taschenlampe wieder in die Schublade. Als ich sie zudrückte, bemerkte ich Jakes Anrufbeantworter auf der Arbeitsfläche. Das Signallämpchen blinkte in Zehnergruppen. Ich zählte meine eigenen Anrufe bei ihm nach. Acht. Der erste gegen fünf. Der letzte kurz vor Verlassen des Hotels. Die anderen Anrufe könnten vielleicht Aufschluss über seinen Aufenthaltsort geben. In Jakes Privatsphäre eindringen? Auf jeden Fall. Das roch nach einer ziemlich üblen Situation. Ich drückte auf Abspielen. Der erste Anruf kam tatsächlich von mir. Die zweite Nachricht war von einem Mann, der Hebräisch sprach. Ich verstand die Worte »Hevrat Kadesha« und »Isha«, »Frau«, sonst nichts. Zum Glück fasste der Kerl sich kurz. Ich spielte die Nachricht immer wieder ab, bis ich sie phonetisch transkribiert hatte. Die nächste Anruferin war Ruth N. Bloom. Sie hinterließ nur ihren Namen und den Hinweis, dass sie länger arbeite. Die letzten sieben Nachrichten waren wieder von mir. Die Maschine schaltete sich ab. Was hatte ich erfahren? Nichts. War Jake bereits weg gewesen, als ich das erste Mal anrief? War er weggefahren, nachdem er den männlichen Anrufer gehört hatte? Zu Ruth N. Bloom? Hatte er aus freien Stücken das Haus verlassen? Ich schaute mir die Kritzeleien in meiner Hand an. Ich schaute auf die Uhr. Es war jetzt nach Mitternacht. Wen sollte ich anrufen? Ryan antwortete nach dem ersten Klingeln. Ich sagte ihm, wo ich war und was ich erfahren hatte. Ryans Atmen verriet mir, dass er nicht gerade erfreut war über meinen Alleingang. Jake könnte in Schwierigkeiten sein, sagte ich. Moment mal. Die nächste Stimme war Freedmans. Ich erklärte ihm, was ich wollte, und eins nach dem anderen sprach ich die Phoneme aus, die ich mir notiert hatte. Wir brauchten mehrere Durchgänge, aber schließlich klang Freedmans hebräisch so, wie die Nachricht auf dem Band. Der Anrufer war ein Mitglied der Orthodoxen gewesen, der auf Jakes Anfrage hin zurückrief. Okay, das hatte ich schon vermutet. Der nächste Teil von Freedmans Übersetzung überraschte mich. Eine ganze Reihe der belästigenden Anrufe waren von einer Frau getätigt worden. Das ist alles. Der Anrufer wünscht ihrem Freund noch, seine Hand möge ihm vertrocknen und abfallen, sollte er je wieder ein Grab entweihen. Eine Frau hatte die Orthodoxen angerufen? Ich hörte rascheln, als Friedman das Telefon an Ryan zurückgab. Du weißt, was ich jetzt von dir will, Barsch. Ja, sagte ich. Du fährst ins American Colony zurück. Ja. Irgendwann. Wenn du irgendwo anders hinfährst, außer ins Hotel, sag mir Bescheid. Mach ich. Ich meine es ernst. Ich ruf dich an. Schweigen. Ich beendete es. Was treibt Kaplan? Ist früh zu Bett gegangen. Ihr bleibt ihm im Nacken? Ja, hör zu, Tempi. Es ist möglich, dass Kaplan nicht unser Schütze ist. Wenn das so ist, dann ist es jemand anders. Okay. Ich fahre nicht nach Ramallah. Ryan antwortete mit seiner Standardfloskel. Du kannst eine echte Nervensäge sein, Brennan. Ich hielt mit meiner dagegen. Ich arbeite daran. Nachdem ich abgeschaltet hatte, eilte ich in Jakes Büro. Am Computer entdeckte ich ein gelbes Post-it, das unter der Tastatur hervorlugte. Ich nahm den Zettel zur Hand. Jakes Handschrift. Der Name Esther Getz und eine Telefonnummer, die sich nur in der letzten Ziffer von Blotnicks im Rockefeller unterschied. Plötzlicher Gedanke. Könnte Esther Getz die Frau sein, die bei den Orthodoxen anrief? Und hatten die Anrufe bei den Orthodoxen überhaupt mit unserer Sache zu tun? Okay. Jack hatte vorgehabt, Getz oder Blum oder beide zu besuchen. Hatte er es getan? Ich starte die Nummer an. Um diese Uhrzeit anzurufen, wäre sinnlos. Unverschämt. Vergiss unverschämt. Ich wollte Blum wissen lassen, dass ich nach Jake suchte. Es klingelte viermal. Anrufbeantworter. Nachricht. Einen Augenblick stand ich nur da den Hörer in der Hand. Getz? Warum nicht? Anrufbeantworter. Nachricht. Und jetzt? Wen sollte ich sonst noch rausklingeln? Ich wusste, dass Anrufe sinnlos waren, aber ich war frustriert und mir fiel nichts Besseres ein. Ich wählte eine weitere Nummer und war überrascht, als eine Stimme sich meldete. Bin da. Gedämpft mit der Hand an der Sprechmuschel. Ich nannte meinen Namen. Die Amerikanerin? Überrascht. Sie müssen entschuldigen, dass ich so spät noch anrufe, Dr. Blotnick. Ich arbeite oft bis spät in die Nacht. Verunsichert. Offensichtlich war meine Stimme nicht diejenige, die Blotnick erwartet hatte. Ist so eine Angewohnheit von mir. Ich dachte an meinen ersten Anruf bei der Altertumsbehörde. An diesem Abend hatte Blotnick auf jeden Fall nicht länger gearbeitet. Ich hielt mich nicht lange mit Einleitungen auf. Haben Sie Jake Drumm heute gesehen? Nein. Ruth Ann Bloom? Ruth Ann? Ja. Ruth Ann ist oben in Galiläa. Ich muss mit Ihnen sprechen. Heute Nacht? Sofort. Das ist unmöglich. Ich bin... Blotnick war offensichtlich aus der Fassung gebracht. Ich bin in dreißig Minuten bei Ihnen. Warten Sie auf mich. Ich wartete nicht auf Blotnicks Antwort. Es war eine Nacht der offenen Tore. Ich hätte es als Omen sehen sollen. Stattdessen nahm ich an, dass Blotnick mich erwartete. Ich ging zur Seitentür. Ein Eingang, der nur vom Museumspersonal benutzt wurde. Sie war unverschlossen wie das Tor. Ich drückte sie mit der Schulter auf und trat ein. Auf einer hölzernen Ablage, neben der Doppeltür, die in den Ausstellungsbereich führte, entdeckte ich ein Telefon. Ich wählte Ryans Nummer. Keine Antwort. War Kaplan wieder unterwegs? Ich hinterließ eine Nachricht. Ich atmete einmal tief durch und stieg dann, die Hand am Geländer, das Gewicht auf den Fußballen die Wendeltreppe hoch. Meine Schritte heilten von Wänden und Boden wieder. Blasgelbes Licht sickerte aus den Ritzen um Blotnicks Tür. Und auch Stimmen. Sehr leise, aber irgendwie gelassen. Es war ein Uhr nachts. Wer in Gottes Namen konnte jetzt noch bei Blotnick sein? Jake, Bloom, Gatz? Ich ging zur Tür und klopfte leise. Die Stimmen verstummten nicht. Ich klopfte fester. Nicht die winzigste Unterbrechung im Gespräch. Die Angeln quietschten, als die Tür aufschwang. Die Stimmen. Der Geruch. Ein Teil meines Hirns registrierte und interpretierte. Bevor mein Bewusstsein reagierte, wusste ich Bescheid. Szenenbild. Datenbeiz. Die Ohren, Nase, Augen bestürmen. Gemessene Unterhaltung. BBC-Stimmen. Radio auf einem Bücherschrank. Neben Blotnicks Schreibtisch. Ein leichter Korditgeruch in der Luft. Und noch etwas anderes. Kupferig. Salzig. Die Herrchen in meinem Nacken und auf den Unterarmen stellten sich auf. Mein Blick sprang zum Schreibtisch. Eine Bankierslampe verströmte einen unheimlichen grünlichen Schein. Blotnicks Drehsessel stand im schiefen Winkel zum Schreibtisch. Obwohl die Deckenbeleuchtung ausgeschaltet war, konnte ich dahinter und darüber Bluttröpfchen sehen, als wäre die Wand tödlich verletzt worden. Hochgeschwindigkeits-Blutspritzer. Oh Gott. Wer war da erschossen worden? Jake? Blotnick? Ich wollte es gar nicht sehen. Ich musste es sehen. Ich ging mit leisen Schritten zum Schreibtisch und spähte dahinter. Keine Leiche. Erleichterung? Verwirrung? Rechts hinten entdeckte ich die Tür eines Wandschranks. Ein schwacher Schein drang zwischen Tür und Stock hervor. Ich ging am Tisch vorbei in die Ecke und zog die Tür mit den Fingerspitzen auf. Metallregale mit Büromaterial, Kartons und beschriftete Behälter. Schwaches Licht kam aus einer Nische links vor mir. Eine Hand auf dem Rand eines Regalfachs schob ich mich langsam vorwärts. Nach fünf Schritten rutschte mein Fuß auf etwas feucht-klebrigem aus. Ich schaute nach unten. Ein dunkles Rinnsal quoll an der Regalkante aus der Nische hervor. Die mentale Alarmglocke schrillte. Es war zu spät. Zu spät für wen? Ich zwang meine Beine, um die Ecke zu gehen. Plotnik lag auf dem Bauch. Die blutgetränkte Jarmulke steckte in einem Loch in seinem Schädel. In seinem Rücken entdeckte ich eine zweite Wunde, eine dritte in der Schulter. Blut gerann in der Pfütze, die seinen Körper umgab, und in den schmalen Bächen, die davon abgingen. Ich riss die Hand vor den Mund. Mir wurde schwindelig, beinahe übel. Ich lehnte mich an die Wand, und ein einziger Gedanke ging mir durch den Kopf. Nicht Jake, nicht Jake. Sag mir, dass du es nicht getan hast, Jake. Wer dann? Ultra-orthodoxe Radikale? Christliche Fanatiker? Islamische Fundamentalisten? Eine Sekunde, fünf, zehn. Dann wurde mein Verstand wieder klar. War der Mörder noch hier? Ich taumelte ins Büro zurück und griff nach dem Telefon. Kein Freizeichen. Mein Blick wanderte an der Schnur entlang. Sie endete knapp zehn Zentimeter unter dem Hörer in einer glatten Schnittkante. Angst durchzuckte mich wie ein Stromschlag. Mein Blick huschte über die Tischplatte, blieb an einem Blatt hängen. Hatte Blotnik es gelesen? Könnte es mich zu Jake führen? Tatort. Nichts berühren, schrie meine linke Hirnhälfte. Finde Jake, entgegnete die Rechte. Behutsam zupfte ich das Blatt frei. Es war Gets Bericht über das Leichentuch, adressiert an Jake. Jake hasste Blotnik. Er hätte ihm den Bericht nie gegeben. Ein schrecklicher Gedanke. Irgendjemand hatte die Knochen aus dem Leichentuch gestohlen. Da Jake Blotnik verdächtigte, war er in dessen Büro gestürmt, um ihre Herausgabe zu verlangen. Waren die Dinge dann aus dem Ruder gelaufen? Hatte er Blotnik in einem Wutanfall getötet? Ich überflog den Bericht. Zwei Wörter sprangen mir sofort ins Auge. Skeletale Überreste. Ich las den Absatz. Gets hatte in dem Gewebe mikroskopische Knochenspuren gefunden. Ihr Bericht legte nahe, dass noch größere Überreste existieren könnten. Blotnik wusste Bescheid. Ich schaute mich schnell im Büro um. Die Knochen waren nirgends zu sehen. Ich durchsuchte eben den Wandschrank, als ich ein leises Quietschen hörte. Mir stockte der Atem. Die Türangel. Jemand war in Blotniks Büro. Schritte überquerten den Büroboden. Papier raschelte. Wiederschritte. Zum Bücherschrank? Ohne nachzudenken hastete ich rückwärts wieder auf die Nische zu. Ein Schuh trat in die Blutpfütze und rutschte seitlich weg. Ich kippte nach vorne. Der Instinkt übernahm die Kontrolle. Ich ließ die Hände vorschnellen, grapschte nach einem Halt. Meine Finger schlossen sich um eine metallene Längsstrebe. Das Regal wackelte. Die Zeit zersplitterte. Ein Stapel Papierhandtücher schwankte und fiel dann zu Boden. Plötzliche Stille im Büro. Totale Stille im Wandschrank. Jäger und Beute nahmen die Witterung auf. Dann eilige Schritte. Aus dem Büro hinaus? Erleichterung. Dann Angst wie eine Faust, die meine Brust umklammerte. Die Schritte bewegten sich in meine Richtung. Wie gelähmt kauerte ich da und horchte angestrengt. Dann spuckte mein Hirn eine vergessene Maxime aus. Überlasse dem Gegner nie das Licht. Plotnicks Besucher konnte mich besser sehen als ich ihn. Ich packte ein Buch, drehte mich um und zielte auf die Deckenlampe hinter mir. Die Birne zerbrach, Scherben regneten auf Plotnicks Leiche herab. Eine Silhouette füllte den Türrahmen aus. Eine prall gefüllte Tasche hing von der linken Schulter. Der rechte Arm war angewinkelt. Die Hand hielt auf Brusthöhe einen dunklen Gegenstand. Eine Schirmkappe verdunkelte das Gesicht. Räuspern. Dann. Wer da? Es war eine Frauenstimme. Ich rührte mich nicht. Die Frau räusperte sich noch einmal und versuchte es dann auf Arabisch. Im Büro kündigte eine blecherne Stimme die BBC-Nachrichten an. Die Frau trat einen Schritt zurück. Im grünen Schein der Lampe hinter ihr sah ich, dass sie Stiefel, Jeans und ein Kaki-Hemd trug. Unter den Achseln hatte sie Flecken. Seitlich aus der Kappe lugte eine blonde Strähne hervor. Die Frau war kräftig und viel zu kurz, für Esther Gitz. Und blond. Ruth N. Bloom? Ich spürte Schweiß auf meinem Gesicht. Kalte Hitze in der Brust. Hatte diese Frau Blotnik umgebracht? Würde sie auch mich umbringen? Ein Gedanke schoss mir ins Hirn. Zeitschinden. Wer sind Sie? Ich stelle die Fragen. Die Frau antwortete Englisch auf mein Englisch. Es war nicht Ruth N. Bloom. Blooms Englisch hatte einen starken Akzent. Ich schwieg. Antworten Sie, sonst machen Sie einen Ausflug ins Land der Schmerzen. Hart, aber erregt, unsicher. Wer ich bin, ist unwichtig. Ich entscheide, was wichtig ist, lauter, mit drohendem Unterton. Dr. Blotnik ist tot. Und Sie fangen sich genauso schnell eine Kugel ein. Bullenslang? Gehörte die Frau zur Truppe? Oder war sie nur eine der Millionen, die zu viel fern sahen? Bevor ich etwas sagen konnte, sprach sie wieder. Moment mal. Ich kenne diesen Akzent. Ich kenne Sie. Und auch ich hatte ihre Stimme schon gehört. Aber wann? Wo? Waren wir uns hier über den Weg gelaufen? Im Hotel? Im Museum? In der Polizeizentrale? Ich hatte in Israel nicht viele Frauen kennengelernt. Plötzlicher Gedanke. Der Anrufer bei Jake hatte von einer Frau gesprochen, die die Orthodoxen belästigte. Eine ganze Reihe der belästigenden Anrufe waren von einer Frau getätigt worden. Konnte das diese Frau sein? Hatte sie ihre eigenen Pläne mit Max? Hatte sie die Knochen aus dem Leichentuch gestohlen? Ich hatte keine Ahnung von ihren Motiven. Sie sprach Englisch, Hebräisch und Arabisch. War sie Christin, Jüdin, Muslimin? Konfiszieren Sie Knochen im Namen des Herrn? Fragte ich aufs Gratewohl. Keine Antwort. Die Frage ist nur, was für einer ist das? Ach, bitte. Feuchtes Schniefen. Die Frau fuhr sich mit der freien Hand ans Gesicht. Ich wusste nicht so recht, wie ich weitermachen sollte. Ich weiß über die Massada-Knochen Bescheid. Sie wissen einen Dreck. Schniefen. Stehen Sie auf. Ich gehorchte. Hände auf den Kopf. Ich hob die Hände und verschränkte die Finger auf dem Schädeldach. Alle meine Sinne waren aufs Äußerste gespannt. Ich probierte eine neue Fragerichtung. Warum haben Sie Blotnik getötet? Kollateralschaden. Ferris. Warum nicht? Warum haben Sie Ferris erschossen? Die Frau erstarrte. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich merkte, dass ich einen Nerv getroffen hatte und bohrte weiter. Zwei Kugeln in den Schädel, ziemlich kaltblütig. Halten Sie den Mund. Die Frau schniefte wieder und räusperte sich. Sie hätten sehen sollen, was die Katzen mit ihm angestellt haben. Stinkende kleine Mistdinger. Wenn sich der Nebel lichtet, passiert das oft sehr schnell. Ich kann nicht sagen, was meine Sinne alles registrierten. Ihre Sprechweise, die triefende Nase, die blonden Haare, die Dreisprachigkeit, die Tatsache, dass diese Frau mich kannte, die Katzen kannte. Plötzlich fügten sich scheinbar unzusammenhängende Details zu einem Bild. Der schlechte Polizeislang. Eine Wiederholung von Law and Order. Brisco sagte eben einem Verdächtigen, er wisse einen Dreck. Eine Frau hatte Hirsch Kaplan angeheuert, um Avram Ferris zu töten. Kaplan meinte, sie klang, als würde sie koksen. Das Schniefen und Räuspern. Ich habe Probleme mit den Nebenhüllen. Kaplan wurde aus dem Lagerhaus in Mirabelle in der Woche angerufen, als der Chef mit Miriam Urlaub machte. Ferris wurde mit einer Jericho 9 mm Halbautomatik erschossen. Diese Waffe wurde als gestohlen gemeldet von einem Mann namens Osuls in St. Leonard. Das ist Eiche auf Litauisch. Eine internationale Baumkundlerversammlung hier in St. Leonard. Osuls, Eiche, der lettische Name, den ich auf einem Klingelschild in St. Leonard gesehen hatte. Auf dem Klingelschild von Kourtney Purvians Gebäude. Hier ist noch eine interessante Neuigkeit. Kourtney Purvians ist unauffindbar. Aus meinem Unterbewusstsein erblühte eine gestochen scharfe Farbauaufnahme. Kourtney Purvians hatte Avram Ferris ermordet. Sie war nicht entführt worden. Sie stand in der Tür und zielte mit einer Waffe auf mich. Natürlich. Purvians kannte das Lagerhaus und seinen Inhalt, wusste wahrscheinlich auch über Max Bescheid. Regelmäßige Reisen nach Israel gehörten zu ihrem Job. Hierher zu fliegen war Routine für sie. Aber warum Ferris umbringen? Plotnik? Würde sie mich mit derselben Kaltblütigkeit umbringen? Ich musste versuchen, mich mit Reden aus dieser Lage zu befreien. An der Waffe kam ich nicht vorbei. Was ist passiert, Kourtney? Wollte Ferris ihn nicht genug vom Kuchen abgeben? Die Waffe kippte kurz nach unten, dann zielte die Mündung wieder auf mich. Oder wollten sie einfach noch mehr? Schnauze! Mussten sie hier noch eine Waffe stehlen? Wieder zuckte Kourtney leicht. Oder ist es in Israel einfacher, so ein Ding zu kaufen? Ich warne sie! Der arme alte Mr. Ossolz. So was tut man doch einem Nachbarn nicht an. Warum sind sie hier? Warum mussten sie sich in diese Geschichte einmischen? Ich sah, dass Purvians Finger über den Abzug strich. Sie war nervös. Ich versuchte es mit einem Bluff. Ich gehöre zur Sicherheitsabteilung. Kommen Sie! Sie winkte mich mit der Waffe zu sich. Aber langsam! Ich machte zwei Schritte nach vorne. Purvians wich zurück, um den Abstand beizubehalten. Im trüben grünen Schein musterten wir uns gegenseitig. Ja, Sie waren doch mit diesem Zivilschnüffler bei mir. Die Bullen haben sie wegen dem Ferris-Mord auf dem Kieker. Ich stieg in Purvians Hollywood-Polizistenslang um. Und Sie gehören zu denen, sarkastisch. Ich kann die Handschellen schon klicken hören. Wirklich? Ein Schniefen. Weil draußen ein ganzes Sondereinsatzkommando wartet. Und wenn Sie nicht bald anrufen, wird das Museum gestürmt? Sie hatte meinen Bluff durchschaut. Okay. Ich blieb auf der Slangschiene, probierte aber eine neue Richtung. Wissen Sie was? Eigentlich sind Sie doch die Angeschissene. Ferris hat Ware verhökert, die er nicht hätte verhökern dürfen. Scheiß auf Gott. Scheiß auf die Geschichte. Wichtig ist nur die Kohle. Purvians leckte sich die Lippen, sagte aber nichts. Sie haben's geschnallt, nicht? Haben ihm gesagt, er soll die Knochen nicht verschleudern. Wenigstens nicht, ohne ihnen was abzugeben. Er hat sie abblitzen lassen. Auf Purvians Gesicht zeigte sich ihr innerer Konflikt. Sie war verletzt und wütend und verdammt nervös. Eine gefährliche Kombination. Wer sind wir denn, dass wir beim Chef eine Lippe riskieren dürfen? Wir sind doch nur die Sekretärin, das Dienstmädchen. Die Tussi, die seine Hemden bügelt. Der Wichser hat sie wahrscheinlich behandelt wie eine Putzfrau. So war's nicht. Ich machte unbeirrt weiter. Dieser Ferris war ein eiskalter Scheißkerl. Avram war ein guter Mensch. Ja, ja, und Hitler war ein Hundefreund. Avram hat mich geliebt. Es platzte einfach aus ihr heraus. Plötzlich wurde mir noch etwas klar. Purvians lebte allein. All diese Anrufe aus dem Lagerhaus in Mirabell bei ihr zu Hause. Ferris und Purvians waren nicht nur Arbeitskollegen. Sie waren ein Liebespaar. Er hat's doch darauf angelegt. Der Mistkerl hat ein Spielchen mit ihnen gespielt, hat ihnen wahrscheinlich das alte Märchen aufgetischt, dass er seine alte verlassen will. Avram hat mich geliebt. Sie wiederholte es wörtlich. Er wusste, dass ich zehnmal so intelligent bin wie diese Kuh von einer Ehefrau. Hat er sich deshalb mit der alten Miriam in den Süden verdrückt? Sie sind doch nicht blöd. Sie hatten doch längst geschnallt, dass er sie nie verlassen wird. Sie hat ihn nicht geliebt, verbittert. Er war nur zu schwach, um reinen Tisch zu machen. Niete Nummer eins. Miriam liegt faul in der Sonne, während sie in ihrer Jungfernbude festhängen. Er vögelt zwar gerne mit ihnen, aber wer muss da bleiben und aufs Telefon aufpassen? Und dann nimmt dieser billige Hurensohn sie nicht einmal bei dem Skelett mit ins Boot. Purvians wischte sich mit dem Rücken ihrer Waffenhand die Nase. Dann Niete Nummer zwei. Kaplan verarscht sie. Zuerst der Geliebte, dann der Killer. Sie hatten eine echte Pechsträhne. Purvians riss die Waffe hoch, sodass die Mündung jetzt direkt auf mein Gesicht zielte. Langsam. Nicht zu sehr provozieren. Ferris war ihnen was schuldig. Kaplan war ihnen was schuldig. Sie wussten, dass das Skelett ihnen eine Stange Geld einbringen würde. Warum es also nicht einfach nehmen? Warum nicht? Verächtlich. Dann waren die Knochen plötzlich verschwunden. Niete Nummer drei. Schon wieder verarscht. Schnauze. Sie fliegen extra nach Israel, um sie zurückzuholen, sind aber nirgends zu finden. Niete Nummer vier. Wieder verarscht. Verarscht? Ich glaube, das hier reicht auch. Purvians klopfte auf ihre Tasche. Ich hörte das hohle Klacken eines Plastikbehälters. Ganz schön mutig. Den Chef hatten sie ja schon abgeknallt. Warum also nicht auch Blotnik? Blotnik war ein Dieb. Sparte die Scherereien eines Einbruchs. Ein Lächeln kroch über Purvians Gesicht. Ich hatte keine Ahnung von diesem Knochen, bis Blotnik plapperte. Der alte Trottel hatte sie nicht mal zwei Stunden. Wie hat er überhaupt von ihnen erfahren? Irgend so eine alte Schachtel hat Knochenfragmente gefunden, als sie das Leichentuch untersuchte, in dem sie waren. Was soll's? Purvians klopfte noch einmal auf die Tasche. Vielleicht ist das nur Müll. Könnte aber auch der heilige Gral sein. Diesmal gehe ich kein Risiko ein. Was haben sie Blotnik angeboten? Glaubte er, sie haben das Massadaskelett? Wieder das kalte Lächeln. Das war nur Betrug am Betrüger. Sie hatte Blotnik getötet. Die Knochen aus dem Leichentuch an sich genommen und sich aus dem Staub gemacht. Was wollte sie nun wieder hier? Sie sind damit durchgekommen. Warum sind sie zurückgekehrt? Wir wissen doch beide, dass eine Reliquie ohne Papiere ein Dreck wert ist. Wir hörten es beide im selben Augenblick. Das leise Quietschen einer Gummisohle. Purvians Abzugfinger zuckte. Sie zögerte, wusste nicht recht, was sie tun sollte. Rein da! zischte sie. Ich wich in den Wandschrank zurück, ohne den Blick von ihrer Waffe zu nehmen. Die Tür wurde zugeworfen. Ein Riegel klickte. Hastige Schritte dann stille. Ich drückte mein Ohr an das Holz. Ein Geräusch wie Brandung, übertönt vom Leiern eines Radiokommentators. Stillbleiben? Aufmerksamkeit erregen? Was soll's? Ich hämmerte. Ich schrie. Sekunden später knallte die Bürotür gegen die Innenwand. Mit rasendem Herzen wich ich in die Nische zurück. Ein Lichtstreifen unter der Schranktür. Gummisohlen. Der Riegel wurde geöffnet. Die Tür ging auf. Noch nie in meinem Leben war ich so froh gewesen, jemanden zu sehen. Was tust du denn hier? Jay klang mehr als schockiert. Hast du sie gesehen? Wen? Purvians. Wer ist Purvians? Egal. Ich schob mich an ihm vorbei und packte ihn am Arm. Wir müssen sie stoppen. Ich zerrte. Wir rannten beide los. Sie hat nicht mehr als drei Minuten Vorsprung. Aus dem Büro hinaus, den Gang entlang. Wer ist Purvians? Die Dame mit deinen Knochen aus dem Leichentuch. Ich hielt mich am Geländer fest und nahm immer drei Stufen auf einmal. Jake blieb dicht hinter mir. Bist du mit dem Auto da? Rief ich über die Schulter. Ich habe den Transporter des Ausgrabungsteams. Tempi. Wo? Ich atmete schwer. In der Auffahrt. Als wir zur Tür hinaus stürzten, raste ein Auto an uns vorbei. Der Kopf der Fahrerin ragte kaum über das Lenkrad hinaus. Das ist sie, keuchte ich. Das Auto schoss zum Tor hinaus. Schnell! Wir rissen die Türen auf und sprangen hinein. Jake drehte den Schlüssel und stieg aufs Gas. Der Motor jaulte im Leerlauf. Jake legte den ersten Gang ein und buxierte den Transporter in einer Dreipunktkehre in Richtung Ausfahrt. Als wir soweit waren, bog Purvians eben auf die Straße ein. Sie ist nach links auf die Sultan Suleiman gefahren. Jake trat das Gaspedal durch. Kies spritzte auf und wir schossen aufs Tor zu. Was fährt sie? Ein Citroën CV3, glaube ich. Ich habe das Auto nur ganz kurz gesehen. Wir rasten Hügel abwärts. Die Altstadt auf der anderen Seite versank im Dunst. Jake trat nur kurz auf die Bremse und riss das Lenkrad nach links. Ich kippte nach rechts und knallte mit der Schulter gegen das Fenster. Die Hecklichter des Citroëns vor uns schwenkten wieder nach rechts. Jake beschleunigte. Ich griff hinter mich, zog den Sicherheitsgurt vor und schnallte mich an. Jake bog auf die Jericho ein. Der Citroën vergrößerte den Vorsprung. Die Hecklichter waren jetzt nur noch verwaschene rote Flecken. Wohin fährt sie? Im Augenblick sind wir auf der High Gods, aber hinter uns heißt sie Jericho-Root. Sie könnte nach Jericho wollen. Scheiße, sie könnte nach Jordanien wollen. Nur wenige Autos waren unterwegs. Dunst waberte um die Straßenlampen. Purviance raste mit über fünfzig Stundenmeilen dahin. Jake hielt mit. Purviance überschritt die sechzig. Bleib dran. Ich stemmte beide Hände gegen das Armaturenbrett. Jake drückte das Gaspedal durch. Zu beiden Seiten der Straße huschten Lichter vorbei. Wohnblöcke? Werkstätten? Nachtclub? Synagogen? Die Gebäude waren schwarze Legosteine. Ich wusste nicht so recht, wo wir waren. Rechts von mir nahm ein Turmgestalt an. Neonschilder schimmerten im Nebel. Das Hyatt. Wir waren kurz vor der Kreuzung mit der Nablus Road. Purviance bog ab. Sie fährt nach Norden, sagte ich. Nur angespanntes Geplapper. Jake wusste das. Die Ampel sprang auf rot. Jake ignorierte sie und riss das Lenkrad herum. Das Heck brach aus. Jake lenkte gegen und richtete den Transporter wieder aus. Die Heckleuchten des Citroens waren nur noch Punkte. Purviance hatte jetzt eine Viertelmeile Vorsprung. Mein Herz raste. Die Handflächen auf dem Armaturenbrett waren feucht. Hin und wieder kam eine Reklametafel in Sicht und verschwand wieder. Wir rasten weiter. Plötzlich stachen Schilder aus dem Dunst. Jericho. Totes Meer. Sie will zum Highway One. Jake's Stimme war aufs Äußerste gespannt. Plötzlich schien vorne etwas zu passieren. Die Hecklichter des Citroens wurden wieder größer. Sie wird langsamer, sagte ich. Checkpoint. Werden Sie sie anhalten? Hier wird normalerweise nur durchgewinkt. Jake hatte recht. Nach einer kurzen Pause fuhr der Citroen an dem Wachhäuschen vorbei. Sollen wir Ihnen sagen, dass Sie sie stoppen sollen? Keine Chance. Sie könnten sie herauswinken. Diese Jungs sind Grenzer, keine Polizisten. Jake bremste. Der Transporter wurde langsamer. Fragen wir Sie doch. Nein. Das ist ein Fehler. Sag kein Wort. Wir blieben stehen. Der Kontrolleur schaute uns gelangweilt an und winkte uns dann durch. Bevor ich etwas sagen konnte, gab Jake schon wieder Gas. Ein plötzlicher Gedanke. Im Museum hatte Jake überhaupt nicht nach Plotnik gefragt. Hatte ich ihm keine Zeit dazu gegeben? Wusste er bereits, dass Plotnik tot war? Ich warf ihm einen Seitenblick zu. Jake war eine dunkle Silhouette, der lange Hals akzentuiert von der knochigen Röhre seines Kehlkopfes. Oh Gott. Verfolgte Jake ganz eigene Pläne? Jake beschleunigte stark. Die Gegend wurde einsam. Meine Welt verengte sich auf die beiden roten Flecken am Heck des Citroën. Wir fuhren durch Wüste, die älter war als die Zeit. Meile um Meile, nur Stille. Leere. Pervians raste auf die 90 zu. Jake blieb dran. Der Citroën umrundete Kurve um Kurve. Die Hecklichter zuckten weg und wieder zurück. Unser Transporter erreichte sein Limit. Wir fielen zurück. Die Anspannung im Auto war beinahe greifbar. Keiner von uns sagte etwas. Wir konzentrierten uns nur auf die pulsierenden roten Augen. In meiner Erinnerung passierte, was nun kam, in Zeitlupe wie eine sofortige Wiederholung. Tatsächlich hatte der gesamte Ablauf wohl eineinhalb Minuten gedauert. Der Citroën fuhr in eine Kurve. Wir folgten. Ich erinnerte mich an glänzenden Asphalt. Die Tachonadel näherte sich 90. Jake hielt das Lenkrad fest, umklammert. Auf der Gegenfahrbahn tauchte plötzlich ein Auto auf. Die Scheinwerfer, verschwommene Bänder, die den Dunst durchschnitten. Die Bänder schwanken und wanderten dann auf den Citroën zu. Purviens riss das Steuer herum. Ihr Wagen brach nach rechts aus, kam mit zwei Reifen aufs Bankett. Purviens lenkte dagegen. Der Citroën sprang wieder auf die Straße. Das entgegenkommende Auto überquerte die Mittellinie und strahlte den Citroën voll an. Ich sah Purviens Kopf hin und her wackeln, während sie mit dem Lenkrad kämpfte. Stetiges, kräftiges Rot sagte mir, dass sie auf der Bremse stand. Das entgegenkommende Auto scherte nach rechts aus, weg vom Citroën. Aktion und Reaktion. Auch der Citroën scherte zur Gegenseite aus, kam wieder aufs Bankett. Purviens riss das Steuer nach links und brachte den Citroën auf die Fahrbahn zurück. Aus unerklärlichen Gründen zuckte das Auto aber dann wieder nach rechts. Es sprang von der Straße und streifte an der Leitplanke entlang. Funken flogen. In Panik versuchte Purviens, das Auto wieder nach links zu bringen. Es traf eine nasse Stelle, verlor die Bodenhaftung und schleuderte. Das entgegenkommende Auto raste jetzt auf uns zu, die Reifen zu beiden Seiten des Mittelstreifens. Ich sah den Kopf des Fahrers und ich sah einen Beifahrer. Ich stemmte mich gegen den Aufprall ab. Jake riss am Lenkrad. Wir schossen nach rechts. Der Vorderreifen sackte weg. Das Auto sauste an uns vorbei. Der Hinterreifen sackte weg. Wir holperten und hüpften über Kies. Steinchen spritzten an die Leitplanke. Ich stemmte beide Hände fest gegen das Armaturenbrett, drückte die Ellbogen durch und legte das Kinn auf die Brust. Ich hörte Metall gegen Metall krachen. Als ich den Kopf hob, sah ich die Scheinwerfer des Citroën zur Seite und nach oben schnellen. Ein Augenblick hingen sie in der Luft, dann tauchten sie in die Dunkelheit. Ich hörte eine Eruption von Metall, Sand und Kies. Dann noch eine. Das Jaulen einer Hupe. Stetig. Schrecklich. Jake bremste. Die Pfosten der Leitplanke flogen langsamer vorbei. Der Transporter stand kaum, als Jake schon sein Handy aufklappte. Scheiße. Kein Netz? Scheißding. Jake warf das Handy aufs Armaturenbrett und deutete zum Handschuhfach. Taschenlampen. Während ich die Mergleits herauskramte, holte Jake von hinten Signalraketen. Gemeinsam liefen wir dann auf dem Asphalt zurück. Die Leitplanke klaffte. Die Bruchenden waren gezackt und nach innen gebogen. Wir schauten darüber hinweg, den Abhang hinunter. Der Nebel war ein dichtes Meer, das unsere Lichtkegel schluckte. Während Jake Signalraketen abschoss, trat ich durch die Lücke und kletterte den Abhang hinunter. In der Senke erfasste mein Strahl eine Spur von Umrissen, eine Radkappe, ein Kotflügel, einen Seitenspiegel. Der Citroën war ein pechschwarzer Klumpen in der Dunkelheit. Ich leuchtete ihn mit dem Mergleit ab. Der Wagen war offensichtlich nach dem Aufprall wieder in die Höhe geschnellt, hatte sich gedreht und war auf dem Dach gelandet. Alle Fenster waren zerbrochen, Dampf oder Rauch zischte aus der eingedrückten Motorhaube. Purvians lag halb auf dem Fahrersitz, halb auf der Erde, verdreht wie eine achtlos weggeworfene Stoffpuppe. Ihr Gesicht war so blutverschmiert, dass ich keine Haut mehr sah. Ihre Jacke war durchtränkt. Ich hörte knirschen, dann stand Jake neben mir. Oh Gott! Wir müssen sie rausziehen! Gemeinsam versuchten Jake und ich, Purvians aus dem Wrack zu befreien. Ihr Körper war glitschig, feucht, von Dunst und Blut. Immer wieder rutschten wir ab. Über uns hielt ein Transporter. Zwei Männer stiegen aus und riefen Fragen zu uns herunter. Wir ignorierten sie und konzentrierten uns ganz auf Purvians. Purvians stöhnte leise. Ich griff zu meiner Taschenlampe und leuchtete an ihrem Körper entlang. Glassplitter glitzerten auf ihrer Kleidung und in ihren blutgetränkten Haaren. Ein Fuß hängt zwischen den Pedalen fest, sagte ich. Ich gehe von der anderen Seite rein. Schaffst du nie. Ich wollte nicht lange diskutieren. Ich ging um den Citroën herum und schaute mir an, was vom Beifahrerfenster übrig geblieben war. Die Öffnung war groß genug. Ich legte die Lampe auf die Erde, bückte mich und zwängte mich mit dem Kopf voran durch die Öffnung. Mich mit den Ellbogen vorwärts ziehend, robbte ich zur Fahrerseite. Blindtastend stellte ich fest, dass ich Recht gehabt hatte. Purvians rechter Fuß war gebrochen und klemmte unter der Bremse. Ein beißender Geruch stieg mir in die Nase. Meine Augen tränten. Brennender Gummi. Mein Herz hämmerte gegen den Brustkorb. Ich schob mich noch ein Stückchen weiter hinein, legte den Oberkörper auf den Sitz, zog den Reißverschluss von Purvians Stiefel auf, packte die Ferse und zog. Ich spürte eine Bewegung. Noch ein fester Zug und Purvians Ferse war frei. Die Finger, wie einen Schuhlöffel benutzend, schälte ich ihren Fuß aus dem Stiefel. Jetzt schrie ich, als die Zehen herausglitten. Während Jake zog, manövrierte ich den Fuß behutsam zwischen den Pedalen hindurch. Dann schob ich mich mit dem Hintern voran aus dem Wrack heraus. Rauch quoll aus dem Motor. Von der Straße her waren Schreie zu hören. Ich brauchte keinen Dolmetscher. Zurück! Er explodiert gleich! Ich packte Purvians unter einem Arm. Jake hatte den anderen. Gemeinsam zogen wir sie heraus und legten sie auf den Boden. Jake stürzte wieder auf das Wrack zu. Wir müssen hier weg, rief ich. Jake war von Rauch eingehüllt. Ich sah seine schlachsige Gestalt hin und her rennen. Jake! Wie ein Verrückter lief Jake von einem Fenster zum anderen. Ich schaff das nicht alleine! Jake kam zu mir und half mir, Purvians weitere fünf Meter von dem Wrack wegzuziehen. Dann rannte er zurück und trat heftig gegen den Kofferraum. Er fliegt gleich in die Luft! Inzwischen kreischte ich. Immer und immer wieder knallte Jakes Fuß gegen das Blech. Etwas platzte. Das Zischen wurde lauter, der Rauch dicker. Waren wir noch im Gefahrenbereich? Eine kräftige Explosion würde aus Autoteilen tödliche Geschosse machen. Ich packte Purvians an den Unterarmen und bewegte mich langsam rückwärts. Ihr Körper war totes Gewicht. War sie bereits tot? Schadete ich ihr mehr, als ich ihr half? Stück um Stück zerrte ich sie weg. Drei Meter. Meine Hände waren glitschig vom Blut. Finger und Innenflächen waren von unzähligen Glassplittern zerschnitten. Fünf Meter. In der Entfernung heulten Sirenen. Meine Finger kribbelten. Meine Beine wurden taub. Aber das Adrenalin trieb mich an. Schließlich meinte ich, weit genug entfernt zu sein. Ich ließ Purvians sanft zu Boden gleiten. Dann kniete ich mich hin und tastete ihre Kehle ab. Ein schwacher Puls? Ich war mir nicht ganz sicher. Ich riss Purvians Jacke auf und suchte nach der Wunde, die für den starken Blutverlust verantwortlich war. Auf ihrem Bauch klaffte eine schwarze Sichel. Ich drückte die Hand darauf. In diesem Augenblick zerriss ein lauter Knall die Nacht. Ich hörte das grässliche Geräusch von Metall, das Metall durchstößt. Als ich den Kopf hochriss, explodierte der Citroen in einem Ball aus Licht. Oh Gott, wo war Jake? Ich lief auf den Citroen zu. Nach wenigen Metern stoppte mich eine Wand aus Hitze. Ich riss den Arm vors Gesicht. Jake! Das Auto war ein Inferno. Flammen leckten am Unterboden und loderten aus den Fenstern. Keine Spur von Jake. Jake! Ich spürte Asche und Schweiß auf dem Gesicht. Dunst. Tränen, die mir die Wangen hinunterliefen. Jake! Eine zweite Explosion schickte Metall und Flammen in den Himmel. Ein Schluchzen stieg in meiner Kehle auf. Kräftige Hände packten meine Schultern. Ich wurde grob nach hinten gerissen. Um es vorweg zu sagen, alle überlebten. Stimmt nicht ganz. Alle überlebten bis auf den Kerl aus dem Leichentuch. War er zuerst nur Knochen, wurde er in dem Feuer zu Asche. Jake verbrannte sich die Hände und versenkte sich die Augenbrauen. Nichts Schlimmes. Purviens hatte viel Blut verloren, einige gebrochene Rippen und einen gebrochenen Fuß. Ein Teil der Milz wurde entfernt, der Knöchel musste verschraubt werden, aber sie würde wieder ganz gesund werden und ins Gefängnis wandern. Bei dem Citroen allerdings war nichts mehr zu machen. Seine Überreste hatten kaum noch Schrott wert. Ein Tag lang war Purviens bewusstlos. Dann tröpfelte die Geschichte heraus. Langsam. Ryan half immer wieder nach, mit Informationen, die er von Kaplan und Burke hatte. Mein mentales Polaroid war ziemlich zutreffend gewesen. Ferris und Purviens hatten eine Affäre gehabt. Burke hatte in ihrer Wohnung in Saint-Leonard die üblichen Accessoires gefunden. Ein Männerbademantel im Schrank, Rasierer und zusätzliche Zahnbürste im Spiegelschrank. Die Affäre hatte angefangen, kurz nachdem Purviens bei der Importfirma die Arbeit aufgenommen hatte. Im Laufe der Jahre verstärkte sie den Druck auf Ferris, sich endlich von Miriam scheiden zu lassen. Er vertröstete sie immer wieder. Außerdem verstärkte sie ihren Einfluss auf das Geschäft. Purviens war vertraut mit allen Transaktionen in dem Lagerhaus. Soll heißen, sie wusste über alles Bescheid und war an allem beteiligt. So hörte sie zum Beispiel Ferris' Anruf bei Kaplan mit, als der ihn bat, den Markt für das Massadaskelett zu sondieren. Sie hörte auch seine Gespräche mit Morisono und Tovia Blotnik mit und erfuhr so von der Geschichte des Skeletts. Es ärgerte sie, dass Ferris dieses Geschäft allein machte und sie ausschloss. Kurz zuvor hatte sie auch Ferris' Anruf im Reisebüro mitbekommen. Ferris plante einen Urlaub mit seiner Frau im sonnigen Florida. Das war der letzte Tropfen. Ferris wollte ohne sie das große Geschäft machen und versuchte, seine Ehe zu kitten. Ferris stellte ihren Geliebten zur Rede und wollte von ihm wissen, wie er seine Prioritäten setze. Da Ferris, das ständige, schlechtige Wissen und der Stress dieses Balanceaktes zwischen zwei Frauen allmählich zu viel wurde, beschloss er, Ferris den Laufpass zu geben. Die Importfirma machte gerade eine etwas schwierige Zeit durch, aber alles in allem lief das Geschäft nicht schlecht. Sein Verhältnis zu Miriam wurde wieder besser. Er brauchte Pervians nicht. Zugegeben, er befand sich wirtschaftlich in einer Talsohle, aber der Verkauf des Skeletts würde das ändern. Es wäre besser, wenn er Pervians feuerte. Ferris versprach ihr sechs Monate Gehaltsfortzahlung und forderte sie auf, zu verschwinden. Der erste Anruf in Bokka während dieser Urlaubswoche war von Pervians gekommen, die ihn bat, sich alles noch einmal zu überlegen. Ferris fertigte sie knapp ab. Er hatte sie wirklich und wahrhaftig in die Wüste geschickt. Jetzt war sie ohne Liebhaber und ohne Arbeit. Der zweite Anruf in Bokka kam ebenfalls von Pervians, und nun drohte sie ihm. Sie wisse über das Skelett und seinen Wert Bescheid. Sie wolle ein Stück vom Kuchen, sonst informiere sie Miriam über ihre Affäre und die Behörden über das Skelett. Ferris lachte sie nur aus. Je mehr Pervians darüber nachdachte, desto wütender wurde sie. Sie hatte Ferris' Geschäft mit aufgebaut. Sie hatte ihn in ihr Bett gelassen. Und jetzt wurde sie weggeworfen, wie der Müll der letzten Woche. Ihn an seine Frau und die Polizei zu verpfeifen, würde ihm zwar wehtun, ihr aber nichts einbringen. Und es würde ihm nicht genug wehtun. Ferris sollte einen viel größeren Preis bezahlen. Angeregt von den vielen Krimiserien, beschloss Pervians, einen Killer anzuheuern. Sie wollte Ferris loswerden und das Geschäft übernehmen. Doch sie war nur ein braves, jüdisches Mädchen, ohne die entsprechenden Beziehungen. Sie kannte keine Killer. Wen sollte sie anrufen? Kaplan war ein Ex-Sträfling, der illegale Aufträge übernahm. Pervians hatte seine Nummer von der Anruferkennung im Lagerhaus. Kaplan war zwar ein Gauner, aber kein Killer. Er merkte, dass er ein naives Mädchen vor sich hatte und eine Chance auf einen einfachen Profit winkte. Er nahm Pervians Geld, brachte aber keine Gegenleistung. Verschmähte Geliebte. Fallengelassene Geschäftspartnerin. Übers Ohr gehauene Kundin. Pervians kochte innerlich. Getrieben von einer fast obsessiven Wut, beschloss sie, selbst zu handeln. Sie wusste, dass ihr Nachbar eine Waffe in seinem Auto hatte, stahl sie und brachte Ferris eigenhändig um. Doch ihre Wut hatte ihre Fähigkeit zum strategischen Denken getrübt. Nachdem sie zwei Kugeln in Ferris Körper gejagt hatte, drückte sie der Leiche die Waffe in die Hand, krümmte die Finger darum und schoss in die Luft. Auch diesen Trick kannte sie aus den Krimiserien. Bei einer selbst beigebrachten Schusswunde muss der Leichenbeschauer Schmauchspuren an der Hand finden. Nun jedoch machte Pervians einen großen Schnitzer. Sie ließ zwar die Waffe zurück, sammelte jedoch die Patronenhülsen ein, wodurch die Polizei einen Selbstmord sehr schnell ausschließen konnte. Eine ballistische Rekonstruktion ergab, dass Ferris wahrscheinlich mit dem Gesicht zur Tür stand, als er getroffen wurde. Vermutlich merkte er gar nichts von Pervians mörderischen Absichten, als sie die Kammer betrat und sich hinter ihn stellte. Wie sollte Courtney nun weitermachen? Die Kaltblütigkeit, mit der sie Ferris umgebracht hatte, hatte sie selber überrascht. Jetzt wollte sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aus der Stadt verschwinden und wirtschaftliche Verluste wiedergutmachen. Sie buchte einen Flug nach Israel, wobei sie den Namen Chana Pervians benutzte, die präkanadische Namensversion in ihrem tunesischen Pass. Dank dieser Diskrepanz konnte sie durch alle Kontrollen schlüpfen. Da sie wusste, dass Ferris Plotnik angerufen hatte, ging sie zur Altertumsbehörde und behauptete dort, eine Bevollmächtigte ihres Chefs zu sein und die Zahlungsmodalitäten bekräftigen zu wollen. Dort erwartete sie die nächste Ungerechtigkeit. Plotnik hatte das Massada-Skelett nicht erhalten. Pervians blöffte und behauptete, sie wisse, wer es gestohlen habe. Sie könne es ihm liefern, wenn Plotnik Geld oder etwas ähnlich Wertvolles als Gegenleistung anzubieten habe. Plotnik zeigte ihr die Knochen aus dem Leichentuch. Sie erkannte sofort, dass auch die ein beträchtliches Profitpotenzial hatten, schlug ein zweites Mal zu und steckte die Knochen ein. Kaplans Geschichte war ziemlich schlicht. Mirjam Ferris war immer nett zu ihm gewesen, eine gute Freundin, auch in der Zeit, als er im Gefängnis saß. Mirjam schickte ihm Pralinen, schrieb Briefe. Der Zettel, den wir in Kaplans Wohnung gefunden hatten, war nur einer von vielen, in denen sie ihn ermutigte, den Glauben nicht zu verlieren. Kaplan wusste von Pervians von ihrer Affäre mit Ferris. Es war seine erste Frage gewesen, als sie ihn anheuerte, ihren Chef zu ermorden. In ihren Verhandlungen kam Kaplan zu der Überzeugung, dass sie heimtückisch und ohne Gewissen sei. Er dachte sich, dass sie, falls sie in der Klemme steckte, ein Ablenkungsmanöver starten würde, um sich selbst zu schützen. Und wer war da gefährdeter als die betrogene Ehefrau? Da er Angst hatte, Pervians könnte Mirjam ins Visier nehmen, steckte er mir das Foto zu, um die Ermittlungen in eine andere Richtung zu lenken. Kaplan befürchtete außerdem, dass Pervians ihn kompromittieren könnte, oder noch Schlimmeres. Sie hatte vorgehabt, ihren Liebhaber umbringen zu lassen. Falls sie nun selbst in Aktion trat, konnte sie genauso gut den Mistkerl beseitigen, der sie um drei Riesen betrogen hatte. Und Kaplans Kumpel Litvak war sauer, weil Kaplan ihm das Massadaskelett versprochen, dann aber nicht geliefert hatte. Wie Pervians sah auch Kaplan seine Chance für einen Doppelschlag. Mach dich zu Hause rar und wetze in Israel ein paar Scharten aus. Also buchte auch er einen Flug. Warum hatte Blotnik die Knochen aus dem Leichentuch gestohlen? Ferres Anruf musste Blotnik vorgekommen sein wie Manna, das vom Himmel regnet. Knochen aus Massada, die seit mehr als vier Jahrzehnten verschwunden waren. Während seiner vielen Jahre in der israelischen Archäologie hatte Blotnik natürlich Gerüchte über ein solches Skelett gehört. Man kann nur vermuten, was Kaplan oder Ferres ihm sonst noch erzählt hatten, oder was im Kreis seiner Kollegen getuschelt wurde. Dass es die Knochen einer bedeutenden Gestalt aus dem römischen Palästina des ersten Jahrhunderts waren? Eines biblischen VIPs? Ganz offensichtlich hatte Blotnik bereits seinen Stern in neuem Glanz erstrahlen sehen. Doch mit Ferres Tod versiegte das Manna plötzlich. Licht aus. Kurz darauf rief ich an. Ich hatte das Massada-Skelett. Ein neuer Morgen wartet mit dem Abspann. Da Blotnik eine Chance sah, seine dümpelnde Karriere oder, wie Ryan meinte, sein Konto auf Vordermann zu bringen, hatte Blotnik sich eingehend über das Massada-Skelett und Höhle 2001 informiert. Dann wurde Max ihm schon wieder vor der Nase weggeschnappt. Jake und ich kamen mit der Nachricht zu ihm, dass Max gestohlen worden sei. Blotnik war am Boden zerstört. Dann frisches Manna, ein Dokument, das jemand leichtsinnig in einem Kopierer vergessen hatte. Blotnik las Esther Gerts Bericht und machte sich eine Kopie. Leichentuch aus dem ersten Jahrhundert? Mit Hinweisen auf menschliche Überreste? Entdeckt von Jake Drumm? Propagierte dieser Drumm nicht eine Theorie über ein Familiengrab Jesu? Die explosiven Implikationen von Jakes Theorie und meinem Fund waren Blotnik natürlich nicht entgangen. Wenn er das Massada-Skelett schon nicht in die Finger bekam, würde ihm das hier weiterhelfen. Er bewaffnete sich mit einem Bolzenschneider, fuhr nach Beetanina und wartete, bis Jake das Haus verlassen hatte. Der Rest war einfach. Und was war mit Jake? Keine krummen Touren. Er war zu seiner Ausgrabungsstätte gefahren und musste dort miterleben, wie die Orthodoxen die Arbeiten massiv störten. Schließlich musste die Polizei gerufen werden. Als er endlich wieder fahren konnte, war es zu spät für einen Besuch bei Esther Getz oder Blum. Außerdem hatte die Polizei vor Ort ihn aufgefordert, die schriftlichen Genehmigungen für die Ausgrabung vorzulegen. Als er in die Wohnung zurückkam, legte er den Inhalt seiner Taschen an den gewohnten Platz und suchte die Dokumente für die Ausgrabungsstätte in Talpjot heraus. Dabei entdeckte er, dass der Schrank aufgebrochen war und die Knochen verschwunden waren. Wütend war er wieder hinausgestürmt, ohne abzuschließen. Da er nun zwei Dinge mehr oder weniger gleichzeitig zu erledigen hatte, fuhr er erst zur Bezirksinspektion der Polizei, um seine Dokumente vorzulegen, und dann direkt zu Blotnik. Ich war vor ihm im Rockefeller eingetroffen, und er hatte mich im Wandschrank gefunden. So weit, so gut. Die Knochen aus dem Leichentuch waren nur noch Asche. Blotnik war tot. Kaplan war frei. Pervians würde in Israel wegen des Mordes an Blotnik vor Gericht gestellt werden. Eine spätere Auslieferung? Vielleicht. Und Max? Vertreter der orthodoxen gaben unter Druck von Friedman zu, dass sie das Massadaskelett befreit und wiederbestattet hatten. Doch weder Daumenschrauben noch Würgeeisen noch die Androhung einer Strafverfolgung konnten sie dazu bringen, den Ort preiszugeben. Sogar die flehentliche Bitte um einen zeitlich begrenzten Zugang unter ihrer Beobachtung wurde stur abgelehnt. Was bleibt? Nur drei Dinge. Das Foto, das ich von Kaplan erhalten hatte. Die Knochenproben, die ich für die DNS-Untersuchung entnommen hatte. Die Fotos, die ich in meinem Labor in Montreal geschossen hatte. Ansonsten war Max verschwunden. Inzwischen war Donnerstag, vier Tage nach dem Unfall. Ryan und ich würden mit der Mitternachtsmaschine nach Montreal zurückfliegen. Doch bevor wir Israel verließen, wollten wir noch einen letzten Ausflug machen. Links von uns erstreckte sich das Tote Meer, Kobaltgrün bis nach Jordanien. Rechts eine gematerte Landschaft aus Felsspitzen und Tafelbergen. Schließlich sah ich es, gleißend rot vor einem perfekt blauen Himmel. Die Zitadelle des Herodes am Rande der jüdischen Wüste. Ryan bog ab. Zwei Kilometer weiter fuhren wir auf einen Parkplatz und stiegen aus. Ein Schilderwald half den Touristen bei der Orientierung. Restaurants, Läden, Toiletten diese Richtung. Seilbahn oder Schlangenfahrt, fragte ich. Wie schwierig ist der Aufstieg? Kinderspiel. Warum dann der Name? Der Weg ist ein bisschen kurvig. Man hatte mich gewarnt, dass der Pfad tückisch und staubig war und die Wanderung über eine Stunde dauerte. Und ich war fix und fertig. Wie wär's, wenn wir hochfahren und dann die Lage peilen? Schwächling. Ich grinste. Die Römer haben sieben Monate gebraucht, bis sie oben waren. Sie kämpften gegen eine Armee von Zeloten. Immer diese Nebensächlichkeiten. Masada ist der am meisten besuchte Ort Israels, aber nicht an diesem Tag. Ryan kaufte Tickets und wir betraten eine leere Seilbahnkabine. Oben auf dem Gipfel stiegen wir eine gewundene Treppe hoch und dann lag die uralte Städte vor uns. Ich war beeindruckt. Römer, Zeloten, Byzantiner. Nazarener? Ich stand auf Eben dieser Erde. Erde, die betreten worden war, lange bevor die Europäer die neue Welt erblickten. Ich betrachtete die Überreste der Kasemattenmauer, jetzt nur schulterhoch, die alten Steine verwittert und ausgebleicht. Ich dachte an Soldaten, Mönche und ganze Familien, Hingabe und Opfer. Und ich fragte mich, wie, warum? Ryan neben mir schaute sich den Lageplan an. Über mir flatterte eine israelische Flagge im Wind. Der Rundgang fängt da drüben an. Ryan nahm mich bei der Hand und führte mich nach Norden. Wir besuchten die Lagerhäuser, die Offiziersquartiere, den nördlichen Palast, in dem Yadin seine Familie gefunden hatte. Die Byzantinische Kirche, die Synagoge. Nachdem wir die Standardrunde beendet hatten, kehrten wir zu unserem Ausgangspunkt zurück und gingen zum südlichen Rand des Gipfels. Hierher verirrte sich kein Tourist. Ich schaute auf die Skizze in meiner Broschüre. Die südliche Zitadelle war eingezeichnet. Eine Zisterne. Das große Wasserbecken. Kein Wort über die Höhlen. An der Kasemattenmauer blieb ich stehen und staunte aufs Neue über diese Ebene aus Sand und Steinen, die am Horizont in flirrender Hitze verschwand. Ich deutete auf ein Rechteck, das in der Mondlandschaft unter uns kaum zu erkennen war. Siehst du diesen Umriss? Ryan, der mit den Ellbogen auf dem Geländer neben mir stand, nickte. Das war eins der römischen Heerlager. Ich beugte mich vor und drehte den Kopf nach links. Da war sie. Eine dunkle Wunde im Fleisch des Abhangs. Da ist die Höhle. Meine Stimme klang brüchig. Wie verzaubert starrte ich hinunter. Ryan wusste, was ich jetzt empfand. Er zog mich sanft zurück und legte mir die Arme um die Schultern. Irgendwelche Theorien, wer er gewesen sein könnte? Ich hob die Hände. Wer weiß. Vermutung? Max war ein Mann, der vor etwa 2000 Jahren im Alter zwischen 40 und 60 starb. Er wurde zusammen mit mehr als 20 anderen dort unten in dieser Höhle begraben. Ich deutete hinüber zur Kasemattenmauer. Der Zahn einer jüngeren Person landete in seinem Kiefer. Ansonsten hätten wir von der Verbindung zwischen den Leuten aus dieser Höhle und der Familie in Jakes Leichentuchgrab vielleicht nie erfahren. Das Grab, von dem Jake glaubt, dass es sich um die Familienkrypta Jesu handelt. Ja. Max könnte deshalb durchaus ein Nazarener, kein Zerlot gewesen sein. Jake ist sich verdammt sicher, dass das Grab der heiligen Familie gehörte. Die Namen passen. Der Dekorationsstil der Ossoare. Das Alter des Leichentuchs. Ich trat nach einem Stein. Jake ist überzeugt, dass das Jakobus Ossoar aus diesem Grab stammt. Und du? Ich bin fasziniert. Soll heißen? Ich überlegte. Was meinte ich wirklich? Er könnte recht haben, aber die Vorstellung ist so überwältigend, dass sie nicht so leicht zu verdauen ist. Die drei großen Religionen, die alle so dicht mit der Geschichte Palästinas verwoben sind, fußen mehr auf göttlichem Geheimnis und spirituellem Glauben als auf Wissenschaft und Vernunft, zur Begründung ihrer Rechtmäßigkeit. Historische Tatsachen werden so interpretiert, dass sie zur jeweils herrschenden Lehrmeinung passen. Widersprechende Tatsachen werden geleugnet. Die Tatsachen, die Jake in Bezug auf das Kidron-Grab postuliert, könnten wesentliche Elemente des christlichen Glaubens unterminieren. Vielleicht blieb Maria gar keine Jungfrau. Vielleicht hatte Jesus Geschwister, vielleicht sogar Nachkommen. Vielleicht blieb Jesus nach der Kreuzigung tot und in sein Leichentuch eingehüllt. Ich deutete mit dem Kopf zur Höhle unter uns. Dasselbe gilt für Höhle 2001 und gewisse Teile der geheiligten jüdischen Geschichte. Vielleicht war Massada während der Revolte im ersten Jahrhundert nicht nur von jüdischen Zeloten besetzt. Vielleicht waren hier oben auch frühe Christen, wer weiß. Sicher weiß ich nur eins. Es ist tragisch, dass wir aus den Knochen aus dem Leichentuch keine DNS extrahieren konnten. Vor allem, weil klar ist, dass zumindest einer der Menschen in der Höhle hier oben verwandt war mit den Leuten in Jakes Grab dort unten. Ryan dachte darüber nach. Dann. Das heißt also, obwohl die DNS einen Zahn aus Massada mit dem Kidron Grab in Verbindung bringt, bist du noch immer der Ansicht, dass das Wiederauftauchen von Max und die Entdeckung der Knochen im Leichentuch innerhalb weniger Wochen ein reiner Zufall war. Ja, der Zahn stammte zweifellos von jemand in Höhle 2001 und wurde fälschlicherweise Max eingesetzt. Aber es könnte sein, dass Max in dieser ganzen Geschichte nur der Bote und nicht die Botschaft ist. Komisch. Eigentlich interessiert mich vielmehr, wem dieser Zahn gehörte, als wer Max war. Ich kann dir nicht folgen. Das fing zwar alles mit Max an, aber es kann sein, dass Max nur durch einen glücklichen Zufall in diese wichtige Begräbnisstätte kam. Ich komme noch immer nicht mit. Weil Max Grab sich weit hinten in der Höhle befand, wurde seine Leiche von Tieren verschont. Da seine Überriste das einzige komplette und anatomisch korrekt angeordnete Skelett darstellten, betrachtete man Max automatisch als etwas Besonderes. Irgendjemand schaffte ihn aus Israel heraus. Lerner stahl ihn. Ferris und Morisono versteckten ihn, aber letztendlich könnte Max' wichtigster Beitrag lediglich der sein, dass er vollständig erhalten blieb und uns zu dem fremden Backenzahn führte. Dass er also das Kidron Grab mit Massada in Verbindung brachte, hat Jake irgendwelche Theorien, wessen Zahn das sein könnte? Da kommen viele Leichen in der Höhle in Frage. Jake vermutet einen Neffen Jesu, vielleicht ein Kind von einer der Schwestern. Die mitochondriale DNS zeigte eine Verbindung mütterlicherseits. Keine Geschwister? Unwahrscheinlich. Die Inschriften nennen Judas, Josephus, Jakobus, falls dieses Ossua wirklich echt ist, die beiden Marias und Salome. Simon starb erst Jahre später. Wieder verstummten wir beide. Ich brach das Schweigen. Es ist schon komisch. Mit Max fing alles an. Lerner stahl ihn aus dem Musée de L'Homme, weil er an Joys Geschichte über die Schriftrolle und seine Theorie, dass Jesus in Massada weiterlebte, glaubte. Dann zeigt sich, dass Joys Theorie zutreffen könnte in Bezug auf Jesus. Irgendeinen Jesus, aber nicht auf Max. Max kann nicht der Jesus von Nazareth sein, der nach der Heiligen Schrift mit Anfang 30 starb. Sein Alter passt nicht. Und seine mitochondriale DNS schließt ihn aus der Mutterlinie in dem Kidron-Grab aus. Aber Max könnte ein Neffe-Jesu sein. Crossets Schriftrolle wurde angeblich von jemand namens Jesus, Sohn des Jakobus, geschrieben. Genau. Aber der Zahn könnte ebenfalls von einem Neffen-Jesu stammen. Nach Bergerons Schätzung starb der Zahnträger im Alter zwischen 35 und 40. Wenn eine von Jesus' Schwestern einen Mann namens Jakobus geheiratet und mit ihm einen Sohn gehabt hätte, dann hätte dieses Kind ihre mitochondriale DNS geerbt. Wenn diese Ereignisse in der Zeit um die Kreuzigung herum stattfanden, dann würde das Alter passen. Der Zahn hätte zu Jesus, Sohn des Jakobus, gehören können. Oh Mann, Ryan! Jeder x-beliebige Mann in diesem Haufen hätte diesen Namen tragen können. Wir werden es nie erfahren. Wer war der 70-Jährige aus der Höhle 2001 in Jadins Bericht und seinem Buch? Dieselbe Antwort. Es war nicht Max, es war nicht der Zahnträger. Aber es hätte jeder Mann aus diesem Haufen sein können. Ryans nächste Bemerkung traf genau den Punkt. Der Hammer ist doch der, egal wem der Zahn gehörte. Wenn Jake recht hat in Bezug auf das Jakobus-Ossuar und daraus folgend in Bezug auf das Kidron-Grab und die heilige Familie, dann bedeutet das Vorhandensein des Zahns in der Höhle, dass sich in Massada zur Zeit der Belagerung Nazarener befunden hatten. Und das ist eine Tatsache, die der israelischen Geschichtsschreibung über Massada widerspricht. Genau, vor allem israelische Theologen würden Nazarener in Massada als Sakrileg betrachten. Denkt nur an ihre Abneigung, über die Höhlenskelette zu reden oder weitere Untersuchungen anzustellen. Ich drehte mich um und deutete zum nördlichen Rand des Gipfels. Dort an der Westseite gibt es ein kleines Denkmal, an der Spitze des römischen Lagers, wo 69 alle Überreste aus Massada wiederbestattet wurden. Man könnte die Knochen aus Höhle 2001 exhumieren, aber die Israelis weigern sich, das zu tun. Und die Knochen aus dem Leichentuch? Wir werden es nie erfahren. Wenn Jake es geschafft hätte, DNS zu erhalten oder andere Untersuchungen durchführen zu lassen, vielleicht eine Begutachtung des Lochs im Fersenbein unter dem Elektronenmikroskop, dann hätten wir eventuell mehr herausgefunden. Aber so, wie es ist, haben wir nichts anderes als die paar lausigen Schnappschüsse, die ich im Loculus gemacht habe. Was ist mit den Haar- und Knochenproben, die Esther Gets geborgen hat? Die Haare könnten irgendwann irgendwas ergeben. Die Knochenpartikel sind kaum mehr als Staub. Es wundert mich, dass Gets sie überhaupt entdeckt hat. Jake konnte rein gar nichts von den Knochen beiseite schaffen? Hatte nie eine Chance dazu. Hat er vor, an den Knochen aus dem Jakobus Ossuar eine DNS-Untersuchung anstellen zu lassen? Er hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Israelis haben ihn abblitzen lassen, und sie haben die Knochen. Aber so, wie ich Jake kenne, wird er dranbleiben. Das Jakobus Ossuar könnte eine Fälschung sein. Könnte, stimmte ich ihm zu. Jakes Theorie könnte falsch sein. Könnte. Ryan zog mich an sich. Er wusste, dass ich Schuldgefühle und Enttäuschung verbarg. Max war verschwunden. Lag nun für alle Zeit in einem anonymen Grab. Die Knochen aus dem Leichentuch waren verschwunden. Verbrannt in einem Inferno aus Feuer und Benzin. Einen Augenblick standen wir nur da und schauten hinaus zu dem melancholischen Rand des Universums. Leer. Tot. Seit Jahren las und hörte ich von diesem so heftig umstrittenen Teil unseres Planeten. Diesen Nachrichten kann sich niemand entziehen. Die Psalmen nennen Jerusalem die Stadt Gottes. Zacharias nennt sie die Stadt der Wahrheit. Wessen Gott. Wessen Wahrheit. La Manche hat heute angerufen. Ich wechselte wieder in eine Welt, in der mir eine gewisse Kontrolle über mein Leben zumindest möglich erschien. Wie geht's dem alten Knaben? Er ist froh, dass ich Montag wieder zurück bin. Du warst doch nur eineinhalb Wochen weg. Er hatte Neuigkeiten. Es gab eine Exhumierung. Sylvain Morissoneau litt an einer kongestiven Herzstörung. Der Priester in der Abtei? Ich nickte. Er starb an einem massiven Koronarinfarkt. Keine wildäugigen Dschihadisten? Nur ein schwacher Herzmuskel. Wahrscheinlich in Verbindung mit dem erhöhten Stress infolge dieser Skelettgeschichte. Weil wir gerade dabei sind, auch Friedman hatte was Neues zu berichten. Er hat den Zettel des Zimmermädchens Mrs. Hanani vorgelegt und so erfahren, was wirklich hinter dem Einbruch in dein Zimmer und der Verwüstung steckte. Es gab überhaupt keinen Einbruch. Hossam Al-Ahmed ist ein Hotelkoch, der schon eine ganze Weile um dieses Mädchen herumschleicht. Die belästigte Dame beschloss, dem Kerl einen Denkzettel zu verpassen. Ein Zimmer verwüsten, den Verdacht auf ihn lenken. Deine Tür war unverschlossen. Welche Ironie. All unsere Megatheorien über den Mord an Ferris und den Diebstahl von Max. Ultraorthodoxe Juden haben es getan. Christliche Zeloten haben es getan. Fundamentalistische Moslems haben es getan. Letztendlich ging es nur um Gier und Rache. Zwei klassische Motive. Keine Staatsgeheimnisse. Kein Heiliger Krieg. Keine allumfassende Frage von Lehre und Glaube. Wir haben die Methodologie eines Mordes enthüllt und wir haben einen Mörder identifiziert. Eigentlich sollte ich mich freuen, aber im Kontext der letzten beiden Wochen erscheint dieser Mord banal. Fast so wie Charles Belamars Unfall. Der zugedröhnte Cowboy, der im Kamin stecken blieb? Ja, indem wir unseren Kleindarsteller über die große Bühne jagten, habe ich mich von dem größeren Kontext überwältigen lassen. Der Mord wirkte fast schon unbedeutend. Wir haben uns beide verrannt. Ich habe eine Studie gelesen, die sich Gallup International Millennium Survey nennt. Die Forscher haben Meinungsumfragen in 60 Ländern angestellt. Das entspricht einem Weltbevölkerungsanteil von 1,2 Milliarden. Sie wollten herausfinden, was die Leute über Gott denken. 87 Prozent der Befragten betrachten sich als einer Religion zugehörig. 31 Prozent betrachten ihre Religion als die einzig wahre. Ryan wollte etwas sagen, ich war noch nicht fertig. Aber Sie haben nicht recht, Ryan. Trotz der Rituale und der Rhetorik, ja sogar trotz der Bomben, sagen alle Religionen mehr oder weniger dasselbe. Buddhismus, Taoismus, Schamanismus, es ist völlig egal, such dir irgendeiner aus. Nicht so schnell, mein Engel. Die Thora, die Bibel, der Koran, jedes Buch liefert ein Rezept für spirituelle Zufriedenheit, für Hoffnung, für Liebe und für die Beherrschung der grundlegenden menschlichen Leidenschaften. Und jedes behauptet, dieses Rezept direkt von Gott zu haben, nur jeweils über einen anderen Boten. Alle diese Religionen versuchen nichts anderes, als eine Formel für ein ordentliches spirituelles Leben zu präsentieren. Aber irgendwie wird diese Botschaft entstellt, und verdreht wie Zellen in einem Körper, die plötzlich bösartig zu wuchern anfangen. Selbsternannte Wortführer definieren die Grenzen des korrekten Glaubens, erklären Außenstehende zu Heretikern und fordern die Rechtgläubigen auf, sie zu bekämpfen. Ich glaube nicht, dass das ursprünglich so gemeint war. Ich weiß, dass du recht hast, Liebling, aber ich als altgedienter Polizist habe schon längst die Hoffnung aufgegeben, La Belle Provence je vom Verbrechen zu befreien. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage wäre, die Religionen dieser Welt miteinander zu versöhnen. Daheim warten neue Leichen auf uns, um die wir uns kümmern müssen. Wir tun, was wir können. Weißt du was? Ich glaube, wir machen das ziemlich gut. Ein letzter Blick über die Ebene. So atemberaubend schön, so heftig umkämpft. Dann ließ ich es widerwillig zu, dass Ryan mich von der Mauer wegführte. Adieu, Israel. Ich wünsche dir Frieden. Ich wünsche dir Frieden. Ich wünsche ihm der ganzen Welt. Ich wünsche dir Frieden. Ich wünsche dich.